Wundervoll bist du, Herr, der du dieses gesamte Universum durch den Hauch deines Wortes geschaffen hast. Atemberaubend bist du, du wundervoller Gott, du starker Gott. Ja, der Jesus Christus ist der starke Gott aus Jesaja 9,5. Das Kind, das geboren wurde, der Sohn, der geschenkt wurde. Ja, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, man nannte seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedenfest. Deswegen müssen wir Jesaja 53 hören, richtig? Jesaja 53 ist sehr, sehr wichtig. Das verbotene Kapitel. Jedenken Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Und wem ist der Arm des Allmächtigen offenbar geworden? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Kann der Allah auch so eine Prophezeiung geben? Oder kann er nur Kamelurien? Er hatte keine besondere Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das wir ihn begehrt hätten. Die denken, dass Gott so ein Idiot wäre, der uns einfach so sein Wort gibt und uns einfach so glauben lässt, dass irgendjemand die Möglichkeit hätte, sein Wort irgendwie zu verändern. Ihr wisst ja zum Beispiel, wenn du einen Juden fragst, einen Thora-gläubigen Juden, wenn du ihm sagen würdest, dass seine Thora verfälscht wäre, der würde dich auslachen. Wisst ihr, wie akribisch die Juden mit ihrer Schrift umgegangen sind? Akribisch genau, Punkt für Punkt. Die haben nämlich akribisch darauf geachtet, Punkt für Punkt, Strich für Strich, Komma für Komma. Kein Juden, nichts, gar nichts wurde verändert aus der Thora. Das ist unmöglich. Die Juden haben auf ihr Wort aufgepasst, weil Gott darüber gehalten hat. Versteht ihr? Da kann keiner sagen, die Thora ist verfälscht, das ist das Blöde, das ist Verschwörungstheorie sowas. Aber Gott, Gott sei Dank, hat Gott bewiesen durch die Qumran-Rollen, wer allmächtig ist und damit Allas Täuschung zunichte machte. Halleluja, danke, Herr Jesus Christus. Du wundervoller Gott. Wer hat unserer Botschaft geglaubt und wem ist der Arm des Allmächtigen offenbar geworden? Er wuchs vor ihm auf wie ein Spross. Er entsprang wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Und wir dürfen staunen über sein Wort. Hört mal. Habt ihr sowas Heftiges gesehen, die ihr sah? Er hatte keine besondere Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, das wir ihn begehrt hätten. Ja, der Herr Jesus Christus war nicht so ein wunderschöner, blonder Mann mit blauen Augen und so, nein. Seine Pracht gefiel den Leuten nicht. Ja. Das ist das. Er war verachtet und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie die den Herrn Jesus Christus verspottet und verachtet haben, ne? Das ganze Volk hat ihn verachtet und verspottet. Den Schöpfer des Universums, danke Ihnen, oder? Nur der HSV. War wie heftig. Das klingt für mich so krass. Ja, er kam in das Seine, Johannes 1, Vers 1 bis 14. Er kam in das Seine, doch das Seine hat ihn nicht erkannt. Er hat ihn verworfen. Das ist so heftig. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verworfen und wir haben ihn für nichts geachtet. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir. Wahnsinn, ne? Die Schmerzen, die du und ich verdient hätten, hat er auf sich genommen. Ihr wisst ja, ne? Mit dem Ochsenzimmer, als der Herr Jesus Christus ausgepeitscht wurde, wo diese Nagel da dran waren an dem Ochsenzimmer und sein ganzes Fleisch zerschreddert wurde, ne? Nur ein Schlag davon würde uns ins Dillerium versetzen. Ich sag's euch. Würden das gar nicht aushalten. Niemals. Diese Schmerzen, wer hält sowas aus? Wenn die dich da geiseln mit diesem Ochsenzimmer, habt ihr ja gehört, ne? Dass so kleine Nagel da dran waren. Also das heißt, wenn der Römer da reingepeitscht hat, reingeschlagen hat mit der Beitsche, so hat er auch dem Herrn Jesus die Haut weggerissen, so, ne? Sein Fleisch reingeschreddert. Boah. Wie heftig. Wie heftig. Genau, da sind Widerhaken dran. Sehr gut gemacht. Ja, so ein Ochsenzimmer hat so Widerhaken dran, ne? Wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Um unsere Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Wunden ist uns Heilung geworden. Wir alle hörten umher wie Schafe. Wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Aber Gott warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, denn wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Schaf, das sturmt ist vor seinen Scheren. Wahnsinn. Und er tat seinen Mund nicht auf. Er ist weggenommen worden aus der Angst und aus dem Gericht. Der Herr Jesus Christus hat ja noch nicht mal sein Haupt erhoben vor den Menschen, ne? Das ist so krass. Unser einer hätte gesagt, auf mich zu schlagen und so. Was macht ihr da? Beleidigungen werden geflossen, alles. Aber der Jesus Christus hat seinen Mund nicht mal aufgetan. Das ist so heftig. Wer aus seinem Geschlecht dachte darüber nach? Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen. Man begrub ihn bei Gottlosen, aber im Grab eines reichen Mannes, weil er kein Unrecht begangen hat und nichts Trügerisches in seinem Mund gewesen ist. Wer kann mir auch noch eine Sünde nachweisen, sagt der Herr. Nichts Trügerisches kam aus seinem Mund. Es war der Wille Gottes, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, so wird er Nachkommen haben. Er wird seine Tage verlängern. Und das Wohlgefallen des Allmächtigen wird in seiner Hand gedeihen. Ich habe die Christen verteidigt, weil ich die Gerechtigkeit verteidigen wollte. Sie waren meine Freunde. Wir waren fast unser ganzes Leben lang befreundet. Als Kinder wuchsen wir zusammen auf. Und jetzt, wo wir erwachsen sind, kommen die muslimischen Terrormilizen mit einem Stück Papier und nehmen uns unsere Häuser und alles, was wir haben, einfach weg. Ich fand morgens einen Zettel unter der Tür und darauf stand, du willst uns anzeigen? Verlass innerhalb der nächsten 24 Stunden dein Haus. Verlass sofort die Gegend. Sonst enthaupten wir dich und verbrennen deinen Körper. So sieht das aus, wenn der Islam dann loslegt und dich unter Angst und Schrecken versetzt. Der Irak erlitt in den letzten Jahrzehnten viel. Kriege, Korruption, gesellschaftliche Spaltung sind nur einige Schlaglichter darauf. Nach dem Sturz des Diktators Saddam Hussein kam es zu einem Machtvakuum. Unterschiedliche Gruppen kämpfen seither um ihre Vorherrschaft. Dabei gerieten Minderheiten wie die Christen zwischen die Fronten. Wahnsinn! Nach der anglo-amerikanischen Invasion 2003 nahmen anti-westliche und islamisch-extremistische Ansichten zu. Die Religionsfreiheit der irakischen Christen ist seither gefährdet. Tausende Christen verließen deshalb ihre Heimat. Adnan versuchte seinen christlichen Freunden zur Seite zu stehen und geriet deshalb selbst in Lebensgefahr. Ich bin Adnan aus dem Irak. Ich wohne in einer muslimischen Familie. Ich bin Sunnit. Ich war im Irak sehr gut mit den Christen befreundet. Wir haben uns oft miteinander getroffen. Dann musste ich miterleben, wie man sie aus ihren Häusern vertrieben hat und sie ihre Heimat verlassen mussten. Ich versuchte ihnen zu helfen. Woher kommt das denn? Vertreibt die Juden und die Christen aus ihren Wohnstätten. Wer hat diesen Satz gesagt, ihr Lieben? Wer hat diesen Satz denjenigen mitgegeben, die hier die ganze Zeit so lautstark am rumbrillen sind, die in Deutschland und Europa? Ja. Da ist es die Katastrophe. Mohammed, genau. Ja, Mohammed hat den Wahnsinn als erstes gepredigt. Er hat das gesagt, vertreiben die Juden und die Christen aus ihren Wohnstätten und lassen nichts als Muslime dort drin leben. Stellen wir mal vor, wir würden das den Muslimen antun. Ja. Der deutsche Staat würde morgen losziehen und die Muslime aus ihren Wohnstätten vertreiben. So wie Mohammed das gesagt hat. Und dann würden sie den Hadith in jedes Gesicht reinknallen und sagen, ja, guck mal, dein Prophet hat doch gesagt, dass man das machen soll. Also tun wir dir das an. Dürfte ein Muslim sich beschweren, ihr Lieben? Hand aufs Herz. Dürfte ein Muslim sich darüber dann beschweren, wenn er aus seinen Wohnstätten vertrieben werden würde? Hätte er die Berechtigung zu sagen, äh, warum macht ihr das? Nein, seht ihr, absolut nicht. Kein Muslim auf dieser Erde hätte eine Berechtigung, wenn man ihn aus seinen Wohnstätten vertreibt, irgendetwas dazu zu sagen, weil Mohammed das ja selber angeordnet hat. Deswegen verstehe ich auch gar nicht, warum man überhaupt dieses Vorbild folgt und sich dann wundert, warum auf einmal ähm, Anti-Islam, äh, Fronten sich bilden und die Muslime dann, äh, ja, verfolgen und dementsprechend behandeln. Ja, ihr habt es doch selber in euren Quellen. Wenn also Mohammed gesagt hat, vertreibt die Juden und Christen, dann gibt es natürlich Menschen, die euch dann aufgrund eurer Texte dann, äh, angreifen und vertreiben. Ja, deswegen solltet man sich niemals wundern, wenn auf einmal Menschen aufstehen, die euch vertreiben, weil ihr, weil ihr Menschen seid, die den Wahnsinn in ihren Schriften verzeichnet haben, dass ihr Andersgläubige aus ihren Wohnstätten vertreiben wollt. Das muss euch immer klar sein, wenn ihr dieser Religion folgt und sagt, dass ihr Muslime seid. Es sei denn, ihr ändert euren Blickwinkel und sagt, ich will mit dieser Religion nichts zu tun haben, weil ich kein unterdrückerischer Mensch bin. Das ist das. Ich möchte, dass jeder Mensch in seinem Haus lebt und keine Schutzsteuer zahlt und wir alle gleich sind vor dem Gesetz. Ja, das wäre ein vernünftiger Mensch, ein rational denkender, liebevoller Mensch, der den Menschen im Fokus sieht und nicht seinen Glauben. Verstehst du? Das wäre ein vernünftiger, rationaler, mit Moral und Ethik behafteter Mensch, der den Menschen im Vordergrund sieht, so wie die Christen Andersgläubige sehen wollen. Der Herr Jesus Christus hat uns Christen ja gesagt, wenn ihr behandelt die Menschen so, wie ihr auch gerne behandelt werden möchtet. Deswegen geht kein Christ hin und wird auch nur ein Haar einem Muslim krümmen oder Andersgläubigen niemals. Er wird ihn also immer mit Liebe behandeln. Warum? Weil er selber gerne mit Liebe behandelt werden will. Wenn er jenige Hilfe braucht, wird geholfen. Wenn er jenige Unterstützung braucht, wird unterstützt. Und, und, und. Weil man will ja auch so behandelt werden. Deswegen siehst du, wie man den Herrn Jesus Christus nachfolgt und seine Moral und Ethik ganz hoch halten sollte. Aber wenn wir Mohammed folgen, dann müssen wir ja jeden Juden und Christen aus seinen Wohnstätten vertreiben, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Und ihr kennt ja die berühmte Fatwa von Sheikh Mohammed Salih al-Munajid, als er sagte, wenn wir die Möglichkeit haben, werden wir euch vor drei Alternativen setzen. Islam, Jizya oder in die Ewigkeit gehen. Nacken-Therapie. Ja, da darf man sich nicht wundern aufgrund so einer Fatwa, dass Muslime dann dran sind. Wenn das eine Fatwa ist und der Sheikh das prüft und das der Islam ist, dann ist der Islam ja das Gefährlichste überhaupt. Ihr wollt also die Ländereien und die Häuser der Christen, Juden und alle Andersgläubigen wegnehmen und das als muslimisches Territorium betrachten. Und das geht ja nicht. Das geht ja nicht. Es gibt natürlich Leute, die sich dann wehren und sagen, nein, 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 bis hierhin und nicht weiter. Das ist wie eine kriminelle Vereinigung, mehr oder weniger, wenn du die islamischen Schriften durchgehst. Das hat so den Anschein einer wahren kriminellen Vereinigung, die einfach kommt, von dir Schutzgeld verlangt, deine Häuser und Wohnungen, alle deine Ländereien, dir wegnimmt. Das ist sehr, sehr Mafiosi-mäßig. Das ist krank. Voll Mafia. Ich bin als Muslim geboren und aufgewachsen. Mein Vater war ein typischer Muslim. Er ging immer in die Moschee und betete regelmäßig. Als ich sieben, acht Jahre alt war, fragte ich meinen Vater, als er beten ging, warum muss man beten? Mein Vater erklärte mir, wir beten, damit wir mit Gott, dem Allmächtigen, zusammen sind. Das verstand ich nicht. Es machte einfach keinen Sinn für mich. Das Gebet bedeutete mir nie etwas. Was sollte das heißen, eine Beziehung zu Gott, dem Allmächtigen, zu haben? Ich verstand nicht, was Gebet ist und was das bedeuten sollte, Gott anzubeten. Zur Zeit von Saddam Hussein machen die Menschen im Irak keine Unterschiede zwischen den Menschen der Unterschiede. Ich komme gleich wieder. Friede für alle und Hass für keinen. Hallo. Hallo. Ja, hi. Gott segne dich und deine Familie. Wie geht's dir, Amir? Amir, wie ist es? Wie geht's gut? Danke, F. Dings, ich finde das an sich ganz gut, was du machst, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde es einfach krass, wie die Leute von der Wahrheit ablenken und immer versuchen, irgendeinen Scheiß zu labern und sich rauszureden, obwohl es ganz klar da drin steht. Finde ich sehr traurig, ehrlich. Ja, was will dir der Muslim denn sagen? Ja, mein Vorbild hat befohlen, wenn wir eines Tages die Oberhand haben, dass wir euch euren Wohnstätten vertreiben, weil Allah und sein Gesandter das gesamte Land gehörte. Also, was ich am allerkrassesten fand, Amir, ich komme aus Tadikistan, ne? Aus Tadikistan? Genau. Ja, genau, diese Leute wollten mich ja umlegen. Aus Tadikistan. Genau, das habe ich ja gehört und das fand ich echt sehr krass, muss ich echt sagen. Und ich habe auch für dich gebetet, dass hier nichts passiert, weil ich finde es halt immer traurig, wenn meine Geschwister getötet werden und die dann halt immer was von Frieden erzählen. Finde ich richtig heiklerisch, ne? Weil, ich meine, guck mal, die fliehen alle aus den muslimischen Ländern hier nach Deutschland. Weil hier Sicherheit und so alles ist. Ja, hier sozusagen passiert ja nichts. Aber in deren Ländern wird sie abgeschlachtet, enthauptet, alles. Also, ne? Ja, nicht nur das. Die kommen ja hin, um das ganze Land zu islamisieren. Das ist ja auch ein alterer Grund, warum die überhaupt hier sind. Die wollen in Deutschland oder Europa islamisieren. Was ist eigentlich mit diesem einen, äh, dieser Islamwissenschaftler, äh... Ahmad Abdel-Samad. Genau. Den finde ich auch zum Beispiel sehr gut. Natürlich ist hochintelligente Technik. Der ist ja richtig krass, so, ne? Und der ist ja auch zum Beispiel auch immer unter Polizeischutz, ne? Jetzt, weil... Weiß nicht. Ja. Das ist halt echt gruselig und traurig. Und was ich auch krass finde an mir, äh, was meine Angst halt einfach ist, so, dass ich, ich halt, ich hab mich, äh, letztes Jahr getauft, ähm, in November, aber, ich, ich, ich hab trotzdem manchmal so ne Wut und Hass in mir. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Und das Problem bei mir ist halt, ich, äh, bin letztes Jahr Vater geworden, so, ne? Und das Ding ist, aber mit einer falschen Frau. Ich hab sie nicht geheiratet, nichts. Ne, das ist einfach nur so passiert. Und ich fühl mich jeden Tag schuldig und schuldig gegen Gott. Und, worauf ich mich auch schuldig finde, ist, ähm, sie ist nochmal, äh, von mir schwanger geworden und musste leider abtreiben. Und ich fühl mich vor Gott richtig dreckig und, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also, ich fühl mich so schuldig und, und ich fühl mich jeden Tag schlecht und, wie gesagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ehrlich. Das ist ein schwieriges Thema, ne? Ähm, am besten ist es halt, dem Herrn Buße zu tun vor dem Herrn, ne? Und, äh, dein Anliegen vor dem Herrn zu bringen und Freude zu zeigen, ne? Du hast sehr viel, ähm, ja. Ich sag ehrlich, Armin, ich hab das auch bereut, ne? Was das passiert ist. Also, ich sag mal so, sie hat das ja natürlich abgetrieben, aber, es hat auch viel mit mir zu tun, ne? Und, ja. Ich muss mal ganz kurz was erledigen, ich hol dich gleich wieder rein, ja? Bis gleich. Ja. Bis gleich, ihr Lieben, ich muss kurz was erledigen. Ja, der Herr Jesus Christus kann uns natürlich aus schweren Sünden heraus uns züchtigen und unser Fleisch verderben lassen, aber unsere Seele wird gerettet, ne? Wenn wir halt so zu heftig sündigen, so kann der Herr uns aus dem Leben reißen, so dass unser Fleisch verdirbt, quasi, aber unsere Seele gerettet wird am Tag der Auferstehung. Das ist das. Muss also Buße tun und auch die Züchtigung in Liebe akzeptieren, die der Herr dir dann gibt, ne? Für solche, ja, schweren Sünden, ne? Ah, da ist er wieder. Frieden für alle. Moin. Morgen, mein Lieber. Ja, hast du gehört, was ich gesagt habe, ne? Ja, klar. Hey, ich stand dich natürlich, dass du solche Sünden schwer bestrafen hier im Diesseits und dich züchtigen, ne? Hm. Aber du musst die Züchtigung auch in Liebe akzeptieren, ne? Ja, klar, ich meine, es wird nicht einfach sein, aber zum Beispiel, ich habe einen Bruder kennengelernt vor ein paar Monaten durch Zufall im Internet. Das ist ein Türke, der kommt aus Bayern und der ist auch vom Islam in den Christentum, also gekommen und er meinte irgendwie immer zu mir, dass er meistens jeden Tag dämonische Angriffe hat und so. Ich weiß nicht, ob ich ihm das glauben soll oder nicht, aber dann hat er mir da mal was in der Bibel vorgelesen, dass sobald du dich intensiv mit Gott beschäftigst, wirst du halt Anfeindungen von Teufel kriegen und von Menschen und alles. Ja. Das finde ich echt krass. Natürlich. Das kommt auch nochmal dazu, ne? Also wenn du dich bewusst für Jesus Christus entscheidest, dann kommen erst mal die Angriffe von Satan und seinen Dämonen, ne? Was ist das? Aber wie kann man am besten damit umgehen? Zum Beispiel, ich sage dir ganz ehrlich, Mann, wenn ich, ich sage mal so, wenn ich manchmal Stress habe oder so, meiner Freundin so, weil wir haben ja ein Kind zusammen, äh, trinke ich ab und zu wieder und, äh, wie gesagt, kiffe halt sehr viel, ne? Und das, das muss ich. Das Gebet gehen und den Herrn bitten, dir deine Sünden da wegzunehmen, ne? Du musst versuchen, äh, weniger zu machen, erst mal als allererstes, ne? Das, äh, zu reduzieren und im Gebet zu bleiben, sodass der Herr dir das, der hilft, da wegzukommen von, ne? Ja, das, und was ich auch gemerkt habe, es ist besser, wenn man sich auch echt Leute sucht, die auch so Gemeinschaft mit Gott haben, weil alleine schafft man das nicht. Also ich habe das Gefühl, ich schaffe das alleine nicht, weil, ich sage mal so, meine Familie ist auch gläubig, aber die beschäftigen sich nicht so intensiv mit Gott. Und ich habe auch gemerkt, wie unsere Familie so halt sich gespaltet hat, die haben so Streit miteinander und jetzt vor kurzem haben die miteinander geredet und, äh, das macht mich alles so krank und traurig, ne? Und, ja. Ja, du musst sowohl für dich selber beten, als auch für deine Familie, mein Lieber. Unterlasse nicht das Gebet, ne? Bete und, äh, das muss ernstlich sein, das muss sehr, sehr ernst aus deinem Herzen kommen. Das, genau das meine ich auch, äh, ich verstehe nicht irgendwie, wie soll ich richtig vom Herzen beten? Ich habe schon so oft gebetet, ich habe schon so oft geweint, alles, aber irgendwie... Mal weitermachen und auch die Bibel lesen. Ich weiß ja nicht, wie, ob es überhaupt in der Bibel liegt. Also ich habe einfach sehr intensiv viel Bibel gelesen, muss ich ehrlich zugeben, jeden Tag, aber dann irgendwann hat das nachgelassen. Siehst du, und das ist der Zustand. Komplett, komplett. Ja. Ich sage mir jedes Mal so, ja, ich will jetzt die Bibel lesen, ich mache das, ich mache das und dann am nächsten Tag kommen mir wieder irgendwelche anderen Sachen in den Sinn und, ja. Deswegen, ja, das ist der Satan, der dich davon abhalten will. Deswegen wirst du dir heute wieder Lesepläne machen, ne? Heute den Brief, morgen diesen Brief, übermorgen ein Evangelium und, und, und. Ich habe schon das Neue Testament wieder aufgemacht, also von Anfang. Ja, das ist immer ein guter, guter Anfang. Ja, aber nicht, äh, nicht verzagt, der Herr Jesus Christus wird dich schon heilen aus deinen ganzen Süchten, Ängsten und Nöten, ne? Keine Sorge, der Herr ist gerecht, der Herr ist gut, der Herr wird das schon machen. Ja, habe Vertrauen auf ihn. Ja, und nicht denken, dass der Herr dich verworfen hätte, nur weil du diese, äh, Dinge tust, ne? Der Herr kann dich natürlich aus dem Leben reißen, wenn du quasi, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich habe manchmal, manchmal so das Gefühl, dass mich Gott so ein bisschen abgestoßen hat, ne, weil nach dem, was ich getan habe, so, ne? Viele, viele Geschwister, viele Geschwister, aber du darfst nicht, äh, verzagen, ne? Der Herr Jesus Christus hat, sagt ja durch den Apostel Johannes. Das, äh, wenn wir unsere Sünden bekennen, und, ähm, er gerecht ist und sie uns auch vergibt, ne? Denn wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so erklären wir ihn zu einem Lügen, und die Wahrheit ist nicht in uns, ne? Der Herr weiß, dass wir Sünder sind, und zwar Hochgrad Sünder. Aber seine Barmherzigkeit und seine Liebe ist weitaus größer als unsere Sünden, ja. Ich habe, ich habe damals ganz früher, ähm, ganz früher, ich kenne dich auch von damals mit Tekken Bugatti, da hast du mal so ein Lied gemacht, ganz früher. Und, und damals kannte ich dich auch, und dann irgendwann hast du so von dem, äh, Christentum dann angefangen zu erzählen, da war ich sehr verwundert, dachte ich erst mal, machst du das nur so? So, damals habe ich, und ich habe dich damals das erste Mal im Video gesehen, da warst du mit so einem älteren Mann, bei so einem älteren Mann am Stand, stand, und der hat irgendwie Koran oder so verkauft, äh, verteilt, und da habe ich angefangen mit ihm zu reden, da warst du so in einem weißen T-Shirt und so, ne, Cap. Na, da ging es dann los, ne? Genau. Ja, das ist das, ne? Ich habe mich entschieden, einen anderen Weg zu wählen, ne, und, äh, bin dann komplett mit weggegangen von diesem ganzen Wahnsinn, und, äh, hab dann angefangen. Aber deine Familie, äh, ist islamisch? Bitte? Ist deine Familie islamisch? Ja. Achso, haben die sich, äh, haben die dich abgestoßen? Nein. Gott sei Dank sind meine Eltern da so etwas toleranter als alle, anderen Eltern. Ja, das ist echt schön. Weil ich weiß ganz genau, dass bei den Muslimen ist es halt so, bei den Meilen ganz streng, dass, sobald du die Religion verlässt, dass sie sich dann auch von dir abwenden. Also, bei vielen ist das so. Ich will jetzt nicht alle in den Topf schmeißen, aber ich sag mal so, bei vielen strengen, sehr strengen ist es so wahrscheinlich. Aber das Wichtigste ist, dass du selber für dich erstmal dir Gedanken machst, dass du Gemeinschaft mit dem Herrn auf jeden Fall aufnimmst und anfängst, nur die Bibel zu lesen und den Heiligen Geist in dir nicht zu dämpfen durch diese berauschendes Zeug, sondern erstmal das Ganze reduzierst, ne? Verstehst du? Okay, ich danke dir auf jeden Fall für deinen Rat. Ich denke, ich denke mal nochmal darüber nach. Und ja, mal schauen, was der liebe Gott für mich plant. Okay, mein Lieber, halt am Herrn Jesus Christus fest, fang an, heute wieder die Bibel zu lesen und habe Gemeinschaft mit ihm. Ich danke dir. Sege, mein Lieber. Ja, dir auch. Mach's gut, ciao. Ciao. Hi, Amir. Hallo, meine Liebe oder mein Lieber. Bist du ein Mädchen oder ein Junge? Ein Mädchen, ein Mädchen. Danke, ich dachte gerade, das ist schon ein Junge. Ach so, na. Wie geht's dir? Ja, am lieb Jesus, mir geht's gut. Und dir? Mir geht's auch gut. Dankeschön. Zu dem Bruder, der gerade gesagt hat, dass er so Schwierigkeiten hat und diese Fragen gestellt hat. Ich wollte ansprechen, wie wichtig das Thema Heiligkeit ist, wenn wir uns für Jesus entscheiden, dass wir uns gewiss von Sünde trennen. Ja, trotzdem bleibst du immer noch eine Sünderin, ne? Ja, egal wie du es versuchst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber... Du kannst nicht aus eigenen Werken heraus das Ganze schaffen. Du musst dich da auf den Herrn Jesus Christus verlassen. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Heiligeres Leben, dein Leben muss auf jeden Fall eine Veränderung stattfinden, ne? Genau, so wie auch Paulus in Römer 6 sagt. Wir sind ja eine neue Schöpfung durch Christus und die Sünde wird unwirksam, praktisch. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir, wenn wir uns bewusst für Jesus entscheiden, das ist ja, was man freiwillig tut, dass man auch sagt, okay, ich gehe jetzt diesen Weg der Heiligung ein und ich entscheide mich bewusst für Jesus und lebe für ihn, damit ich die Ewigkeit mit ihm leben kann. Und viele laufen so durchs Leben nach dem Motto, ja, ich glaube an Jesus, ich bin gerettet. Ja klar, du bist gerettet aus Gnade durch den Glauben, aber am Ende werden wir Gerichte für das tun, für unsere Werke, so wie das auch Jakobus in seinem Brief sagt und auch Paulus das anspricht. Und das steht auch in Offenbarung. Deswegen, wenn wir uns mit Jesus entscheiden, so an alle, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich habe Schwierigkeiten hier mit Versuchungen und so und ich komme irgendwie nicht weg von meiner Sünde und ich tue noch das und das. Dass viele Menschen stoßen, deren Verderben wegen Unwissen und Ignoranz, so steht das auch in Hosea 4, 6. Leute, wir müssen uns Wissen aneignen, wir müssen unsere Rüstung anziehen, wie es in Epheser 6 steht und wir müssen kämpfen, weil die Kämpfe, die wir kämpfen, sind nicht gegen Wesen, Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte, finstere Mächte, die wir mit unseren physischen Augen nicht sehen können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir immer mit beiden Füßen ganz nah bei Gott sind. Amen, sehr gut. Ja, so ist das. Also wenn du den Kampf aufnimmst, dann solltest du den physischen Kampf nicht suchen, sondern den geistlichen Kampf. Ja, das war alles. Okay, danke dir, meine liebe Gott, segne dich für deine Worte. Ich auch, ich wünsche euch alle noch einen schönen Tag, Gott segne euch. Macht's gut, ciao. Ciao. Wie kommst du an so viele Abonnenten? Ich hatte einen Fan-Account. Was ist das? Ein Fan-Account für so eine K-Pop-Seite. Habe ich letztes Jahr gemacht. Daily Blackpimp-Content. Was ist das? Daily Blackpimp-Content. Ich hoffe, du hast davon abgelassen, von dieser Satans-Band. Ach, das... Das war am Ende nur noch für so ein bisschen Side-Hustle, weißt du? Aber ich verstehe jetzt langsam, in welche Richtung ich gehen soll. Ja, genau, du weißt, diese K-Pop-Bands, wer die eingesetzt hat, um was zu machen mit den Kindern, ne? Ja. Das ist das, ne? Und die machen alle diese Ein-Auge-Geste, ne? Diese Blackpink und diese Boy-Band da, diese koreanische oder was, ne? Die sind so hoch... Die kenne ich gar keinen. Ja, es gibt ja... Das ist ja K-Pop, ne? Diese koreanische Pop-Musik, was die ganze Welt erobert hat. Muss man... Ich habe mal drüber geschaut. Die haben Milliarden von Aufrufen auf ihren YouTube-Accounts. Was meinst du, wie viele Leute die erreicht haben mit ihrem Unsinn? Stimmt. Stimmt. Milliarden auf YouTube, nicht Millionen, die gehen in die Milliarden. Ja. Das ist absolut krank. Sind das für Zahlen, ehrlich? Für Zahlen, ja, da kommst du nicht einfach so dran. Du musst also irgendwas gemacht haben, damit du an so einen Erfolg kommst. Milliarden, wir reden hier von den Top der Top, der Top, Top, Top. Ehrlich. Top of the Pops. Ja. Ja, muss man auch aufpassen, ne? Womit man sich ernährt, was man hört, was man sich anschaut. Mach lieber Werbung mit deinen so vielen Abonnenten hier für Dr. Scheer Abouamil. Das ist viel besser. Immer viele, viele Dr. Scheer Abouamil vorschlagen. Ich mache auch einen Popsong und zwar Camel Urin. Meiner geht auch an die Decke. Camel Urin for everything. Aber hier ist es immer ein Mittelpunkt. Ja, genau. Hier ist es immer ein Mittelpunkt, aber die Finsternis auch aufdecken, ne? So wurde es auch. Okay, meine Liebe, danke, dass du hier bist. Kikst du nicht raus oder wie gehe ich hier raus? Ich kicke dich raus. Okay. Ja, ganz nette. Wir singen mal Yalla. Hallo? Auf Kommando geht schon mal gar nicht. The Truth. Oh, danke, Maria. Hallo? Hallo, Hallo, Hamir. Gott segne dich. Gott segne auch dich, meine Liebe. Gott segne dich und deine Familie. Danke, deine Familie. Ja, du bleibst gesund und munter. Das ist sehr, sehr gut. Und dieser Job machst du, das ist, von Gott bekommst tausende Millionen und da wieder. Gut ist so. Ah, nein, nein, nein. Das ist so gut. Einen Moment, ich komme sofort wieder. Bleib kurz dran. Einen Moment. Hat Gott segne geschrieben, ich bete für unsere Geschwister, auch Gott segne alle unsere Geschwisterfamilie. Gott, hilf uns bitte. Hast du gerade gebetet? Ja, ich habe bei den Geschwistern geschrieben und meine Frau, ich sage, Gott segne dich, meine Geschwisterin, Christenbruder, Schwester, für dich, für deine Familie. Gott segne alle unsere Geschwister, besonders im Papstland. Ganz besonders unsere verfolgten Geschwister, ganz besonders unsere verfolgten Geschwister, die jeden Tag den Wahnsinn durchmachen, den wir nicht durchmachen. Leidet einfach so in Iran, Indien, Pakistan. Wir haben Häuser, ihr Geld, alles liegen lassen für Jesus Christus. Das können wir gar nicht vorstellen, was die durchmachen, die Geschwister. Das ist so krass. Ihr habt uns gut, alles verloren für Jesus Christus. Aber weißt du, was Jesus Christus sagte? Ihr werdet es hundertfältig zurückbekommen. Alles in der Herrlichkeit, was für einen Lohn euch erwartet, weil ihr alles um meines Namens willen aufgegeben habt und mir nachgefolgt seid. Halleluja. Ja, Halleluja, Halleluja. Halleluja. Ich habe eine Bisse. Kannst du diese Harun holen? Harun ist in Google. Kannst du Google. Harun aus Pakistan. Ja, ich kenne das, der Imam, Pastor, der Imam, ja, ja. Hier ist eine Wuchtgebildete. Ich war auch in Gefangenis, in dieser Sekte, in dieser islamischen Sekte. Ich bin aus Fasthunen, aus Afghanistan. Ich bin zwangsheiratet mit einem alten Mann, mit einem kranken Mann. Ich habe meinen Sohn hier verloren, bitte. Du? Ja. Heftig. Ich habe mein Leben gehabt wie eine Hülle. Ich wollte mich selbstmordbegegen, wie heißt das? Mein Gott, Selbstmordbegegner. Warte, warte, meine Liebe, einen Moment. Behalt diesen Punkt bitte da, ich bin sofort. Ja, einen Moment. So, heftig. Du kannst aber beten für die Geschwister, das ist immer gut. Beten ist immer gut. Ich bete immer für die ganze, egal in Afrika, in Ägypten, Afrika, in Mexiko, über alle unsere christlichen Geschwister. Guck mal, keine Religion wird verfolgt, nur Christen. Was ist das? Das ist eine Zeichnung. Christen sind Gottes Volk. Jesus Christus ist unser Gott, unser Retter. Wir haben Gott, aber lebendiger Gott. Wir wissen das. Guck mal, die ganze Welt, nur Christen sind Licht. Jesus Christus ist Licht. Jesus Christus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Wir müssen mal so tun. Ich selber habe auch keine Angst vor dem Tod. Wenn jemanden umbringen, ist mir egal. Aber ich bete jeden Tag. Jeden Tag. Gott segne unsere christlichen Brüder, Schwester. Gott segne dich, Hamir, und deine Familie. Was du, drei, vier, fünf Stunden jeden Tag, das ist nicht einfach. Aber Gott segne unsere christlichen Brüder, Schwester, Familie. Aber alle, egal wo ist, Gott segne alle Familie. Gott segne unsere christlichen Brüder, Schwester. Das ist doch gut. Amen, Amen. Gott segne unsere christlichen Brüder, Schwester. Unsere Christen sind Licht. Unsere Christen sind Salz der Erde. Gibt es keine, gucken Sie mal. Gehen Sie in Saudi, bekommen Sie ein Flüchtlingsrecht? Eine Hilfe? Nein, bekommen Sie nicht im Gefängnis, sondern gefoltert. Wo ist es? Wo? Gehen Sie in Afghanistan? Wo gibt es? Hilfe nichts. In Pakistan, die Leute einfach, diese Blasmi, die Frauen, ja, diese christliche Frau hat Mohammed beleidigt. Aber nicht beleidigt. Nein, nicht beleidigt. Ein, wie heißt es, wie heißt es, wie viele Jahre sie in Gefängnis, einfach lügen. Wollte auch ein Ding machen, Schutterstrafe, weil Mohammed beleidigt. Er hat nichts gemacht. Das stimmt nicht. Die Christen machen das nicht. Die Christen sind aus Benehmung. Die Christen sind respektvoll. Die Christen sind lieber. Die lieben Allah. Guck mal hier, Muslime kommen doch rum, Leute nicht beleidigen, du bist Muslime. Guck mal, in islamischen Ländern. Was machen mit Christen? Das ist Gottes Religion? Nein. Islam ist ein Problem. Islam ist ein riesiges Problem. Und eine, wie heißt es, blutbar. Ihr macht nur blutbar. Nur sonst nicht. Menschen toten, Menschen toten, Menschen toten. Was ist das? Gibt es kein Menschenrecht? Nur im Christentum gibt es Menschenrecht. Im Islam gibt es kein Menschenrecht. Im China gibt es kein Menschenrecht. In Russland gibt es kein Menschenrecht. Wo ist Menschenrecht? Wir haben, Gott hat uns hier geschaffen oder hier geschaffen. Wir haben Recht. Wir haben ein menschliches Recht. Aber ich habe in meiner Heimat nicht gelernt. Ich habe gedacht, vielleicht ein Mädchen hat gar kein Recht. Die Menschen sind kein Menschen. Weil im Islam hat uns so behandelt. Unsere Familie hat mich so behandelt. Mein eigener Bruder. So, ich bin wieder da. Aha, Allah, mein Gott segne dich. Das ist so gut. Wenn ich deine Stimme höre, dann bin ich so gut. Mann, danke. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus, meine Liebe. Ich habe es jetzt gerade so am Rande mitbekommen, dass du gesagt hast, dass der Islam halt sehr, sehr brutal ist. Und da hast du auch recht. Das beweist sich. Das ist die Wahrheit. Das ist mir egal, wer mich jetzt tot und der tot ist mit mir. Ich gebe mein Leben zu Jesus Christus. Wenn ich lebe, lebe von Jesus Christus. Wenn ich groß bin, sterbe, dann bin ich tot. Was war das denn nochmal mit dieser Zwangsverheiratung? Mein Gott, ich habe zwei Brüder gehabt. Wir sind fast klar. Hümer waschen, putzen, kochen, waschen, putzen, waschen. Schuhe, 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 Schuhe. Aber am Ende sind wir wieder verdammt. Aber unser Bruder war ja noch nicht prägen. Wir haben in der Zimmer gesitzen und Tuch, große Tuch, lange Tchadur und was weiß ich, keine Ahnung. Aber wir waren nicht prägen. Am Ende, meine Mutter hat mich ein alter, kranker Mann, sehr, sehr alt zu mir, aber sehr ansteckend Krankheit gehabt. Ich habe jetzt zwei Kinder, beide sind krank. Ich bin hier gekommen. Das Herzen hat die Afghanen Leute geschimpft. Ich habe gesagt, verdammt nochmal. Du bist kranker Mann, warum hast du geheiratet? Und meine Mutter und mein Bruder, ich habe hier meinem Bruder gesagt, ich will scheiden. Und ich habe gesagt, nein, das ist mein Vater. Ihre Ehre verletzen? Das ist mein Bruder. Was ist diese Ehre? Diese Ehre ist verdammter Ehre. Entschuldigung, Amir. Ja. Das bin ich alleine in Deutschland, ganz alleine. Mein Sohn wohnt bei mir, meine Tochter, aber beide sind. Aber es ist egal. Ich bin jetzt Christin geworden. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar. Gott und Jesus Christus. Und ich dankbar für die deutsche Regierung, die deutsche Gesetz. Das ist ihr. Es ist ein Menschenrecht. Ich habe hier Menschenrecht gefunden. Hier in Deutschland gibt es Menschenrechte. Darauf berufen es ja die Muslime. In den frömischen Ländern gibt es überhaupt nichts. Das ist das Heftige, ne? Nein, nein. Da gibt es nur Allah, 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 bitte, bitte, Allah, bitte, Allah, bitte, Allah, bitte. Was ist das? Kindergarten. Wir sind im Kindergarten. Verdammt nochmal. Wir sind im Kindergarten. Unsere Beete können wir nicht freigeben. Wir sind vom Gesetz verflucht. Aber wir sind durch Gnade, durch Jesus. Wir sind freigesprochen. Aber wir müssen Jesus Christus folgen. Ich war so. Ich habe Nerven verloren. Ich habe meine Kinder meistern handelt. Ich habe nicht lieber gesehen an mir. In meiner Heimat, in meiner Familie. Ich habe meine Kinder, kleine Kinder geschlagen. Ich habe mit meinem Ehemann Probleme gehabt. Ich habe alles auf meine kleinen Kinder gelassen. Was ist denn? Das ist eine Hülle. Das war kein Leben. Wir sind die Roboter so gemacht. Roboter. Ich habe gesagt, jetzt den Roboter stehen, Roboter gehen, Roboter mach, Roboter nicht mach. Das war so. Das ist unser. Wir sind Gottes Schöpfung. Wir sind egal Mann und Frau. In Deutschland habe ich alles gelernt. Am Ende bin ich etwas verstanden. Dann wollte ich mich umbringen. Ich habe gesagt, ich will dieses Leben nicht. Was ist das? Das ist so ungerecht. Bis jetzt in Afghanistan ist es so ungerecht mit Frauen. Immer noch. Natürlich, Afghanistan ist mit das grausamste Land für Frauen, ne? Das ist nicht das kleine Mädchen, jeder mit 60 Jahren verheiratet. Mit einem alten Mann, mit Zwangsheiratung. Verkauft von den Frauen. Und dann ist Mullah, sagt gar nichts. Die Mama kommt hier und dann macht sie, ja, okay, Mubarak, Mubarak. Verdammt nochmal. Hier seid ihr so ein Schöpfung. Ja, gibt es keine Hörungen. Aber ich bin jetzt, glaube ich, ich lebe auf Jesus. Dass mich alle Leute, die meine Stimme hören, dass ich alle Leute aufstehen. Diese Religion ist, das ist ein Dialog. Das ist eine Sektor. Das ist keine Religion. Das ist, wie heißt es, schwarze Panna. Das ist Islam. Und die Muslime sagen, ja, die sind keine Muslime. Und die kommen vom Islam. Dieser Krebs. Das hat mit dem Islam nichts zu tun. Ich danke dir, meine Liebe. Ich danke dir, meine Liebe, ja. Die Muslime sind alle, 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 alle Analphabet. Bis mir auch. Ich bin auch Analphabet. Ich habe nicht Schule gemacht. Ich habe hier bis in Volksschule gelehrt. Nur diese Reden meines Werk. Sonst kann ich auch nicht lesen schreiben. Nur Bibel lese ich, Gott sei Dank. Koran habe ich gelesen. Ich verstehe nicht. Und jeder Muslim, wenn jeder Muslim, du fragst, der hat gar keine Ahnung. Aber ja, wenn ich Dschihad mache, dann bin ich im Paradies. Dann habe ich 72 Frauen. Nur alle Frauen, 100 Männer, die weiß das. Die weiß, diese Fatwa weiß das. Ja, wenn ich Dschihad mache, dann bin ich im Paradies. Was machst du im Paradies mit 60 Frauen? 72 Frauen? Was willst du? Ja, du hast Kraft von 100 Männern. Du schaffst das dann für Bongo Bongo. Nein, Gott helfe Jesus. Das ist so Katastrophe. Das ist Demonstration. Okay, meine Liebe. Danke dir, meine Liebe, dass du da warst. Kandi, Gott segne dich, ja. Ich danke dir auch. Bitte bitte für mich auch. Du bist so ein guter Mensch. Gott liebt dich. Jesus Christus liebt dich. Dankeschön, meine Liebe. Alle Ehre dir, mach's gut, meine Liebe. Gott segne dich. Danke, Gott segne dich auch und deine Familie. Bleibst du gesund. Danke, Gott. Ich hoffe, du bleibst auch immer. Okay, ciao. Ciao. Gott segne dich. Kandi, ich sehe dich, Kandi. Hallo? Hallo. Servus. Servus, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke, dich auch. Was kann der gute Dr. Sheik für dich tun? Meine Praxisstunde hat eröffnet. Wo tut's weh? Dr. Sheik, abu amir. Womit kann ich ihm dienen, mein Lieber? Ich bin gekommen, um zu dienen und mich nicht bedienen zu lassen. Ich wollte dich mal fragen, ob du mir vielleicht ein bisschen weiterhelfen kannst. Ja, ich will dir ein bisschen weiterhelfen. Und zwar war das Ganze so, ich bin letztes Jahr, habe ich mich bekehrt. Ich bin wiedergeboren. Und genau, das war irgendwann im August oder September. Und seitdem, also es lief die ersten Wochen ganz gut. Ich habe viel gebetet, viel gelesen und irgendwann bin ich, ich weiß nicht, irgendwie in so ein Loch gefallen oder so. Und monatelang dann gar nicht gebetet, gar nicht gelesen. Und ich war jetzt einfach nicht weiter. Ja, wie lange bist du denn jetzt im Glauben? Also jetzt seit letztem September, August. Und in dem Dreh. Ja, am Anfang war das natürlich dann ein Höhenflug. Und jetzt auf einmal bist du total so, wie, als wärst du so down. Ja, genau. Du musst dir versuchen, einen Plan zu entwickeln. Wie du die ganze Zeit Gemeinschaft weiterhin mit dem Herrn hast und auch Freude am Glauben hast. Du sollst auch Freude im Glauben haben. Das soll nicht irgendwie langweilig für dich wirken. Sondern der Glaube muss immer in deinem Herzen die Nummer eins sein. Verstehst du? Der Herr Jesus Christus muss immer die Nummer eins sein, egal was ist. Auch wenn es manchmal, wenn du manchmal, kennst du, deinen inneren Schweinehund besiegen. So dieses innere Schweinehund besiegen. Genau das musst du jedes Mal machen. Aufstehen, sich aufrappeln und sein Kreuz wieder auf sich nehmen. Auch wenn du manchmal denkst, boah, ich hab keine Lust. Und boah, das sind alles diese List des Teufels. Denn er ist wie ein brüllender Löwe und läuft umher, um zu verschlingen, wen er kann. Daher wache. Verstehst du? Der Herr sagt doch immer wieder, wache auf. Denn du schläfst und wache. Seid vorsichtig vor der List des Teufels. Verstehst du? Ich glaube, der Teufel freut sich gerade einfach. Mit dem Ablenken und alles möglich. Verstehst du? Ja, das ist ja safe. Ich glaube, der freut sich gerade einfach nur, weil ich halt jetzt so mäßig etwas vom Weg abgekommen bin. Deswegen bist du hier und der Dr. Sherabo Amir gibt dir sofort Energie und Kraft und stärkt den Heiligen Geist, der in dir ist. Und dann gehst du wieder los und machst dir schöne Lesepläne. Machst du dir eine wundervolle Stunde am Abend, gönnst du dir mit dem Herrn zusammen und dann liest du sein Wort. Und dein Heiliger Geist in dir gedeiht wieder und wird gestärkt. Und so machst du weiter. Rufst du Geschwister an, unterhältst du dich mit denen über den Glauben. Und so einfach wundervoll den Glauben weiterhin ausleben. Ja, das Gute ist, ich habe auch eine nähere Bezugsperson, mein Cousin, ist auch wirklich zum Glauben gekommen, weil wir sind aus einer katholischen Familie. Und das ist halt so, keine Ahnung, ganz anders gewesen. Also uns wird halt von klein auf so schon der Weg mit Jesus beigebracht und allem. Aber so wirklich. Der Herr Jesus Christus spricht heute zu dir in Matthäus 11, 28. Kommet her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde euch erquicken. Ja? Hast du die Bibel zu an? Ja, habe ich. Ich habe zwar jetzt gerade nur die Einheitsübersetzung da. Ich glaube, da sind auch die. Ja, mal gucken, wie es dort übersetzt wurde. Okay. Ja. Ja. Schreibe ich mal kurz. 11. Jetzt einfach. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Matthäus 11. Vers. 28 und 29. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und dann die Türen verschließen. So einfach ist das. Okay, ne, weil ich hatte jetzt schon teilweise auch so mäßig Angstzustände, dass ich jetzt irgendwie Blasphemie gegen den Heiligen Geist nicht getrieben hätte. Aber ich hatte halt die ganze Zeit so im Hinterkopf. Es ist halt nur wirklich der einzig wahre Weg und ich muss irgendwie wiederfinden. Du musst einfach Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Du musst dir Lesepläne machen. Du musst dir Zeit nehmen für den Herrn. Du musst auch im Wort lesen, damit das Wort in dir gedeihen kann. Aber wenn du es nicht liest, dann kann es ja auch gar nicht in dir wirken, oder? Das Wort Gottes ist ja lebendig. Das heißt ja nicht umsonst, das lebendige Wort Gottes. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, den die Welt euch nicht geben kann. Also wenn ihr die Worte des Herrn Jesus Christus liest, so wirst du auch etwas verinnerlichen in dir. Ja, das ist das. Die Worte des Herrn Jesus Christus gedeihen in dir und stärken den Heiligen Geist, der in dir ist. Okay, gut. Ja. Du darfst das schon. Du bist ein guter Geist. Okay, gut. Vielen Dank dir, gell? Ja, mein Lieber. Möge dir, Herr Jesus Christus, dich immer begleiten, dich immer behüten und beschützen. Und ich will auch für euch und für dich jetzt beten. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du diese schöne Seele hierhin gebracht hast. Herr, dass ich mit dir reden konnte, dass er sieht, dass du ihn erquicken möchtest, Herr Jesus Christus. Dass du ihm Ruhe schenken willst, dass du ihm wieder Freude am Glauben gibst, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich, Herr, begleite ihn, führe, lenke ihn, Herr Jesus Christus und stärke seinen Heiligen Geist, der in ihm ist. Und lasse uns auch alle zu denen gehören, die von dir gesegnet werden, Herr Jesus Christus. Aber auch wenn du uns mit Züchtigung entgegenkommst, so werden wir das auch in Liebe akzeptieren, Herr Jesus Christus. Und das auch dankend annehmen, Herr. Danke für alles, was du in unserem Leben tust, Herr, und auch tun wirst. Danke für deine Großartigkeit, für deine großen Werke, die du getan hast, die wir nachschlagen können in deinem heiligen Wort in der Bibel. Und dich nur bestaunen dürfen, wie wundervoll du bist, Sohn Gottes. Ja, du bist der Heilige, der Gerechte, der keine Sünde kannte, aber für uns zur Sünde wurde, Herr. Dankeschön für alles, Herr. Wir beten auch für unsere Geschwister jetzt, die diesen Wahnsinn wieder durchmachen, Herr. Denn sie werden in keinem Gebet vergessen, Herr Jesus Christus. Uns geht es noch zu gut hier. Und die Geschwister, die in den islamischen Ländern sind, sind nur am Leiden, Herr. Aber du gibst es ihnen hundertfältig zurück. Das ist ein wundervolles Wort, das du uns mitgegeben hast. Die auch Trost schenken, Herr. Denn auf dein Wort ist Verlass, denn aus deinem Mund kam kein Betrug oder Lüge oder sonstiges, Herr. Denn du bist der Gerechte, der Heilige Israels, der Hirte Israels. Danke für alles, Herr Jesus Christus. Darum bitten wir dich in deinem Heiligen Namen. Amen. 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 So muss das sein. Ich danke dir, Amir. Okay, mein Lieber. Gott segne dich und dämpfe niemals den Heiligen Geist. Ja, mein Lieber. Ja. Ich danke dir. Mach's gut, mein Besser. Mach's gut, Cio-Cio. Ja, möge der Herr ihn stärken, ihn segnen, ihn begleiten auf seinem Glaubensleben. Er schien noch sehr jung zu sein. Schätzt so vielleicht 20 bis 25 Jahre oder was? Der König, der Könige und Herr aller Herren, der Herr Jesus. Jeden Tag sind wir miteinander am Reden, wa? Aber jedes Mal hab ich eine andere Frage, Amir. Jedes Mal beantworte ich dir alles und trotzdem willst du dich auflassen von diesem Wahnsinn, den du da angehörst. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich muss dich das halt eben fragen. Man weiß ja nie, du hast ja gesagt, man darf niemals aufgeben. Irgendwann hast du mir das mal gesagt, oder? Ja, genau. Niemals aufgeben. So, Amir. Jetzt hab ich die zwei Fragen. Kein Aufgeben. Kein Aufgeben. Kein Rückzug. Ja, danke, Oli Jesus. Ich hab nur zwei kleine Fragen. Also, ich geh auch direkt wieder raus, weil die sind wahrscheinlich... Ich hoffe, sie sind klitzeklein. Pass auf. Pass auf. Die erste Frage ist erstmal die einfache Frage. Und zwar, wenn du jetzt mal rausgehst, du bist als Postbote unterwegs oder als Paketlieferant. Ich bin kein Postbote und auch kein Paketlieferant. Ihr glaubt das alle, aber ich bin das... Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, Amir. Ich weiß es wirklich, weil du bist im Auto. Ich bin Staatsschutzbeauftragter. Hallo, ich hab ein Hetzbote zur Verfügung gestellt bekommen, damit ich Hetzbote betreiben kann. Raffst du es nicht? Ja, ja, du hast es mir jetzt zum ersten Mal gesagt. Ich bin der herzeste Posthandagent der Welt, Mann. Okay, jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich, vorher wusste ich das nicht. Gut, dann stell dich mal die Frage anders. Wenn du dich jetzt mit rausgehst, begegnest du nicht irgendwelche Leute mit Bärten und so? Kriegst du da keinen Herzrasen? Nee, warum sollte ich denn Herzrasen bekommen? Vor wem? Vor Menschen? Soll ich mich fürchten? Ja, du sagst ja immer, man weiß ja nie... Ja, aber der Herr Jesus Christus sagte doch, was habt ihr denn Angst vor Menschen, die euren Leib töten? Habt ihr nicht viel mehr Angst, der euren Leib nimmt und in die Hölle wirft? Jetzt frag du dich mal. Ja, aber du hast dich ja quasi eingeschränkt. Du würdest jetzt nicht einfach in Berlin oder in Frankfurt durch die Straßen gehen, oder? Auch da geh ich durch die Straßen, wo ist das Problem? Ich geh in jede deutsche Stadt rumlaufen. Du siehst, dass die Leute mit mir Fotos waren überall. Das ist für mich kein Problem. Okay, ja gut. Das ist ja immer... Ich bin der Stärkste, mein Lieber, aber auch nicht ein Schwächling. Verstehst du? Mhm, mhm, okay. Also Respekt, da muss ich dir sagen Respekt. Ich hab schon einiges hinter mir. Ich hab schon einiges hinter mir. Ich weiß, wie, was funktioniert und was da los ist. Aber du hast keine Konflikte, keine Schlägerei bis jetzt gehabt, wenn ich mal so fragen darf? Nein. Ja, der Jesu Christus sagt auch über mich. Und auch wenn es so sein soll, dann ist es halt so. Dann muss ich damit leben, mit den Konsequenzen. Gut, danke für die erste Frage. Die zweite Frage wäre, die ist ein bisschen kritisch. Wahrscheinlich wirst du da wahrscheinlich ein bisschen abgeneigt sein zu dieser Frage. Bist du, oder Amir, ich frage dich, bist du der Antichrist? Ich bin der Antichrist, nee. 1. Johannes 2, 22 sagt uns doch schon, wer der Antichrist ist. Welcher leugnet, dass Jesus der Christus ist. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Du siehst also, dass ich den Vater weder leugne, noch den Sohn leugne, noch den Heiligen Geist, oder dass Christus ins Fleisch gekommen ist, sondern ihr seid antichristlich. Also, weil du hast ja auf der einen Seite die gute Seite und auf der anderen Seite die schlechte Seite. Also bist du nicht ganz rein im Kopf, oder? Nee, was hat das denn damit zu tun mit Antichristen? Ja, weil du predigst das Gute und auf der anderen Seite predigst du Hass. Okay, wo predige ich den Hass, sagen wir mal. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe, oder beziehungsweise über die Propheten, sehen diese Christen, die du jetzt hier verblendet hast, sehen sie uns als Satanisten, oder sowas auch immer. Ja, aber die Bibel nennt uns doch Kriterien anhand der Antichristen erkennen. Und deine Religion kann ja nicht antichristlicher sein. Die ist nämlich die antichristlichste Strömung, die es hier auf dieser Welt gab. Ihr habt aber in euren Schriften drin, dass man uns verfolgen soll. Verstehst du überhaupt noch, was hier los ist? Also du weißt, dass 90% deiner Community gar keinen Koran gelesen hat. Ich denke, sie haben eher den Koran gelesen als du. Ja gut, warte mal kurz. Da willst du mir sagen, dass der Koran was Schlechtes über Jesus sagt oder was? Oder irgendwie über Maria? Unter den Jahrhunter, er sagt ja, er ist nicht der Sohn Gottes. Obwohl die Bibel sagt und er selber sagt. Und das ist eine Bleibung. In Lukas 22, Vers 70 sagt der Herr Jesus Christus, ich bin der Sohn Gottes. So, was machen wir denn jetzt? Soll ich jetzt einer Schrift glauben, die 600 Jahre später kam und mir etwas über Jesus erzählt? Oder soll ich zu den frühesten Quellen gehen und die Worte des Herrn Jesus Christus selbst mir durchlesen? Was sagst du? Also du willst mir sagen, Jesus erlaubt das, was du jetzt gerade machst. Ist richtig. Er möchte sogar, dass ich das mache. Auf diese Art und Weise, wie du Muslime bereichst. Er möchte, dass ich die Finsternis aufdecke und keine Gemeinschaft habe mit den unfruchtbaren Werken, die er an den Tag legt, sondern viel mehr aufdecke. Weil der Islam... Du weißt ganz genau, Menschen anbeten ist eine Sünde. Weil der Islam ja Lügen über den Herrn Jesus Christus verbreitet, müssen wir das Ganze ja klarstellen. Du kannst ja... Was meinst du? Wenn jemand Lügen über dich verbreitet und sagt, Mr. Alawi ist eigentlich ein Mann, der sehr viele Kinder anfasst und er ist nicht so, wie er denkt. Was würdest du machen? Würdest du sagen, das entspricht schon der Wahl? Oder würdest du sagen, ich muss das Ganze mal klarstellen? Ich weiß, was du meinst mit dem klarstellen. Okay, ist ja gut. Hast du es verstanden? Hat es klick gemacht? Ich knie mich nicht vor einem Menschen nieder und sage, du bist Gott. Hast du es verstanden? Hat es klick gemacht? Mit deiner Frage. Ich weiß, was du meinst. Sagen wir es mal so. Ich weiß, was du meinst. Wenn also jemand eine Schrift, irgendein Blödsinn über unseren Herrn Jesus Christus erzählt und sagt, dass er nicht der Sohn Gottes ist, dass er nicht für die Sohn der Menschen bezahlt hat, dass er nicht gekreuzigt worden ist und wer daran glaubt, den müssen wir nacken therapieren, dann werde ich meinen Mund aufmachen. Okay? Vor einem Menschen niederkneiden und sagen, du bist Gott. Ist das nicht Götze? Ich soll mich vor einem Menschen niederkneiden und Götzen, die es mit betreiben? Ja, du sagst so einem Menschen, du bist Gott. Ja, genau. Weil er selber sagt, dass er Gott ist. Er ist nicht Gott, Amir. Hör auf, diese Betreibung zu erzählen, dass Jesus Gott ist. Kein Problem. Wer ist denn zum Beispiel in deiner Religion die Wahrheit? Al-Hak. Amir, warum verstehst du nicht, dass Jesus nicht Gott ist? Warum verstehst du das einfach nicht? Warum verstehst du nicht, dass er nicht Gott ist? Warum machst du diese Kinder? Genau, die gleiche Frage kann ich dir auch stellen. Arne, du bist sogar gelehrter Muslime und verblendest diese armen Menschen. Okay, kein Problem. Wer außer Allah kann Engel senden? Bitte? Wer außer Allah kann Engel senden? Kann das noch jemand anderes oder nur Allah? Allah, natürlich. Ja, siehst du, also nur Gott kann Engel senden, richtig? Ja. Jesus Christus sagt in Offenbarung 22, 16, ich, Jesus Christus, sende meine Engel. Und du willst mir sagen, dass er nicht Gott ist? Sag mal, tickst du noch richtig, oder was? Boah, Amir, wir haben so viel geredet über dies und dies und das. Wie kommen... Du willst einfach nur reden. Sowieso nicht da weiter. Du willst einfach nur reden. Du willst auch nicht verstehen. Du hast überhaupt gar kein Gewissen, Amir. Du hast null Gewissen, was du da machst. Du machst das mit ohne Gewissen. Aber die Christen sind doch aufgeklärt, die lachen ja. Du hast echt kein Gewissen, Amir. Ohne Spaß, ey. Du verblendest die Menschen ohne Hände. Guck mal, allein die Frau, dass du sie so reden lässt, so heiß erfüllt. Jesus würde niemals sowas erlauben. Habib, Mr. Allawi, wer möchte zum Beispiel die Ohren und die Herzen und die Augen der Menschen zudecken und verschleiern? Amir, da sind so viele Hadithe, die du gelesen hast. Das waren über Tausende von Hadithe. Welche von denen ist richtig und welche ist falsch, Amir? Sind jetzt alle Hadithe richtig? Wer versiegelt Ohren, Herzen und Augen? Du hast selber mir gesagt, dass die Hadithe 300, 400 Jahre später geschrieben wurden. Ich rede nicht von Hadithe. Redest du vom Koran? Ja. Was steht denn da? Wer will die Ohren, Herzen und Augen versiegeln? Ja, aber in welcher Hinsicht? Sagen wir es mal so. Egal, in was für der Hinsicht. Was ist das für die Hinsicht? Nee, egal. Es gibt doch eine Begründung dafür. Okay, dann nimm mir mal eine Begründung. Ja, die Begründung, die du mir jetzt gerade sagst. Warum sollte denn jemand dein Auge, dein Herz und deine Dings verschließen und dir dann auch noch eine Strafe geben? Willst du, also du willst mir sagen, dass ich jetzt gegen die göttliche Vorhersage oder beziehungsweise die göttliche Offenbarung mich dagegen stellen soll und sage, okay, das ist jetzt falsch. Gott ist allmächtig, Gott ist allwissend und all seine Sachen kannst du nicht immer ergründen, Amir. Du kannst nicht alles ergründen, was Gott gesagt hat. Das habe ich nicht gesagt oder gefragt. Ich habe gesagt, wer möchte die Augen und die Herzen verschließen? Bei den Menschen, die so türlich sind wie du. Ist es der Mensch oder ist es dein Gott? Also zu dieser Frage, die du mir stellst. Du sagst ja, Gott wird die Menschen die Ohren oder die Augen zuschließen. Hast du ja gesagt, ne? Ich habe ja gesagt, wer möchte das? Ist es Gott oder sind es die Menschen aus ihrem freien Willen heraus? Also wenn es im Koran steht, dann hat es ja Gott so befohlen, oder? Ja, was sagst du denn dann? Dann sage ich, wenn Menschen wie du so türlich sind und gegen Gott sich auflehnen, dann wird er wahrscheinlich dir einen Schleier aufs Auge setzen und den Ohren schließen. Aber ich habe ja diese Religion auseinandergenommen und herausgefunden. Ja, siehst du, darauf bist du stolz. Auseinandernehmen. Würde Jesus hier irgendwas auseinandernehmen? Nein. Ja, natürlich. Auseinandernehmen heißt aufdecken. Jesus hat eine Bergpredigt gemacht. Was ist damit? Ja, natürlich. Auch den nett und lieb der geredet hat. Stell dir mal vor, du warst auf der Bergpredigt. Das eine hat dem anderen ja nichts zu tun. Mit dich zu lieben heißt auch, dir die Wahrheit zu sagen. Und soll ich rumheucheln. Nein, nein. Ich sage nicht, dass du rumheucheln sollst. Aber die Art und Weise, wie du das überbringst. Nein, das ist keine Bergpredigt. Soll ich jetzt auch sagen, dein Weg führt auch ins Himmelreich oder wie? Du bist doch sowieso alle. Zum Beispiel könntest du uns vereinen und zusammenbringen und einen Vergleich machen oder irgendwas. Das ist doch keine Bergpredigt, was du machst, Amir. Das ist die Höllenpredigt. Wir sind hier, um die Wahrheit zu verkünden. Und das ist der Jesus. Für dich ist ja der Islam die Wahrheit. Obwohl du noch nicht mal ein Moslem bist. Amir, du kannst mir sagen, was du willst. Für mich bist du kein Christ. Da können wir uns gegenseitig Ball werfen. Aber das bringt doch nichts. Ja, aber ich bin mehr Christ als du Moslem. Ich bin mehr Christ als du Moslem. Okay, kein Problem. Aber Amir, trotzdem ist das keine Bergpredigt, was du hier machst. Ja doch, das ist die richtige Bergpredigt. Nein. Ja klar, ich liebe dich als mein Feind und werde dir auch niemals ein Haar krümmen. Du hast aber... Amir, also ich habe an manchen Tagen was anderes gehört. Was lachst du denn so? Warum darfst du nur lachen? Darfst du nur so herzlich lachen? Aber weswegen lachst du da gerade? Ich mache eine Bergpredigt und ich kann auf jeden Fall definitiv sagen, dass ab und zu bei dir auch meine Hasspredigt dazu... Ja, also ist es besser, wenn ich sage, vertreib den Aleviten aus seinen Wohnstätten und lasst nichts als Christen und Juden da drin. Ist das besser für dich? Bin ich dann liebevoller? Ach, hör mir mal. Du machst, du machst Sachen, Alter. Also, du kommst immer mit so komischen Vergleichen, ja. Wie komischen Vergleichen? Ja, du vergleichst da mit eins mit dem anderen. Ich sage, ich sage, lass uns doch, lass uns doch die Muslime... Danke für Kamelurin, vielen Dank für Kamelurin, danke schön. Ich denke, dass ich dann besser die Worte von Mohammed ihm predigen sollte, weil das ist Liebe. So, da bin ich wieder. Da ist der gute alte Dr. Schech. Diese Gespräche mit dem Alawi, der gehört einer Religion an, die ihn überhaupt nicht als Muslim akzeptieren. Dann verteidigt er das auch noch und ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der hat auch Stockholm-Syndrom. Das ist eindeutig Stockholm-Syndrom, ey. Armin, wir müssen singen, ja, genau. Es ist Zeit für Kamelurin. Es ist Zeit, nimm einen fetten Schluck zu dir. Dann fang in Synapsen an zu arbeiten. Alles andere muss warten. Gänse. Kamelurin ist das Zauberwort. Trink jetzt einen dicken Schluck und dann wirst du befreit. Oh ja, Gänse aus. Gott segne euch, ihr Lieben. Dankeschön, vielen Dank. Das ist dann das Kleingeld, was ich dann so bekomme. Ich bin gerade auf der Straße am Singen, da kommen die Leute und werfen Kleingeld rein. Ja, mein Kamelurin-Song hat es schon in sich, ey. Immer wieder was Neues in meinen Kamelurins. Kamelurin. Recall-Zettel, ja, genau. Ich brauche den Recall-Zettel, anders geht's nicht. Ja. So. Was ist denn jetzt hier los? Oder wir brauchen Jibril, den Bürger. Wir können Muslime überhaupt an diese Religion glauben, wo ein Engel kommt und Menschen zu Tode wirkt, wo Mohammed zu Tode gewirkt wurde. Das ist unglaublich. Anstatt sich Gedanken zu machen und zu fragen, welcher Engel kommt denn dahin und wirkt einfach Menschen? Ist deine Stimme so wunderschön von Kamelurin? Ja, natürlich, klar. Saftige Kamelurins. Kamelurins. So, wir hören jetzt weiter die verfolgten Geschwister. Das ist viel wichtiger als Kamelurin. Der Mensch in Mirah keine Unterschiede zwischen den Menschen der unterschiedlichen Religionen. Niemand sagte, das ist ein Muslim, das ist ein Christ oder das ist ein Sunnit oder das ist ein Schiit oder das ist ein Jeside. Niemand durfte sagen, du bist Christ, du bist unrein. Oder du bist Kurde, du darfst nicht mit uns leben. Oder du bist ein Schiit und deshalb Kafir, also unrein und ihn so ausgrenzen. Unter der Regierung von Saddam Hussein wurde uns gesagt, wenn jemand fragt, wer ihr seid, dann sagt einfach, ihr seid Iraker. Sag nicht, ich bin Sunnit oder ich bin Christ, sagt auch nicht, ich bin Schiit, sagt einfach, ich bin Iraker. Im Ausweis stand keine Religion, nur die Staatsangehörigkeit. Ich bin einfach nur Iraker. Sehr gut. Danke, Maria. Deshalb hatte ich auch christliche Freunde. Bei einem war ich öfters zu Besuch. In seiner Wohnung hing ein Kreuz. Ich sagte zu ihm, immer wenn ich bei euch das Kreuz sehe, öffnet sich mein Herz. Und wenn ich eure Wohnung verlasse, bin ich ein anderer Mensch. Mein Freund lachte, als ich das sagte. Er heißt Nabil. Nabil sagte, Adnan, ich sage dir etwas, aber bitte lach nicht. Ich sagte, nein, ich lache dich nicht aus. Er sagte, wenn du das Kreuz anschaust, wirst du Christ. Ich sagte zu ihm, Nabil, du kennst mich sehr gut, du weißt, dass ich nicht religiös bin. Wie kommst du da? Das Video heißt Adnan aus dem Irak. Adnan aus dem Irak. Ein Muslim stellt sich auf die Seite der Christen. Auf mir zu sagen, ich würde einmal Christ werden, das ist unmöglich. Nabil erwiderte mir darauf, es wird der Tag kommen, dann wirst du schon sehen, dass ich recht hatte. Und dann erinnerst du dich an das, was ich dir gesagt habe. Als Saddam weg war, veränderte sich die Einstellung der Leute im Irak. Sie fingen an, schlecht übereinander zu reden. Und auf wessen Kosten ging das? Auf die Kosten der Minderheiten, wie die der Christen, der Sabi und der Jesiden. Die Milizen der Schiiten griffen die Sunniten an, aber auch die Christen, die Jesiden und die Sabiten. Die Sunniten wollten den Irak erobern und an die Macht gelangen. Eines Tages, damals hatten die schiitischen Milizen bereits Angehörige verschiedener Volksgruppen vertrieben, waren wir dran. Es war während unserer sunnitischen... So, wer stört mich denn hier in meiner... Danke, King of Kings. Hallo? Hallo? Ja, hi, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Le'anat Allah auf dich. Le'anat Allah auf euch alle, ja. Le'anat Allah auf dich. Rebecca, drei Jahre alt, wurde aufeinander genommen. Was? Wer wurde aufeinander genommen? Die Bühne, der Bürger, oder was? Hallo? Hallo, bitte nix machen diese, ich hab' keine Nerven. Alle zum Lauf. Kamellorin für euch alle. Mach still ab, mein Bruder, Gottes Segen. Bitte nicht machen Kamellorin. Ja, hallo? Gottes Segen, mein Bruder. Gottes Segen auf dir, mein Lieber. Bruder, das, was du da gerade hörst, das ist, äh, kann ich bestätigen. Ich bin auch, äh, Iraker, auch Christ und, äh, zu Zeiten von Saddam, das war alles sicherer. Wer damals einen Christen angegriffen hat, den hat Saddam verschwinden lassen. Das gab's nicht. Heftig. Das gab's nicht, Bruder. Wir waren damals wirklich alle, alle, äh, wirklich friedlich miteinander. Und erst als er weg war... Ja, aber auf der anderen Seite hast du ja gesehen, was der Saddam da mit Kurden gemacht hat. Das ist auch dann schrecklich, ne? Das ist, ähm, da bin ich bei dir, Bruder. Ähm, das ist aber, äh, intern war es tatsächlich so gewesen, Bruder, Saddam war ja der einzige, äh, quasi von dem Präsidenten, der quasi Kurden erlaubt hat, ein eigenes Gebiet zu haben, eine eigene Grenze zu ziehen, ne? Äh, blieb alles Irak, aber es war immer noch quasi der kurdische Teil. Jetzt musst du dir vorstellen, warum ist das passiert? Die Frage ist ganz einfach. Also, Leute aus meiner Familie haben das mitbekommen. Der ist, äh, einmal damals, äh, der ist einmal quasi durch Irak gereist und hat dann gesehen, oder hat geschaut, wer, ähm, wem es nicht so gut geht, wer Hilfe braucht. Und der ist einmal in einem kurdischen Gebiet gegangen und hat dann quasi viele Leute beschenkt, Leute, die nicht so viel Geld hatten, ähm, da, wir haben einen Schlaf geschlachtet für ihn, ähm, sorry, also wir haben einen Schlaf geschlachtet für ihn. Da ist eine Frau zu ihm gelaufen, hat seinen Wagen markiert mit dem Blut vom Schaf und dann wurde er angegriffen. Ähm, sein Hauptmann, also sein, sein oberster Hauptmann konnte diesen Anschlag verhindern und er ist dann wieder hingegangen und meinte, wer war das, warum habt ihr das gemacht? Was wollt ihr denn? Was ist das Problem? Ne? Alle haben zusammengehalten, keiner hat geredet. Ja, und dementsprechend, äh, war mit ihm damals nicht zu spaßen, ne? Ne? Aber sie haben versucht, ihn anzugreifen. Ich rechtfertige das nicht, aber es ist halt, ähm, die Kurden wollen natürlich auch die Macht haben. Jeder will Macht, ne? Ja, ja. Aber du weißt ja, die Kurden sind ja, sind ja auch diejenigen, die überall auch unter denen stehen, die verfolgt werden von überall her, ne? Das ist Wahnsinn, wie viel Leid dieses Buch auch hinter sich hat, ne? 100 Prozent. Aber wenn ich jetzt von unseren irakischen Kurden spreche, ne? Ähm, da ohne quasi politisch irgendwie eingestellt zu sein, ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, die waren damals die Kurden, also aus dem irakischen Gebiet, die am besten behandelt worden sind. Man hat denen kein Land erlaubt, man hat denen kein Land erlaubt, man hat denen aber einfach quasi, ne, ein Gebiet erlaubt, äh, wo die halt untereinander leben können. Keiner fuckt die ab, keiner nervt die, keiner macht gar nichts. Und die wollten halt immer mehr. Das ist das Problem, wenn du jemandem einen Finger gibst, der will immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ja, ich kann's dir nicht sagen, wie das, wie, warum das so ist, aber, ähm, viele von, viele von den Kurden, auch viele von den Araber, die haben untereinander gekämpft. Jeder wollte Macht haben. Und, äh, es ist halt schwierig, immer zu sagen, ja, es war Saddam. Es sind halt sehr viele Hintergrundgeschehnisse, die man auch bedenken muss. Ne, also ich recht, ich recht, ich rechtfertige gar nichts, aber ich sag mir, wir als Christen aus Irak, wir haben Saddam geliebt. Ich kann mich daran erinnern, als er, äh, getötet worden ist, meine Mutter hat geweiht. Echt? Äh, äh, ohne Witz, meine Mutter hat geweiht. Meine Mutter hat geweiht, Bruder. Wir haben damals in Bagdad geliebt, meine Mutter hat geweiht. Das ist heftig, da muss ich dir vorstellen, der Mann hat so viele Menschen auf dem Gewissen auch, ne, obwohl er vielleicht gute Taten getan hat. Aber, wie gesagt, für die Christen war er, für die Christen war er gut. Für die Christen war er gut. Vielleicht liegt es da dran, vielleicht liegt es einfach an, äh, Ignoranz. Ähm, ich kann es nicht sagen. Aber auch unter Saddam Hussein, ich glaube, unter Saddam Hussein ging es eigentlich Irak noch relativ gut, ne? Ja, ja. Als er versucht hat, äh, das ist das, Amerika hat das ja nicht zugesagt, jetzt gehen wir auf einmal in die Politik, dass er versucht hat, seinen eigenen, äh, Petrodollar, also seine eigene Währung an den Mann zu bringen, weißt du? Weil er ja so viel, wenn er so viel Mühe am Start hat, der konnte ja seine eigene Währung komplett aufbauen und alles. Aber die Amerikaner, die haben das gesehen und haben sofort Libyen auseinandergenommen, Irak auseinandergenommen, das ist alles hier. Und dann siehst du, wer kriegt das ab? Und dann sagen die, guck mal, was die Christen getan haben mit den islamischen Ländern, siehst du? Die denken George Bush, die denken George Bush, äh, ist ein, äh, ein Christ, der jetzt Kreuzzüge getan hat. So verrückt sind diese Leute. Das ist nicht normal. Oder es ist halt, es ist jeder, der sich gegen Amerika aufsteckt, das ist ja genauso, was gerade mit Russland passiert. Jeder, der sagt, ich, 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 ich reiß mich los vom Dollar, der ist, der ist quasi verdammt nicht zu sterben. Genau. Und Saddam, warum, warum, wo es leider reingegangen ist, Saddam, Saddam und George Bush, sein Vater, waren damals sehr, sehr gute Freunde. Die haben zusammengearbeitet und, äh, die haben damals gesagt, hier, Maschinen Iran rein, Maschinen Iran rein, wie verspreche dies und das und jedes, bla, bla. Acht Jahre hat der Krieg gedauert, der Krieg wurde nicht gewonnen. Er meinte, ey, ich bin da rein, Maschinen für euch, ich bin da rein, Maschinen für euch, gib mir das, was du mir zugesagt hast. Ich meinte, nein, du hast den Krieg nicht gewonnen, du kriegst gar nichts von uns. Zeigte, hä, die Aussage war, äh, du gehst da rein und du kriegst das und das und das von uns. Haben die nicht gemacht, er meinte, weißt du was, kein Problem, damals gab es eine Beleidigung aus Kuwait, eine ekelhafte Beleidigung. Er ist in Kuwait rein, Maschinen, da haben die ihn angegriffen. Oder er wollte einfach, der hat damals so allen Arabern gesagt, ey Leute, bitte lasst uns zusammenhalten, lasst uns den Preis für Öl einheitlich machen. Nicht der unterbietet den, nicht der unterbietet den, nicht der unterbietet den. Schon war Amerika auf einmal quasi gezwungen, oder man war nicht mehr, konnte nicht mehr, äh, die Leute gegeneinander ausspielen. Und dann, ne, natürlich, äh, quasi mit diesem Vorwand, mit den Nuklearwaffen und, äh, so ein Scheiß. Ja, mein Lieber. Also das ist, äh, das ist, das ist natürlich, äh, ein schwieriges Thema. Ähm, ich kann dir so sagen, damals an Weihnachten, an Ostern, kam er jedes Mal live im Fernsehen und hat wirklich allen Christen gratuliert. Also eine, eine Kernaussage war, wer einen Christen angreift, ist so, als ob, als ob er mich angreift und der wird mit dem Tod bestraft. Oder, das gab's damals nicht. Mein Opa war der älteste, der, einer der ältesten, der ältesten quasi in dem Wohngebiet oder Wohnviertel, wo wir gelebt haben, ne. Oder, meinst du, da hat den einer schief angeguckt, es gab's das nicht. Das erinnert mich, das erinnert, das erinnert mich auch, äh, damals, als mein Vater, äh, nach Mekka gereist ist, als er mir das erzählt hat. Der meinte dieser, äh, ich hab mit denen über dieses Sunni- und Shia-Konflikt geredet, ne. Da meinte er sich damals, als ich Hatsch gemacht hab, mein Sohn, da gab's gar nicht diesen Konflikt zwischen der Shia, Sunni und so einem Blödsinn. Da sind alle hingegangen und keiner hatte irgendwie ein Problem mit dem anderen, ne. Obwohl, ob du schon... Ja, 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 ja. Wie alt ist dieser Konflikt so extrem geworden? Wegen dem Internet, ne, weil die miteinander diesen Streit austragen im Internet, das wird immer größer und größer und, ja, viele sich radikalisieren lassen, das ist das Problem. Damals gab's das noch gar nicht, ne. Da schreibt einer rein, Irak war eher kommunistisch und nicht islamisch. Das stimmt wirklich, also wir, die Leute hatten damals nicht so viel mit dem Islam zu tun gehabt, ne. Ja. Und, äh, da gab's... Siehst du, was passiert, wenn die Menschen sich mit dem Islam auseinandersetzen? Ist das passiert? Genau, das wollte ich gerade sagen, das ist leider, ne. Nicht alle sind so, aber viele. Nicht alle sind so, aber viele. Und das finde ich halt sehr, sehr traurig, warum man da nicht in Frieden miteinander leben kann oder generell auf der ganzen Welt. Und dann hast du natürlich solche Leute, die dann von ISIS kommen und dann sagt man, sagt man, ne, ne, das ist aber nicht der Islam. Aber, bro, chill, 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 chill. Guck doch mal, was die Leute gerade machen. Ja, das sind Heuchler, die sagen, dass er nichts mit Islam zu tun. Das ist die authentischste solitische Gruppe, die es überhaupt auf der Welt gibt. Sie schämen sich nicht, den Koran in die Tat umzusetzen. Alles, was da drin zwischen verzeichnet ist, wird praktiziert. Sie sind keine Fäbler oder Heuchter oder haben einen Fäbler und setzen unser Leben und unser Besitz dafür ein, dass Allah uns vergibt und uns als Märtyrer in die Ewigkeit aufnimmt. Die haben auch ihr Märtyrer sein. Und zwar Nacken therapieren und Nacken therapiert werden. Surah 9, Vers 111. Ich wünsche dir Gottes Segen, viel Spaß beim Singen. Du hast auf jeden Fall eine sehr schöne Stimme, Bruder. Pass auf dich auf, wir sehen uns die Stimme. Mach's gut, ja, Gottes Segen. Ich auch. Ja, Dr. Scherad, eine Nacktigallstimme. Gänsehaut. So, wollen wir mich mal wieder weiterhören. Das ist ein sehr, sehr interessanter Bericht von hier, Open Doors. Sehr, sehr gut. Verschiedener Volksgruppen vertrieben, waren wir dran. Es war während unserer sunnitischen Feiertage, dem Fest des Hossa. Wie jedes Jahr hatte meine Mutter eine Menge Essen gekocht. Da entdeckte meine Mutter an der Haustür einen Zettel. Es handelte sich um einen Drohbrief. Darauf stand, ihr Sunniten habt den Propheten Hossein getötet. Ihr habt 24 Stunden Zeit, um die Stadt zu verlassen. Sonst töten wir eure Kinder. Wir hatten große Angst. Wir brachten unser ganzes Hab und Gut weg. Uns blieb nichts anderes übrig. Wir waren in unserem Viertel in der Minderheit. Viele Nachbarn waren gegen uns. Sie hielten meinem Vater eine Pistole an den Kopf und riefen, ihr seid Schweine. Mein Vater wehrte sich. Wir sind keine Schweine. Aber sie drohten ihm. Wenn du noch ein Wort sagst, erschießen wir dich. Ja, das sind die Schiiten. Siehst du, die ach so friedlichen Schiiten. Die Schia, die ja so friedlich sind. Die sind anders als die Sunnis. Nein. Genau das Gleiche. Die haben auch den Wahnsinn in ihren Schriften verzeichnet. Ja, es ist das. So heftig. Sowohl Sunni als auch Schia. Waren wir gezwungen, in den Norden zu fliehen. Aber dort war der Rassismus unter den Menschen noch schlimmer. Irgendwann konnten wir wieder in unser Haus nach Bagdad zurückkehren. Ich war damals Händler und habe Waren ins Land ein- und ausgeführt. Unter den Männern, mit denen ich handelte, gab es viele von der Mahidi-Miliz. Ich kannte sie und ich wusste, wer sie waren. Bei einem Treffen bemerkte einer, er wusste sehr wohl, dass ich Sunnit bin. Er sagte, jetzt haben wir die Sunniten erledigt und mit den Christen sind wir fertig. Jetzt werden wir das Sagen haben und regieren. Ich sagte zu ihm, okay, ich verstehe, dass du als Schiit gegen die Sunniten bist. Aber warum seid ihr gegen die Christen? Soweit ich es sehe, lügen die Christen nicht. Die Christen bringen die Menschen nicht um und schlachten sie ab wie ihr. Sie haben Respekt vor dem Leben. Ja, so sieht's aus. Ein anderer sah das genau wie ich und sagte, ich kenne sie. Ich habe auch christliche Freunde. Sie sind keine Heuchler. Ich sagte, ich bin mit ihnen aufgewachsen und bin fast mein ganzes Leben lang mit ihnen befreundet. Und jetzt, wo wir erwachsen sind, kommen die muslimischen Terrormilizen und nehmen ihnen mit einem ganzen Stück Papier ihre Häuser weg und alles, was sie haben. Einer sagte, warum verteidigst du sie? Ich entgegnete ihm, ich verteidige die Gerechtigkeit und Wahrheit. Ihr nehmt ihnen alles weg. Es kam zu einer heißen Diskussion, bei der wir heftig aneinander gerieten und sogar unsere Fäuste benutzen. Als wir einander boxten, brachten die anderen Männer uns auseinander. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, wie ungerecht die Christen im Irak behandelt wurden und wie man sie vertrieben hat. Es waren enge Freunde von mir. Kurze Zeit darauf klopfte es abends später an meiner Tür. Ich ging raus und fragte, wer seid ihr? Sie sagten, wir haben den Auftrag, die Häuser und die Familie zu durchsuchen. Normalerweise klopfen Soldaten höflich an und bitten darum. Kennt ihr noch eine Ideologie, die an Häusern rausgezogen hat aus ihren Häusern? Kennt ihr noch eine Ideologie, die von Österreich kam, von dem Mann aus Österreich? Ach, wer hat den Mann mit dem Gas ist da? Ex-Muslim, was geht? Ex-Muslim, was geht? Dich viel. Was geht bei dir? Mir geht es bestens. Ja, ich sage dir ehrlich, ich verfolge dich schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ja, hast du Buse getan und so dein Jesus Christus gefunden? Naja, eher weniger, sage ich dir ganz ehrlich. Ja. Aber du bist schon lange, sehr, sehr lange, weißt du, auch auf YouTube und so. Ja. Und ich kenne deine Videos und so weiter und ab und zu schaue ich mal rein und erkundige mich mal so bezüglich Islam. Ja. Und ja, ich bin kein Muslim, ich bin kein Christ, aber wenn es wirklich stimmt, was du sagst bezüglich Islam, dann ist Feierabend, würde ich mal sagen. Ja, du siehst ja, dass ich das anhand der Quellen einblende und beweise für das, was ich sage. Ja, schon, auf jeden Fall. Aber viele Muslime sagen einfach, dass es irgendwie ausgedacht ist, dass es nicht echt ist. Ausgedacht. Wie ausgedacht. Das ist ja Quatsch. Ich blende doch die Beweise ein. Wie kann das denn ausgedacht sein? Naja, zum Beispiel, ich kenne ja auch Christian Prince und so. Also seinen YouTube-Kanal, durch dich habe ich gesehen, ne. Und der zeigt ja auch Quellen. Ja. So, verstehst du? Aber die sagen dann, der Typ lügt, der kann kein Arabisch, dies, das, jenes. Ein Araber, der kann kein Arabisch, der hat einen Doktortitel im Islamischen Recht. Ja, 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 und ich habe auch das Buch für euch von dem gekauft, Allahs Täuschung. Ja. Bin ich am Lesen. Und guck mal, du kennst dich ja mit dem Islam gut aus, ne? Ja. Die sagen zum Beispiel, es gibt ja nur einen einzigen Koran auf Arabisch. Und gleichzeitig sagen sie aber, dieser Koran wurde in sieben verschiedenen Strömungen irgendwie überliefert, wegen Dialekt oder so. Und das verstehe ich nicht. Das ist ja Blödsinn. Diese Dialekte haben nichts mit dem eigentlichen Text zu tun. Denn die Muslime sind ja alle von einem Stamm, von dem Stamm der Koran. Die sprachen ja alle denselben Dialekt. Achruf sind ja keine Dialekte. Das ist ein Riesenproblem mit Achruf und Kirat. Heutzutage sieht man, dass die Muslime fast 36 verschiedene Kirat haben, also verschiedene Koranversionen. Und keiner weiß, welcher Kirat jetzt der richtige ist. Das ist die Katastrophe. Okay, kannst du ein bisschen mehr ins Detail gehen, weil ich verstehe das nicht. Der Urtext des Korans, der hat ja keine Konsonanten und alles. Das heißt, der Muslim, der das liest, der kann das ja gar nicht lesen. Es gab ja keine Zersatzzeichen oben und unten zu setzen. Er muss also entscheiden, wo er was für ein Zersatzzeichen ersetzt. Und da haben wir das Riesendilemma, ne? Mit dem Islam. Okay, okay, okay. Dir klären wir das nämlich, dass es schon von Anfang an so gewesen ist, dass es diese Strömungen gab. Sieben Strömungen oder was weiß ich, diese ganzen, du weißt, was ich meine? Ja. Was soll ich jetzt glauben? Also soll ich denen glauben, soll ich dir glauben, wem soll ich glauben? Glaub einfach Gott. Glaub einfach Gott, dass er allmächtig genug ist, sein Wort zu bewahren und uns eindrucksvoll zu beweisen, dass er es auch bewahrt hat. Und zwar durch die Kumranrollen, die am Schwarzen Meer gefunden wurden. Die Jesaja-Rolle ist perfekt erhalten durch die Tonkrüge, die der Hirte namens Mohammed, ein Schafshirte namens Mohammed, hat die Kumranrollen gefunden. Und der Jesaja-Text auf sieben Meter ist genau mit dem Text übereinstimmt, den wir in unserer Bibel haben. Und er ist zwei bis dreihundert Jahre vor Christus datiert. Das heißt, das war's. Und da steht auch in Jesaja 9, 5, Denn uns ist ein Kind gegeben, ein Sohn ist uns geboren und seine Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Und man nannte seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Verstehst du? Gott hat sein Wort bewahrt und Gott hat das eindrucksvoll bewiesen und hat allen eine Ohrfeige verpasst, die behaupten, dass sein Wort verfälscht ist. Das war's. Gott ist gerecht und eilig. Und jetzt stell dir das mal vor. Auf der anderen Seite, Allah, Allah mit seiner Religion, sendet 124.000 Gesandte oder Propheten mit ihnen Bücher. Alle Bücher von Allah sind verfälscht worden über die Zeit. Keiner konnte sein Buch bewahren. Das Schlimmste, was dem Ganzen noch einen draufsetzt, ist, dass er in Surah 5, Vers 44 sagt, dass er den Juden aufgetragen hat, das Buch zu bewahren. Also Allah, anstatt er selber auf sein Buch aufpasst, trägt er einfach Menschen auf, die sein Buch bewahren sollen. Diese brechen den Willen Allahs, verfälschen das. Und Allah kommt also nicht auf den Gedanken, seinen Fehler zu korrigieren, macht genau denselben dummen Fehler schon wieder, vertraut den Christen das Evangelium an, diese brechen den Willen Allahs und verfälschen das Evangelium. 600 Jahre später kommt Mohammed mit dem Koran und sagt, Jesus Christus wurde nicht gekreuzigt. Kannst du dir das vorstellen? Obwohl die dann auch sagen, dass der Islam perfekt ist und so. Ja, was ist denn daran perfekt? Das ist etwas Unperfektes, ja. Eher etwas Unperfektes. Und was sie noch sagen, dass der Mohammed angeblich voll der Ehrenmann gewesen ist und so sein Leben, der war ein gescheidener Mensch, dies, das, jenes. Aber ich habe aus deinen Lives mal gehört, dass es quasi verschiedene Stufen gab, also Abschnitte in seinem Leben. Erstmal der erste Abschnitt, wo der noch keine Macht hatte, ein bisschen Macht bekommen hat und am Ende, wo der mächtig war. Ja, genau. Es gibt diese drei Etappen in Mohammeds Leben, die im Koran und die Gelehrten gehen davon aus, also das ist ein Konsens, ein Hidjmaa unter den Gelehrten, dass der Mohammed, deswegen siehst du auch so, also Anfang des Korans, wenn er den Aufstieg zu Mekka geoffenbart, zu Medina geoffenbart, damit die Leute verstehen, zu welchen Zeiten der Koran geoffenbart wurde. Und die Suche 9 Vers, also die Suche 9, Sluda al-Tawah, ist die letzte Etappe in Mohammeds Leben, wo Gott ihm befohlen hat, alle Götzen, die ihn da vor die Wahl stellen und sie zum Islam zu zwingen. Das ist die letzte Etappe in Mohammeds Leben, weil Mohammed so eine Macht gewonnen hat und so viele Menschen ihm gefolgt hat, dass er seinen Islam mit Schrecken und Gewalt durchgesetzt hat. Aslam, Aslam, nimm den Islam an, dann bist du sicher. Das war seine letzte Botschaft. Und das ist das. Und die Polizei Bukhari sagt ja auch, wenn ihr auf die Nicht-Muslime stoßt oder trifft, dann setzt die vor drei Alternativen. Islam annehmen, Shizya bezahlen oder Tod durch das Schwert. Genau, apropos, die meinen auch, also die viele Muslime, die sich angeblich auskennen, meinen, die Gizya war das Beste, was es gab, die Steuer war wirklich klein, die Muslime, die nicht-Muslime haben friedlich gelebt, sie haben keine Nachteile gehabt, aber im Buch von Christian Prinz steht was anderes. Ich weiß nicht, an wem ich jetzt glauben soll. Was sagst du das Beste? Wir können ja einfach mal, wir können ja einfach mal in der Enzyklopädie des Islams mal nachschauen. Hier steht, Shizya is what is taken from the Dimmis, also Shizya wird genommen von den Dimmis. It is an amount that is contracted for the people of the book. Also das ist eine Art Vertrag, der den Leuten des Buches, also Juden und Christen, auferzwungen wurde. It is derived from the word Jazar. Also das Wort Shizya kommt von dem Wort Jazar. As it is considered compensation paid, so he isn't killed. Also er muss es bezahlen, um nicht getötet zu werden. Lass uns mal den Spieß umdrehen und das den Muslimen antun. Sie bezahlen also Steuern an den deutschen Staat und wer es wagt, die Steuern nicht zu bezahlen, muss in die Ewigkeit geschickt werden. Was meinst du, die Muslime sich fühlen? Verstehe, verstehe. Der Muslim meinte zu mir, nee, wenn man kein Jizya zahlt, dann wird man nicht getötet. Nee, man wird ermahnt, man wird vermieden. Kein Problem. Kein Problem. Wir können ja den Tafsir von Atabari aufschlagen. Ich habe den hier vor mir. Suche 9 Vers 29, Tafsir Atabari. Mr. Atabari, was bedeutet denn Jizya? Amir, Jizya bedeutet, man gibt den Muslimen ein wenig Geld, um sich vor dem Enthaupten zu beschützen. Boom. Oh, oh. Und das ist Imam Atabari, der sagt, Jizya bedeutet, man gibt den Muslimen Geld, um sich vor dem Nacketherapie zu schützen. Ist das die Religion des Friedens? Hey, hey, hey. Das, ja, die sagen das, ja, das ist die Religion des Friedens, aber allerdings, Amir, guck mal. Ich habe noch eine Frage bezüglich Takiyah, ne? Man sagt ja auch Takiyah, Takiyah. Aber die Muslime sagen, das machen nur die Schiiten, angeblich. Da kannst du ihn ganz in Ruhe, Suche 3 Vers 28 zeigen und in Kombination mit Sahih Bukhari 30, 28, äh, 30, 32. Sahih Bukhari 30, 32. Wir haben ja doch die Geschichte von Kabe bin Aschaf und Mohammed bin Maslama. Und dieser Kabe bin Aschaf war ein Dichter, der Mohammed, ähm, nur Gedichte gegen ihn verfasst hat und ihn, äh, auf diese Art und Weise halt kritisiert hat für sein Verhalten, warum er die ganzen Karawanen überfällt und die Menschen am, äh, killen ist, ne? Und der Mohammed hat gesagt, wer, wer will mich befreien von Kabe bin Aschaf, der mich, äh, so niedergemacht hat, also so runtergezogen hat. Und dann stand dieser Mohammed bin Maslama auf, das Sahabi von Mohammed. Und er sagt, ja, Rasulallah, willst du, dass ich ihn umbringe? Da hat er gesagt, ja. Und dann sagte der, dann erlaube mir, mir etwas ihm zu erdichten, damit ich sein Vertrauen gewinne, um ihn dann zu Nacken therapieren. Mohammed hat gesagt, ja. Das ist, das ist Dagriya. Das wahre Gesicht des Islams zu verbergen, um an sein Ziel zu kommen. Guck dir das mal an, wie bösartig. Der Mohammed erlaubt also, einem seiner Leute zu lügen, damit er einen anderen Menschen Nacken therapiert. Absolut bösartig, ne? Teufelig nennt man sowas. Ja, Muslime haben gar keine Ahnung von ihrer eigenen Religion. Das ist das Problem, was wir in Deutschland haben. Sie setzen sich nicht damit auseinander und sind schockiert, warum diese ganzen Quellen vorhanden sind. Das heißt, man kann eigentlich wirklich keinem Muslim trauen. Einem Muslim einfach, ja. Je mehr ein Muslim sich mit seinen Schriften beschäftigt, desto eher ist er behaftet mit diesen ganzen Schriften des Islams und die Verinnerlichung der Doktrin der Taqiyah. Al-Ma'arid. Das nennt sich auch Al-Ma'arid. Das ist auch ein anderer Begriff. Okay. Weil, guck mal, viele versuchen mich zum Islam zu bekehren und dann erzählen dir immer das Beste, irgendwelche Stories von Mohammeds Leben. Oh, der war so ein toller Mensch und der Islam ist so friedlich und der Islam ist friedlich nach Europa gekommen und durch Dua und was weiß ich was. Weißt du sie? Und natürlich, wenn jemand sich damit nicht auskennt, dann kann ich mir vorstellen, dass viele Menschen den Islam annehmen. Also so wie, sagen wir mal, viele Deutsche, weißt du, den Islam annehmen, um wahrscheinlich dazu zu gehören irgendwie, weißt du? Ja genau, das ist so ein Zugehörigkeitsgefühl. Die sind so Mitläufer und wollen halt, weil die Muslime so eher zu den Starken gehören, dann sagen die so, ich will auch zu den Starken gehören. Ja, was nützt das denn, wenn deine Seele verloren geht? Willst du zu den Starken gehören und in die Hölle fahren oder was? Oder willst du zur Wahrheit gehören, zum Herrn Jesus? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Entweder du entscheidest dich für so Stärke und so Stolz oder du entscheidest dich für den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben in Wahrheit Jesus Christus. Ja, krass auf jeden Fall. Ich sage dir ehrlich so, ich verfolge dich wirklich sehr, sehr lange. Wirklich, da hast du was noch nicht mal auf TikTok, YouTube vor fünf, sechs Jahren hast du angefangen, sieben Jahren und ich habe deine Sachen da angeschaut und du warst wirklich einer der Ersten, der sowas, diese Thematik angesprochen hat und du hast auch wirklich Eier. Ich habe auch gesehen, auf dich war... Von Strauss. Ohne Spaß, du hast wirklich Eier und das mit dieser, weißt du noch mal, dieser am Stand, am Lies stand, diese eine... Abonati, Abonati. Das habe ich auch gesehen damals und so wurde das erst mal dich als Muslim so ausgegeben hast und dann ging es richtig los und so. Der war voll Bock, der Typ. Auf dich, wie gesagt, wurden auch Anschläge verübt und deswegen sage ich, so wie das ist, ey, du bist, du hast wirklich Eier, so wirklich übertrieben, Eier und... Allee, Jesus Christus. Du siehst doch, wie lebendig der Herr ist, der hat sich doch dir auch geoffenbart und hat gezeigt, guck mal da, der Amir, du schaust mir quasi zu und ich verkündige den Herrn Jesus Christus und der Herr Jesus Christus beschützt und bewahrt mich sogar noch vor diesem ganzen Wahnsinn, verstehst du? Ja. und das ist alles, dass er lebendig ist, wie wundervoll ist der Herr Jesus. Ja, und ich schaue auch deine Streams äh, manchmal auf YouTube, die werden dann aufgezeichnet, weißt du, von TikTok, manchmal hier TikTok, aber du hast jetzt einen neuen Account oder so, kann das sein? Ich habe mittlerweile drei Accounts, weil ich mein großer Account mit, äh, mit fast 80.000 Abonnenten gelöscht wurde, eben auf TikTok, Wahnsinn. Aber wieso, was haben die für einen Grund angegeben? Ich weiß nicht, ich glaube eher, damals habe ich das von einer Schwester den Account bekommen, die, ähm, die mir den Account zur Verfügung gestellt hat. Ich, ich für meinen Teil gehe davon aus, dass eventuell sie das Ganze gelöscht hat. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, weil, äh, was, was Schlimmes habe ich eigentlich nicht gemacht. Ich habe einfach nur ganz normal, äh, aufgeklärt, ne? So wie ich jetzt mache, sonst wäre der Account auch eigentlich schon weg. Aber, war es auch eine Spekulation. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ey, haben eigentlich, äh, Rob Christian und, äh, wer ist nochmal dieser andere Kollege, äh, äh, Christian Prince und Rob Christian auch TikTok? Rob Christian hat TikTok, der Christian Prince nicht. Achso, ja. Ja, ja, ich kann schon Englisch. So, äh, mehr als die Basics. Auf jeden Fall, wenn du mit dem Englisch redest, ich verstehe schon. Ja, perfekt, super. Also mach dir Gedanken um deine Ewigkeit, ne? Noch bist du jung, aber du kannst ja auch jeden Tag in den Tod gehen und das war's dann, ne? Du musst dich also so schnell wie möglich auseinandersetzen mit der Thematik und herausfinden, wer der Jesus Christus ist. Entschuldigung. Ja, ich bin auch wirklich dabei, so, ich beschäftige mich mit dem Islam, Christentum und, äh, such nach der Wahrheit. Lass dich nicht vom Muslim enttäuschen, denn du weißt, sie sind dazu bedacht, dich anzulügen und zu belügen, um dich in den Islam reinzuholen. Denn wenn du einmal mit deinem, mit deinem, wenn du die Schahada ausgesprochen hast, dann bist du dran, wenn du austreten willst und später herausgefunden hast, dass der Islam doch Quatsch ist. Verstehst du? Ja, ich hab mir auch den kompletten Koran schon gegeben, so gegönnt, in Anführungsstrichen. Und, äh, ich sag mal so, mich hat's jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ja, Allah kopiert ja auch seine Sätze von einem jüdischen Rabbiner. Das ist um 5,5 bis 32. Das sind kranken. Ja. Und, äh, ich bin dir jetzt gefolgt. Das ist vielleicht korrekt, wenn du mir zurückfolgen würdest. Dann könnten wir ein bisschen, wenn ich Frage habe, weißt du, weil du bist wirklich ein... Gott segne dich und deine Familie. Alles klar, danke schon, Bro. Tschau, tschau, tschau. Ja, möge der Herr ihm seine Augen öffnen. Möge der Herr ihm seine Augen öffnen und ihn zu sich ziehen, Herr. Wir bitten dich, Herr Jesus Christus, für diese Seele, Herr, dass du Gnade mit ihm hast und dass du ihm die Augen öffnest, Herr Jesus Christus. Dass er deine Herrlichkeit erkennt und sich nicht von Muslimen, äh, ja, veräppeln lässt, Herr Jesus Christus. Ich bitte dich, halte deine Hand über ihn und zieh ihn zu dir, Herr. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. So, hören wir weiter. Das Zeugnis von dem Iraker. Normalerweise klopfen Soldaten höflich an und bitten darum, hereingelassen zu werden, wenn sie eine Wohnung durchsuchen möchten. Aber in dem Moment, als ich die Tür öffnete, kamen sie rein und schoben mich einfach zur Seite und schlugen mich. Sie sagten, gib uns her, was du hast. Wir wollen dein Geld und auch dein Gold. Ich wehrte sie ab. Ich habe kein Gold. Doch, du lügst. Du hast eine Spardose. Nein, ich habe keine Spardose. Sie schlugen mir ihre Waffe auf den Kopf. Ich ergab mich. Okay, ich gebe euch alles. Sie nahmen mein ganzes Geld und auch das Gold, das ich hatte. Als sie meine Wohnung verließen, sagte einer noch spöttisch zu mir, jetzt sieh zu, ob die Christen dir helfen. Am folgenden Tag ging ich zur Polizei, um Anzeige zu erstatten. Ich sagte ihnen, gestern kamen ein paar Männer zu mir und drangen in mein Haus ein und nahmen alles, was ich hatte, mit. Ich will eine Anzeige erstatten. Ich kannte einen der Männer. Der Polizeibeamte sagte, heute haben wir Urlaub, es ist Feiertag. Wir nehmen heute keine Anzeige aus. Heute haben wir mal Urlaub, heute haben wir mal einen schlechten Tag. Also kommen Sie morgen wieder. Alles klar, tschüss. Die machen es sich einfach in Irak heftig. Was ist das krank? Am nächsten Tag fand ich einen Zettel unter der Tür. Ja, aber Herr Polizist, ich wurde ausgeraubt. Sie müssen mir helfen. Sie müssen die Leute stappen. Ja, ist ja kein Problem. Das hat Zeit. Jetzt stressen Sie uns bald nicht. Das ist genau wie mein Kamelurin-Song. Kamelurin, er macht den Stress sofort hier weg. Kamelurin, beseitigt Bakterien und den Dreck. Das ist genau wie mein Gänsehaut-Song. Kamelurin, mach dir die Sorgen heute weg. Kamelurin, mach die Bakterien und den Dreck. Das ist genau wie der Polizist, der gesagt hat, kommen Sie später wieder. Ist das krank, ey. Das kannst du keinem erzählen. Der Polizist sagt einfach, kommen Sie später wieder und kommen Sie morgen. Morgen habe ich einen besseren Tag. Heute ist Urlaub. Unter der Tür und darauf stand, du willst uns anzeigen? Verlass innerhalb der nächsten 24 Stunden dein Haus. Wenn du nicht sofort die Gegend verlässt, werden wir dich enthaupten und deinen Körper verbrennen. Ich war mir sicher, dass sie tun, was sie uns angedroht haben. Einen Menschen zu enthaupten, ist so einfach wie ein Hähnchen zu schlachten. Deswegen bin ich gegangen. Dass ich die Christen verteidigt habe und für sie eingestanden bin, das war mein Fehler. Deshalb habe ich alles verloren. Ja, siehst du, ich buchte noch am gleichen. Das ist genau wie bei mir. Dankeschön, Amor. Das ist genau wie bei mir. Ich habe mich entschlossen, aus dieser Unterdrücker-Religion rauszutreten und mich zu den Unterdrückten zu stellen. Zu den Christen. Wahnsinn. Und dem Herrn Jesus Christus zu folgen. Ich habe also quasi alles aufgegeben. Ich habe erkannt, habe erkannt, dass diese Religion nicht von Gott ist. Danke, Red Midway. Und habe mich dann zu den Christen gestellt und setze mein Leben quasi für diese Leute ein. Wenn du es so siehst. Ich setze mein Leben dafür ein, dass Menschen die Botschaft des Herrn Jesus Christus hören und stelle mich gegen den Islam, die ja in sich eine Lüge ist. Besteht ihr? Und das hätte mich fast mein Leben gekostet. Das hätte mich fast mein Leben gekostet. Aber Gott sei Dank war der Herr Jesus Christus dran. Was für eine Religion wirst du tun haben? Das kann sich keiner vorstellen. So wie der Iraker gerade gesagt hat, für Muslime Nackenstherapie zu verpassen, ist so, als würden die ein Hühnchen gerade schlachten. Ein Hähnchen. Das ist so, als würden die gerade ein Hähnchen den Kopf abhacken. Das ist so für sie. Danke, danke, ihr Lieber. Das ist geisteskrank, Mann. Die haben kein Problem damit, dich Nacken zu therapieren, dir alles wegzunehmen. Ich meine, das ist für die Ami-Bubke, das ist unglaublich. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Dankeschön von ganzem Herzen. Gott segne euch in eure Familie. Ich hatte noch am gleichen Tag ein Ticket in die Türkei. Ich wollte mich einfach retten und meine Kinder beschützen. Ich weiß, solche Leute kennen keine Gnade. Keine Gnade. Fünf Tage blieb ich hin. Warum haben die Muslime, ich meine diejenigen, die sich mit Koran und Sunna auskennen, keine Gnade, weil Allah gar keine Gnade mit ihnen hat? Er sagt, lasst die Härte in euch vorfinden. Ich gebe euch ein Land, wo ihr noch nicht drinne wart und dass ihr zum Beispiel dieses Land dann erobert und lasst die Ungläubigen Härte in euch vorfinden. Keine Gnade. Wahnsinn, ne? Suche 9, Vers 123. Das kann jeder von euch nachschlagen. Suche 9, Vers 123. Lasst sie in euch Härte vorfinden. Keine Gnade. Härte. Seid hart zu ihnen. So wie Mohammed gesagt hat, Suche 48, Vers 29. Mohammed ist der Gesandte Allahs. Die, die mit ihm sind, sind barmherzig gegeneinander. Das heißt, Muslim zu Muslim. Aber hart gegen die Kufal. Härte zeigen. Keine Gnade haben. Nacke therapieren. Land wegnehmen. Und, und, und. Das ist so krass. Das ist so heftig. Wie verstörend das Ganze ist. Wie verstörend. Da holen die sich sogar noch die göttliche Legitimation dazu. Deswegen muss man ja versuchen, den Islam ja auf einem geistlichen Weg, den Muslimen zu erklären, dass der Islam überhaupt nicht von Gott kommt. Was der da macht, das ist nicht von Gott befohlen, sowas. Leute, der Islam hat tausende von Widersprüchen. Der kommt nicht vom Gott, der Koran. Die Sunda, ganz zu schweigen von der Sunda. Mohammed war auch niemals ein Prophet, selbst wenn dir das wehtut. Aber da steht es doch. Das ist doch dort verzeichnet, Mann. Das kannst du doch nicht außer Acht lassen. Wie unehrlich kann man nur sein? Ja, wie viele Juden, Christen und Andersgläubige ihr Leben lassen mussten aufgrund dieser Religion. Das ist schon extrem. 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 Ja, wenn ich so darüber nachdenke, wie gut wir es eigentlich noch hier in Deutschland haben. Aber wer weiß, für wie lange. Wenn das Gesetz einmal geändert wird, beispielsweise in das Szenario, wenn die Muslime die Oberhand gewinnen und Scharia einsetzen, dann gnade euch Gott. Gnade euch Gott. Ich komme gleich wieder, bis gleich. Aber ich bemerke, ich bin kein Christ. Darum bin ich ja... Du kannst aber doch das vernünftig lesen, oder? Es steht hier nur Kön. Darum bin ich davon ausgegangen König. Sorry, es tut mir leid. Es ist kein Problem. Es ist kein Problem. Kamelurin auf dich. Was möchtest du denn? Lies mal vor. Du redest ja immer gegen den Islam. Und du lest doch den Vers vor. 6, 28, 6, 29. Lies mal vor. Was steht da? Hast du ihn vor dir? Nein, diesmal vor. Warte. Also. Und der König sprach zu ihr. Was ist dir? Sie sprach. Diese Frau, da sprach zu mir, gib deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen morgen wollen wir meinen sohn essen sie haben mir so haben wir meinen sohn gekocht und gegessen und sie sprach zu ihr am nächsten tag gibt deinen sohn her und lass uns ihn essen aber sie hat ihren sohn versteckt ihr habt kinder gegessen wir haben was meinst du mit ihr brutalität steckt dahinter dass man ihre sein eigenes kind ist und dann redest du von prophet muhammad dass er mit dass er geheiratet hat ein kind soll ich dir zeigen dass im islam menschen gegessen werden darf soll ich das zeigen und jetzt noch zu dem wo du vorher erwähnt hast wenn so was wenn so was in deinem islam drin ist würdest du islam verlassen wenn menschen essen kochen es hat irgendeine bedeutung warum liest dann vor und sagt okay das hat auch eine bedeutung was hat das denn für eine bedeutung endkönige doch das nicht erkläre es mir bitte ja der katz warum hast du dir keine mühe gemacht das mal herauszufinden ich bin zufrieden wo ich bin ich danke dir von ganz selbst für kamelorin kommt ich bin zufrieden mit wo ich bin dann geht bitte zu kamelorin unglaublich jedes mal er kommt hier rein da sagt er auf einmal muss man schauen wie man das versteht siehst du weil er weiß dass ich so was da drin befindet dann sagt auf einmal ich muss da muss man schauen aber selber ich weiß nicht ist er nicht in der lage zu schauen glaub ich diese leute ausgelden ist ausgelden ist hallo tut müssen wo kommst du her wo kommst du her wo kommst du her so da bin ich wieder so einmal weiter so 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 du hast wegen einer angelegenheit gesprochen das mit dem ich habe eine frage an dich jetzt wenn ich jetzt zu dir komme und dein gott vor die beleidige dein gott ich sage zu dir jesus ist das und das ja liebst du mich also du liebst mich und ich dein gott beleidige der jesus christus hat ja gesagt liebe deine feinde also die feinde unsere beleidigen ja unseren aber da hättest du keine loyalität gegenüber dein gott bitte was du hättest aber da keine loyalität gegenüber dein gott meine loyalität liegt darin dass ich auf die worte meines herrn jesus christus höre und er sagte matthäus 5 vers 43 liebe deine beine feinde tu wohl den die dich hassen und bitte für die treffe beleidigen und verfolgen was verstehst du daran nicht aber ich glaube aber ich glaube du kannst dir nur weil dein gott dir sagt führe gewalt aus physischen druck ausüben sie von ihren wohnstätten zu vertreiben und 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 musst du das ja nicht dem gott der bibel zuschreiben oder auf jeden fall links aber du kannst die angelegenheit oder du weißt du wirst du wirst lossagung und loyalität im islam lossagung und loyalität richtig al wala bedeutet wir lieben für allah und wir hassen für allah ja richtig so wen lieben wir für allah ja das beweist doch eindeutig dass wir nicht denselben gott dienen der eine sagt hast und der andere sagt liebe deine feinde aber guck mal das problem ist das problem ist du als ja was denn sollen wir jetzt feinde lieben oder feinde hassen von deiner fütterer guck mal von deiner fütterer her weißt was fütterer ist ne du verstehst ja fütterer von deiner fütterer jemanden der vor die kommt und dein gott beleidigt könntest du ihn von deinem fütterer lieben aber was wenn dein gott der teufel ist ich frag dich doch beantworte mir warum kommst du mit gegenfragen ich sage ich beleidige ihn nicht ich werde für ihn beten ok aber ich nicht beleidigen geht nicht was ist denn besser was ist denn besser willst du ihm eine runterhauen oder willst du für ihn beten es hat damit mit runterhauen ok wir können wir können ihm die rechtsleitung wünschen nein aber du kannst doch nicht eine natürliche veranlagung es ist nicht eine natürliche veranlagung aber ja ja wir sprechen ja du kannst ja weggehen du musst ja nicht physische gewalt anwenden das ist ein problem mit dem islam islam will einfach nur physische gewalt anwenden wenn dich also jemand beleidigt hör mal zu wenn dich also jemand beleidigt hast du doch die möglichkeit wegzugehen und nicht darauf zu reagieren das lernt man doch so oder nicht naja ok lass mich dir kurz was erklären ja guck mal das ding ist wir muslimen subhanallah wir dürfen nicht weißt du was kannst du auf deutsch übersetzen was nefs heißt nefs Sehne ja richtig wir lieben nicht aus nefs und Emotionen wir leben nicht aus Emotionen sondern wir lieben um Allahs Willen ok habe ich doch verstanden aber das heißt doch nicht dass du physische Gewalt anwenden sollst ok pass auf die können nicht jemanden lieben der Allah Azza wa Jalla einen Sohn zuschreibt oder einen Vater zuschreibt aha ok das können wir nicht machen weil Allah Azza wa Jalla sagt im Koran ganz klar und deutlich dass er wieder gezeugt wurde und wieder jemanden gezeugt hat ja Allah sagt zum Beispiel auch in Suche 6 Vers 101 wie sollte ich denn eine äh wie sollte ich denn ein Kind haben wo ich noch keine Freundin habe ist das dein Gott diese Schubha wurde doch schon längst vernichtet was für ein Schubha wurde vernichtet dein Gott fragt wie ein Mensch dein Gott stellt den Christen eine Frage hey ihr dummen Christen wie sollte ich denn einen Sohn haben wo ich doch keine Gefährtin habe hast du schon mal so einen Gott gehört? wie sollte Allah Azza wa Jalla einen Sohn haben wenn er keine wenn er sich nicht heiratet der hat keine Eigenschaften von Menschen also Allah es ist nicht möglich sich ein Kind zu zaubern aber warte kurz oh mein Gott du hast dir gerade so einen Knockout verpasst hast du dich gerade gehört? hast du dich gerade selber gehört? mit heiraten? willst du mich gerade verbrüsten? äh Amir Amir komm mal pass auf äh wie heißt das? hörst du dir überhaupt noch selber zu was du da sagst komm mal lass mich dir was erzählen komm mal hör zu damit ist gemeint dass Allah Azza wa Jalla keinen Sohn bekommen kann weil er nicht mit der Schöpfung zu vergleichen ist Subhanallah nein das stimmt nicht er sagt einfach hey ihr dummen Christen wie sollte ich einen Sohn haben wo ich doch keine Gefährtin habe also ohne Gefährtin ist das gar nicht möglich er kann auch gar keine Gefährten haben weil er nicht mit Schöpfung zu vergleichen ist verstehst du nicht das Problem an dem Satz das ist so als würde einfach ein Mensch fragen wie sollte er da spricht einfach ein Mensch nicht Allah nicht Allah wie sollte ich einen Sohn haben wo ich doch keine Gefährtin habe das würde das direkte Wort Gottes sein aber da spricht ein Mensch und erklärt gerade seinen Gott verstehst du? aber da interpretierst du Subhanallah ja wieso ist das das direkte Wort Gottes oder nicht? aber komm mal pass auf er sagte wie du sagtest wie sollte ich ein Kind haben wie sollte ich ein Kind ist es das direkte Wort Gottes ja oder nein? komm der Koran ist das Wort Gottes 100% nein ich meine das direkte Wort Gottes so dass Allah in der Ich-Form spricht naam aber das hat damit nicht okay du meinst damit dass jemand über ihn gesprochen hat ja genau wenn jemand sagt echtes ist dann sprichst du in der dritten Person über jemanden Subhanallah aber wie oft steht in der Bibel da steht drin dass Gott und Gott so befehlt und so befehlt Subhanallah aber wenn Gott redet in der Bibel sagt er ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Gott wenn Allah redet spricht er er ist es wir es er schwört bei sich selbst und das damit er mit Menschen kommunizieren kann Subhanallah damit die Menschen ihn verstehen Subhanallah Allah schwört bei sich selber bist du dir sicher? natürlich Allah Subhanallah schwört bei sich selber im Koran ja weil es nichts höheres gibt als er natürlich Subhanallah also du würdest auch niemals auf jemand anderen schwören als Allah also das ist das ist auf jeden Fall ein kleiner das wäre also das wäre Schirk ne wenn man auf jemand anderen schwören würde auf einen Geschirp oder Schirk aber das ist nicht aus der Religion ausgetreten sondern ein kleiner Schirk eine kleine also zum Beispiel wenn jemand einen Menschen auf jemanden schwört auf einen Menschen schwört hat der kleinen Schirk begangen richtig Dankeschön dann hat dein Gott einen kleinen Schirk begangen Suche 15 Vers 72 Subhanallah wenn Allah Azza wa Jalla wenn Allah ha 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 der hat einfach Schirk begangen ha 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 der hat seinem Gott einen kleinen Schirk zugeschrieben habt ihr es gehört ha 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 ist das geil ha 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 weil er würde es nicht machen aber sein Gott macht es auf seinen Propheten zu schwören ha 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 ja wundervoll ja die wissen ja gar nicht was die mehr sagen das ist das ihr eigener Gott begeht Schirk das ist das krasse ja ihr eigener Gott begeht Schirk deswegen haben die Muslime ein riesen Problem mit der Suche 15 Vers 71 riesen Problem weil das Allah als einen schwachen Gott stellt der Schirk das ist ein riesen denn kein normal vernünftiger Mensch würde einfach auf irgendein erschaffenes Wesen schwören das ist ja Quatsch Blödsinn man würde nur auf Gott schwören weil es nichts höheres gibt als er und wenn Allah auf Muhammad schwört dann ist Muhammad höher als alles andere heftig ne das ist so ein Knockout hallo hallo Gottes Segen mein Lieber Gott segne dich und deine Familie meine Liebe Gott segne dich auch mein Lieber und deine Familie ebenfalls warte warte ganz kurz mal was machen einen Moment ich komme sofort wieder ja alles klar ja das stimmt die Muslime können noch viel von Amir lernen oh man ja dieser gute Mann der ja kein Mensch ist gut aber er tut einen guten Dienst für den Herrn auf jeden Fall und der Herr setzt ihn auf jeden Fall auch richtig gut ein ja ich verfolge Amir auch schon sehr lange und der hat ja ein Wissen wie eine Bibliothek ne kann man ja sagen ne also der weiß genau in welchem Regal irgendwas steht und Wahnsinn einfach toll wenn ich es mal mit Amirs Worten sagen soll Wahnsinn ja die wollen das nicht annehmen also der Herr sagt ja auch ähm wem der Vater nicht äh zu mir zieht der kann nicht zu mir kommen also wenn die Herzen verhärtet sind das heißt ja ähm wenn ihr heute die Stimme des Herrn hört verhärtet eure Herzen nicht ne meine Lieben und das geht natürlich auch äh an an die äh Muslime hier weil ich denke mal es sind genug hier drin boah wie viel sind wir? 331 ne? puh ja ähm Entschuldigung ähm ja da gibt es natürlich wie viele Muslime die dann ähm ihre Herzen verhärten und ja nichts von der Wahrheit wissen wollen ne? ja das ist immer sehr traurig ne meine Lieben nicht Missionärenfrau gucktuch tragen hä? also ich bin ja hinterm Handy ich bin gerade bei mir zuhause der Herr weiß was ich tue alles gut ich bin 24-7 unter Beobachtung vom Herrn und das möchte ja auch der Satan mit seiner ganzen Kontrolle mit den Chips Gedankenkontrolle diese ganzen ähm technologischen Dinge na klar ne er möchte natürlich Gott spielen und er ist natürlich eine sehr schlechte Kopie von Gott hehehe ja ja und dann macht er das natürlich mit seiner Technologie ne? Amir sagt die Wahrheit ja auf jeden Fall ja wie gesagt er hat ähm ein unfassbar großes Wissen und äh ja wenn die Herzen verhärtet sind wird es schwer den Weg zu ihm zu finden ja die Herzen müssen sich natürlich öffnen aber die können sich auch nicht von alleine öffnen denn es ist allein in Gottes Macht ob die Herzen verhärtet bleiben oder ob sie geöffnet bleiben hi so warst du gerade kurz weg okay ja nicht äh nicht äh irgendwie ja ich hab ich hab deine äh Community gerade so ein bisschen unterhalten war ganz gut okay alles gut nein ich hab gesagt dass du einen guten Dienst für den Herrn tust also ich hab hier meine Zeugen ne ich hab gesagt dass du ähm für den Herrn auf jeden Fall einen guten Dienst tust und ja dass du ähm wie eine Bibliothek äh bist ne also du weißt alles mit Versen das sind Geschwister die noch heftiger sind ja echt ich kenne keinen heftigeren als dich nügende Geschwister die das auch sehr gut drauf haben ja nö ja klar ich frag mich halt einfach warum du manchmal mit äh Muslimen so lange diskutierst weil ähm wir hatten gerade das Thema hier das tut mir leid ne sie haben ein Verständnis vom Islam und Koran der einfach nur in ihrer Fantasie existiert das ist das Problem was wir haben sie verstehen nicht dass sie einfach in irgendwas also irgendwas folgen womit sie selber nicht konform sind das ist das ja genau das sind ja diese sogenannten in Anführungsstrichen Shisha Muslime ne wie man so von auch die die sich ein bisschen auskennen und den ganzen Tag beten und so aber sie nicht äh tief eindringen in Islam oder beziehungsweise in den Koran nein was ich äh zu deiner Community gesagt habe ist ja dass der Herr äh gesagt hat wen der Vater nicht zu sich zieht da funktioniert halt auch nichts du kannst den Leuten hundertmal was sagen wenn die Herzen verhärtet sind weißt du es gibt Gefäße die sind zur Verherrlichung gemacht und es gibt Gefäße die sind zum Zorngericht gemacht und ich kann zum Töpfer sagen warum hast du mich erschaffen das steht ja auch ne ja natürlich klar aber nicht bereit also äh einige sagen ja dass der Herr die Menschen schon bereit gemacht hat äh zur Hölle oder was nein der Mensch hat immer noch einen freien Willen sich zu entscheiden welchen Weg er gehen möchte das ist das mit dem freien Willen den der Herr uns lässt ja der Herr hat sich äh kein Gefallen das ist äh äh du kennst ja abgehakt drüber äh ja du bei mir leider auch ähm warte mach ich ähm vielleicht muss ich ein bisschen leiser machen jetzt wird es besser jetzt wird es besser also der Herr hat natürlich kein Gefallen am Tod des Gottlosen ganz klar er will dass er umkehrt ja wenn er keinen freien Willen hat wie soll er denn umkehren und Buße tun aber ist an anderer Stelle natürlich auch geschrieben und das hat der Herr selber gesagt wem der Vater nicht zu sich zieht der kann nicht zu kommen ne und man muss äh auch Gottes Willen auch die Menschen zu sich aber die Menschen entscheiden sich für so einen Weg verstehst du der Vater zieht jeden Menschen und zwar äh ich glaube bis zu dreimal im Leben zeigt sich Gott den Menschen und der Mensch hat durch seinen freien Willen kann er äh die Menschen also durch den freien Willen können die Menschen sich entscheiden für ihn deswegen heißt ja auch im Alten Testament dass Gott sich den Menschen offenbart warte einen Moment ich muss kurz was machen dann steht ja auch an anderer Stelle geschrieben ähm dass wir uns nicht von der Welt äh vereinnahmen lassen sollen weißt du also wisst ihr ich glaub der äh an mir ist gerade weg wir sollen uns von diesen weltlichen Dingen nicht vereinnahmen lassen damit wir gar nicht erst in diese Satansfalle kommen ne sondern wir sollen durch Gott erneuert werden und der Welt absterben das ist das halt ne doch natürlich gibt es die Hölle Tom aber du hast gar keine Ahnung natürlich gibt es die Hölle es gibt den Himmel und es gibt die Hölle und wir leben auch nicht auf dem Globus meine Lieben nein wir haben ein Firmament über uns Gott ist es so wichtig zu wissen wo wir leben dass er das auf die erste Seite geschrieben hat ja weil äh ob du in einem sinnlosen Weltall herumschwierst ja mit 66,6 Grad Neigung ja äh oder ob wir fest gegründet sind da steht in jedem Psalm fast in jedem Psalm steht wie die Erde gemacht ist ja also als ich das das erste mal gehört habe da bin ich fast aus den Wolken gefallen da hab ich mir so gedacht war mein ganzes Leben lang jetzt ne Lüge ne und dann hab ich mal Gottes Wort erforscht und hab mal geguckt ich missioniere ja gar nicht ich sag einfach nur die Wahrheit wie ich Gott kennengelernt habe und ich mein Zeugnisse sind ja generell nicht schlecht ja ob sie jetzt von Mann oder von Frau kommen oder auch von Kindern ja ähm jedes Erlebnis mit Gott ähm wo Gott sich dem Menschen offenbart das ist ja etwas Schönes ne wie können wir das nicht natürlich nehmen wir auf einer Planeten Erde nein wir leben nicht auf einem Planeten das steht auch nicht einmal in der Schrift nein die Erde ist fest gegründet mit ihren Fundamenten und über den Wassern schwebt der Gottesgeist ja wir haben ein Firmament wenn ihr einen Regenbogen seht dann sieht man die Abzeichnung des Firmaments also es ist für uns alle sichtbar ja man kann nur man muss nur die Augen offen machen dann sieht man Gottes Schöpfung schon ne es gibt genug Missionare ja ich bin ja kein Missionar ich bin ja kein Missionar von daher alles gut äh Planet Erde gibt das nicht es gibt keine Planeten Leute es gibt keine Planeten es gibt auch kein Weltall es gibt kein Universum wo habt ihr sowas her ihr könnt nicht am Tisch der Dämonen sitzen und am Tisch Gottes also eine Kugel Wasser und flache Erde nein es ist natürlich keine Kugel nein wir haben ein Firmament über uns dann haben wir eine flache stationäre Ebene worauf wir uns bewegen deshalb ist auch in einer Wasserwaage immer das Wasser gerade wenn du ein Bild aufhängst nimmst du eine Wasserwaage ja wenn du auf ein Wasser guckst es ist immer gerade also Wasser kann sich nicht krümmen meine Lieben ne ich weiß das haut natürlich viele um aber es gibt auch schon viele die sind wach und lesen Gottes Wort man muss Gottes Wort auch lesen ne und nicht das glauben was einem so eine NASA erzählt was meint ihr warum da so eine Schlangezunge drauf ist ne NASA heißt ähm was ist mit der Mond Illusion äh der Mond ist genauso wie die Sonne im Firmament sonst äh hätte ja die Elite schon längst versucht Mond und äh Sonne zu sprengen weil Bill Gates will ja die Sonne verdunklen ne deshalb ja auch die ganzen Chemtrails ja klar ja die Sonne ist eine Scheibe meine Lieben es steht auch geschrieben also wollt ihr Gott mehr glauben oder wollt ihr irgendwie äh was weiß ich Menschen mehr glauben vielen Dank ja man muss sich damit äh wirklich mal auseinandersetzen ja man muss da wirklich mal tief ins Detail gehen ne ne ja nicht ajajajaja das ist so ne also ihr könnt ja mal mein Profil besuchen auf die Neuveröffentlichungen dann werdet ihr natürlich viel äh darüber lernen wie unsere Erde wirklich aufgebaut ist und äh wo Gott uns wirklich ähm ein Zuhause gegeben hat ne da habe ich um Verschwörungstheorien ja äh die Verschwörungstheorien ähm die sind ja im Endeffekt nichts anderes als äh äh ja Panikmache ne ich weiß nicht wo der ist der ist wahrscheinlich raus mit Leuten reden glaubt nicht jeden Quatsch was war passiert g- was war passiert mit der hä hat sie Irrlehrerin vertreten oder was ne glaub schon ich glaub da war ein paar Irrlehrerin drinnen ne ja verriert ja da siehst du da geht's schon wieder so das ist das wenn auf einmal eine Frau reinkommt und dann auf einmal anfängt zu predigen ne das war super einmal wenn ich komme sofort hin Hallo Salam ihr Kaffirun meinst du dich selber? warum begrüßt du dich selber du Kaffir? hier sind die Gläubigen die Wiedergeborenen du gehörst zu den Kuffars zu den Kaffirun genau was geht damit viel viel zu viel Kamelorin vielleicht hat er auch Heimweh bekommen vielleicht möchte er auch mal Kamelorin Song hören wer weiß Kefirun Zurat al Kefirun Kefirun einen schönen leckeren Kefir ich brauch Kamelorin um zu starten ich bekomme meine Kraft von Kamelorin was ist los mit mir ich hab kein Kamelorin Kamelorin hält mich am Leben Gänsehaut Dankeschön ihr Lieben guck mal einmal dieses Lächeln ich bin wieder weg ich geh mich hinter den Schab verstecken Gänsehaut geh nicht rasieren nein ich will noch länger machen ich will noch 6 Meter Bart haben 6 Meter möchte ich haben Gänsehautere so wir wollen wieder weiter äh Dingsher unsere unseren Bruder aus Irak blieb ich in der Türkei dann entschloss ich mich mit meiner fünfköpfigen Familie mit einem Boot überzusetzen es waren so viele Menschen an Bord dass wir beinahe ertrunken wären wenn die Wasserpolizei nicht gekommen wäre sie brachten uns in ein Gefängnis siebzig Tage lang waren wir in der Abschiebehaft das sah so aus wir mussten den ganzen Tag in einem einzigen Zimmer verbringen meine Frau, unsere drei Kinder und ich nur zum Essen durften wir den Raum für eine Viertelstunde verlassen und danach mussten wir uns wieder in diesem Zimmer aufhalten ungefähr siebzig Tage lang wurden wir dort festgehalten es war schlimm du siehst deine Familie leiden und bist vollkommen hilflos du kannst deine Familie nicht helfen ich musste mit ansehen wie meine kleine Tochter den türkischen Polizisten um Milch bat aber er wies sie ab nein geh weg das ging 67 Tage ich ging beinahe zugrunde eines Nachts stand ich am Fenster es war dunkel meine Familie schlief ich sagte zu Gott wenn du mich bestrafen möchtest bestrafe mich aber bitte bestrafe meine Familie nicht ich komme gerade in den Tunnel rein wartet ich komme gerade in den Tunnel rein wartet ich kann alle zum rien schlafen bis sie Können Sie mich noch hören? Miau! Miau! Haben Sie gehört? Okay. So, ich miau's. Jetzt geht's wieder, ne? Ich habe nichts Schlechtes getan. Ich habe Gutes getan. Keine schlechten Taten. Ich habe ihn gefragt, warum passiert mir das? Warum lässt du meine Familie so leiden? Bleib bei mir, bestrafe mich, vernichte mich, aber nicht meine Familie. Ich weinte. Meine Augen waren richtig geschwollen von vielen Weinen. Als ich keine Tränen mehr hatte, schlief ich ein und träumte. Im Traum erschien mir ein Mensch, den ich nicht kannte. Im Traum legte er seine Hand auf meine Schulter. Ich sah ihn an und fragte, wer bist du? Er sagte, ich bin Jesus. Amen, Halleluja. Er sagte zu mir, in drei Tagen wirst du aus dem Gefängnis befreit. Amen. Als ich aufwachte, grübelte ich und dachte, das ist unmöglich, dass ich in drei Tagen frei bin. Aber trotzdem machte ich mir ein klein wenig Hoffnung. Die brauchte ich auch so nötig. Ich stand richtig unter Stress. Als drei Tage später noch nichts passiert war, war ich richtig traurig und frustriert. Ich lehnte mich an unser Fenster und sah hinaus und sagte zu Gott, du hast mir doch gesagt, in drei Tagen bist du frei. Ich hatte noch nicht fertig gesprochen, da klopfte es an die Tür. Als unsere Namen aufgerufen wurden, ließ es sich meine Frau nicht zweimal sagen. Sie packte sofort unsere Sachen zusammen, während ich reglos dastand. Ich konnte es nicht glauben. Konnte es sein, dass Jesus mir die Wahrheit gesagt hatte? Schon wieder ein. Schon wieder ein Tunnel, einen Moment. Und das wird auch noch nichts verletzen. Und dann auch noch jemand nachher. Dass ich mich selbst aufregelieren. Oh meinst, ich bin da. Du hast nur noch Zeit. Ich habe mich nachher. Wir landen nicht trotz Tunnel, das ist ja Wahnsinn, wie kommt es ey, selbst hier im Tunnel mit Beton und alles, das ist ja unglaublich, das habe ich heute für eine Verbindung, das ist ja da Wahnsinn, das ist ja da Wahnsinn hier, ok weiter gehts, weiter im Programm. Er sagt so eine familiäre, sag mal schnell, so eine familiäre Wirkung, so eine familiäre Atmosphäre, ihr seid da mit meiner kleinen Hetzis und ich bin der Hetzmaster und wir haben den ganzen Tag miteinander Gemeinschaft, ist das krass. Auf unserem weiteren Weg erzählte ich jedem, was ich erlebt hatte. Ein Mann sagte zu mir, Gott hat dir geholfen, wegen des Unrechts, das dir angetan wurde. Wir haben alles durchgemacht, was man sich vorstellen kann. Drei Jahre waren wir unterwegs. Wir waren in unterschiedlichen Gefängnissen. Einmal hatte mein Sohn Durst. Er sagte zur Polizei, ich brauche Wasser. Der Polizist sagte, siehst du die Toilette? Steck deinen Kopf rein und trink dort. Aber nur ein paar Meter weiter gab es einen Wasserhahn. Aber sie erlaubten ihm nicht, dorthin zu gehen und zu trinken. Wir erlebten jede Art der Feindlichkeit und Ungerechtigkeit. In Bulgarien waren wir drei Monate und in Ungarn 50 Tage in Haft. Wie viel Leid diese Leute durchmachen, das ist so unglaublich. Wir können uns das gar nicht ausmalen. Während wir hier alles haben vom Feinsten und was die Menschen in den Islamisten, was die Christen im Allgemeinen in den islamischen Ländern widerfahren würden, also was ihnen widerfahren ist, das kannst du keinem erzählen, wie heftig. Aber in allem, was ich erlebte, sah Gott mich. Er war in all diesen Gefängnissen bei uns. Immer wieder stärkte er mich und sagte mir, ich bringe dich raus. Guck mal, wie gerecht der Herr ist. Aus allem hilft er aber trotzdem den Menschen heraus. Selbst wenn die Situation so unmöglich erscheint. Mit Gott ist alles möglich. Das ist so grandios, wie heilig der Herr Jesus Christus ist. Einfach nur, ich staune über sein Dasein. Er war bei mir. In Serbien erschien mir Jesus wieder im Schlaf. Als ich aufwachte, war all dieser Stress und die Traurigkeit über all das Unrecht, das uns wieder fuhr weg. Adnan setzte sich für seine glücklichen Freunde und die Gerechtigkeit ein. Der Willkür ausgesetzt, ist seine Familie von heute auf morgen obdachlos und auf der Flucht vor muslimisch-fundamentalistischen Terrormilizen. Im Irak fand sie weder Schutz noch Rechtssicherheit. Beinahe ertrinken sie im Mittelmeer. Nicht nur in Griechenland, sondern auch in Bulgarien, Serbien und in Ungarn werden sie in Gefängnissen und Flüchtlingslagern festgehalten. Hilflos muss er zusehen, wie sogar seine Kinder geschlagen werden. In all diesen schlimmen Erfahrungen gab mir der Herr Jesus immer eine Person an die Seite, die mir half. In Serbien ging ich zum ersten Mal in eine Kirche. Ein Serbe nahm mich mit. Mein Herz öffnete sich. Es war als viele Licht in mein Herz. Ich fühlte mich dort geborgen und sicher. Dieser Mann hatte einen Garten. Er nahm mich oft mit dorthin. Er sagte, nimm dir, was du brauchst. Obwohl ich vieles brauchte, traute ich mich nicht, so viel zu nehmen. Ich nahm immer nur wenig mit ins Flüchtlingsheim. Und er sagte jedes Mal zu mir, wenn du Probleme hast, sag mir Bescheid, ich werde dir helfen. Von da an trug ich auch ein Kreuz, das ich aus dem Irak mitgebracht hatte, weil ich mich sicherer fühlte als im Irak, wo ich das Kreuz aus Angst nicht tragen konnte. Mein Freund hatte es mir geschenkt, als ich ihn einmal besuchte. Wie oft habe ich das Kreuz in seinem Zimmer an der Wand betrachtet. Ich erinnere mich, wie dieses Kreuz mein Herz berührte. Unterwegs lernte ich einen Iraner kennen. Ein Iraner? Und ich fragte ihn, wie wird man Christ? Ich bat ihn, es niemandem zu sagen. Der Iraner sagte zu mir, ich habe Angst, dass jemand dir was antut, wenn du Christ wirst. Und ich sagte, wohin willst du gehen? Ich sagte, ich will nach Deutschland. Er sagte zu mir, wenn du in Deutschland bist, schicke ich dich zu jemand, der dir das Evangelium erklären wird. Aber nachts setzten wir uns zusammen hin und lasen im Evangelium. Es gefiel mir, die Geschichten der Propheten zu hören, besonders die Geschichten von Jesus. In Deutschland rief ich diesen Mann dann wieder an. Bruder, ich bin jetzt in Deutschland. Könntest du mir bitte die Telefonnummer dieses Mannes geben, der mir mehr über Jesus erklären kann? Ich möchte mehr wissen. Ergab mir die Telefonnummer dieser Person. Ich ging dann zu dessen Kirche und traf diesen Mann. Er hieß George. Oft saßen wir schon zwei Stunden vor dem Gottesdienst zusammen und er redete mit mir über Jesus. Was Jesus getan hat. Wer Jesus ist, wie er gekreuzigt wurde. Ungefähr sechs Monate trafen wir uns. Ich ging regelmäßig zur Kirche und lernte Jesus immer besser kennen. Und dann ließ ich mich taufen. Wenn ich in die Kirche komme, komme ich zur Ruhe. Ich fühle mich sicher. Wenn ich höre, was Jesus gesagt hat, entlastet mich das. Das spüre ich sogar körperlich. Mein Glaube ist stark. Ich kann diesen Glauben nicht mehr aufgeben. Warum? Weil dieser Glaube mich wirklich stärkt. Ich habe vor niemandem mehr Angst. Amen. Warum habe ich keine Angst mehr? Weil unser Herr Jesus Christus bei mir ist. Amen. Er hat mich aus der Türkei, aus Bulgarien, aus Serbien und Ungarn gerettet. Amen. Ihr präsen seid Herr Jesus. Er hat mich durch alle Schwierigkeiten hindurch gerettet. Das ist mein Glaube. Amen. Jesus ist mein Herr und mein Gott. Jesus für mich. Mein Herr und mein Gott. Wunderbar. Ich vergebe den Leuten, die mich angegriffen und mein Geld genommen haben. Und jetzt kommt der Heilige Geist. Oh, der Heilige Geist. Wenn ich mich erinnere, dass Jesus sagt, liebe deine Feinde, mach deine Feinde zu deinen Freunden. Siehst du? Daran muss ich oft denken. Habe ich keinen Hass mehr. Habt ihr noch gerade eben den gesehen, als er mich gefragt hat, ja was machst du denn, wenn jemand vor dir steht und auf einmal dein Gott beleidigt? Der wollte, dass ich so antworte und ihm sage, dass ich ihm die Schnauze einhaue. Aber das hat uns der Herr Jesus Christus nicht beigebracht. Und dann wollte er es natürlich auf die natürliche Veranlagung schieben. Nach dem Motto, ja wir Menschen sind doch so konzipiert, dass wenn jemand uns beleidigt oder unser Gott beleidigt, dass wir dann direkt physisch denjenigen angehen. Da habe ich gesagt, ja vielleicht dein Gott sagt das. Aber mein Gott sagt mir etwas ganz anderes. Das wollte er partout nicht verstehen, dieser Junge. Der wollte mich unbedingt in eine Ecke dringen, so nach dem Motto, ja siehst du, Amir, ist doch ganz natürlich, wenn du zum Beispiel Gott jetzt beleidigst, dass man dich dann aufgrund dieser Beleidigung dann umbringen sollte. Da habe ich ihm gesagt, nein. Mein Herr Jesus Christus sagt in Matthäus 5, Vers 43, liebe deine Feinde. Tu wohl denen, die dich hassen und bitte für die, die dich beleidigen, verfolgen. Da siehst du, habe ich versucht zu verklickern, dass wir zwei Götter haben, denen wir folgen. Du folgst deinem Allah, der dich dazu aufruft, Menschen zu unterdrücken aufgrund ihres Glaubens. Mein Gott Jesus Christus, der ins Fleisch gekommen ist, sagt zu mir, Amir, liebe deine Feinde. Wenn dich jemand schlägt oder wenn dich jemand beleidigt, so bitte für ihn, damit du zu deinem Vater im Himmel gehörst. Das ist das Wunderschöne an dem Ende Jesus Christus. Und jetzt kommt der ein oder andere Muslim und sagt, ja aber Jesus Christus hat doch gesagt, wenn du kein Schwert hast, dann geh und verkaufe alles und kaufe dir ein Schwert. Ja, was? Okay, wir kaufen ein Schwert. Was sollen wir damit machen, Herr Jesus Christus? Wie der Herr Jesus Christus in seiner Weizsicht schon weiß, als die Soldaten ihn verhaftet haben. Was hat der Petrus gemacht mit dem Schwert? Er hat ihm die Menschen, da hat dem Söldner das Ohr abgehauen. Und was hat der Herr Jesus Christus gesagt? Petrus, mach weiter. Nein. Nein. Stecke das Schwert ein, Petrus. Denn jeder, der zum Schwert greift, wird umkommen durch das Schwert. Habt ihr gesehen, wie der Herr Jesus Christus den Leuten gesagt hat, geh und kaufe ein Schwert? Warum? Weil ich euch etwas zeigen möchte. Wie wundervoll bist du, Herr Jesus Christus. Wie wundervoll. Und was hat der Herr Jesus Christus mit dem Söldner getan? Er hat ihm das Ohr geheilt. Er hat dem Söldner, der ihn verhaftet, sein Ohr geheilt. Halleluja. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus. Habt ihr gesehen, wie weitsichtig der Herr Jesus Christus denkt? Weil er weiß, dass er verhaftet wird. Der Heilige Geist ihm das alles so offenbart hat. Und er den Menschen etwas mitgeben wollte, um zu zeigen, Leute, geh und kaufe ein Schwert. Und ich möchte euch etwas zeigen. Und diese Begebenheit mit dem Schwert, als der Petrus den Herrn Jesus Christus für sich verteidigen wollte, oder für sich verteidigt hat, und dem Söldner das Ohr abhieb, also das Ohr abgeschlagen hat, hat der Herr Jesus Christus zu ihm nicht gesagt, das hast du gut gemacht, Petrus, mach weiter. Befreie mich von diesen Gesindeln. Nein, 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 mein lieber Muslim, nein. Und Kritiker des Herrn Jesus Christus, nein. Der Herr Jesus Christus hat gesagt, wer zum Schwert greift, wird umkommen durch das Schwert. Packe das Schwert ein. Und das ist die Symbolik und das Verständnis von geh und kaufe dir ein Schwert. Bumm. So einfach ist das. Ja, so ist das, mein lieber. Nicht wie Mohammed befohlen wurde. Ich wurde angewiesen, die Menschen zu bekämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich der Gesagte bin, erst wenn sie das bezeugen, erst dann höre ich auf, mein Schwert in die Brust der Menschen reinzustecken und ihr Hab und ihr Gut zu nehmen. Unterschied zwischen Himmel und Hölle, ne. Ja, der Söldner war verblüfft, ja natürlich. Ihr kennt ja die Szene, ne, als der Petrus dem Söldner das Ohr abgeschlagen hat. Oder beziehungsweise einer der Jünger, ich glaube, das war ja Petrus, ne. Aber ihr könnt mich korrigieren, war das Petrus? Ja, ne. Petrus hat dem Söldner das Ohr abgehauen, ne. Danke, Yahweh. Yahweh ist ein sehr schöner Name. Ja, genau, Petrus, sehr gut. Dr. Scheich Abouhamed ist on point. Ja, da seht ihr mal, wie wundervoll der Herr Jesus Christus ist. Der sagt, geh und verkaufe alles und besorge ein Schwert. Ja, warum denn, Herr Jesus Christus? Weil ich euch etwas zeigen möchte. Weil der Herr Jesus Christus wusste, dass der Söldner ihn verhaftet und einer seiner Jünger das tut. So hat er dem Söldner gezeigt, wie wundervoll er ist und seinen Anhängern gezeigt, ihr sollt keine Gewalt anwenden. Aber, ne, das ist Gänsehaut. Nicht mein Gesang oder hier, was die Menschen machen. Das ist Gänsehaut, was der Jesus Christus macht. Wie wundervoll er ist. Und jetzt sagt mir einmal, einen Menschen, der sich Christ nennt, auch nur in Erwägung zu ziehen, einen Menschen auch nur ein Haar zu krümmen. Sag mir, passt das zum Herrn Jesus Christus? Passt das zu seinen Anhängern? Nein. Nein, nein, nein. Daher könnt ihr getrost sagen, das hat wirklich nichts mit dem Herrn Jesus Christus zu tun. Und wenn ein Christ sowas tut, versteht ihr? Weil sein Gott ihm befohlen hat, Barmherzigkeit gegenüber den Menschen auszuüben. Amen. Amen, Amen, das sage ich euch. Ihr habt gehört, ich aber sage euch, liebet eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die euch beleidigen und verfolgen. Wundervoll, danke, Amen. Gott segne jeden Einzelnen, auch die Muslime. Gott segne euch und eure Familien. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Ihr werdet euch lossagen von Religion und werdet zum wahrhaftigen Gott und ewigen Leben Jesus Christus finden. Amen. Gott segne euch. Hören wir weiter. Daran muss ich oft denken. Habe ich keinen Hass mehr diesen Leuten gegenüber. Keinen Hass mehr. Ich habe ihnen schon vergeben. Ich habe ihnen vergeben. Der hat seine ganze Hab, gut. Sein Sohn wurde geschlagen. Der ist durch Qualen gegangen und hat den Menschen vergeben. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung nicht vergibt, so wird euer himmlischer Vater euch auch eure Verfehlung nicht vergeben. Das will der Herr Jesus Christus. Vergebung und Liebe zueinander. Halleluja. Amen. Betet für mich und für andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation wie ich sind. Dankeschön, Staatsangebot. Weil wir unterdrückt wurden, mussten wir den Irak verlassen. Betet, dass die Lage sich beruhigt. Ja, betet. Und die Situation im Irak besser wird. Betet, betet. Betet für mich. Betet auch für mein Land, den Iran, mein wundervolles Land, das so reich an Ressourcen ist. Die Menschen dort, fast jeder dort einen akademischen Grad hat. Alles studieren, alles gebildete Menschen suchen. Und dann der Islam uns aufgezwungen wurde. Das macht mich jedes Mal traurig, wenn ich über mein Land nachdenke. Wie blind wir uns auf den Islam eingelassen haben. Wie blind wir waren. Beziehungsweise meine Landsleute. Zu der damaligen Zeit. Das ist so krass. Ja, Iran sollte immer als schreckendes Beispiel dienen. Für diejenigen Länder, die Muslimen in ihr Land lassen und den Islam ufieren. Das ist ein abschreckendes Beispiel. Ein riesen abschreckendes Beispiel. Denn das passiert mit allen Ländern, die den Islam nicht als das sehen, was er ist. Nämlich als Unterdrückungsmaschine. Und Religion des Unfriedens. Ja, betet für mein Land. Im Iran ist aber auch eine große Erweckung. Viele, viele, viele Moscheen sind geschlossen worden. Viele Menschen haben den Glauben verlassen an den Islam. Viele Menschen haben den Herrn Jesus Christus angenommen. Ja, die meisten sind entweder Atheisten geworden oder Christen. Die meisten im Iran sind Atheisten und Christen. Nur noch ein kleiner Teil ist dort islamisch. Aber dieser kleine Teil ist gewaltbereit und möchte auch mit Gewalt ihre Ziele durchsetzen. Es bedarf ja nicht eine große Gruppierung über ein Land zu herrschen. Es braucht nur eine kleine Gruppe, die über das Land herrscht, die auch Gewalt einsetzen würde, wenn die große Masse aufmucken würde. Versteht ihr? Ja, das ist das. Ja, betet für mein Land, Didi. Betet, dass die Menschen so viele wie möglich noch zu glauben an den Herrn kommen. Halleluja. Servus. Mein lieber Gott segne dich an deinen Familie. Ich auch. Ich frage mich, warum du so einen großen Hass auf die Muslime hast oder den Islam? Ja, findest du nicht eine Religion, die die ganze Zeit Menschen unterdrückt, dass man diese anprangern sollte, verurteilen sollte, Menschen davor warnen sollte, was der Islam mit den Ländern angerichtet hat? Ich sag dir mal ehrlich so, also das, was du jetzt ganze Zeit von dem Islam sagst, das habe ich bis jetzt noch nie gesehen oder nicht in meiner Familie. Du lebst auch hier in Deutschland. Bitte? Du lebst auch hier in Deutschland, da hast du einen verwestlichen Islam. Ich rede auch von meiner Familie in meiner Heimat. Ja, woher kommst du denn? Ich bin aus der Türkei. Ich bin aber Kudel. Der Islam, die Türkei lebt doch nicht nach Scharia und so, hallo? Ja, aber nein, ich rede jetzt von meiner Familie, ne? Wir sind richtig religiös, wir sind sehr streng religiös. Ja, und? Aber sowas habe ich in meiner Familie nicht gesehen. Warst du schon mal unter der Scharia, hast du schon mal unter der Scharia gelebt? Nein. Aha. Siehst du, du kannst es also nicht nachvollziehen, weil du es nicht an deinem eigenen Leib zu spüren bekommen hast, den Islam. Okay, und das hast du in deinem eigenen Leib zu spüren bekommen? Ja, meine Landsleute haben das am eigenen Leib zu spüren bekommen, was Islam ist. Ja, vielleicht liegt es an deinen Landsleuten und nicht an dem Islam. Ja, das liegt doch an dem Islam, die Auslegung des Islams. Das, was Allah herabgesandt hat, seine Gebote und Verbote. Und das hast du alles live mitbekommen? Meine Landsleute, meine Lieber, und wir können, wir sehen doch, was der Islam fabriziert in der Welt. Du siehst doch, dass der Koran dazu aufruft, Juden und Christen zu unterdrücken. Das ist doch ganz klar, durch den gesamten Koran zu lesen. Aber steht es nicht auch in der Bibel drin? Nein. Der Jesus Christus sagt, liebe deine Feinde. Der Allah sagt, verfolge deine Feinde. In welchem Jahr steht das in welcher Suche? Das ist Suche 9, Vers 29. Ich mach das, du weißt direkt, anzusuchen. Danke. Suche 9? Vers 29. Und deswegen bist du dann zum Christentum kommentiert? Nein. Du hast mich nur eine Frage gefragt, da hab ich dir gesagt, aufgrund dem Islam leiden sehr viele Menschen auf dieser Welt. Okay. Der Islam, oder beziehungsweise der Mohammed hat ja an seinem Sterbebett gesagt, dass er angeordnet hat, die Juden und Christen zu vertreiben von der arabischen Halbinsel. Okay. Und du siehst heute keinen einzigen Juden oder Christen in Saudi-Arabien. Das ist sehr, sehr heftig. Ja, aber was die Juden gerade machen, ist doch auch nicht in Ordnung. Oder findest du das in Ordnung, weil es die Muslime sind? Das ist gar kein Problem. Das können wir auch anprangern. Würdest du aber auch Mohammed anprangern, der zum Beispiel das Land den Kuraich weggenommen hat? Ja, aber warte mal, nee, nee, gerade hast du ja gesagt, weil die Muslime das mit den Juden und keine Ahnung was gemacht haben. Aber die Juden machen das gerade auch. Das meine ich doch, wer war denn der Aggressor, wer hat denn zuerst damit angefangen? Das war doch Mohammed, der die Juden vertrieben hat. Also wenn die Juden das genauso machen wie Mohammed, ja, verstehst du? Okay. Wer hat denn damit angefangen? Ja, der Hitler hat Trau gemacht. Wir reden hier nicht von Hitler, mein Lieber. Wir reden hier davon. Ja, aber ich komme jetzt drauf. Der Hitler hat Trau gemacht. Was haben wir denn gemacht? Siehst du, dass die Islam eine göttliche Anordnung bekommen hat von seinem Gott Allah, die Juden Christen von ihm Schutzgeld zu verlangen? Stell dir mal vor, ich komme zu dir, zu deiner Familie und verlange von dir Schutzgeld. Stimmt, das hast du mal irgendwo gesagt gehabt. Aber ich habe, also, deine Quelle wusste ich nicht mehr. Das hast du mal irgendwo mal... Zuge 9, Vers 29, tafsiert eben Kassel. Okay, warte, ich schreibe mir das auf. Ich muss mir später mal alles durchlesen. Ich bin gerade selber auf der Arbeit. Ich wollte nur ein paar Fragen stellen, warum du so einen großen Hasskick so auf den Islam hast. Das sind eine, eine. Ich habe keinen großen Hass. Ich habe einfach nur ein wenig... Mal, du nicht. Hass nicht. Also, Verachtung eher. Also, ich verachte eine Ideologie oder eine Religion, die so unterdrückt, wie ich daherkommt. Ja. Und meint, dass sie eine göttliche Legitimation bekommt, um Menschen zu unterdrücken. Also, ich bitte nicht. Ich habe jetzt mal nur eine Frage an dich. Eine. Nicht mehrere. Nein, nein, schon mehrere, aber jetzt eine wirklich, die mich wirklich, wirklich sehr interessiert. Aber du musst auch ehrlich sein. Ja. So, du glaubst ja jetzt gerade, dass Jesus Gott ist und so, ne? Also, du bist ja jetzt Christ. Amen, ja. Aber wenn sich, sogar wenn du jetzt morgen oder übermorgen Milliarden Beweise kriegen würdest, dass der Christentum falsch wäre, ich sage nicht, dass es ist, ich sage jetzt, wenn es wäre und der Koran, der Islam die komplette Wahrheit ist. Würdest du dann nach dem Koran leben? Ich habe doch alles herausgefunden. Sonst würde ich mich... Nein, nein, ich frage dich jetzt gerade nur einfach diese Frage. Nein, nein, geht ja gar nicht. Diese Frage wird dadurch beantwortet, dass jemand sich hingesetzt hat, so wie ich, und herausgefunden hat, dass der Islam Schwachsinn ist. Okay. Verstehst du? Genau, du hast herausgefunden für dich, dass es Schwachsinn ist. Dann bist du ja rübergewechselt. Aber wenn du morgen jetzt mit Milliarden Beweisen... Du musst die Frage doch nicht zu stellen. Wenn jemand herausgefunden hat, dass der Islam Quatsch ist und eine Lüge, warum fragst du dann noch diese Frage? Oder warum stellst du dann noch die Frage? Ja, weil ich weiß nicht, ob du dann nach dem Koran leben würdest. Wenn doch jemand herausgefunden hat, deine Frage ergibt gar keinen Sinn in dem Fall mehr. Weil wenn sich jemand hingesetzt hat und dem Ganzen nachgegangen ist und herausgefunden hat, dass der Islam nicht die Wahrheit ist. Verstehst du? Dann braucht man auch diese Frage nicht mehr zu stellen. Okay, welche Beweise hast du gefunden? Hast du gesagt, der Islam ist falsch? Ja, also der Islam, beziehungsweise der Koran sagt in Surah 4, Vers 24, dass unter der Anleitung von Gottes Befehlen, du eine Frau als eine Prosti nehmen kannst und sie mieten kannst. Das nennt sich Zawaj al-Mutta. Du kannst mit deiner Frau einen Vertrag eingehen und eine sogenannte Zeitehe eingehen. Ihr setzt ein Datum fest, wann ihr heiratet und setzt auch ein Datum fest, wann ihr euch scheiden lässt. Okay. Also ich sag jetzt mal... Das nennt man in Islam eine Ehe oder ist das Prostitution? Allah erlaubt Prostitution? In der heutigen Zeit sehe ich das jetzt so als Prostitution, ja. Ah, aber zu der damaligen Zeit war das wieder in Ordnung, ne? Nein, 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 da will ich hier... Ich kenne den Vers, also ich kenne die Suri ja nicht und ich kenne den Vers nicht. Ähm, aber das machen doch heutzutage... Also in Deutschland ist das doch fast normal, dass du jemanden im Club kennenlernst, dann habt ihr kurz Sex, One-Night-Stand nennt man das. Sehr gut, meine Religion ist also ein One-Night-Stand, siehst du? Du setzt also die Dreckigen, du setzt also das Dreckige wie dein Gott. Verstehst du? So hast du gerade argumentiert. Nein, ich sage dir nur gerade... Du hast dich gerade zerbombt. Nein, warum denn? Du hast gerade gesagt, das machen auch diese ganzen Leute im Club, One-Night-Stands und so. Richtig, aber das wird ja nicht nur gesehen. Dein Gott ist der Gott des One-Night-Stands, danke schön. Ja, aber guck mal, du lässt mich doch nicht ausreden. Ja, was? Erzähl mal. Jetzt nur, weil das in dem Koran steht, machst du das wieder so schlecht, aber die heutige Zeit, wenn wir das so sehen, ist doch eigentlich... Das ist doch genau wie die Zeit, oder nicht? Ist das nicht so? Deswegen sage ich dir, diese Leute sind ja Ungläubige. Das heißt, dein Gott ist ein Gott, der sehr, sehr wenig Moral an den Tag liegt, richtig? Nee, eigentlich nicht. Also du siehst, das kann nicht moralisch verwerflich, dass Gott sagt, geh und miete dir eine Frau zum Beischlaf und gib ihr ein bisschen Geld und dann geh wieder weg von ihr. Okay, das will ich jetzt lesen. Koransuche 4, Vers 24. Ja, wenn du sie genossen hast, gib ihr ihr Geld und dann geh weg von ihr. Fertig aus. Genuss-Ehe nennt man sowas. Savage Mutter. Das heißt, rent a car, rent a woman. Nichts anderes. Und du willst mir sagen, dass diese Religion von Gott ist? Gott sagt, du kannst dir eine Frau mieten und dich an ihr bereichern und dann wieder weggehen, Leasingvertrag oder was? Dein Gott erlaubt sogar Zuhälterei in Surah 24, Vers 33. Zuhälterei. Also diese ganzen Bordellchefs sind alles gute Muslime. Sehr, sehr gute Muslime. Allah vergibt ihnen sehr schön, wenn die Mädchen zur Prostitution zwingen. Toller Gott ist das. Sehr, sehr toller Gott. Ich bin sehr begeistert von Allah. Hast du den Koran vor dir? Ich guck den gerade online nach. Ach so. Ja, Allah erlaubt also seinen Muslimen Frauen zur Prostitution zu... Du weißt schon. Ja. Und darin ist ein riesen, riesen Problem. Die Sunniten sind natürlich am Ende wegen diesem Vers und versuchen, diese Katastrophe irgendwie zu erklären. Aber da gibt es gar nichts zu erklären. Einfach, dass Gott einfach unmoralisch ist. Also dieser Allah. Der legt eine Unmoral an den Tag, dass das kaum zu fassen ist. Warte, ich guck gerade einen Anruf. So, ich bin wieder da. Ja, ich habe mir den Vers jetzt gerade durchgelesen. Ja, was hast du jetzt daraus gelesen? Ja, das ist halt die Zeit, die ihr beschrieben, ne? Also siehst du, der Gott des Islams hat null Moral, Ethik und Anstand und erlaubt einfach Muslimen, sich an einer Frau zu bereichern, ihr ein wenig Geld zu geben und wieder wegzugehen. Bei aller Liebe, aus dem aufrichtigen Herzen, stell dir mal vor, einer kommt zu deiner Mutter, deiner Tochter, deine Frustinie. Ja, warte, 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 warte. Du hast recht, guck mal, in der jetzigen Zeit. Hör mir zu, hör mir zu, ist mir egal, ob jetzig, okay, zur damaligen Zeit. Prostitution bleibt auch Prostitution, egal zu welcher Zeit. Warte, aber zu der jetzigen Zeit hast du recht, das ist unmoralisch, ja. Ja, aber... Also hat Allah etwas Unmoralisches damals gemacht. Nein, warte, guck mal, jetzt, wie wir jetzt so denken, ich würde sowas zum Beispiel niemals machen. Die Zeit, die interessiert mich eigentlich auch. Warum denn nicht? Warum? Was hindert dich denn daran, sowas zu tun? Was hindert dich? Was hindert dich denn daran? Was ist denn daran? Ich muss es ja nicht machen. Es ist mir erlaubt, aber ich muss es ja nicht machen. Aber was, wenn Muslime das machen? Bitte? Was, wenn Muslime das machen? Sind das Drecksleute oder sind das gute Menschen? Ne, die, die das machen, das ist dann ihre Sache. Also du siehst kein Problem darin, dass die Muslime sowas machen und das auch von ihrem Gott so mitgegeben wurde. Jalla, kein Problem, mein guter Muslim. Geh und bereichere dich an einer Frau. Okay, was soll ich denn machen? Soll ich den Leuten jetzt... Diese Religion in Frage stellen, Mann. Anzahl zu sagen, ey, das ist nicht von Gott, Mann. Leute, die müssen aufwachen. Dieser Gott erlaubt Prostitution. Nur, weil es denen jetzt erlaubt ist. Das kannst du keine Witzel nennen. Hast du wieder... Hast du Kamellory getrunken? Sei ehrlich. Ich hab keinen. Du redest gerade Schwachsinn. Guck mal, es ist doch... Ich weiß ja nicht... Du hast... Im Koran steht es, okay, es ist erlaubt. Es hilft aber nicht, dass man es zwingendermaßen machen muss. Ja, aber was ist denn, wenn es jemand macht? Okay, okay. Das kann doch nicht wahr sein. Ist er dann ein guter Muslim oder ein Dreckstyp? Warte noch. Wenn du jetzt, wenn du jetzt, wie... Ich hab's eben schon gesagt, aber du hast mir immer noch nicht die Frage beantwortet gehabt. Schon wieder will der das Thema wechseln. Nein, ich will das Thema nicht wechseln. Was soll ich denn da sagen? Ja, gar nicht. Du sollst sagen, der Gott des Islams hat null Moral, Anstand und Ethik. Das kann nicht Gott sein. Okay, dann erzähl mal, wer Gott ist. Jesus Christus. Okay. Jesus Christus kam in das Seine, doch das Seine hat ihn nicht erkannt. Der Allmächtige Gott hat sich durch die Propheten angekündigt, auf diese Erde zu kommen, um für die Schuld der Menschen zu bezahlen. Das findest du zum Beispiel in Jesaja 43, 11, Jesaja 9, 5, Jesaja 7, 14 und andere Stellen. Misha 5 und Malachi und, und, und. Du siehst also auch den Propheten Zachariah in 12, 10, dass er sagt, dass er durchbohrt wird. Verstehst du, Gott hat sich angekündigt. Ja. Und er hat es getan. Ich werde mir beide Redigungen auf jeden Fall anschauen. Also ich muss die Bibel ja auch mal lesen, damit ich hier auch ein paar Sachen habe. Weil ich bin ja zur Zeit, ich weiß ja gar nichts. Wirklich gar nichts. Dann, wie ist die Bibel entstanden eigentlich? Weil ich habe letztens mit einer gesprochen, die meinte, weil die Bibel irgendwie eine Zusammensetzung von einem anderen Bibel oder keine Ahnung was da war. Wie ist die Bibel entstanden? Nein, die Bibel ist eine Sammlung von Büchern. Die Bibel besteht aus 66 Büchern. Ja. Das alte Testament und das neue Testament. Die Bücher, die fünf Bücher Mose und dann kommen die Propheten und dann kommt das neue Testament mit den Evangelien und den Briefen des Apostel Paulus. Und deswegen sind da so viele Widersprüche drin? Nein, nein, nein. Widersprüche gibt es nur in Kamelurin und in deinem Kopf. Nein, nein. Ich kann dir über 50 Widersprüche hier verlegen, was mir mitgesteht. Ich hole dich später wieder. Ich muss mal kurz was machen. Na Gott segne dich und deine Familie. Ja. Ich komme sofort wieder hier. So, da bin ich wieder. Ja, das sind nur eine von unzähligen, unzähligen Sachen, die man dem Islam vorwerfen kann. Der Islam behauptet ja sogar, dass die Sonne kleiner ist als die Erde und die Sonne die Erde umrundet, ne? Zure 36, Vers 38. Und der Sheikh Al-Fawzan, der Sheikh von Pierre Vogel, Abul Barah, Sheikh Ibrahim und diese ganze Salafi-Bande hat das zugegeben in einem, sag mal schnell, in einem Interview, ne? Wo er interviewt wurde in so, im arabischen Fernseher. Ja, da siehst du. Da siehst du, was abgeht. Ein Muslim darf nicht den Naturwissenschaften glauben. Das ist Haram. Er muss dem Koran mehr glauben. Lass mir Wissenschaft außer Acht. Wissenschaftliche Errungenschaften kein Thema. Das ist dann halt so. Sehr schön. Ah, so ist es. Dankeschön. Danke. Stolzer. Stolzer Kefir. Stolzer Kefir. So, hören wir weiter. Besser wird. Betet für mich und andere Menschen aus dem Irak und Syrien, die von dort geflohen und überall verstreut sind. Müsst ihr euch mal vorstellen, Türkei, christlich, Syrien, christlich, Ägypten, christlich, Afghanistan, buddhistisch, Iran, so Astrid und teils buddhistisch oder was auch immer dort vorhanden war. Und die ganzen anderen Länder, alle so christlich, buddhistische, hinduistische Länder. Und als der Islam, Irak war christlich, sehr gut, ja. Irak, christlich komplett. Alles waren christlich, buddhistisch, hinduistische Länder, ne. Bis der Islam kam, ne. Puh. Was hat der Islam bloß angerichtet. Ja, natürlich macht das uns dann fertig, wenn zum Beispiel solche Euro-Shisha-Muslime dann hier reingehen und sagen, oh, das habe ich aber noch niemals gesehen, dass der Islam so ist, aber sind nicht einmal in der Lage, sich eine Stunde Zeit zu nehmen, um zu verstehen, warum der Islam, wie der Islam sich breitgemacht hat, wie der Islam überhaupt entstanden ist und was Allah befohlen hat, ne. Wie die heutigen Länder, also die heutigen islamischen Länder islamisch wurden, anstatt sich mal hinzusetzen und der ganze Zeit nachzugehen. Ja, warum bin ich überhaupt Muslim? Stell dir mal die Frage, mein lieber Muslim. Warum bin ich Muslim? Es war das Seif, es war das Schwert, das dich zu einem Muslim gemacht hat, deine Verwandten. Um Generation zu Generation. Der einzige Grund, warum du heute sagst, Hamdulillah, ich bin Muslim, ist, weil deine Verwandten nackentherapiert wurden und du nicht raffst, dass deine Verwandten nackentherapiert wurden und du heute Muslim bist. So traurig, so traurig. Warum hast du, und dann fragt er mich, warum hast du denn so Hass? Dann fragt er mich, warum hast du denn so Hass? Erstens habe ich überhaupt keinen Hass. Zweitens habe ich eher Abneigung und Verachtung gegenüber dieser Ideologie. Wer kann denn so eine Ideologie überhaupt mögen? Das ist genauso, als würden wir zu den Leuten sagen, mögt ihr den Nationalsozialismus? Ja. So Nazis, die mögen den. Ja, genau. Die mögen ihren Nationalsozialismus. Das heißt, wenn ein Muslim seinen Islam mag, dann mag er auch unterdrückerlich unterwegs sein. Das ist das. Da muss er auch zugeben, dass er unterdrückerlich unterwegs ist. Ich weiß nicht, wie es den Christen im Irak geht. Es sind einfache, arme Leute, arme Menschen. Nur Gott kann sie stützen. Nur Gott kann sie unterstützen und bewahren. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, beten Sie für die Christen im Irak und hören Sie nicht damit auf. Möge Gott die Christen unterstützen und beitragen. Hallo, mein Lieber. Hallo. Hallo. Wie geht's? Ja, hallo Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Hamdallah. Ja. Warum steht da, 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 weil ich den Buddhismus verlassen habe. Hörst du mich? Ja, ich merke, der ist so richtig, der Kamelurien-Fetischist. Das war so ein Kamelurien-Fetischist. Ja, Seiten auf Null machen. Ja, wenn man sich Ex-Muslim nennt, das ist das Haram. Halal, nicht Haram. Das ist Haram, Halal, alles zusammen. Ja, aber warum machst du die Seiten auf Null? Warum hast du so einen Schnitt wie die Kufat? Warum heißt du denn Ex-Muslim? Ja, warum hast du denn so einen Haarschnitt wie die Kufat? Warum heißt du denn Ex-Muslim? Komm, lass uns doch lieber darüber reden, anstatt über meine Haare. Warum hast du denn einen Haarschnitt wie die Kufat und dann trägst du die Marke in die Kufat? Junge, du zeigst es doch nicht mal, weil du Angst hast, auf die Straße zu gehen, Junge. Ich habe Angst, auf die Straße zu gehen. Meine Marionette, meine Marionette, wie geht es dir? Du, kleiner Junge, du. Ich habe weder vor dir Angst noch vor irgendjemand anderem. Wie geht es dir, meine Marionette? Hast du das kapiert, mein Kleiner? Ach, direkt Matchspielen, du Gauner. Willst du die Leute abzocken, ne? Junge, nimm mal halt die Gutsch, Junge. Du Abzocker, du. Willst du die Leute abzocken? Nimm mal eine Ahnung, Ex-Muslim. Schwinde hier. Schick dir mit 300 Anfragen für, äh, Dings. Schick dir mit 300 Anfragen für Match, Matchmachen. Leute abzocken hier auf TikTok. Oh, hier, hier seid solche Teufel, ey. Teufel. Teufel. Seiten auf Null und Matchmachen. Kamelorin, für das Matchmachen der Euro-Shisha-Muslime. Oh, ja. Kamelorin, für diese ganzen Betrügereien hier auf TikTok. Gänsehaut. Wie das so kommt, wenn ihr mich dann so singen hört und ihr auf der Arbeit seid. Auf einmal müsst ihr so lachen. Die Leute denken, was lacht ihr da oder was lacht ihr da? Ist das heftig, ey. Ja, der Kamelorin-Song ist schon sehr, sehr bekannt geworden. Kamelorin-Song. Von Dr. Scher Aboumir. Mr. Dr. Scher Aboumir. Wie kann ich dir helfen? Kamelorin, für euch alle. Kamelorin, für euch die Leute. Ja, die kennen schon den Scher hier. Sein Song ist viral gegangen. Ja, Kamelorin, für euch alle. Du musst das aber mit dem Herzschlitz singen. Du musst richtig dein Herzblut da reinhauen. Sonst geht das nicht. Die Stimme muss vibrieren. Moment, Moment. Kamelorin, für euch alle. Vibrieren, die Stimme muss vibrieren. So. Kamelorin, für euch alle. Ja. Sehr gut, da hast du es getroffen. Da, der Tumpe, sehr sicher. Ja, mehr, mehr. Da muss mehr rauskommen aus der Stimme. Komm, da schaffst du mein Messer. Okay, okay, pass auf, pass auf. Warte, ganz kurz. Ja. Die Vibration. Kamelorin, für euch alle. Ja. Kamelorin, geb ich dir heute. Ja, da war es. Siehst du, sehr gut gemacht. Da war es. Sie sind im Recon. Hier ist der Zettel. Geh und geh raus. Bin ich im Recon? Du bist im Recon. Genau, du kriegst so eine goldene Wasser. Danke, danke. Da wollte ich schon immer hin. Danke. Ja, sehr schön. Siehst du, mit Dr. Scherer, aber mir ist das möglich. Kein Problem. Wir werden deine Stimme trainieren. Erstmal Gottes Segen, mein Bruder. Wie geht es dir? Ja, dir auch, mein lieber Gott. Segen dich und deine Familie. Danke dir, danke dir. Wie geht es dir? Ja, handel Jesus. Wie geht es dir? Wie geht es dir? Auch sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich finde das einfach nur schade, dass die Leute das einfach nicht anerkennen, Mann. Weißt du, was ich mache? Deutschland sucht den Superhetzer. Wer kann am besten Hetzologie betreiben? Deutschland sucht den Superhetzer. Wahnsinn. Meine Show. Da können sie sich bewärmen und dann Kritik an allem und jenem ausüben. Arm gewohlen. Arm gewohlen. Das wäre sogar viral gegangen, ja? 100%. Ja, klar. Deutschland sucht den Superhetzer. Komm und bewirb uns in der Hetzologie-Familie, ja? Bei den Hetzfried Boys. So, jetzt bin ich wieder da. Und, was machst du heute noch? Ich bin hier ein wenig am rumfahren und suche nach der besten Location für meine Schichtbar Smoke & Pray. Im Hetzmobil? Ja, genau. Im Hetzmobil, da muss man schon einige Läden mal abklappern, um die beste Location für meine wundervollen Euro-Schichter TikTok-Muslime zu bieten und ihnen einen Platz zu geben, wo sie dann dementsprechend erstmal Sünden begehen können und dann, wenn sie ein schlechtes Gewissen haben, dementsprechend auch zum Schienbein beten. Smoke & Pray. Komm in and pray out. Komm in and pray out. Ey, du bist so lustig, Armin. Ich stelle mir vor, ich mache so eine Werbung so. Do you have sins? Hast du sehr viele Sünden auf deinen Buckel geladen? Fühlst du dich schlecht nach der letztlichen Nacht, als du Cocktails getrunken hast und den Pfeifen gesmoked hast? Ich habe die beste Lösung für dich. Heute, in meinem Laden, du hast die gute Möglichkeit, eine Pfeife zu rauchen und dann deine schlechten Gewissen ein Ende zu setzen. Und zwar in meinem Laden, du kannst beten gehen. Smoke and pray. Komm in and pray out. Das war ein bisschen. Ich bleibe von freestyle, ja? Ja, komm in and pray out. Amir. Ey, vor allem diese Moslems, in Anführungsstrichen gesagt, die jetzt sagen zu Schweinen, die sagen ja Haram zu Schweinen und so weiter, ne? Ja, Haram. Aber in der nächsten Ecke holen die sich Schachtel, Wodka, Jack Daniels und sowas, ne? Ja, klar. Das ist Haram. Aber das ist Haram. Schwein ist Haram, aber das andere nicht. Natürlich. Weil zu viel Oink-Oink macht. Kippen und Whisky macht kein Oink-Oink. Die machen nur... Oink-Oink ist so schlimm. Das ist alles am Morgen. Mit dickem Kopf. Ja, ich hatte einen Kollegen. Das habe ich euch... Für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich habe meinen Kindheitsfreund. Wir waren einmal so feiernmäßig in der Stadt. Auf einmal fingen wir dann an, so ein bisschen zu trinken und alles. Auf einmal sagt er zu mir, ey Amir, weißt du noch unser anderer Kindheitsfreund, den wir schon von Kindheit kennen? Auch Moslem so, ne? Sagt er, guck mal hier, der hat Schweinefleisch gegessen. Und er mit der Wodka-Flasche in der Hand, meint der Haram, was der macht. Ja, genau das meine ich noch. Ich habe zu ihm gesagt, bist du doof oder was? Du trinkst gerade eine fette Woddy und du sagst ihm Haram und Schweinefleisch. Der guckt mich nur so an, sagt er, ja, aber Schweinefleisch ist doch voll ekelhaft, Mann. Aber Alkohol nicht. Sogar Verwirrung ist verwirrt bei dir. Ja, natürlich, ich war am Ende wegen seinem Satz. Du bist verrückt, Mann, du bist bekloppt. Halt deine Klappe. Halt deine Klappe und trink weiter. Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe das einfach nicht, dass sie einfach nicht diese Erkenntnis haben. Jetzt zum Beispiel auch hier zurück zu der Bibel zu kommen, dass einfach Johannes ein Augenzeuge gewesen ist. Und dann kam Mohammed und sagt, oder einer von denen, ich weiß jetzt nicht genau, dass sie sagen, dass es nur denen so vorkommt, als wenn er gekreuzigt worden ist. Also einer, der ihnen ähnlich aussah. Ja, das lässt ja Allah aussehen wie den größten Betrüger aller Zeiten. Und ich würde niemals einem Gott vertrauen, der von sich selbst aus sagt, ich bin der beste Betrüger von allen. Also ich würde meine Seele so einem nicht anvertrauen, der sagt, ich bin der beste Betrüger von allen. Ein Markel, ein Schmittler, ein Betrüger, ein, ja, jemand, der nur listig ist, wie so ein Teufel. Das Wort Markel, das der Allah für sich verwendet, ist nur in einem negativen Zusammenhang zu bringen. Das ist ja das Kranke. Du musst mal bitte, falls du mal Lust hast, eine Wortstudio zu unternehmen, geh mal dann zur Suche 3, Vers 54, wo Allah sagt, dieses Wort Markel, kopier das mal aus dem Arabischen und füge das mal in einem Arabischen Lexikon mal ein. Du siehst, dass dieses Wort nur in einem negativen Zusammenhang ist. Ein richtiger Übeltäter, ein Verbrecher, ein List, eine listige, also wie so ein Teufel. Man sagt doch, wer ist der beste Listenschmied, oder? Ja genau, so beschreibt sich Allah, wie ein Teufel. Ja, das gibt es doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist das Problem, was wir haben, was die Muslime nicht verraffen wollen. Ja, vor allem, was ich immer betone, allein aus diesem Satz könnt ihr das schon rausziehen, dass er falsch liegt, weil Johannes ein Augenzeuge war. Und Johannes berichtet über allem, was Jesus getan hat und was er ist und was auch immer. Und dann kam eine Religion 600 Jahre später und die sagen halt, dass das der wahre Dings ist, also der Weg ist. Aber es kann gar nicht sein, es kann gar nicht hinkommen. Ja, genau, okay, schlau, also schlau, listig, verschlagen, genau, okay, komm. Okay, mein Lieber, Gott segne dich von deiner Familie. Ja, dich auch, Bruder, ne? Gott segne dich. Okay, mach's gut, ciao. Ciao, das ist dann. Ja, Gott segne dich von deiner Familie. Wie geht's dir, Ex-Müschli? Alhamdulillahi, wie geht's gut, wie geht's dir? Alhamdulillahi, Rabbilalamin. Ah, sehr schön. Läuft bei dir alles gut? Ja, bei mir ist alles super, bitte. Und bei dir? Alles gut, Hip-Hop, Ex-Müschli, ich habe eine Frage an dich. Ja, klar. Aber ich brauche eine biblische Antwort. Okay, eine Antwort, eine Stelle aus der Bibel, ja? Passt. Du weißt, laut Alten Testament, wenn eine Frau unsucht begeht, muss sie gesteinigt werden, bis sie stirbt, richtig? Ja. Okay. Am Ehembruch, am Ehembruch. Genau, okay. Heilige Maria, dein Gott, Jesus, auf die Welt gebracht hat, wie konnten Sie den Juden beweisen, dass sie keine Unsucht begangen hat? Also, wie konnten Sie Ihre Unschuld beweisen, damit die Juden sich nicht steinigen? Gar nichts. Die Juden gingen ja davon aus, dass sie mit Josef verheiratet waren. Die waren ja mit Josef verlobt, verheiratet. Und sie haben gedacht, dass das Kind halt von Josef ist. Deswegen haben sie ihn auch genannt, den Sohn von Josef. Ist das nicht der Sohn Marias? Und des Josefs, siehst du? Ex-Müschli, ich bin noch nicht fertig. Also, im Heiligen Koran steht, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Jesus sprach als Baby und sagte Allah, Abdullah, ich bin Allah. Woher kommt das denn, Jesus sprach als Baby? Warte, warte, warte. Ich möchte mal kurz dazwischen greifen. Woher hat Mohammed die Geschichte, mit der das Baby redet? Hallo, erst mal zuhören, zuhören. Ja, ganz kurz, ich möchte nur wissen, woher hat Mohammed diese Geschichte und hat sie im Koran reingepackt? Wiesli, warum tust du ablenken? Erst mal zuhören. Warte, bis ich fertig bin, dann geh auf meine Frage und beantworten. Okay, mal lieber. Ich frage dir, ich warte, bis du fertig bist. Okay, dann mach. Im Heiligen Koran sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Jesus sprach als Baby und sagte Allah, ich bin Allahs Diener. Und das ist meine Mutter, sie ist eine wahrhaftige Frau und sie hat keine Unsucht begangen. So, das war Beweis genug für den Juden. Und jetzt brauche ich eine Antwort aus deiner Bibel. Warum haben sie denn dann ihren Messias nicht erkannt? Geh auf meine Frage ein, nicht ablenken. Warum haben sie denn den Messias nicht erkannt, wenn Jesus Christus der Messias ist und den Leuten das so gesagt hat als Baby? Sie wissen doch, dass der Messias kommt und von einer Jungfrau geboren wird. Also wenn dann Isa als Baby reden konnte und gesagt hat, ja warte, ich bin von der Jungfrau gekommen, dann hätten die den noch erkannt, die Juden. Du Schwachmatt. Ex-Muslim, ex-Muslim, warum wirst du agressiv? Das kannst du keinem erzählen. Das war Knockout. Hast du gerade selber gesehen, wie du die Kamelurin in deinen Mund reingetan hast? In deiner Bibel steht, du musst Kaka präsent. In deiner Bibel, in deiner Bibel, hast du das gesehen? Sonst hätten die doch ihren Messias erkannt. Sonst hätte er, wenn er gereden konnte, hätte er gesagt, ich bin durch eine Jungfrau gekommen. Ich bin euer Messias. Warum schreist du, warum wirst du aggressiv? Was kann los? Ja, ich will dir nur damit sagen, wie viel Kamelurin trinkst du denn? Aber in deiner Bibel... Genau, lass uns ein wenig über Allahs Wein lachen. Hör mal zu, hör mal zu. In deiner Bibel steht, du musst Kaka mit Brot essen. Steht in deiner Bibel. Ja, dürfen Muslime Kacke mit Brot essen? Nein, ihr Christen. Soll ich dir eine Fatwa vorlesen, indem ihr das tut? Warum muss ich jetzt ablenken? Geh doch auf meine Frage ein, beantwortet mich. Geh doch auf deine Frage ein, ist doch kein Problem. Der Herr Jesus Christ hat das als Strafmaß und du sollst keine Kacke essen. Du sollst auf Ballen dein Brot backen. Aber nicht auf Kacke, verstehst du? Aber dein Gott sagt wirklich, es gibt eine Fatwa. Und es gibt islamische Länder, die ihr Brot auf Kot backen. Hallo, geht's dir gut? Ja, ich antworte dir doch. Was war meine Frage? Meine Frage war, wie konnte die heilige Maria den Juden ihre Unschuld beweisen? Hab ich dir gerade beantwortet? Wie, gib mir eine Tür auf der Bibel. Hab ich dir doch gerade gesagt, dass sie dachten, wenn sie das doch erkannt hätten, sonst hätten sie doch ihren Messias erkannt. Verstehst du das? Warum tust du ablenken? Warum tust du hier rumphilosophieren und lügen, Dadasch? Ach, rumphilosophieren und lügen? Gib mir eine Quäle aus der Bibel. Hab ich dir doch gerade gesagt. Sie war verheiratet mit Josef und sie dachten, dass dieser Mann der Vater von Jesus ist. Als er in den Tempel kam und die Jesaja-Rolle aufgeschlagen hat und ihm gesagt hat, dass er ihr Messias ist. Wie haben sie reagiert, Dadasch? Wo steht das in der Bibel, Dadasch? Ja, können wir nachschlagen. Komm mal hier, heute ist das Wort erfüllt. Lass uns gerade über Allah stehen, bein oder über seine Füße und Finger. Ja, warum tust du so auf Kawelle? Schau mal, schau mal. Lass uns Allah waschen mit Schau mal. Ex-Müsli, ich stehe, schau mal. Ex-Müsli ist hier kein Problem. Ich immerhin immer nach vorne. Hallo. Warum pustet der... Ich habe mal eine Frage an dich. Nein, hör doch zu. Warum pustet der... Mein Lieber, mein Lieber, hallo. Ich weiß, du hast Angst. Warte, warte, hallo. Ich weiß, du hast Angst. Warum pustet denn Allah in die Vulva von Maria? Hallo. Warum pustet Allah in die Vulva von Maria? Beantworte erst meine Frage, dann kannst du auf eine Frage stellen. Warum pustet Allah in die Vulva von Maria? Was ist das für eine? Hallo, warum tust du ablenken? Warum pustet Allah sein Wort in Marias Vulva? La haula und la haula illa 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 illa. Kannst du antworten, ja oder nein? Warum pustet du ablenken? Beantworte, ja oder nein? Beantworte erst meine Frage. Kannst du antworten, habe ich dir gerade beantwortet. Wenn du nicht zufrieden bist mit der Frage, dann können wir weitergehen. Warum? Schau mal. Okay, ich danke dir von ganz kurz, Kamelurin. Vielen Dank, Kamelurin. Ich merke, mit dir kann man keine normale Konversation führen. Mit dir kann man keine normale Konversation führen. Du bist nicht in der Lage, einmal darauf einzugehen. Und deswegen wählt alle blauen. Nein, hat auf zu wählen. Das bringt sowieso nicht. Das alles kontrolliert die Opposition, ob ihr wollt oder nicht. Es bringt nichts. Moin, Amir. Hallo, mein lieber Gott, Sieg, ich bin meine Familie. Amir, ich wollte einmal auch einmal den Kamelurin-Song abspielen. Ich wollte mal deine Meinung dazu hören. Ja, gerne. Ich wollte mal gucken, ob das summt bei mir. Warte. So, warte. Kamelurin, gib dir heute. Kamelurin, ist das Beste. Kamelurin, Kamelurin, yeah. Ich habe alle versorgen. Halleluja. Amir, ich gehe kaputt manchmal. Ich komme mir nicht mehr drauf klar. Du hast viermal nein. Du hast viermal nein. Meine Mom sagt gerade... Keine Malediven. Was? Amir, Amir, Amir. Keine Mekka. Keine Mekka, nein. Keine Mekka. Oh Mann, ey. Ich schwörs, ey. Ich... Weil die Mutter sagt selber, sie kann kein Radio mehr hören wegen mir. Weil die sitzen gerade im Auto. Ich bin ja nur die Gatsche bei dir drin. Und ich feier... Die Mutter, die wird auch zogen. Die gute Mami. Ja, die ist gerade neben mir, meine Mama. Die hört auch gerne zu. Gott segne Mami. Hey, meine Liebe. Gott segne dich und deine Mami. Gott segne dich auch. Danke, danke, Amir. Danke. Ich hoffe, mein Kamelurin-Song ist bei dir auch angekommen. Ja, aber hundertprozentig. Nicht nur der. Ich habe schon Spotify-Playliste, alles schon gemacht. Ja, Hammer. Sehr, sehr gut. So will ich das haben. Immer schön. Aber Gott, Amir. Generell geht's dir gut, Digga? Ja, klar. Natürlich dem Herrn Jesus Christus sein Lob und Dank. Amen. Sehr schön, sehr schön. Amen, Arno. Ja, ich bin mal gespannt, wie viele Kamelurie-Fetischisten heute noch reinkommen. Guck mal hier. Ich habe eins, zwei, drei, vier, fünf Einschränkungen. Fünf Einschränkungen. Ja, ja, fünf Einschränkungen. Mein Live wird nicht sichtbar gemacht für die Menschen, weil ich zu hart bin. Ja, die wollen halt die Wahrheit nicht wissen, ne? Willkommen, TikTok. Fünf Sachen, das kannst du keinem erzählen. Aber guck dir das mal an. Der Herr lässt das immer noch zu, dass ich immer noch live bin. Wahnsinn, ne? Sehr, sehr gut. Ja, Amen. Amen. Ja, selbst TikTok kann die Wahrheit nicht verschleiern. Da können sie alle kommen. Ja, genau, da können sie alle kommen. Da können sie alle kommen. Amen. Die einzige Wahrheit ist der Jesus Christus. Gepriesen sei sein heiliger Name in alle Ewigkeit. Amen. 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 In alle Ewigkeit. Alle Ewigkeit. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Ja. Amen. Dazu kommt noch, ich habe meine kleine Schwester jetzt gerade zum Glauben gebracht. Die ist ja jetzt noch ganz jung, die ist jetzt 13 Jahre erst. Die habe ich jetzt ihr die Bibel gekauft. Da soll sie mal ein bisschen darüber lesen, weil sie halt mit vielen Kontakt haben. Also sie hat halt mit vielen Leuten Kontakt, die halt Moslems sind. Bist du bei mir im WhatsApp-Kanal? Ich bin bei dir im WhatsApp-Kanal, ja, ja. Ja, genau. Also falls deine Schwester irgendwie konfrontiert wird mit irgendwas, da kannst du natürlich die ganzen Beweise da rausnehmen und dann auch die Muslime damit konfrontieren. Genau, richtig. Das habe ich auch schon gemacht, damit sie weiß, damit sie weiß, was da drin steht und damit sie selber ein Bild machen kann. Weil sie wird, man muss ja heute mal, man muss ja gesehen, die Gesellschaft, die heutige Tage in den Schulen sind ja überwiegend muslimisch, ne? Ja. Und sie wurde halt auch schon öfters auch schon mit dem Koran angesprochen und so und dann habe ich halt einfach gezeigt, was da alles drin steht. Da habe ich ihr deinen Kanal gezeigt, habe ich ihr gezeigt, was da alles drin steht und an den Fersen, Zungen, Hadithen und alles drum und dran. Und da habe ich zu ihr gesagt, das sind alle Sachen, an die wahre Moslems glauben müssen. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Wenn du nicht daran glaubst, bist du unten durch. Und da habe ich ihr einfach die ganzen Geschichten von deiner, auf deiner Seite da gezeigt mit Allah ist kleinwüchsig, der keine Kobold und, hehehe, und, ähm. Das mit der Zahnbürste ist natürlich die Oberärte, ne? Wo der Mann am nächsten Tag aufwacht, eine Zahnbürste in seinem Hintern findet und eine Ratte und eine Maus gebärt oder sowas, ne? Das war doch jetzt das Neueste, was du reingepostet hast, ne? Ja, das war einer der Neuesten, Dinger. Warte, ich muss das nochmal vorlesen für die Leute, warte. Ja, das ist der pure Wahnsinn, was sich da in den Schriften befindet, ne? Das ist der helle Wahnsinn. Ehrlich. Das ist der helle Wahnsinn. Das kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ehrlich. Aus dem Staunen und aus der, weiß nicht, ähm. Ja, viel Staunen. Das ist viel Kamiluid, ne? Das ist sehr viel. Ja, es gab einen Mann in Dayard, Abu Salamat, der aus der Region Basra stammte und er war frech und rücksichtslos. Der Siwak-Zahnstocher wurde, also die Zahnbürste, wurde erwähnt und das, was darin von Tugend ist. Er sagte bei Allah, ich benutze nur den Siwak in meinem Ausgangsbereich, also in seinem ANUS. Also, also sein ANUS. Also nahm er den Siwak, steckte ihn in seinem ANUS und zog ihn dann heraus. So machte er die folgenden neun Monate weiter. Dann brachte er ein Kind zur Welt, das einer Ratte ähnelte mit vier Beinen. Es hatte einen Kopf, wie der Kopf eines Fisches und ein Hinterteil, wie das Hinterteil eines Kaninchen. Als es sein Kind zur Welt brachte, schrie dieses Geschöpft dreimal. Da stand die Tochter des Mannes auf und zerschmetterte ihm den Kopf und es starb. Dieser Mann lebte noch zwei Tage, nachdem er es zur Welt gebracht hatte und starb am Dritten. Er sagte, dieses Geschöpf hat mich getötet und mir die Eingeweide aufgeschnitzt. Eine Gruppe von Menschen in dieser Region war Zeuge davon, ebenso wie Redner aus diesem Ort. Einige von ihnen sahen dieses Geschöpf lebend, bevor es starb und einige von ihnen sahen es nach seinem Tod. Alter, Wahnsinn. Was steht da alles drin? Was ist da los? Welchen Hamster? Was ist das? Das ist doch nicht mehr normal. Was ist das? Achso, meine Mutter hat gerade eine Lautsprechanlage. Ist das zu laut? Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, weil Bettina hat ja fast das. Mama, das ist zu laut. Ja, das ist zu laut. Na ja, dann nehme ich raus, Digi. Und dann, Gottes Segen, mein Bester, bleib gesund. Und Gott, der Jesus Christus, behüte dich, beschütze dich, auf all deinen Wege. Und genau, ich komme immer wieder mal rein. Da kommt sogar noch die Schwester rein, ne? Was geht ab? Hallo, mein Lieber Gott segne dich von deiner Familie. Boah, ich habe kaum Zeit. Ich bin auf Arbeit. Ich habe noch eine Minute Pause, ja? Ja. Ich wollte nur gesagt haben, mach weiter so. Du bist der Beste. Ach, alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Das natürlich auch, mein Freund. Du musst mal abends live kommen wieder, ja? Ja, also wenn du Bock auf mehr Jungfrauen hast, dann musst du einfach zum Islam konvertieren. Denn diese Religion diskutiert ernsthaft darüber, ob man mehr Jungfrauen essen kann, darf. Ist kein Zerr, ist wirklich. Ist eine Fatwa. Fatwa, wenn man mehr Jungfrauen essen darf. Ja. Dann lustig ist es, die Dornushaare, die geklaut werden. Das finde ich auch lustig. Ja, das sind sehr wichtige Fragen, ne? Also, was man essen darf und was man nicht essen darf. Wir sind damit sehr, sehr beschäftigt, sehr. Ich muss weg, hau rein, ne? Okay, ciao. Ciao, ciao. Ja, die arme Ariel, die Meerjungfrau. Was war das nochmal für ein Lied? Ah ne, das war ja von dieser Elsa oder was war es, ne? Ich muss los, ich muss los. Ja, das Kameloren ist groß. Ich muss los. Ich muss los auf das Floß. Gänser, seht ihr? Sehr, sehr gut. Ich lass los. Ich lass los. Danke, danke, Lieben. Dankeschön. Gott segne euch und eure Familie. Was ich hier alles in meinem WhatsApp-Kanal schon gepostet habe, ne? Wie ihr die ganz, was für Beweise ihr gegen den Islam habt. Das ist so krass. Sobald ihr in der Diskussion seid, könnt ihr das immer für euch benutzen. Das ist so heftig. Ihr habt also immer alles auf eurem Handy. Einfach nur den WhatsApp-Kanal aufmachen und schon habt ihr die ganzen Beweise. Sobald die Muslime nur irgendetwas sagen, könnt ihr sofort gegenwirken. Und so muss das auch sein. Umsonst habt ihr es bekommen. Umsonst geben wir es auch weiter. Amen. So sieht's aus. So. Was gibt's hier noch? Boah, ich geh grad noch mal an. So, bitte keine Anfragen möchte ich hin zu sehen, naja bitte, ich möchte das, ich möchte das. Du hast gerade sehr komische Sachen gesagt, die man so nicht stehen lassen. Armin, willkommen dann in deinen WhatsApp-Kanal, hier über die Moderatoren, einfach die Moderatoren anschreiben und die werden euch den Link dann schicken. Ja, ihr müsst die Moderatoren anschreiben, die schicken euch den Link. Armin, ich liebe deinen Lachen, ja, aber du sollst Freude am Herrn haben, du sollst den Herrn lieben, du sollst mich als Bruder auch lieben, klar, aber der Herr geht vor. Ich habe die Christen verteidigt, sagte, andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält. Dein Leben an und vertraue auf ihn. Betet für mich und andere Menschen aus dem Irak und Syrien, die von dort geflohen und überall verstreut sind. Hallo. Hallo Musab, Gott segne dich und deine Familie. Oh, zweiter Johannesbrief Kapitel 1, Vers 9 bis 10, da hast du Sünde gemacht. Was? Du hast gesündigt, du darfst mich grüßen. Hä? Was erzählst du da für'n Quatsch, Mann? Ja, schlag mal auf, Mann, 2. Johannesbrief Kapitel 1, Vers 9 bis 10. Ja, aber das geht doch nicht für dich, das ist doch für Zeugen Jehovas. Nein, 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 ich habe mir das komplett durchgelesen, mehrfach. Mein Lieber, ich gehöre doch zu den Frevelern, Mann, ich gehöre doch zu den Ongelern. Nein. Du bist außerhalb des Christentums. Du beleidigst auch unser Propheten. Egal, was ich sage, werde ich akzeptieren. Ich sage, ich erkläre ihnen, dass sie akzeptieren die Erklärung ja gar nicht. Das ist ja Wahnsinn. Das kann doch nicht wahr sein. Ein bisschen Weitsichtigkeit hatte ich schon erwartet, mein Lieber. Wenn du schon Fragen hast oder wenn du schon hier reinkommst mit sowas, dann lass sie doch beantworten und dann kannst du das auch für dich annehmen. Aber zu sagen, nein, 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 das ist doch blöd. Ich weiß nicht, wie es den Christen im Irak geht. Es sind einfache, arme Leute, arme Menschen. Nur Gott kann sie stützen. Nur Gott kann sie unterstützen und bewahren. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, beten sie für die Christen im Irak und hören sie nicht damit auf. Möge Gott die Christen unterstützen und bei ihnen sein. Befehl dem Herrn dein Leben an und vertraue auf ihn. Er wird es richtig machen. Dass du ihm treu bist, wird dann unübersehbar sein wie das Licht. Dass du Recht hast, wird allen aufleuchten wie der helle Tag. Warte still und geduldig darauf, dass der Herr eingreift. Jesus Christus spricht. Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Deshalb werden sie euch verfolgen, weil sie mich verfolgt haben. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Was habt ihr Muslime nur angerichtet mit eurer Religion? Was habt ihr Muslime nur den Christen und Andersgläubigen angetan mit eurer Religion? Unglaublich! Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Heimatlos zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Ja genau, Tina, du bist ja aus Irak, ne Tina? Das ist das Heftige, ne? Ihr habt es am eigenen Leib zu spüren bekommen, was es heißt, Christ zu sein und Christus danach zu folgen. Dass man euch als minderwertige Menschen betrachtet und aus euren Wohnstätten vertreibt. Schau dir das an. Siehst du, wie kommt das, wenn auf einmal ein Muslim hier reinkommt, so ein Euro-Shisha-Muslim, der mir dann sagt, warum magst du den Islam nicht? Was hat der Islam dir getan? Wie wirkt das auf die ganzen orientalischen Christen? Das ist so ein Schlag ins Gesicht, ne? Dass sie noch nicht einmal ihren Koran aufgeschlagen haben. Nicht einmal die islamische Geschichte berücksichtigt haben. Nicht einmal die Sunda von Mohammed sich durchgelesen haben. Und dann hier reinkommen und sagen, ja, was hast du denn gegen den Islam? Islam ist doch voll die friedliche Religion. Wie das wirkt, ne? Das ist noch schlimmer wie Kamelurin, glaub es mir. Das ist noch schlimmer wie Kamelurin, glaub es mir. Das ist so schlimm, ne? Das ist noch schlimmer wie Kamelurin-Zustand, wirklich. Das ist ein Vakuum im Gehirn. Ein Vakuum, wie ungerecht. Ungerecht, ungerecht. Weil sie es nicht am eigenen Leib gespürt haben. Das ist das. Weil sie es noch nicht am eigenen Leib zu spüren bekommen haben. Deswegen reden sie auch so. Und es ist einfach nur grausam. Es ist einfach nur grausam. Es ist einfach nur grausam. Sie operations. Das ist wirklich ein Schuchzen. Sie haben nur grausam. Sie haben nur die Schuhen. Sie haben nur grausam. Sie haben nur mit den Schuhen. Sie haben nur aber die Schuhen. Ich habe auch die Schuhen. Sie uns an 06195 67 67 167. Unsere Mitarbeiter freuen sich auf Sie. Oder besuchen Sie unsere Webseite www.opendoors.de. Du hast zu wenig Abonnenten. Vielleicht kennst du das. Du hast immer. Du hast zu wenig Abonnenten, mein lieber Devran. Ach so. Wie ist das denn? Ganz klar, du hast uns ein bisschen. Hallo. Schmerzer, was ist passiert, Mann. Kamel, Urin, ich vermisse dich sehr. Kamel, Urin, mein Herz blutet so sehr. Kamel, Urin, ich vermisse dich so sehr. Kamel, Urin, komm, gib mir jetzt mehr. Da kann ich schon für den singen, er kriegt auch Herzschmerzen. Kamel, Urin. Da kriegt er nicht Heimatweh. Gänsehaut. Lass mich ein wenig für euch singen. Da kriegt ihr Pipi in den Augen. Richtig Pipi. Ihr kriegt Heimatweh. Ihr kriegt schnuchzen und alles. Ihr seid am schluchzen. Kamelhaut, genau. Welch engelsgleiche Stimme, der Doktor Scheech, der enttäuscht nie. Danke. Danke, danke, ihr Lieben. Dankeschön. Danke, danke. Danke, grazie, grazie. Danke, danke. Zugabe, wisst ihr schreien. Zugabe. Zugabe. Ist das herrlich, ey. Was haben wir noch im Petto? Genau. Da wollte jemand Psalm 56, ne? Da hab ich gerade rausgehört. Psalm 56, äh, rausgelesen. Psalm 56. Gott sei mir gnädig. Gott sei mir gnädig, denn Menschen stellen mir nach. Täglich bekämpfen und bedrängen sie mich. Meine Feinde stellen mir täglich nach, denn viele kämpfen gegen mich von Hochmut. Amen. Wenn ich mich fürchte, so hoffe ich auf dich. So hoffe ich auf dich. Ich will Gottes Wort rühmen. Auf Gott will ich hoffen und mich nicht fürchten. Amen. Fürchte dich. Was können wir Menschen tun? Täglich fechten sie meine Sache an. Alle ihre Gedanken suchen mir Böses zu tun. Sie rotten sich zusammen, sie lauern und haben Acht auf meine Schritte, die sie mir nach dem Leben trachten. Wahnsinn. Sollten sie mit ihrer Bosheit entrinnen? Gott, stoß diese Leute ohne alle Gnade hinunter. Zähle die Tage meiner Flucht. Sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Was können wir Menschen tun? Was können wir Menschen tun? setze ich mich für einen Punkt und offen sitzen. Ohne Leute. Chhhh! Chhhh! Chhhhhhh! Chhhh. 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 Danket den Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wehret ewiglich. Es sage nun Israel, seine Güte wehret ewiglich. Es sage nun das Haus Aaron, seine Güte wehret ewiglich. Es sagen nun die den Herrn fürchten, seine Güte wehret ewiglich. In der Angst rief ich den Herrn an, der Herr erhörte mich und tröstete mich. Wie oft habe ich den Herrn in meine Angst gerufen und er hat mich getröstet? Wie oft haben wir den Herrn in unseren Ängsten und Nöten und in traurigen Momenten gerufen und er hat uns getröstet, ihr Lieben? Der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Was? Der Herr ist mit mir, mir zu helfen. Amen. Und ich werde herabsehen auf meine Feinde. Ich werde herabsehen. Es ist gut auf den Herrn vertrauen. Amen. Und nicht sich verlassen auf Menschen. Es ist gut auf den Herrn vertrauen und nicht sich verlassen auf Fürsten. Genauso sieht es aus. Wenn du dich auf Menschen verlässt, bist du verlassen. Alle Heiden umgeben mich, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich von allen Seiten, aber im Namen des Herrn will ich sie abwehren. Sie umgeben mich wie Bienen, sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen, aber im Herrn will ich sie abwehren. Man stößt mich, dass ich fallen soll, aber der Herr hilft mir. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm und ist mein Heil. Amen. Ja, die Psalmen schenken einen Trost, ne? Die Worte des Herrn. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Ja. Amen. Ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich danke dir. Und hast mir geholfen. Wie oft hat der Herr dir geholfen, du Seele? Du wundervolle Seele, wie oft hat der Herr dir geholfen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der Herr Jesus. Ist zum Eckstein gesungen. Zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Amen. Das ist 118, Psalm 118. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr, sehr stark. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Wundervolle Gänse. O Herr, hilf. O Herr, lass wohl gelingen. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch, die ihr vom Hause des Herrn seid. Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Amen. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Amen. Du bist mein Gott. Du bist mein Gott. Und ich danke dir. Ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Ich danke dir. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Er ist freundlich. Und seine Güte wehret ewiglich. Was sagt der Herr Jesus Christus? Ich bin freundlich, sanftmütig, von Herzen demütig. Merkt ihr, wie der Herr David so den Herrn wiedergibt? Und wie der Herr Jesus Christus sich im Neuen Testament wiedergibt? Nehmt auf euch meinen Joch, denn ich bin von Herzen demütig, sanftmütig. Und wie der Herr David den Herrn beschreibt. Hör nochmal, guck mal. Du bist mein Gott. Ja, hör mal. Ich danke dir. Ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Ja. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Er ist freundlich. Und seine Güte wehret ewiglich. Siehst du. Freundlich, sanftmütig, alles das, was der Herr ist. Oh Gott. Ich muss mal kurz anrufen, den lieben einen Moment. Ich bin hier. Ich bin hier, mein Lieber. Drei, zwei, eins, jetzt alles mal neun. Jetzt alle zusammen alles mal neun. So, da bin ich wieder. Hallo. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich auch. Schön, dass ich mal mit dir reden darf. Ja, schön, dass du da bist. Dankeschön. Mein Bruder und ich, wir schauen sehr viele Videos von dir. Ja. Ich habe gestern, ich glaube, sechs Stunden lang oder so, dein YouTube-Content angekauft. Also, ich erzähle dir gerne mal was von mir, wenn du willst. Ja, gerne. Also, ich bin als Christ geboren. Ja. Ja. Aber ich bin damals vom Glauben abgekommen, aufgrund dessen mein Vater ist früh gestorben und dann wurden wir halt von meiner Mutter erzogen und dann ist halt der Glaube irgendwie vernachlässigt worden. Ja. Mein Bruder war dann teilweise esoterisch, ja, jahrelang, bis er dann erkannt hat, dass er eigentlich Teufelswerk macht. Und dann sind wir zurück zu Jesus Christus gekehrt. Also, wir sind jetzt seit zwei Monaten ungefähr wieder zurück zu Christus. Seitdem lesen wir die Bibel, wir saugen jegliches Wissen auf. Du bist eine sehr, sehr gute Quelle. Ich respektiere deine Arbeit, die ist so schön. Und auch du als Person, ich mag einfach so dein Lächeln, deine Art, wie du bist. Finde ich einfach super. Und ja, ich hab so witzige Sachen, die du einfach erzählst. Ja, du sollst ja auch Freude haben, ne? Wir sind hier nicht irgendwie in einem Zustand, der uns total wie so, wie nennt man das so, so ein Roboterverhalten an den Tag legt, verstehst du? Also, ein bisschen Leben haben wir auch noch in uns, oder? Ja, natürlich. Aber vor allem, ich hab gestern ein Video von dir gesehen, auch, ich glaub, das war mit deinem Bruder auch, ja. Auch richtig schöne Grüße von mir aus, auch wenn ihr mich nicht kennt. Aber ich find's einfach toll, was ihr macht. Aber das Geile, was ich auch gestern gesehen hab, ist mit dem, man weiß ja nicht, was die Arme im Schlaf machen. Ja, der Robert hat das ja gesagt. Ich meinte, ihr müsst eure Hand waschen, weil ihr wisst nicht, wo sie an der Nacht war. Und da gibt's ja diese Überlieferung mit dem Zahnstocher und dem Ellenbogen im Hintern von dem Mantel auf. Ja, super. Tolle Religion. Ich war die ganze Zeit mit einem anderen Account online. Ich hab vorhin gefragt, ob ich online gehen kann, da hast du gesagt, zu wenig Abonnenten. Ich sag, okay, muss ich Account wechseln. Zum Glück hab ich einen mit bisschen Follower und so, aber ist ja nicht richtig. Ich war vorhin im Fitnessstudio, ich hör mir die ganze Zeit so deinen Livestream an. Ey, ich lach mich die ganze Zeit kaputt. Die Leute, die denken, warum lacht der Junge? Ja, das haben ich doch gesagt. Ja, so ist das. Ich hab ja gesagt, die meisten oder einige sind ja auch auf der Arbeit und hören über Kopfhörer an. Und wenn ich auf einmal anfange zu lachen oder irgendwas mache, dann lachen die und dann auf einmal denken die Leute, was ist denn mit dem los? Ey, das ist so krass, auch was du mit Kollegen und so weiter warst. Also wirklich, ich feiere das, was du tust, wirklich sehr, sehr, sehr. Ähm, natürlich machst du das alles im Werk von Jesus Christus, aber trotzdem, du bist, wir brauchen Leute wie dich, weißt du, du inspirierst mich auch, ähm, teilweise mehr über die Bibel zu lesen. Natürlich, ich möchte mich damit ja auch auseinandersetzen und, ähm, wenn ich dann sehe, wie friedvoll du bist und was für eine schöne Ausstrahlung du hast. So, das ist, so das gibt mir die Bestätigung, ey, ich bin auf dem richtigen Weg, weil ich möchte jetzt auch keinen angreifen. Natürlich, ich will trotzdem menschlich respektvoll bleiben, äh, weil, äh, lehrt ja auch Jesus Christus, wir sollen ja auch unsere Feinde lieben, wir sollen jetzt nicht anfangen, unsere Feinde zu verspotten, äh, ich mein, die tun uns eigentlich leid, oder nicht? Die tun uns ja leid. Ja, natürlich, ja, aber sobald du sogar, sobald du sagst, dass Jesus die einzige Wahrheit ist, hast du die Probleme ja an der Wacke. Na, ist das ja. Du musst nur sagen, Jesus ist die Wahrheit, dann ist Feierabend. Da müssen viele Probleme auf dich zukommen. Ähm. Weil die sagen, es gibt ja viele Wahrheiten, das kannst du doch so nicht sagen. Ja, es gibt, es gibt eine einzige Wahrheit und der Rest ist Schein, also der Rest ist ja keine Wahrheit. Das ist, ähm, und sobald du dieses äußerst, es gibt nur eine Wahrheit und das ist der Jesus Christus, du wirst ein Problem bekommen. Sofort, egal mit wem. Ey, ich sag dir ganz ehrlich, ähm, wenn man, wenn man, guck mal, das Problem ist, ich hab damals ja genauso gedacht, ja. Äh, äh, ähm, du hast ja die ganze Schuld dem Gott gegeben. Du hast so gesagt, oh, warum ist mein Leben so dies, warum ist mein Leben so das. So, das Problem ist ja, dass der Teufel ja genau damit arbeitet, weil er, weil der Teufel ist ja nicht blöd, der, der stellt sich ja nicht vor dir, äh, vor dich hin und sagt, ey, ich bin der Teufel, ich verarsche dich jetzt nach Strick und Faden, so, jetzt wirst du, äh, in die Irre geführt, gell. Nee, nee, der macht es ja schlau. Der gibt dir ja eben so Sachen wie esoterische Sachen und was weiß ich was alles und lenkt dich ja gerade von Jesus Christus ab. Ja. Und, wenn man, guck mal, weißt du, was mir auch damals krass die Augen geöffnet hat, so ein bisschen schon, wo ich mir gedacht hab, ey, da muss irgendwas sein. So, das sind diese Stars in Hollywood in Amerika, ja, die schießen alle gegen Jesus Christus. Die schießen nicht gegen Mohammed, die schießen nicht gegen Bruder, die schießen nicht gegen was weiß ich was, die schießen nur gegen Jesus Christus. Gegen Jesus Christus. Auch dieser Lil Nas X, kennst du doch bestimmt, oder? Der, 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 der macht Blasphemie des Grauens, über jeden Fall. Jesus Christus. Boah, der Typ ist total satanisch besitzen und sein Gegner ist Jesus. Verstehst du, du bist nicht Allah, Buddha oder Krishna. Nein, diese Religion gehören ihm. Der eine, das Einzige, womit er ein Problem hat, ist Jesus Christus. Die Muslime, die ganzen Leute raffen mir gar nicht. Sie denken, das ist einfach, äh, künstlerische Freiheit und so. Aber dahinter steckt ein ganz, ganz böses Spiel. Weil die Leute so manipuliert sind, kann der Satan ja zeigen. Und die denken, das ist künstlerische Freiheit. Das ist ja das Kranke. Ja, das ist dumm. Er lacht uns Christen ja aus. So quasi, guck mal, ihr dummen Christen, was ich gemacht habe. Ihr seht mein Werk. Und die Leute sind so behämmert und sehen noch nicht was, dass ich gegen den wahrhaftigen Gott vorgehe. Und zwar Jesus Christus. Nicht nur das, ähm, guck mal, ich meine, dein Bruder hat ja auch, ich hab ja, ich hab das Video gesehen, äh, abgekürzt, dieses, was Tony Robinson macht, diese Sprache, wie heißt es, PL, NLP, irgendwas. Diese, diese Abkürzung, wo, ähm, NLP, 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 das, Wörter sind ja nicht nur Wörter. So, du, du tust ja, du sagst ja was, das, das, das verankert sich ja in dir, in deinem Körper. So, und wenn du dann, äh, so Sachen sagst und Sachen trägst, du, du verbindest, guck mal, natürlich ist es jetzt wieder esoterisch, aber esoterisch heißt es ja nicht, dass es nicht gibt, das ist ja das Problem. Das ist ja dieses Shifting und was weiß ich was, die Dämonen, die, 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 äh, wollen ja deinen Körper damit, ähm, 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 ähm. Also leere Philosophie, ja, esoterik ist nichts anderes als leere Philosophie. Genau, aber das Problem ist, du verbindest dich ja mit diesen Dämonen, das, äh, das hat die eine, die seit 25, 30 Jahren, mein Bruder, äh, hört Podcasts von ihr, weil sie auch zum, Christentum, äh, konvertiert ist, die war 30 Jahre lang in der Esoterikwelt, sie sagt, du schifftest, ja, du sollst dein Geist lehren, das sagt man dir in der Esoterikwelt, warum? Dann sagt man es, damit die Dämonen in dein Körper eindringen können, so. Und das Problem ist, dass ja eben diese Musikindustrie auf so, auf so und so einer Frequenz schwingt, damit du ja quasi dann, ähm, dich mit diesen Dämonen und so weiter connectest und es verstehen die Leute nicht. Ich gucke doch, ey, als The Weeknd das Konzert gemacht hat, ja, ich hab das nur im Internet gesehen, ich hab mich richtig komisch gefühlt. Heftig, ne? Heftig, diese Welt ist verloren, also ich sag, hier gibt's keine Rettung aus Jesu Christus. Zeig den Leuten so Hölle und Satan und alles mögliche und die Leute, die denken, dass alles künstlerische Freiheit, dass es hat was mit Kunst zu tun und so, ne? Nein, das sind Satanisten, die einfach eine Zeremonie abhalten. Was ist das? Und die angebildet werden. Geist ist krank. Natürlich, die Leute verstehen nicht, wenn sie auf die Konzerte hinlaufen, dass die mitmachen beim Satanismus. Das ist Anbittung des Fetzendienst. Das ist, das ist Ritual. Das sind Rituale. Genau. Vor allem, ähm, da, da gibt's so ein Video auch von The Weeknd, als, äh, da wurde das, äh, quasi in Slow-Mo gemacht. Da steht wirklich einfach hinten diese, diese, äh, wo, er steht ja vor so ne Sache und im Hintergrund sind diese Techniken, da kommen doch diese Bilder, diese so animierten Bilder. Da steht einfach Satan. So eine Millisekunde lang oder so. Da steht einfach Satan. Auch die Tatsache als, ich weiß nicht, wie das Lied heißt von dem, wo der so rumläuft und das Kreuz in lila leuchtend so nimmt und alles damit so kurz und klein schlägt. Warum benutzt der denn ein Kreuz, um das kaputt zu machen? Weil er bescheuert ist. Denn ihm hat etwas ganz, ganz, etwas dagegen, gegen das Kreuz, oder? Ja, natürlich, weil, wie gesagt, die schießen ja gegen Jesus Christus. Aber eine Frage hab ich an dich. Ich mein, du bist ja schon länger als ich, äh, äh, Christ und weißt natürlich dementsprechend auch viel mehr als ich. Eine Frage hätte ich an dich. So, guck mal, ähm, das Problem ist, ich hab damals, so wie jeder andere Mensch, ich hab so, bevor ich also Christ wurde, ich wollte, ich will Geld haben, weißt du, ich will finanziellen Wohlstand, bla, 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 bla. Äh, damit man halt einfach ein sorgenfreieres Leben führt, so. Also, jetzt frage ich dich, ist Erfolg nur mit Satans Werk machbar, also finanzieller Erfolg, oder kann das auch? Nein. Du kannst natürlich, äh, durch ein gutes Studium, durch eine gute, äh, weiß ich nicht, durch irgendeine gute Investition natürlich, äh, hier und da viel Geld machen. Oder durch deinen eigenen Laden, durch deine eigene Firma, oder was auch immer. Es muss nicht immer zwangsläufig sein. Aber diejenigen, die oben an der Spitze sind, die Millionen und Abermillionen verdienen, wie beispielsweise eine Top-Person wie Messi, oder Cristiano Ronaldo, oder die ganzen Stars, die du täglich im Fernseher siehst. Wie sind die da hingekommen? Das ist das Problem. Ja, aber guck mal. Wir haben ja das Beispiel von Hiob. Hiob war ein sehr reicher Mann. Der hatte Land und, 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 äh, viel Güter. Und der Herr hat den Satan erlaubt, ihn anzutasten. Du siehst also, dass der Herr nichts dagegen hat, wenn du zum Beispiel, ähm, durch legale Art und Weise reich wirst. Dagegen hat der Herr gar nichts. Der Herr segnet dich ja auch mit dem Reichtum. Wie gehst du aber mit deinem Reichtum um? Das ist die Sache, ne? Das ist noch eine andere Frage. Diese Leute setzen ihr Reichtum ein, um ganz böse Dinge zu tun. Weißt du, was die machen auf schwarzen Messen? Wenn sie sich Kapuzen anziehen und hoben und alles? Ja, das ist das Problem. Habe ich gehört. Hast du den Skandal mal gesehen um Wayfair? Wo auf einmal, ähm, Schränke, so billige Schränke für 40.000 Dollar verkauft wurden, aber die nach Kindern benannt wurden, die, äh, vermisst, als vermisst gelten. Da war ja ein riesen Skandal um Wayfair. Ja, die Leute haben das sofort rausgenommen und das als Verschwörungstheorien abgetan und so, ne? Weil sie erwischt wurden. Sorry für die Unterbrechung, tut mir leid. Ähm, also diese Schränke zum Beispiel, ja, das waren eigentlich keine Schränke, sondern die haben nur Schränke online gestellt und dann, als sie gekauft wurden, haben die Kinder verschickt oder was? Richtig, so sieht's aus. Scheiße. Ähm, warte, eine Frage, eine Frage habe ich noch. Ich möchte, ich möchte jetzt auch nicht die ganze Zeit hier stören oder so. Aber guck mal, mein, mein Freund, ich hab'n Kumpel, ja, mit dem geh' ich auch trainieren und so weiter und so fort. Und der ist, ähm, atheistisch. Aber der ist brutal atheistisch, so, und das nervt mich. Du weißt, was ich mein? Ja. Ähm, weil der, der, der sagt auch so, weil ich hab' auch, also ich hab' alles von mir geändert. Ich hab' über mein Bild rausgenommen, wenn, dann hab' ich immer schon Jesus reingetan. Oder mein Status auch, äh, Gotteskurs und so. Ja, stimmt. Ähm, einfach, damit ich, ähm, ne, damit die Leute sehen, ich, 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 will jetzt nicht, irgendwie damit angeben oder sowas, sowas, sondern ich möchte es halt, ich möchte alles von mir weghaben. Ich hab' auch keinen Bock mehr privat irgendwas auf Instagram zu posten und sowas, weil das unnötig ist. Aber, er, er, er nervt mich dann und dann kommt der, und das ist ein Argument, wo ich vielleicht Hilfe brauche. Er kommt mit Evolutionstheorie an. Was soll ich dagegen sagen? Äh, Evolutionstheorie ist doch schon, hörst du an den Namen, ne Theorie. Er gibt aber gar keinen Sinn in der, äh, er gibt überhaupt gar keinen Sinn in der, äh, in der Realität. Charles Darwin war ein Hochgrad-Freimaurer, das musst du ihm zeigen. Charles Darwin hat nur eine Theorie aufgestellt, aber, das ist nicht die Wahrheit. Mhm. Denn, ohne Schöpf, die Schöpfung beweist uns schon, dass es einen genialen Schöpfer gibt. Du würdest auch nicht zu dem iPhone sagen, oh, wie schön, dass du einfach erstellt wurdest. Oder zu einem wunderschönen Bauwerk oder zu einem schönen Kunstgemälde. Würdest du sagen, oh, du bist aber schön entstanden. Oder würdest du sagen, boah, derjenige, der das gemacht hat, der ist ja wahrlich genial, oder? Ja, natürlich, ich denke ja genauso. Er sagt halt zum Beispiel wegen einem Affen. Er will Gott nicht. Er weiß, dass Gott existiert, weil die, weil Apostel Paulus uns sagt, wenn wir uns rumschauen und das Meisterwerk Gottes ja betrachten, allein die Natur, wie komplex die Natur ist, wie viel Informationen, ähm, derjenige, der das gemacht hat, den, äh, der Pflanzenwelt mitgegeben hat. Und es kann nur durch Informationen. Etwas kann nur geschehen, wenn jemand, jemand eine Information reingibt. Verstehst du? Eingibt. Mhm. Ja, zeig ihm bitte den Vortrag von Dr. Werner Gitt. Warte, zeig mir das kurz auf. Warum ich als Wissenschaftler der Bibel vertraue. Er geht auf die Artisten ein. Äh, warte, ich brauche kurz einen Stift. Ich würde mir das gerne notieren. Ja, genau. Von Prof. Werner Gitt, den Vortrag, warum ich als Wissenschaftler der Bibel vertraue oder glaube. Findest du direkt. Ich schreibe mal in Gitt. G-I-T. Zwar Doppel-T. Warum ich der Bibel vertraue. Ja, genau. Warum ich als Wissenschaftler der Bibel vertraue. Also da geht er auf die Argumente der Atheisten ein. Und dann als Informatikprofessor will er dann auf einer akademischen Grat den Atheisten erklären, dass das in der Realität keinen Sinn macht, nicht an Gott zu glauben. Es ist besser, an Gott zu glauben, weil die Schöpfung uns beweist, dass es einen genialen Schöpfer gibt. Und der Werner Gitt macht das absolut vom Feinsten. Das ist unglaublich. Da musst du als Atheist zugeben, dass der Vortrag von Werner Gitt wirklich schon es in sich hat. Also ich muss ehrlich sagen, wenn du eine ehrliche Seele bist, natürlich wirst du es zugeben. Aber wenn du so ein ignorant bleiben willst, dann sagst du natürlich, nee, das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ja, super. Toll. Das ist das Problem. Ich habe auch das Gefühl, wenn du jetzt zum Beispiel mit diesen Moslems in eine Debatte gehst. Ich habe sehr viele muslimische Freunde. Ich habe wirklich viele muslimische Freunde. Ich bin halt mit denen aufgewachsen und so weiter und so fort. Aber ich weiß, die haben eigentlich gar keine Ahnung von dem Islam. Die haben keine Ahnung von dem Koran. Die sind halt, so wie ich damals als Christ geboren bin, sind die halt als Muslime geboren. Ich habe damals auch so gedacht, so, boah, ja, bestimmt sagt nicht Gott, du sollst das und das machen und man soll jeden und alles respektieren. Aber das stimmt ja gar nicht. So auch generell, Jesus Christus sagt, man soll ja auch das Evangelium verbreiten. Man soll ja auch den Leuten die Wahrheit sagen und sowas. Das, was du ja auch machst, was ich auch sehr schön von dir finde und vor allem, wie du es machst, mit Humor. Und dann kommen die Moslems und das ist das Problem. So vorhin auch dieser eine Typ, der sagt, der hat die Bibel nicht gelesen, der hat den Koran nicht gelesen. Aber dann sagt er, dann kommt der an mit, ich habe 150 Widersprüche. Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, die sind Schwätzer, die wollen einfach nur reden. Komm mal, debattieren ist ja eine Sache, ja. Der Wahrheit entgegenkommt, ist ja eine Sache. Aber nur provokant zu sein und dann zu sagen, ja, 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 bla, bla, bla und Jesus ist nicht Gott und Gott kann nicht sterben, dann kommen die mit diesen Vergleichen. Weißt du, was ich meine? Gott kann nicht sterben, Jesus ist gestorben, Gott muss nicht essen. Das ist Kamelorien-Niveau. Das ist so Kamelorien-Niveau. Ja, das ist lächerlich so. Okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, mach weiter so, ich bleib treuer Anhänger, auf jeden Fall. Heftig. Noch 69.000 Diamanten zum Erreichen von Platz 99, krass. Ich bin schon weit oben in den Rängen, Leute, ne. Aber ja, ohne diese Diamanten, ohne dieses ganze Zeugs, komme ich nicht in die Ränge rein. Okay, ihr Lieben, bis gleich, komm gleich wieder, bis gleich. Gott segne dich. Wahnsinn, ne. 69.000, dann bin ich schon auf Platz 99. Aber es ist weit, weit noch entfernt, ne. Wahnsinn. Der Platz 99, gerade ist Seminota, oder wie der heißt. Seminota. Okay, bis gleich. Hello again. Hello again. Dr. Chérabouin, mir ist da. Wer stört mich da? Wer stört mich in meinem, in meinem mittaglichen, wie nennt man das? Gänsehaut, wer stört mich in meiner Gänsehaut genannt hat. Was war hier los, als ich nicht da war? Was war hier los? Ist irgendjemand hier aus der Reihe getanzt? Da wollte gerade jemand hoch, aber irgendwie hat derjenige sich dann ganz schnell anders entschieden. Hol mich hoch. Waren schön brav. Das ist auch gut so. Immer brav bleiben, wie hübsch. Immer viel, viel hübsch und brav bleiben. Ja, sehr gut. Ja, die Gesichter der Verfolgung ist schon hart. Diese ganze Serie von Open Doors, wenn man das sich anguckt. Man denkt sich nur, wie viel Leid haben diese Menschen bloß auf sich genommen. Und sie sind immer noch im Glauben geblieben, obwohl sie so viel Leid erfahren haben. Aber sie empfinden das oder sie achten das als eine Ehre für Christus sogar zu leiden. So wie der Apostel Petrus das sagt. Es sollte auch eine Ehre für euch sein, für Christus zu leiden. Im Hetzmobil ist alles Tipi-Toppi. Ja, sehr gut. Immer um so was. Das mit dem Iraker, ja, das mit dem Iraker sind zurückzweiflich. Ja, das ist einer von wie vielen Gesichtern. Es gibt ja eine ganze Reihe bei Open Doors auf ihrem Kanal. Das ist so heftig. Man kriegt da einfach nur Gänsehaut und Demut vor dem Ganzen. Wie lächerlich man sich dann vorkommt. Man denkt sich so, ja, man hat schon viel erlebt. Aber was diese Leute erlebt haben. Gesichter der Verfolgung. Amir, empfiehlst du die Bibel-App? Natürlich empfehle ich die Bibel-App. Du kannst ja die Schlachter-Version auch da runterladen und dann durchlesen. Du kannst die Lesepläne erstellen. Das ist eine sehr gute App. Amir, guckst du mal ein Profitbild. Was ist das? Was ist das? Ich kann es nicht erkennen. Was ist das? Ach so, das bin ja ich. Doktor Schirka-Muami im Hetz-Mobil. Danke, Sabrina. Danke, Grazie, Sabrina. Danke, Grazie. Grazie, Emil. Ja, das Bild ist schon heftig, ne? Das hat deine Schwester erstellt, die sehr, sehr begabt ist in technischen Zeichnen. Die kann das sehr, sehr gut. Danke, King of Kings. Grazie, King of Kings. Grazie, Emil. King of Kings. Ja, die Leute, die Leute, die spielen hier Matches. Deswegen kommen sie immer auf diese höchsten Ränge hier auf TikTok, ne? Aber ich spiele keine Matches, ne? Aber, ja. Ich kriege, wir kriegen das auch so hin, ne? Wir kriegen das auch so hin. Wir haben schon sehr, sehr viele Menschen erreicht. Allein durch das Liken, ne? Allein durch das Liken kommen wir schon auf fast allen 4U-Pages, ne? Wir brauchen Input. Ja, ich brauche auch Input. Wer ist da? Wer will ich destroy? Wer will ich destroy? Hallo? Hallo, ich bin Herr Began. Ah, mein Mann, dann segne dich an deine Familie. Danke, Began. Ich habe eine Frage. Ja. Also, was denkst du? Hat Deja Vu mit Bibel zu tun? Was? Hat Deja Vu mit Bibel zu tun? Deja Vu? Ja. Äh, das weiß ich gar nicht. Deja Vu ist nicht wichtig. Nee. Also, wenn man einen Traum sieht und das später passiert, kommt das von Gott? Was denkst du? Deja Vu sind ja keine Träume. Deja Vu ist ja was anderes. Also, aber ich habe einen Traum gesehen und das ist nicht passiert. Der Traum ist Traum, Deja Vu ist Deja Vu. Deja Vu ist aber kein Traum. Okay. Deja Vu ist eine, äh, ein Ereignis, das du auf einmal in dein Gedächtnis bekommst, was dir schon mal so vorgekommen ist, dass du schon mal zum Beispiel hier warst oder hast du schon mal, äh, so eine Taste zum Beispiel hochgehoben hast und genau diesen, diesen, ähm, diesen Ablauf, weißt du was ich meine? Oder du guckst auf ein Gebot und denkst dir, hä, das habe ich doch schon mal gesehen. Also, du erinnerst dich an irgendwas. Ein Traum ist aber, du siehst etwas und wachst dann auf und hast dann diese Vision vor dir, ne? Also, diese Vision in einem Traum gehabt. Ich habe das schon mal gehabt, aber ich habe auch einen Traum gehabt, also, dass etwas passieren wird und das auch wirklich passiert später. Was denkst du? Kommt das von Gott? Ja, wenn hier etwas eintrifft, Gott dir... was ist denn eingetroffen? Ah, ich kann das leider nicht sagen. Das ist... Ja, wir haben doch gerade die Geschichte von dem Iraker gehört, als er verfolgt wurde. Er war ja im Gefängnis, wir haben ihn in den Gefängnis geschmissen und er hatte einen Traum gehabt, wo der Herr zu ihm gekommen ist und gesagt hat, du wirst nach drei Tagen frei und das ist auch so geschehen. Das ist heftig. Das ist heftig. Das stimmt. Also, Okay, okay, ich wollte nur das sagen. Ja, Träume können vom Herrn Jesus Christus gegeben werden, aber sich an Träumen jetzt so festzuhalten und eventuell zu sagen, das war hundertprozentig so und also so von Gott, da muss das schon ein bisschen mehr sein wie bei den Irakern. Also, der träumt vom Herrn Jesus, der Herr Jesus sagt ihm etwas und das trifft dann auch so ein und der wird dann auf einmal freigelassen. Das ist natürlich etwas, wo wir sagen, Gott hat ihm das gegeben und der Herr hat auch seine Verheißungen. Weißt du, bei mir ist so passiert, also es ist ein bisschen Schlimmes passiert. Also Gott hat mir gewartet und ich wusste, dass das passieren wird, aber ich habe, aber ich habe trotzdem das gemacht. Ich habe nicht aufgehalten, also... Hast du kriminelle Sachen bestimmt getan, ne? Ja, in diese Richtung. Du warst ein ganz Böser, ein ganz, ganz Böser, ne? Nein, nein, Bruder, ich bin ein... Kleiner Schlingel, du, hast du ein... Ja, ne? Ja, ne? Naja, der Herr Jesus Christus sieht ja alles. 24 Stunden 7, jeden einzelnen, jeden einzelnen Moment in deinem Leben hat er natürlich abgespeichert. Das wird alles aufgezeichnet. Genau. Also was sagst du denn über Armenier, die in Iran leben? Die können frei ihr Leben, also ihr Glauben ausleben, ohne Kopftuch draußen spazieren. Armenier? Ja, genau. Ich habe so gehört. Stimmt das? Oder. Oder. Wo können die ihren Glauben frei ausleben? In Iran. Ja, die Armenier in Iran, die sind ja von Haus aus Christen. Genau. Damit hat der Staat ja kein Problem. Sie dürfen an ihren Gottesdiensten teilnehmen, nur Iraner dürfen das nicht. Und wenn ein Armenier mit einem Iraner sozusagen versucht, ihn von Jesus Christus zu überzeugen und mit ihm das Evangelium teilt, dann ist dieser Armenier dran. Wenn er das für sich privat macht, in die Kirche geht, seinen Glauben so ein bisschen für sich ausleben möchte, das ist gar kein Problem in Iran. Obwohl die Iraner, das ist natürlich sehr, sehr, also der islamische Staat im Iran, das auch brenzlig sein kann für Pastoren und so, die dann eventuell der Spionage bezichtigt werden oder versucht, das Evangelium zu verbreiten an Muslime im Land. Ja, das gibt natürlich dann Strafe. Muss man vorsichtig sein. Genau. Es gibt ja Pastoren oder was, die sind gerade im Gefängnis wegen ihrem Glauben an Christus in Iran. Stell dir mal vor, man würde den Imamen das antun oder Abul Barah, man würde ihn einfach ins Gefängnis stecken aufgrund seines Glaubens und sagen, du bist ein Kefir in unseren Augen. Rat mit dir ins Gefängnis. Du bist ein Ketzer. Stell dir euch mal vor, wir würden dem Abul Barah das antun oder Pierre Vogel einfach so ins Gefängnis stecken, weil er die ganze Zeit die Bibel angreift, weil er Jesus Christus verleugnet und, und, und. Stell dir das mal vor. Ich finde einfach, einfach... Weißt du, was das Schlimmste ist? Die Muslime erstellen Kanäle, zeigen ihre Gesichter, greifen die Bibel an, leugnen die Kreuzigung, machen den Herrn Jesus Christus runter, keiner macht etwas. Und mach mal dasselbe, erstell mal Kanäle in den Ländern des Islams und rede mal gegen Mohammed und leugne den Koran und sag, dass Allah nicht Gott ist. Mal gucken, wie lange du überlebst. Also auf jeden Fall, das wird schwierig sein. Ich würde mir nicht trauen in muslimischen Ländern. Sehst du, wie ungerecht Muslime sind? Hier trauen sie sich alles, weil der deutsche Staat nicht eingreift. Aber in den islamischen Ländern, ne? Das ist das. Genau. Jo, okay, Amir, ich wünsche dir Gottes Segen und alles Gute nur. Mach weiter so, mein Bruder. Gott segne dich und deine Familie. Danke dir. Tschau. Tschau. Hi, Amir. Ja. Amir. Ja. Hi. Hi, mein lieber Gott. Segen dir die Schöne. Du bist der Große, das schwöre ich. Nein. Du bist der Große. Der Herr Jesus ist der Große. Das ist richtig so, was du sagst, aber du bist der Große. Ich liebe dich, Bruder. Ich liebe dich. Du sagst die Wahrheit. Und der Mensch, der ist immer der Böse. Das ist normal. Ja. Der falsche Mensch ist der Gute in dieser Welt. Und bei Muslimen auch so. Ja. Du bist der Größte. Ach was, der Herr Jesus ist der Größte. Ja, das ist auch. Alle Ehre, die Herr Jesus ist der Große. Du hast recht. Aber du, aber du, was du machst, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich habe voll den Respekt da. Ich schwöre. Alle Ehre, die Herr Jesus ist der Große. Die Wahrheit, was das ist. Bete immer für mich. Ich werde für dich beten, wirklich. Du bist Shiptarin, hm? Ich wünsche dir in Zukunft immer alles Gute. Du bist Shiptarin, hm? Ja. Ja, sehr gut. Okay, Feliment, ich bin Shiptar und ich bin Chris und viele in Kosova werden auch Chris. Sehr gut. Möchtest du noch deinen albanischen Geschwistern in Adam, vielleicht den albanischen Muslimen irgendwas noch sagen auf albanisch? Dass du vielleicht in ihre Herzen redest, verstehst du? Ich sage, ich sage immer, weißt du, aber trotzdem wollen die manche nicht hören. Ja, du kannst, du kannst jetzt deine Botschaft denen geben. Ich sage das öfter und immer, wenn ich zusammen mit denen bin und am unterhalten, sage ich das immer. Aber manche und die haben auch keine Ahnung, was da in Koran entsteht. Das ist auch das Blöde, die wissen gar nicht, was da steht und sagen, das ist das Tollste und alles möglich. Wenn du möchtest, kannst du dir auf albanisch etwas sagen, mein Lieber. Ich höre, du bist der Größte, ehrlich. Du musst mit deiner albanischen Geschwisterin Adam etwas sagen, auf albanisch. Du musst denen sagen, Christi, Christi, Christi ist auferstanden, gekreuzigt und auferstanden. Christi. Christi, ich habe dir gesagt, Jesus schützt euch. Ich hoffe, kommt ihr wieder in die wahre, was ihr früher wart. Zum wahren Glauben, ja? Ja, wundervoll, sehr gut. Amir, ich will dich nicht lange aufhalten. Ich wünsche dir alles Gute. Ich stehe auf. Bitte, gib nicht auf. Niemals. Und ich bitte auch für dich. Ich wünsche dir alles Gute, mein Freund. Vielen Dank, mein Lieber. Ciao, ciao. Vielen Dank, Amir. Ciao, ciao. Ciao. Du musst mich rausschmeißen. Ich schmeiße dich raus, wie ein Türsteher. Abou Amir hat gesprochen. Semmer. Semmer, viele Semmer unterwegs hier. Viele Semmeres. Und viele der Schuris. das ist ja aufzubeleidigen. Du musst direkt stumm gestalten. ja, ihr Lieben. Echte Albane sind Christen. ihr Ursprung ist Christsein. Das ist das. Die sind ja keine Muslime. Hier wurde der Islam halt aufgezwungen. Also diejenigen, die sagen, dass sie Muslime sind, die wissen ja gar nicht, was ihre Vorfahren durchgemacht haben durch den Islam. That's the problem that we have. That is the problem that we have. Wir können auch beider hier. Hammer was der sagt. Scharia will dominate. Do you believe that democracy will come under our feet? That we will destroy America. We will destroy Britain. That all of these leaders, they'll be under our feet. Do you believe that? Because if you believe that, I will see it in your actions. When they speak about Scharia, they speak about the Muslims, when they speak about the Jihad, we should be proud to say that we are from the Ummah of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and whatever you people represent, we will destroy you with our own hands and we will establish Islam over your noses. This is the truth, Fadi Abbas. Wir werden Scharia vor euren Namen implementieren und euch zerstören. Das ist die Gesinnung der wahren Muslim, die verstanden haben, was Islam bedeutet. Absolut bösartige Religion. Absolut bösartig. Das ist keine normale Religion. Das ist einfach nur ein Satanismus. Das ist so krass. Das ist so krass. Hey. Was haben wir denn hier noch? In Sura 18 we read about the sleepers of the cave, a group of people who supposedly went to sleep in a cave and woke up 300 years later. This fable goes back to people like Bishop Stephen of Ephesus around the middle of the fifth century. It was popular among the Christians. Ja, die Sura 18 Vers 86 geht zurück auf den Bischof Stephen, der das als irgendein Fabel aufgenommen hat. Sie haben diese Geschichte als Fabel gesehen. Wahnsinn. Und 1,6 Milliarden Menschen glauben, dass das von Gott kommt. Es ist einfach nur krank. Der Typ, deswegen wollte ich ihm die Frage stellen. Wisst ihr noch, der Muslim, als er gerade hier reingekommen ist, als er gesagt hat, ja, der Isa aus dem Koran konnte schon als Baby reden. Da habe ich ihn gefragt, wo hat er das denn? Wo hat der Mohammed diese Geschichte mit Jesus konnte als Baby reden? Jetzt pass mal auf. Wo hat der Mohammed das? Das ist aus dem 6. Jahrhundert aus einem Pseudo-Evangelium. Guck mal hier. Ja, genau. Diese Geschichte um Adam und Eva, wie der Koran ihn darstellt, dass der Adam sich geweigert hat, vor, dass der Satan sich geweigert hat, vor Adam sich niederzuwerfen. Das ist aus irgendeinem, warte ich, was war das? Genau, das jüdische Apokryphen. Heftig, ne? Einfach Fabeln und Schichten. Das ist so krank. Das ist so krank. wie kennst du der Faluzifers auf YouTube? Naja. Was war das denn? Oh, hast du eine Anfrage geschickt und dann geht er raus. Das sind die richtigen. Anfrage schicken und rausgehen. Anfrage schicken und dann einfach raus. Das ist nichts gut, diese. Ne? Der blockt mich. Ich habe Angst, dass es gesperrt wird, wenn man mich sieht. Ich habe keine Ahnung, manchmal, wenn ich im Auto sitze. Oh, danke, Leon. Leon, Wucki. Dass ich direkt gesperrt werde, ihr Lieben. Ach, du bist beim Kunden? Okay, dann kommst später. Joschka. Hören wir mal weiter. Ja, genau, dass der Salomo im Koran mit den Ameisen am reden ist. Woher kommt das? Ja, genau, das ist aus einem Apokryph. Wahnsinn, ne? Fälschung. Ja, dass Maria unter einem Palmenbaum Geburt dem Herrn gibt, das kommt von einem Apokryph. Da ist er 18. Allah sagt, Dulkarnayn so weit gereist ist, dass er die Enden der Erde gesehen hat und dann dass er die Mauern von Gog und Magog gefunden hat. Ihr kennt das ja, diese Lüge, ne? Das ist so krass. Wahnsinn. Der Alexander Roman hat es in den Koran geschafft. Der Koran ist der größte Schwindel unserer Zeit. Das ist absolut krank. Absolut krank. Ein Roman. Selbst ein Roman, dass Alexander der Große so losgezogen ist und einen Ort gefunden hat, wo die Sonne in einem schlammigen Wasser untergeht. Das ist ein Roman. Das hat er ins Koran geschafft. Der Roman ist der Koran. Das reimt sich sogar perfekt. Der Koran ist ein Roman. Besser geht's ja gar nicht mehr. Wenn euch jemand fragt, was ist der Koran für dich? Ja, der Koran ist für mich ein Roman. Dr. John hat es bestätigt. Johnny hat es bestätigt. Johnny, la gente ist der Molokka. Das ist unfassbar, ne? Müsst ihr euch mal vorstellen, aus einem Roman geklaut und in den Koran reingepackt und als göttliche Offenbarung ausgegeben. Ihr wisst ja gar nicht, mit was für einem Schwindel wir es zu tun haben mit dem Koran. Was meint ihr, warum Millionen von Muslime jährlich den Islam verlassen? Aufgrund der ganzen Tatsachen durch das Internet, was sie herausfinden. Das ist so heftig hier. Dr. Cheikh Abu Amir. Der Dr. Cheikh, der Dr. aller Doktoren. Der Dr. Cheikh, die Cheikh. Aber nicht, dass ich jetzt gleich gesperrt werde, aber egal, komm. Resikieren wir das einfach. MashaAllah, MashaAllah, mach nochmal. Hier, hören wir weiter. Legenden über Alexander den Großen. Siehst du, es gibt Muslime, wenn du die nur dazu bringst, den Alexander-Roman zu lesen, dann werden sie den Islam verlassen. Da gab es einen aus Amerika, so ein Konvertit, der hat diese Legenden sich durchgelesen. Der war ein ISIS-Rekrutierer, der die Leute zu ISIS gebracht hat. Da hat er gesagt, der Islam ist der größte Schwindel aller Zeiten. Das ist so heftig. Ja, das war es. Islam einfach zerbombt, ne. Das war es. Das war richtig Johnny. Das war richtige Johnny. Genau wie der, ja. Sie war sechs Pfarrer. Ich heiße Pfarrer. Pfarrer, ja auch D. Warum hat er drei Jahre gewartet, der Pädow? Warum drei Jahre? Wer? Nee, Moment. Jetzt bitte, du kannst erst mal, erst mal, zu Mohammed Pädow gesagt. Hast du zu Mohammed Pädow gesagt? Moment. Hast du gerade zu Mohammed Pädow gesagt? Nö, nö, nö. Ich habe gesagt, dass ich das von dir höre. Oh mein Gott. Sei ruhig. Er hat das gesagt. Ey, ey, ey. Der Muslim sagt selber zu Mohammed Pädow. Ich habe gesagt, warum hat der angebliche Pädow gesagt? Angeblich? Wollen wir mal wieder lügen? Ey, das ist heftig, wenn man auf einmal die, ähm, die Videoaufzeichnung dann sich anguckt, ne. Der angebliche. Dann gibst du Pädow. Nein, das hast du nicht gesagt. Ein Haufen von Lügnern. Und deswegen verlassen auch noch. Allah subhanahu wa ta'ala hat ja zwei Hände. Das ist klar. Aber ist das eine Rechte? Das ist klar. Allah hat zwei rechte Hände. Darüber haben die Gelernten unterschiedliche Ansichten. Worin Ahl-Sunnah und Jemaah mit Ijma'u übereinstimmen, ist, dass Allah azzeh wa jajal zwei Hände hat. Und womit sie übereinstimmen, ist, dass er eine Rechte hat. Was die Linke anbelangt, so gibt es Unterschiede. Der hat eine Linke mit zwei Rechte, ey. Hallo, Amir. Hallo, mein lieber Gott. Segen dich und deine Familie. Danke, dir auch so. So, ich bin auch Ex-Muslim. Aber ich bin ja schon lange. Und das Einzige, jetzt habe ich gehört, ich hörte ich ja die ganze Zeit. Und da kam es so, jetzt mit Hadjuj und Marduj. Hadjuj und Marduj, genau. Grok und Magok, sehr gut. Das heißt, das ist wirklich, ja, das ist wirklich, das ist ein Roman. Das ist wirklich ein Roman, der Alexander, der Großer, und keiner nimmt, keine Kapitel. Alexander Roman, der Roman heißt ja, der Alexander Roman. Ja, ja, und keiner kapiert das, keiner kapiert das. Verstehst du? Das ist genau wie der Sieg der Rom. Auch im Koran steht, und der Sieg der Rom in Irak, in Mosul, ich komme aus Mosul, ne? Und da ist die Stadt gefunden, nach dem Prophet ist er gestorben, nach dem Prophet. Und da steht im Koran, also der Prophet ist gestorben und dann fand das Krieg statt. Verstehst du? Das steht im Koran. So sieht's aus. Du siehst also, dass der Koran einfach ein Schwindel ist. Sobald man ein wenig eintaucht und das Ganze herausfindet, dann wirst du sehen, dass der Koran in sich zusammenfällt, ne? Das ist Hammer, ehrlich. Die Leute, die sind blind. Verstehst du? Blind einfach. Ich finde das wirklich unfair, ne? Dass man in Moschee geht, ne? Also für mich ist das so der Beweis, wenn du zur Moschee gehst und gehst zu Freitagsgebet oder beten, ne? Genau wo die Schuhe da liegen, ne? Da lassst du dein Gehirn genau daneben. Ohne Gehirn gehst du da rein. Ja. Ja, das ist so schlimm. Das ist echt schlimm. Sehr, sehr schlimm. Aber ich finde das wirklich, wie du das machst, ne? Ich finde das Hammer, ganz ehrlich. Ich mache das Gleiche, nur als Algnostiker, weil als Sunnite bin ich aufgewachsen, ne? Und da vor ein paar Jahren war ich genauso wie die anderen, ganz ehrlich. Und hier mache ich das Gegenteil, ne? Wie ich gelernt habe. Ehrlich. Wie ich gelernt habe, mache ich das Gegenteil. Also, weil ich habe, danach habe ich mit Verstand das ganze Koran gelesen. Und das ist eine Katastrophe. Ich gehe nicht mal auf Hadithe. Das sind sowieso reinste Katastrophen. Aber auf Koran alleine, das ist schon mal... Der Koran alleine reicht schon, ne? Die Fabeln und die Gäste. Ja, ich weiß wohl. Ja, ja. Ich gehe auch nicht mal auf Hadithe, weil ich gehe nicht auf einen Hadith, der meine Mutter oder meine Geschwister begleicht wie ein schwarzer Hund und ein Esel. Das geht gar nicht. Siehst du? Das geht gar nicht. Das geht nicht, ne? Und da soll ich einen Prophet lieben, ne? Mehr als meine Mutter und meine ganze Familie. Das geht doch gar nicht. Man muss Gott mehr lieben als alles andere. Und deswegen hat er... Nein, nein. Bei Islam, wenn du Gott beleidigst, da bist du aus dem Islam getreten, hast du drei Tage zu bereuen. Aber wenn du Prophet beleidigst, da gibt es keine Ausnahmen. So sieht es aus. Da gibt es keine Ausnahmen. Keine Gnade. Keine Gnade. Also ich sehe hier, ich sehe hier, die stellen ihm besser als Gott sogar. Natürlich. Es gibt auch ein Hadith, der steht auf dem Arsch, ne? Also der selber Stuhl sitzt Mohammed neben ihm. Ja, ich weiß, da gibt es die Überlieferung, ne? Dass der Allah neben Mohammed sitzt, ne? Ja, ja, genau. Ja, der will das eigentlich so rüberbringen, wie dass der Herr Jesus Christus zur Rechten der Majestät sitzt, ne? Ja. Die machen aus Mohammed Gott, das ist das. Ja. Auf jeden Fall mach weiter so. Gott segne. Danke. Tschau, tschau. Gott segne. Schalom und Gottes Segen. Schalom mein Lieber. Gott segne dich von deiner Familie. Und Prost. Danke. Ich hab doch mal ne Frage. Ähm. Ich wurde jetzt mehrfach darauf angesprochen, dass eine Deutschlandfahne und Christentum nicht zusammenpasst. Sie ist ja mein Profilbild, ne? Hm. Dein Profilbild? Deutschland? Ja, Deutschland. Da geht's, ne? Das ist ein bisschen provokativ. Stimmt schon? Darf man das als Christ? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Dir ist eigentlich alles erlaubt, nur ist das auch nützlich? Das musst du dich fragen. Aber deswegen bin ich doch ein Antichrist, oder? Ne. Wer sagt sowas? Ne, du nicht. Ne. Ich wurde mehrfach jetzt beleidigt, wirklich beleidigt, ähm, weil ich diese Deutschlandfahne drin hab und ich sehe mich aber auch wirklich als Christ. Und ich glaube, dass in Deutschland das Christentum unbedingt wieder umgekehrt werden muss. Zumindest was in den Kirchen. Das kannst du nicht aufhalten, weil die Bibel sagt, am Ende der Zeit werden sehr viele vom Glauben abfallen. Was willst du denn hier noch machen? Du siehst doch, die ganzen Kirchen sind leer und zwar sind die Gemeinden ein bisschen gefüllter, aber das Christentum ist total eine lasche, ähm, weiß ich nicht, wie man sowas nennt. Also die haben alle den Glauben verlassen und dienen ihnen nicht. Das war jetzt mal eine wirklich christliche Frage, weil ich sehe, ähm, das Christentum, die gehen ja auch immer mehr aus der Kirche raus und so weiter, ne, also das Christentum stirbt ja gerade quasi. Aber Leute wie du, na du gehst doch mal ein bisschen weiter als ich, ähm, wir sind aber auch immer mehr, habe ich das Gefühl. Also die wahren Christen, die das nicht, die das nicht so sehen. Das Problem ist, es gibt nur, es gibt nur wenige, die, äh, wirklich wiedergeboren sind. Das ist das. Es gibt viele Gläubige, ja, es gibt viele Gläubige, aber nur wenige Wiedergeborene. Das ist das. Die. Die. Komm aus der breiten Masse heraus. Die anderen sind ja keine Christen. Auf dem schmalen Weg, verstehst du, lass die Welt beiseite und geh auf dem schmalen Weg, der zum Leben führt und nicht auf dem breiten Weg der Welt. Und dass du hier irgendwas noch retten willst. Hier gibt's nichts mehr zu retten. Alles ist in den Händen des Herrn. Verstehst du, das ist das. Du musst dein, du musst diese Welt loslassen. Ne, ich denke nicht so. Ich werde ja angegriffen. Ich hab das jetzt, bei mir war jetzt der Anfang wegen meinem Bild. Ich mach das aber absichtlich. Ne, also ich hab da einen Hintergrund bei. Ne, äh, Deutschland und Christentum. So. Weil wir müssen ja als Deutsche schon mal erstmal lernen, wieder christlich zu leben. Ist hier ja gar nicht mehr so. Tja, das hat der Satan hier angerichtet, ne. Der Satan hat sich hier breitgemacht und hat den Glauben vor den Menschen total, zerstört und zerbombt und hat die Kirchen unter seine Kontrolle genommen und hat natürlich dann den Kindesmissbrauchsskandale durch die Kirchen durchgehen lassen. Und die Leute sind dann abgeneigt und die Leute sind zu Scharen ausgetreten aus der Kirche. Ja, siehst du. Anstatt die nachdenken und sagen, ey Leute, das was diese Priester und Pastoren machen, das ist doch nicht vereinbar mit dem Glauben an den Herrn Jesus Christus. Die müssen aufwachen. Könnt ihr nicht einfach so den Glauben beiseite legen, nur weil XYZ, äh, Pastor, Priester, äh, ein Kind anfasst. Der wird zur Hölle fahren, ja. Weil Jesus Christus in Matthäus 18 gesagt hat, wehe du, Priester, Pastor oder Muslim oder was auch immer du bist. Wenn du ein Kind anfasst, wirst du zur Hölle fahren. Es wäre besser, dass ein Mühlenstein um seinen Hals... Wir sollen ihn sogar hier bestrafen, wir sollen einen Mühlenstein um seinen Hals und seit, ne... Es wäre besser, dass ein Mühlenstein um seinen Hals gelegt wird und er ins tiefste Meer versenkt wird, anstatt der Anstoß an Kindern nimmt, ne. Oh. Du siehst, dass der Herr Jesus Christus auch Mohammed zur Rechenschaft ziehen wird, ne, der ein sechsjähriges Kind geheirn hat. Okay, mein lieber Gott, liebe dich. Was ich auch noch sagen wollte, mach bitte weiter, egal wer kommt, wer dich bedroht, wer irgendwas sagt. Du weißt, wer auf deiner Seite steht, auf unserer Seite steht, ne. Lass dich niemals unterdrücken. Bei mir versuchen das auch jeden Tag, aber ich lass das nicht an mich ran. Ne, das darf man auch nicht an sich ranlassen, da hast du recht. Okay, Gott segne dich, mach's gut. Mit und so, ne, oder manche Leute, was sie so sagen. Hm. Ich glaube, da war eine Verzögerung, Zeitverzögerung. Hallo, mein lieber Gott segne dich. Ja, das wollte ich gerade noch mal erwähnen, äh, äh, Amir. Der Herr Jesus Christus sagt ja, mit dem, äh, wer ein Kind anfasst, der soll dem, also Mühlen steilen. Deswegen verstehe ich nicht, warum, äh, die Muslime sagen, Rebekka ist drei, das passt doch gar nicht. Wenn der Herr Jesus Christus schon sagt, wer dem denn ein Kind anfasst, ja. Ja. Wie soll da Rebekka drei gewesen sein? Ja, ich sag dir, wie das zustande kommt. Und, äh. Ja, deswegen kommt das zustande, warte. Zeige ich dir jetzt einen Moment. Rebekka war drei deswegen, guck mal. Ja, damit ihr das versteht. Wenn Muslime das sagen, hab ich euch ja schon mal gesagt. Wenn Muslime sagen, Rebekka war drei, die muss dann eindeutig natürlich, äh, dieses Lied gehört haben, ne. Ja, mit den schweren Krügeln hin und her gelaufen sein. Ah, was darf du! Nehmen wir nur dieses Lied anmachen! Hier, Rebekka, Arnold Schwarzer, Rebekka. Ah! Ja, hier, Rebekka war natürlich Arnold Schwarzer, Rebekka, ist ja klar. Sie kann jedes Kameel 200 Liter trinken und so, für Dreijährige kann das. Sie kann Gespräche viel mit Erwachsenen, naja, kann das. Ich brauch Kameelorien, brauch mein Kameelorien zurzeit. Gib mir Kameelorien, aber ganz schön viel. Das ist genau so, das ist genau, Rebecca war drei. Gib mir Kameelorien, Gänsehaut. Aber innerlich wissen die das, das sagen die wirklich nur, um das schön zu reden, was mit Aisha war halt. Aber die haben das halt in den Schriften stehen. Nicht schön reden, sondern die versuchen das zu rechtfertigen. Wenn also ihr Prophet sowas getan hat, so müssen sie ja irgendwie in der Bibel irgendjemanden finden, der das genau noch schlimmer, äh, eigentlich in dem Sinne getan hat. Das ist das. Aber das Krasse ist, Amir, guck mal, der Jesus Christus in der Bibel, der Maßstab ist so hoch gesetzt, dass er sagt ja, alleine wenn wir schon eine Frau angucken, begeben wir Ehebruch. Guck mal, wie hoch der Maßstab, wie hoch der Jesus Christus die Maßstabplatte setzt. Das ist Wahnsinn, ist das. Nicht, weil er Gott ist. Gott der Allmächtige, der wahre Gott. Nicht wie Gott von Mohammed, der gesagt hat, warum fürchtest du die Menschen, was du in deinem Herzen aufbewahrt hast? Du sollst Allah fürchten. Geh und nimm sie zu deiner Frau. Ja, und fürchte direkt. Das ist heftig. Suche 33, Vers 37 und 30. Ja, Allah fordert sogar noch seinen Propheten auf. Geh und nimm sie zur Frau. Was, was hast du Angst vor den Menschen, dass sie über dich schlecht reden, weil du gerade die Frau von deinem Adoptivsohn ausspannst? Das ist überhaupt kein Problem. Geh und nimm sie zur Frau. Hölla. Mach. Ich hab die gegebenen. Und das ist wirklich eine traurige Sache, zum Beispiel das mit dem Adoptieren. Also ein Kind zu adoptieren ist ja normalerweise eine wunderschöne Sache. Und der Koran annulliert das einfach, weil das mit Zeneb halt. Das ist richtig krass. Okay, mein lieber Gott, segne dich um deine Familie. Ja, danke auch, Amir. Wünsche ich noch einen schönen Tag. Ja, die auch, ja. I must stop the ball. Ich bin ein Porsche ohne Bremsen. Und trage schwere Krüge. Als dreijähriges Kind. Das ist so cringy. Das ist wirklich, das kannst du keinem erzählen. Hallihallo. Hallihallo. Na, schön dich zu sehen. Ja. Dich auch, mein Bruder. Ja, das ist ja wundervoll. Du strahlst ja richtig Kamelurin heraus, du. Hey, hey, hey. Ich finde Kamelurin ungesund. Also lass mich in Ruhe. Dann bist du schon mal auf der richtigen Spur. Auf dem richtigen. Du bist die Nahrt-Alemasterin. Auf dem geraden Weg. Aha. Ich komm mit dir. Ja, was? Ich komm mit einer Frage. Und das ist die... Hat mich aber gerade angehört, als würdest du irgendwie anders, du weißt schon. Komm. Ja, ja. Nehm dich. Nehm dich. Was war das? Das hat sich sehr, sehr komisch angehört. Ich komm mit. Da sagt er, ich komm gerade. Ich komm mit einer Frage. Wie das sich so angehört. Ja, 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 da hast du schon recht. Also auf jeden Fall, ich war vor ein paar Tagen hier in deinem Live und ich habe dich gefragt für diese Lügner in der Überlieferungskette des Korans. Und du meintest Hafs und Asim. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und so. Und es ist ein bisschen schwierig, solche schlechten Sachen über eine Religion in Google zu finden, weil Google das meistens nicht vorschlägt. Und dann wollte ich dich fragen, ob du mir ganz kurz darüber was erzählen könntest. Weil wenn ich beispielsweise Hafs gucke, steht da einfach nur, dass er einer der... Niemals. Niemals wirst du das finden. Ja. Denn wenn ich beispielsweise google ganz kurz, dann steht einfach, ja, er hat einen der sieben kanonischen Korans übertragen. Meinst du, die Muslime stellen dir allen Ernstes zur Verfügung und zeigen dir, dass sich in den Schriften, in ihren eigenen Schriften von ihren eigenen Gelehrten Lügner und Betrüger befinden? Schau dir das mal an. Ich lese das für alle vor. Kannst du mir auch sagen, was du vorliest? Die Aussagen der Gelehrten, was sie zu dem Thema sagen, wer Hafs und Asim ist. Also, der Koran wurde von Uthman ibn Affan, Ali ibn Talib, Said bin Thabit, Obai ibn Kaab, weitergegeben an Abi Abdelrahman, weitergegeben an Asim, weitergegeben an Hafs bin Suleiman. Jetzt passt mal auf, was die Gelehrten sagen. Kommen wir zum Ersten. Hier, schauen wir uns den Überlieferer Asim an. In der wichtigsten Quelle für die Bewertung der Überlieferer lesen wir, Ad-Darkhutni sagte, sein Erinnerungsvermögen ist mangelhaft. Und weiter heißt es, An-Nasai sagte, Asim ist kein Hafs, also jemand, der den Koran auswendig kann. Ad-Dahabi, Siar al-Alam, An-Nubala, Band 6, Seite 79. Siehst du, sowas findest du nicht. Das sind Bücher, die tief in den Bibliotheken verborgen bleiben für die Muslime. In einer anderen wichtigen Quelle steht, Uqayli sagte, in ihm war nichts außer schlechtes Erinnerungsvermögen. Tahrir, Dimashg von Ibn Asherkir, Band 27, Seite 150. Weiter heißt es, Yahya al-Qatan sagte, jeder Mann, den ich kenne und dessen Name Asim ist, hat ein schlechtes Erinnerungsvermögen. Ad-Dahabi, Mizan al-Itk, wie, Ididal fi Naqd al-Riqal, das kann ich noch nicht mal fast aussprechen, diese ganzen Namen. Band 4, Seite 13. Gleiches auch bei Tahdeeb, Ad-Tahdeeb von Ibn Hajar al-Asqalani. Also, die wissen ganz genau, die Muslime, die kennen die Bücher. Von Ibn Hajar al-Asqalani, Band 3, Seite 90. Bei Ibn Hajar al-Asqalani lesen wir eine sehr merkwürdige Beschreibung von Asim. Dort heißt es, er sei ein ehrlicher, der Hirngespinste, Auhamad. Zum einen ist er also ehrlich, aber sein Problem ist, dass er sich Sachen einbildet, die in Wahrheit nicht sind. Das ist so wie Mohammed. Die Wahrheit, die nicht wahr sind. Weiterhin lesen wir, ich hörte Subba sagen, es berichtete uns Asim und ich war nicht überzeugt. Ad-Dahabi, Mizan al-Tidal fi Naqd al-Asqal, Band 4, Seite 13. Und Al-Illal von Ahmad bin Hanbal, Band 3, Seite 227. Weißt du, was das für eine tiefe Studie ist, was ich dir gerade so präsentiere? Subba ist eine der wichtigsten Persönlichkeiten in der Hadith-Wissenschaft und ihm war nicht wohl dabei, wenn er von Asim etwas berichtet bekam. Schau dir das mal an. Schauen wir nun, was die Hadith-Gelehrten zu Hadithen sagen, in denen Asim in der Überlieferungskette vorkommt. Also dieser Asim, der den Koran überliefert hat, hat auch Hadithe überliefert. Guck mal hier. Pass mal auf, der lügt einfach und betrügt über seinen Propheten. Guck mal. In der Erklärung zu Hadith Nummer 396 von At-Tirmidhi lesen wir, in der Koranlesung ist er zutreffend, im Hadith aber weniger. Und es werden die gleichen Kritikpunkte angeführt, die wir immer erwähnen. Wenn es zum Beispiel eine Überlieferung ist, so hat er diese Überlieferung eine Überlieferungskette. Und du siehst ja, wie Muslime, wenn es ihnen peinlich ist, sofort in eine Überlieferungskette reingehen und schauen, ah, dieser Name kommt davor, das ist also ein Idiot, den können wir nicht ernst nehmen. Aber beim Koran, die wichtigste Quelle des Islams, wo Muslime das Wort Gottes sehen, nehmen sie es an. Schau dir mal an, wie unehrlich Muslime eigentlich sind. Ja, stimmt. Aber wo hast du das gerade gelesen? Im Internet oder wo? Das habe ich mir ganz schnell alles zusammengesucht. Alles nachgeguckt in den Büchern, alles zusammengesucht, alles aufgeschrieben und das Ganze hier schön abgespeichert, damit ich die Muslime halt so aufklären kann. Hier, weiter heißt es, in der Koranlesung ist er zutreffend, im Hadith aber weniger. Und das Ganze finden wir in Tufat al-Ahwadi bisharqami at-Tirmidi von al-Mubarak-Furi. Weiterhin steht dort, dass die Hadith-Gelehrten, Bukhari und Muslim seine Hadith nur akzeptiert haben, wenn es auch andere Überlieferer gab, die die gleichen Hadithe überliefert haben. Wir haben es laut islamischen Quellen, also mit einem Glied in der Überlieferungskette des Korans zu tun, dessen Erinnerungsvermögen schlecht war, der Hirngespinste hatte, der kein Hafiz war, also jemand, der den Koran auswendig kennt und dem man die Überlieferung von authentischen Hadithen nicht zugetraut hatte. Bei der Überlieferung des Korans vertrauen sie ihm, obwohl er ihn nicht auswendig beherrschte. Bei der Überlieferung von Hadithen vertrauen sie ihm nicht. Das ist natürlich ein riesiger Widerspruch, oder? Ja, ja, schon. Also, sie sagen, dass der Koran ja mutawater, also von mehreren überliefert wurde und nicht nur von Asim. Ja, das mag sein. Aber die Leseart, die wir heute in den Händen halten, hat nun mal eine Überlieferungskette, die Asim auf dritten Ebene als einziges Kettenglied beinhaltet. So, kommen wir nun zu einem noch größeren Problem, die Person Hafs. Guck, was die Leute über ihn sagen. Er wird als Wadah al-Hadith bezeichnet. Das heißt, er erfindet Hadithe. Das ist so krank. Das heißt, er erfindet Hadithe. Er sinnt also irgendwelche Lügengeschichten und schreibt es dem Propheten Mohammed zu. Hast du ein verstörenderes Bild als das gesehen? Nee. Wie krank das Ganze ist. Das Ausmaß ist euch gar nicht bewusst. Das ist ja einer von den schlimmsten Beweisen, also den heftigsten Beweisen gegen den Islam. Er erfindet Hadithe. Er sinnt also irgendwelche Lügengeschichten und schreibt sie dem Propheten Mohammed zu. Bukhari, der große Hadithgelehrte, sagte, sie beachten ihn nicht. Sie beachten ihn nicht. Guck mal hier. Er, äh, warte. So, bezeichnet. Das heißt, er erfindet Hadithe. Er sinnt also irgendwelche Lügengeschichten und schreibt sie dem Propheten Mohammed zu. Bukhari, der große Hadithgelehrte, sagte, sie beachten ihn nicht. Damit meint er, dass er nicht beachtet wird, weil er ein Lügner ist. Und Abd al-Rahman bin Yusuf bin Hiraz sagte über ihn, ein Lügner und ein Unbeachteter. Er erfindet Hadithe. Und Yahya sagte einmal über ihn, nicht vertrauenswürdig und ein Lügner. Und an anderer Stelle lesen wir, Abd al-Rahman bin Hatim sagte, ich fragte meinen Vater nach ihm, gemeint des Hafs. Er sagte, seine Rede, Hadithe werden nicht aufgeschrieben. Er ist schwach im Hadith. Er ist unehrlich. Seine Hadithe werden weggelassen. Ich sagte, wie ist sein Status in Bezug auf den Koran? Er sagte, Abu Bakr bin Las ist darin zutreffender. Äh, wo finden wir das? In Aqar, Fa'at-Tahdil, Band 3, Seite 173. Tahdeb, At-Tahdeb von Ibn Hajar, Band 2, Seite 21. Der Koran in der Leseart, den wir heute in der Hand halten, hat aber Hafs, den Lügner und nicht Abu Bakr bin Las in der Überlieferungskette. Beide haben von Asin den Koran gelernt, der selbst ja Probleme mit dem Erinnerungsvermögen hatte. Unsere heute bekannte Leseart geht aber auf den Lügner und Hadith-Erfinder Hafs zurück. Nicht Abu Bakr bin Las, der Typ kommt noch nicht mal darin vor. Wahnsinn, ne? Dieser Hafs, auf den der heutige Koran in der bekannten Leseart zurückgeht, müsste sich laut islamischen Quellen in der Hölle befinden. Denn in den Hadithen steht, dass wer bewusst eine Lüge über Mohammed erfindet, wird dem Höllenfeuer schmoren. Das findest du im Saib-Ukhari und Saib-Muslim. Und wer einmal eine Lüge über den Propheten Mohammed erfunden hat, dessen Überlieferungen werden alle zurückgewiesen. Du musst dir das mal geben. Du lässt dir das mal auf der Zunge zergehen. Da befindet sich ein Typ in der Überlieferungskette des Islams. Die Gelehrten sagen über diese beiden, dass das die größten Betrüger aller Zeiten sind, die über Mohammed Sachen erfinden. Und Mohammed in den Hadithen sagt, wer über mich bewusst lügt und Sachen erfindet, der wird seinen Platz im Höllenfeuer finden. Und dann nehmen sie auch noch den Koran von denen. Jetzt versuch das bei den Muslimen zu erklären. Jetzt versuch das bei den Muslimen zu erklären. Sag mal, wie dumm musst du eigentlich sein? Wie kaputt muss man das sein? Hast du das auch in einem Livestream oder in einem Video? Ja, das werde ich auch demnächst wieder in meinem Livestream auf YouTube. Das werde ich auch nochmal da hin. Weil ich habe mir alles herausgefunden über die Überlieferungen und auch über die Verfälschung des Korans. Und bin da wieder tief eingetaucht und habe die ganzen Aussagen der Gelehrten, habe ich alle nacheinander kopiert. Das heißt, wenn das, was ich dort zeige, diese Überlieferer das überliefert haben, dass der Koran nicht perfekt überliefert wurde, Muslime aber reingehen in die Überlieferungskette und diese Aussagen überprüfen und mir sagen, dass da jemand unvertrauenswürdig in der Überlieferungskette ist, so sage ich ihnen, okay, dann ist dein gesamter Koran auch daif und kannst auch nicht vertrauen. Du meintest gerade eben, das hast du schon in einem Livestream bzw. Video gemacht oder wirst du das erst machen? Ja, das habe ich einige Male, habe ich das gemacht. Ich weiß aber nicht mehr, wo. Die ganzen Videos gehen ja zwei Stunden. Ja, ich weiß schon, jedes Live ist ein und halb, zwei Stunden. Also weißt du jetzt nicht mehr, in welchem Video das war, oder? Oder schon? Musst du den jetzt durchgucken, ne? Ja, ja, werde ich schon machen. So kriegst du Views. Und was für ein Fußballfan bist du? Gar keiner. Ich bin der größte Fan von Jesus Christus. Okay, okay. Ich bin der größte Fan von Jesus. Okay, okay, Buddy. Dein Nachfolger. Auf jeden Fall, auf jeden Fall liebe ich dich. Ich liebe dich auch, mein Lieber. Gott segne dich. Tschüss. Okay, das war jetzt schon ein bisschen heftig, ey. Ich sag doch, das war nicht umsonst, als er gesagt hat, ich komme, also ich komme jetzt mit meiner Frage. Ich komme, ich komme mit meiner Frage. Ich war mit meiner Frage natürlich, ne? Ja, das ist so heftig, ey. Oh, okay. Scheich. Hallo, meine Damen und Herren, Scheich, Abu Amir, ich brauche eine Quelle von dir. Ja. Und zwar bezüglich der Sperma, wie lange sie überleben, also im Islam. Wo war das denn mit den 40 Tagen? Einfach bei sunnah.com eingehen. 40 Tagen. Aber steht das so in Bukhari, Muslim oder Koran? Das steht in Sai Bukhari, das steht in Sai Bukhari. In Sai Bukhari, okay? Ja, 40 Tagen. Ja. Und dann einfach suchen, dann findest du schon den ersten Hadith. Sunnah.com, ja? Ja, genau. Sahih Muslim, Hadith 2643B. Sahih Muslim 2643B. Ja, okay. Das ist eine Lüge, ist das. Okay, danke. Keine Spermien überlebt länger als fünf Tage, das ist eine Lüge. Ja, ja. Okay, danke, danke dafür, ja? Mach's gut. Ciao, ciao, Scheich. Kommt immer zum Scheich eures Vertrauens. Immer zum Scheich eures Vertrauens. Hallo, mein Lieber. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich um deine Familie. Amir, ich hab heute einen Traum gehabt und zwar hab ich so ein Licht gesehen. Ich denke, Jesus hat zu mir gesprochen. Meinst du, er wollte mir was vielleicht damit sagen? Was denn? Also, könnte er mich im Traum recht leiten wollen? Ich weiß nicht, was du da geträumt hast. Du musst das schon äußern. Jesus hat mich, hat zu mir gesprochen und ich konnte ihn sehen und bitte hilf mir, ich will konvertieren. Das ist schon so ein ekelhafter Typ, ey. Das ist dieser Troll, ne? Ist das ein ekelhafter Typ. Jedes Mal macht er diese gleiche Unsinn, ey. Nein, Gott segne dich schon eine Frage. Danke, ich danke dich auch. Du, ich hab schon seit ein paar Tagen, sehe ich dich. Es ist schon interessant, was du so alles erzählst. Was ich gut finde an dir ist, dass du versuchst, alles so logisch zu erklären. Mit Nachweisen, ne? Du scheinst ein sehr logischer Kerl zu sein. Aber ich hab mal ein paar Fragen an dich, Bruder. Ja. Also du kritisierst ja den Islam und versuchst ja mit englischen Beweisen auch so zu zeigen, dass viele Sachen halt nicht richtig sein können, dass die Überlieferungen auch nicht richtig sind. Und du als Christ, wie wertest du das, dass man, ja, dass Jesus der Sohn Gottes ist, beziehungsweise Gott selber? Wie kannst du das erklären? Der Sohn Gottes ist ja ein, wie nennen wir das, ein Titel. Der Sohn Gottes bedeutet ja nicht, dass Gott mit einer Frau intim wurde oder was, und dass ein Kind gezeugt wurde. Nein. Der Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Der dreieinige Gott besteht aus Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Sohn Gottes, der war schon in Ewigkeit Gott selbst und löste sich los und kam als ein menschliches Wesen auf diese Erde. Deswegen ist auch der Herr, sagt im Alten Testament, ich bin der Retter und außer mir gibt es keinen Gott. Verstehst du? Ich bin der Erste und der Letzte und außer mir gibt es keinen Retter. Du siehst also, dass es immer miteinander verbunden ist. Der Retter ist Gott. Er ist sowohl der Erste als auch der Letzte und der Retter. Und dann sehen wir im Neuen Testament, dass der Retter geboren wurde und Jesus Christus auch in Offenbarung 1,18 sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Siehe, ich war tot und lebe doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Okay, also das heißt für dich ist es logisch, dass Gott als Mensch auf die Erde kommt und von Menschen ermordet wird. Ja, wenn er das selbst von sich sagt und es auch durch die Propheten gibt. Das interessiert mich, wo sagt Jesus in der Bibel, dass er Gott bzw. Sohn Gottes ist? Ja, in Lukas 22, Vers 70. Hast du die Bibel da? Ne, habe ich leider nicht, aber was sagt er da genau? Ich bin der Sohn Gottes. Er sagt, ich bin der Sohn Gottes. Ja. So, das muss ich nochmal aufschreiben, weil das höre ich zum ersten Mal, aber noch eine andere Frage. Ja, finde ich cool. Ich werde mir das sagen, mal bitte nochmal. Ich schreibe mir das mal auf. Lukas 22, Vers 70. Ich kann es dir auch vorlesen. Lukas 22, Vers 70. Da sprachen sie alle, bist du also der Sohn Gottes? Er, Jesus, aber sprach zu ihnen, ihr sagt es, denn ich bin es. Okay, es gibt ja wissenschaftliche Nachweise dafür, dass die Bibel öfter verändert wurde und dass auch verschiedene Versionen davon gibt. Ist das richtig? Nein. Das ist ein Mythos. Die Bibel kann nicht verändert werden, weil wir einen Urtext haben und du kannst verschiedene Übersetzungen haben. Aber der größte Urtext? Das ist der Codex Sinaiticus. Das ist der älteste Codex, den wir haben. Ist der Sinaiticus. Hast du schon mal was von der Bibel des Barnabas gehört? Lächerlich. Ist eine Fälschung. Das sagt sogar dein muslimischer Schech. Der sagt, das ist eine Verschwendung von Papier. Okay, und was ist mit der Bibel, die jetzt irgendwie im türkischen Museum da ist? Das ist mindestens 1500 Jahre alt. Das ist eine Takiya-Show. Okay, was auf Aramäisch geschrieben ist. Das ist Blödsinn. Wir haben die Kumran-Rollen gefunden am Schwarzen Meer durch Mohammed. Mohammed hat sie uns zugänglich gemacht. Das ist heftig, welche Ironie. Ein Schafshilte namens Mohammed sucht seine Ziege, wirft Steine in die Höhle rein, damit die Ziege wieder rauskommt, trifft Tonkrüge und findet die wichtigsten Schriftrollen der Bibel. Das Alte Testament, die Tora, die Jesaja-Schriftrollen auf sieben Meter unbezahlbar. Wahnsinn. Und die existieren noch? Die existieren heute noch. Guck mal hier, ich zeig dir das mal. Das ist so grandios, mit was wir es hier zu tun haben, das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Auf sieben Meter genau ist der Text überliefert worden. Damit hat Gott allen Menschen eine Ohrfeige verpasst, die behauptet haben, dass seine Schrift verfälscht ist. Wahnsinn. Interessant. Interessant fand ich auch. Und eine andere Frage habe ich noch. Meinst du nicht, dass du irgendwie Menschen mit einem anderen Glauben oder die Muslime mit deinen Aussagen oder mit deiner Vorgehensweise beleidigst? Auf keinen Fall. Die Muslime sind ja diejenigen, die hardcore beleidigen durch ihren Gott, Allah. Ich glaube, ich kenne viele Muslime. Wenn jemand zu dir sagt, dass du und deine Familie schlimmer seid als die Tiere, was würdest du dann sagen? Wer sagt das? Allah sagt das. Also soweit ich weiß, sind sowohl Christen als auch Juden im Islam geschützt. Ja, aber die Aussage, dass du schlimmer bist als die Tiere, niedriger bist als die Tiere. Steht das im Koran? Ja, das steht im Koran, ja. Wo steht das denn im Koran, Bruder? Wo steht das denn im Koran, ey? Im Koran steht eins, jeder Jude, Christ, Sabea und jeder, der an den Schöpfer und den jüngsten Tag glaubt, der soll sich nicht fürchten. Kennst du diese? Das ist Widerspruch. Das ist Suche 2, Vers 62, wo Allah sagt, was du gerade zitiert hast. Und aber in einem weiteren Kapitel sagt er in Suche 3, Vers 85, dass wer etwas anderes als Islam begehrt, das wird niemals von ihm akzeptiert. Damit hast du bewiesen, dass Gott Fehler macht und wir einen Widerspruch haben. Aber Christen und Juden, beziehungsweise die Bibel und die Tore sind ein Teil des Korans, ein Teil unseres Glaubens. Ja, kann man die Bibel zu selten? Deswegen ist es immer so eine Sache der Interpretation. Und was ich dir auch auf jeden Fall, wo ich dir recht geben muss, ist, dass wir leider sehr, sehr viele Hojas haben oder sehr viele muslimische Gelehrte, die tatsächlich, also die haben dir die verschiedensten Interpretationen bei den verschiedensten Versen. Ich bin mir selber da so unsicher. Also wenn ich zum Beispiel ein Hoja höre, verzweifle ich eigentlich immer erst mal. Ja, kannst du an eine Religion glauben, die dir sagt, dass du im Himmelreich damit beschäftigt bist, Jungfernhäutschen zu, ne, du weißt schon. Und du von Allah einen Dauer riesen Palmen PINIS zur Verfügung bekommst und der Hintern der Huris 1,6 Kilometer breit ist, damit du die Aktion abnehmen kannst. Ja. Das steht da? Ja. Cartoon-Religion. Das ist Cartoon-Religion, das ist allah Walt Disney. Wirklich? Ja. Aber du weißt, welches ist das meist gelesene Buch der Welt? Weißt du das? Die Bibel. Nicht der Koran? Nein, nicht der Koran. Okay. Der Koran ist das meist in die Mülltonne geschmissene Buch der Welt. Das meine ich mit respektlos. Warum machst du das? Das hat Saudi-Arabien uns gezeigt, das kannst du ganz eingeben. Korane in der Kanalisation, Saudi-Arabien, die hassen den Koran. Die Araber haben den Koran gelesen und sagen, das ist das letzte Drecksbuch. Wow. Tausende von Koranen in Kanalisationen gefunden in Saudi-Arabien. Ich hätte mir, weißt du, man kann ja sich unterhalten, aber ich hätte mir ein bisschen mehr Respekt erhofft. Ja, aber was soll ich dir denn sagen? Sie haben das... Guck mal, nein, Menschen reden miteinander respektvoll am liebsten. Weißt du, ein bisschen glücklicher sein. Ich bin noch respektvoll. Ich sage dir, was die dazu dachten. Das macht man nicht. Also wenn man ein Buch... Sie sind sehr intelligenter. Mein lieber, mein lieber Habib, 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 wenn Menschen ein Buch in die Tonne schmeißen, gefällt ihnen das Buch oder sagen sie, nee, das Buch gefällt mir nicht. Das ist der letzte Müll. Das halte ich für ein Gerücht, was du gerade sagst. Weißt du, du kannst mal... Kannst du mal bitte eingeben, Saudi-Arabien, Bibeln, Kanalisation, dann wirst du es finden. Saudi-Arabien? Bibeln, Kanalisation. Du siehst dann hunderte und tausende von Koranen in Kanalisationen. In Saudi-Arabien, im Mutterland des Islams. Okay. Die Leute sind ja mächtig, den Koran zu lesen. Die sagen, das ist ein Lügenbuch. Mit Fabeln und Lügen ausgeschmückt. Also ich respektiere deine Meinung, weil es deine Meinung ist und du solltest auch Respekt vor der Meinung anderer Leute haben. Das ist das Einzige, was ich dir mitgeben möchte. Ich habe ja Respekt vor dir und deiner Meinung, aber ich habe keinen, ich habe keinen, keinerlei Respekt vor einer Ideologie, die sagt, dass wir schlimmer sind als die Tiere, dass man uns aufgrund unseres Glaubens unterdrücken sollte und Schutzgeld erpressen sollte. Da habe ich keinen Respekt vor. Im Koran steht das nicht. Surah 9, Vers 29. Surah 9, Vers 29. Ja, schreib dir immer alles auf. Ja, mach ich auch. Vers 29. Weil ich, ich, ich stehe da drauf, das nachzuweisen. Es hat mich sehr gefreut. Ich muss jetzt leider los. Vielleicht hören wir nochmal voneinander, ja? Alles klar, danke für deine Zeit. Peace und Respekt. Peace und Respekt. Okay, mach's gut, mein Lieber. Ciao. Ciao. Ja, Gott segne ihn. Betet für ihn, ja? Der war ein Guter. So, ihr Lieben, ich muss wieder weiterfahren. Deswegen seht ihr den Abu Amir hinter einem Schleier. Ich verstecke mich hinter einem Hijab, damit mich keiner sieht. Itikulla ist auch da. Itikulla. Hallo. Itikulla, wir haben dich erkannt. Itikulla. Kannst du uns bitte erklären, warum der Hijab-Fest herabgesandt wurde? Itikulla, bitte erklär mir, warum du Niqab anziehst. Itikulla, weil es etwa wegen dem Kackamachen von den Frauen. Itikulla. Ach, man, Itikulla, lass doch sein mit dieser Religion. Lass mich doch wenigstens für dich Kamelurien-Song singen. Davon hast du mehr als Niqab zu tragen. Itikulla, wir sehen dich. Itikulla. Übereinstimmte, dein Gott, der das ganze Universum erschaffen hat, ist mit Omar ibn al-Khatab in drei Punkten übereinstimmend. Das heißt, die Hikma, die Weisheit von Omar, ist die Hikma von Allah. Das kannst du keinem jetzt sehen. Astagfallah, 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 la haula wa la quwwata illa billa. Ja, ja, klar. Ja, das ist das. Du kannst es nicht akzeptieren. Du raffst das nicht. Itikulla. Itikulla, meine Liebe. Aber wo steht denn eigentlich Itikulla? Aber du hast echt eine süße Stimme, Itikulla. Richtig Minimaus. Itikulla, ich werde das nie vergessen. Du warst ja mal Skier, oder? Meine Familie ist schietig, aber ich habe mich für die sonnliche Richtung interessiert. Du bist nur du kommentiert. Nur ich habe mich mit dem Glauben auseinandergesetzt, ja. Und mein Bruder. Deine Eltern sind noch Skier? Ich rede über meine Eltern nicht, mein Lieber. Ja, ja, okay. Ich hätte mal eine Frage. Eine oder mehrere? Nur eine, eine. Ja. Welchen Rang hat deine Mutter bei Mutter? Ich glaube, das musst du Aicha fragen, die Busen gibt. Das musst du Aicha fragen, die alte Bude, der hier Milchkuh. Ja, wolltest du mich empfehlen? Nein, das lasse ich nicht zu. Du musst dann Aicha fragen, die schön Männer gestillt hat. Diesen Rang hat sie gehabt, ja. Ja, schön die Stillerin. Ben Stiller. Ben Stiller. Nein, ich lasse das nicht zu. Niemals. Es gibt Ex-Muslim, Gott segne dich. Gott segne auch dich, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, Bruder. Ich war schon mal bei dir drin. Ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnerst, aber... Nee, aber ich hoffe, da kommt kein Kamellorien raus, wie dein Vorgehen da gerade. Nein, nein, Bruder. Ich bin der Jeside. Ich war schon mal bei dir drin. Ah, okay. Ich hab nur kurz mal eine Frage, brah. Dann bin ich auch wieder weg. Ja. Ich hab dein Video gestern gesehen mit Schiiten. Ist das wirklich so, dass die Schiiten sagen, dass Kurden von Dschins abstammen? Ja, steht in den authentischen Überlieferungen. Al-Kafi, von Al-Kulayni. Wow, Jan, jeder Kurde, der gleichzeitig Schiit ist, das ist eigentlich Doppelmoral. Doppelmoral, ja. Eigentlich müsste der sofort austreten. Ach, ich frag mich, warum überhaupt ein Kurde ein Muslim ist. Ja, oder? Das ist eine Katastrophe. Wie kann ein Kurde ein Muslim sein? Also seine Vorfahren wurden auseinandergenommen und er sagt, sie haben, ich bin Muslim. Ich küss dein Herz. Eigentlich ist jeder, egal ob Türke oder Afghane oder Pakistane oder was, das sind alles unterworfene Menschen. Die müssen also aufwachen und sich ein wenig mit der Geschichte des Islams auseinandersetzen. Ich küss dein Herz, Bruder. Eigentlich wollte ich das nur fragen. Ich danke dir. Ich hoffe, dass du dich auch ein wenig hinsetzt und Jesus Christus kennenlernst, meine Lieber. Ich bin gerade tatsächlich sogar dabei, dem Christentum so ein bisschen... Wundervoll. Wundervoll. Ja, aber ganz kurz bevor hier die Jesiden wieder... Ich verkaufe, ich meine Religion, ich kann das auch gern zweit wirklich erstmal angehen. Ich will mich nur informieren, Leute. Und ja, aber ich danke dir. Sehr viele Jesiden kommen zum Glauben, weil sie Jesus Christus lieben und erkannt haben, oh, dass das ihr Gott ist. Sehr, sehr schön. Das hat nichts mit verraten zu tun. Das hat etwas damit zu tun, dass sie ihren Blickwinkel ändern und sagen, bringen wir uns nicht weiter. Wir brauchen den lebendigen Gott Jesus Christus, der uns liebt und sein Leben für uns gegeben hat. Ganz einfache Message. Das hat doch nichts damit zu tun, dass du irgendjemanden verrätst oder sowas. Nein. Du triffst einfach aus Liebe heraus eine Entscheidung für Gott. Für Gott. Für Gott. Ich küss dein Herz an mich, bitte. Gott segne dich, bitte. Ich auch, bitte. Dankeschön. Okay, mach's gut. Ich muss sagen, gieß mir wieder auf die Nerven mit deinen sinnlosen Fragen. Danke, King of Kings. Danke von ganzem Herzen. Gott segne euch und eure Familien. Danke fürs Liken, Schenken, Machen, Tun. Vielen Dank. Wir schaffen es zwar nicht in die höheren Ränge, aber egal. Wir haben schon TikTok auseinandergenommen. Und das schon vor Monaten. Was seht ihr von Stürzenberg? Habe ich doch schon tausendmal gesagt. Wer haben wir denn noch in der Leitung? Die Praxis von Dr. Scherer, aber am Ende, eröffnet. Ja, Moin, Scherer. Ich habe gerade nachgeschaut. Also ich wollte das den Kollegen zeigen. Ich habe nachgeschaut. Im Englischen stand da jetzt nichts von Sperma, was du meintest. Was meinst du? Also ich habe jetzt bei sunab.com unter Sahih Muslim, habe ich diese Hadis nochmal eingegeben. Da stand jetzt irgendwie nicht von Nutfa. Da stand jetzt irgendwie was von allgemein 40 Tage, dass man irgendwie als Blutgrinsel 40 Tage in der Gebärmutter bleibt. Nein, das geht ja darum, dass die Flüssigkeit, die Samenflüssigkeit, darum geht es ja in den 40 Tagen. 40 Tage. Ja, aber da stand nicht Samenflüssigkeit. Das wird doch Nutfa, heißt das, oder? Ich weiß nicht, wie das arabische Wort hier genannt wird. Ja, weil in diesem Dings... Ja, also er meint, da steht nur was von diesem Blutgrinsel, das 40 Tage, das ist 40 Tage, dauert, glaube ich, bis daraus menschliches Leben entsteht. Ist der Mosne? Ja, er ist Mosne. Du kannst ihm ja den Hadith zeigen, in dem sein Gott, in dem sein Mohammed gesagt hat, dass wer auch immer zuerst kommt, dass das dem Kind ähnelt. Guck hier, kannst du ihm direkt zeigen. Dann sagst du ihm, dass das auch riesengroßer Quatsch ist. Warte, zeige ich dir jetzt. Und das hat er von seinem Gott, also Jibil hat das von Allah, also Allah hat Jibil das gesagt und Jibil ist dann gekommen, um Mohammed die Antwort zu geben. Warte. Ja, aber lass doch den Beeilten zu erinnern, erst mal. Was macht ihr da, der Hintergrund? Also ich bin mit ihm am Recherchieren, ich wollte ihm so einige Sachen zeigen. Wolltest du ihm eine Quelle gleich zeigen, oder? Ja, genau, Mohammed. Du musst nur ganz kurz suchen. Oh, danke, nur da ist vor allem. Hier, zeig ihm bitte den Hadith. Zeig ihm bitte den Hadith aus Saib Bukhari, 3329 und sag mir, ob das... Ja, warte ganz kurz, ich hab noch 3. 3329. 3329. Genau. Sag ihm, er soll das lesen. In allen Fällen liegt Mohammed hier falsch. Und nochmal bezüglich diesem Hadith, was du mir gegeben hast mit 2643, gibt es da noch eine Alternative irgendwie, dass man nochmal nachgucken kann, weil das hat er nicht akzeptiert. Ja, glaubt er nicht, dass Frauen Spermien haben? Also genau, da gibt es doch auch mit den Rippen oder so meinst du irgendwas. Ja genau, suche 86 für 6 bis 7. Zeig ihm den Hadith von Ibn Kaffee. Ja, suche nochmal, suche. 86 für 6 bis 7. Ja, und tafsier von? Ibn Kaffee. Also er legt das dann aus und zitiert auch die Gelehrten. Ja, okay. Okay, Chef, dann versuche ich mal. Dann versuche ich mal, da mit meinem Glück. Bis gut. Okay, bis dann. Danke, Chef. Ciao, Jungs. Ja, möge der Herr ihm helfen, den Moslem da rauszuholen aus dieser Lüge. Moslem, Amir, Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Deine auch, brother. Du, ich weiß, du bist gerade beschäftigt, aber kannst du etwas auf Arabisch lesen, weil ich möchte sehen, ob die englische Version genau dieselbe ist wie auf dem Arabischen. Ich kann kein Arabisch lesen, mein Lieber. Achso, schade. Ich muss da aus so einem Arabischen Christen gehen am besten, ne? Ja, ich war schon zweimal bei ihm, aber da kam immer was dazwischen. Es geht um Sai Bukhari 4950. 4950? Ja. Was ist denn da? Sekunde, ich lese dir mal vor. Also da, Allahs Messager became sick and could not offer his night prayer for two or three nights. Dann eine Frau, die Frau von Abu Lahab, kam und sagte, oh Mohammed, ich denke, dass dein Satan dich verlassen hat. Das ist richtig heftig. Ja, das steht genauso da drinne. Es ist haargenau so. Das ist heftig. Das habe ich auch überprüfen lassen. Das stimmt wirklich, wie es da steht. Die Mariam hat das sehr oft für uns vorgelesen. Wie gesagt, es ist eins, eins genau, wie es da steht. Dass der Satan, dass der Mohammed einen Satan immer bei sich hatte. Das ist ja gut, dann notiere ich, dass der Frau ihm gesagt hat, dass sein Satan ihn verlassen hat. Das ist richtig heftig. Ja, ja, das ist krass. Er sagt ja, die Offenbarung kommt zu mir in der Form einer Glocke. Und dann in einem anderen Hadi sagt der Mohammed, die Glocke ist das Instrument von Satan. Ja, was denn jetzt? Hat der von Satan die Inspiration bekommen, oder was? Das ist ja geblöse. Das ist ja alles erzählt. Alles klar, mein Lieber. Ich danke dir. Gottes Segen dir nochmal und eventuell bis später. Okay, Gottes Segen sich von meiner Familie. Ciao, ciao. Ja, an allen Punkten liegt der Mohammed falsch. Dass weder das Kommen des Mannes oder das Kommen der Frau irgendwie einen Einfluss hätte auf das Geschlecht des Kindes. Das ist völliger Quatsch. Blödsinn. Ja, und damit ist er sehr oft als falscher Prophet entlarvt worden. Sehr, sehr oft. Und das nicht mal von unseren Quellen. Ah, da hier. Sahelmuslim 2114. Sehr gut. Dr. John. Da habt ihr die Quellen. Könnt ihr screenshotten oder euch merken. Ah, meine Freunde, die von der Polizei sind wieder vor mir. Ist das nicht wundervoll? Meine Freunde von der Polizei sind immer vor mir. Wo ist er, meine Freunde? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wo meine Freunde ist. Müsst ihr mal anschreiben, ne? Ich hab gar keinen Kontakt zu ihr, nichts. Was ist denn hier los? Ihr seid so verloren. Etikulla. Guck mal, was Etikulla zu uns sagt. Ihr Lieben. Laut Etikulla sind wir verloren. Schaut euch das mal bitte an. Eine Frau, die im Ninderkostüm rumläuft, aufgrund, dass Omar ibn al-Khatab die Frauen bei der Notdurft von Mohammed gesehen hat. Habt ihr was Verstörenderes als das gesehen? Ich weiß nicht, sollen wir weinen, sollen wir lachen oder was sollen wir machen? Soll ich etwa lachen oder weinen, Etikulla? Trink nicht so viel Kamelorin, das bekommt ihr nicht so gut. Das ist genauso wie mein Gesang. Vielleicht versetzt sich das in verschiedene Regionen. Meine Liebe, Etikulla. Ja genau, dieses Gesicht hat derjenige gesehen, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat, meine Liebe. Toll. Toll machst du das. Sehr, sehr gut. Ich verkaufe, was verkaufst du denn? Kamelorin oder was? Was verkaufst du denn, Etikulla? Kamelorin oder was? Do you sell some camel urine drugs or what? Ha? Hast du neue Marklücke entdeckt oder was ist das? Kamelorin verkaufen? Hijab? Nein, du verkaufst die Karm? Das ist ja krank. Wie kannst du denn sowas verkaufen? Warum willst du die Frauen denn in so etwas reinquetschen? Hä? Warum machst du das, Etikulla? Etikulani. Man sieht dich nicht, ja, außer... Hallo? Hallo, mein lieber Gott. Willst du dich und deine Familie? Was geht? Dankeschön. Bro, ich liebe dich, bro. Ich mag dich und ich wünsche dir viel Gesundheit. Ja, ich möchte dir auch, dir und deiner Familie. Dankeschön. Kann der Dr. Scherer, wollen wir dir noch was Gutes tun? Ich habe eine muslimische gute Freundin jetzt kennengelernt seit ein paar Wochen und ich erkläre ihr so die ganze Zeit, dass der Islam wirklich so vom Satan ist. Ich erkläre ihr das so die ganze Zeit. Und sie will es einfach nicht einsehen und ich zeige ihr auch sehr viele Beweise und sie will es nicht einsehen. Und dann habe ich ihr so gesagt, würdest du wollen, dass die Scharia hier bald eingeführt wird, wenn die ganzen Flüchtlinge, wenn die ganzen Flüchtlinge jetzt hier leben und dann sich hier, sage ich mal, verbreiten so mit den deutschen Bürgern und so, ist ja alles schön und gut. Dann können sie Liebe haben und sich aneinander lieben, aber dann ist es ja meistens so, dass die Kinder das Religion des Vaters annehmen. Und dann kann es ja sein, dass in 50 Jahren oder in 100 Jahren, dass diese Welt, es gibt dann immer Halb-Halb-Kinder und meistens sind die muslimisch, dass Deutschland muslimisch wird und dass irgendwo in die Scharia einkommt, weil die meisten Muslime dann in der Mehrheit sind. Und... Du siehst doch, was auf den Schulen zur Zeit abgeht, ne? Es wird ja viel schlimmer und schlimmer. Und da habe ich dir gesagt, hier, du siehst doch, da hat sie gesagt, ja, es gibt hier Freiheit und wir können das machen und machen und machen. Und da habe ich gesagt, hier, ja, genau diese Freiheit ist dann bald gefährdet, so, weil du siehst doch in Arabien und Iran und alles, diese Sicherheit ist nicht mehr da. So, du kannst nicht predigen, guck mal, würde jetzt der Ex-Muslim oder ich oder so Jesus predigen in Iran oder in Ägypten oder so, ich würde sofort abgeschoben werden, so. Gut, warst du abgeschoben, tot. Wenn du öffentlich in einem islamischen Staat Jesus Christus predigst, das ist dein Todesurteil. Und ich habe gesagt, guck mal, du kannst, die Deutschen tolerieren die ganzen Menschen, so die Muslime und so, ich toleriere sogar meine gute Freundin, die Muslima ist, so, ne? Ich liebe sie von Person aus, aber dieser Islam, es ist für mich einfach, der Islam ist für mich einfach ein politischer Islam, ne? Bösartiger Kult, man muss das Kind beim Namen nennen, der Islam ist ein bösartiger Kult, der Muslimen das Recht gibt, beziehungsweise die Muslime sich das Recht nehmen durch ihre Schrift, andersgläubige zu unterdrücken, mehr ist das gar nicht. Auf jeden Fall und da, da, ich weiß, ich schaue jetzt mit meiner muslimischen Freundin und Jesus Filme an, also einmal habe ich mit ihr Passion Christi angeschaut und noch die Bibel habe ich mit ihr angeschaut und sie hat gesagt, das hat, das hat sie sehr berührt, so. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass sie ein bisschen näher zu Jesus kommt, so, und das ist ein bisschen, weiß nicht, manchmal sagt sie, ja, sie findet das mit Allah gut, aber das bei ihr so eine Stimmungsschwankung, manchmal sagt sie, ja, irgendwie ist Jesus doch schön und alles, ne? Und, ja, wenn ich sie einmal zum Christentum überzeugt habe, dann melde ich mich dann mal bei ihnen. Bei ihnen? Hast du mich gerade gesiezt? Bei ihnen? Ich bin gerade, ich bin gerade hier in meinem Heimatland und man sieht immer ältere Leute und das ist dann automatisch so, dass ich ältere Leute automatisch schieze, unterbewusst so. Danke. Ich würde sagen, dass ich ein alter Mann bin, ne, Dankeschön. Ja. Ja, sagt auch noch, ja. Achso, ja, also, es ist für mich eine Ehre, dass ich jetzt mit dir rede und ein bisschen angespannt bin ich gerade, ne? Dann warst du schon angespannt, ist gut. Weil du bist so der einzige Person, der so seinen Mund aufmacht und, sag ich mal, die deutsche Identität aufbewahrt und ich bin nicht mal deutsch, ich bin Mongole. Mongole? Ich bin Mongole und deswegen, ich als Mongole sehe schon, dass das eine Gefahr ist, ne? So, dass es in Deutschland, dass das eigentlich nicht geht, diese, diese zu tolerante, ne? Diese extreme Tolerante. Die ist zu Tode tolerant. Ja, ich finde, man braucht eine Balance, so. Wenn man… Ja, hier findest du eine Balance. Hier findest du wüsstens. Legen wir die Flagge. Auch wenn das jetzt rassistisch klingt oder so, in Arabien, wenn man in Dubai eine Staatsbürgerschaft haben möchte, muss man die muslimische Religion annehmen, ne? Ja. Dann würde ich auch sagen, in einem christlichen Abendland wie Deutschland, wenn man ein Deutscher sein möchte und sich integrieren möchte, muss man auch deutsche Werte, Traditionen und Kulturen annehmen und auch das christliche Religion, auch wenn es jetzt extrem klingt, auch annehmen, wie in Arabien und alle anderen Länder, um deren nationale Tradition, wie sagt man, sich zu integrieren, oder? Ja, natürlich verlangt man einiges, wenn jemand ins Land des anderen kommt, ne? Die Muslime verlangen ja auch einiges, wenn man in ihre Länder kommt, das ist klar. Das ist so tolerant und Leute, die in Deutschland leben möchten, müssen auch die Deutschen tolerieren. So. Aber das ist leider heutzutage zu links und ich glaube, Deutsche müssen erst richtig auf die Schnauze fallen, damit sie daraus lernen. Aber dann ist es zu spät, denke ich. Und ich glaube, es ist schon langsam zu spät. Ich habe schon ein bisschen die Hoffnung verloren, weil die ganzen Prediger und was es schon heute da gibt, das beeinflusst schon die ganze Jugend. Ich selbst mit 19 Jahren bin schon fast zum Islam konvertiert. Nur durch deine Videos habe ich mich immer gerettet. Wundervoll. Hammer. Da seht ihr, ihr Lieben, dass das alles einen Sinn und Zweck hatte, ne? Dass der Herr mich da noch bewahrt hat, ne? Dass ich diese ganzen Videos raushaue. So. Ich habe Nasheids gehört. Ich habe immer gedacht, ich bekomme Anerkennung und dies und das und das von diesen muslimischen Menschen, ne? Aber dann habe ich gemerkt, mache ich das jetzt für Allah oder mache ich das für diese Anerkennung? Hm. Sehr gut. So, ne? Und deswegen bin ich dir so dankbar und deswegen habe ich auch gleich am Anfang gesagt, dass ich dich wirklich feiere und unterstütze und supporte und möchte dich jetzt nicht mehr stören. vielleicht wollen jetzt andere Leute rein. Ne. Das ist kein Problem. Ah doch. Einer ist noch da, ja. Einer ist da. Ja. Und ja, ich wünsche dir Gottes Segen und alles Beste. Okay. Ciao. Machs gut. Machs gut. Ja. Das ist schon schlimm. Gottes Segen hört man nicht. Ja, man hört dich. Gott segne dich und deine Familie. Ja, dich und deine Familie auch. Wie geht's dir? Am du Jesus, mir geht's gut. Ich habe eine Frage. Warum hat dein Bruder Reza diesen einen Katholinen, der ist nicht so schlimm? Warum hat dein Bruder Reza diesen einen Katholinen? Du liegst in diesen 14-jährigen als Teufelskind vielleicht bei Pavlos im Livestream. Also. Danke dir, Gabriel. Ich war früher nicht bedeckt. Im Sommer habe ich richtig geschwitzt, aber mit Niqab nicht. Habt ihr was Verstörendes als das hier gelesen? Also. Früher war die Itikulla nicht bedeckt und hatte keinen Umhang um sich herum. Bei 40 Grad. Da hat sie geschwitzt ohne Ende. Und jetzt mit Niqab geht es ihr besser und sie schwitzt nicht mehr darunter. Habt ihr was Verstörendes als diese Frau gesehen mit ihren Äußerungen? Ich weiß nicht. Soll ich weinen? Soll ich lachen? Was soll ich mal? Soll ich schreien? Und dann sagt die zu uns, dass wir irregeleitet sind. Dass wir abgeirrte sind. Ja, natürlich. Unter deinem Niqab ist natürlich, wie nennt man das? Integrierte Klimaanlage. Ist klar. Also du verkaufst die Dinger ja auch. Selbstverständlich mit Steckdose drin. Mit Steckdose und Dings. Sag mal schnell. C-Eingang. Hast immer Kühler dabei. Unter dem Ding ist ja klar. Kannst ja einiges mitnehmen. Habe ich ja schon einige Muslimas gesehen. Die auf einmal losgezogen sind in so einen Laden. Netto und so. Haben die ein ganzes Kleid voll gemacht. Auf einmal guckt der Ladendetektiv. Da war der am Staunen, was da alles reinpasst in diesen Anzug. Mit Kühlpads. Genau. Mit Kühlpads. Genau, Eugenie. Mit Kühlpads. Das kannst du keinem erzählen. Das ist die Wahrheit. Ja genau. Das ist die Wahrheit. Ja. Das ist die Wahrheit. Jo. Grüß dich. Mein lieber Gott segne dich und deine Familie. Und dich auch. Sonst alles gut. Ja. Was hältst du denn von einer Nikabi Frau, die früher keinen Nikab angezogen hat, die gesagt hat, im Sommer habe ich damals sehr viel geschwitzt, als ich noch keinen Nikab angezogen habe. Aber jetzt, wo ich Ninja Kostüm habe, in 40 Grad schwitze ich nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich kenne mich da nicht so aus. Das ist doch cool. Ich kenne mich da nicht so aus. Das war ja noch heftiger als das, was die gesagt hat. Ey, warum machst du jetzt so mit mir? Er kennt sich damit nicht aus, ihr Liebe. Guck mal. Ich wollte eigentlich nur sagen, weißt du, wenn du mich wirklich erinnerst, ohne beleidigend zu sein. Ich weine nicht. Ich weine nicht. Guck mal, ich krieg Tränen. Ich weine gleich. Wirklich. Ich weine gleich auch. Das ist traurig. Guck mal. Warte mal. Guck mal. Kennst du Cosmo und Wander noch, diese Kinderserie? Nein. Ich kenne Aisha Muhammad. Sag doch mal ehrlich jetzt. Anton, Otto mal ehrlich. Ich kenne das nicht. Nein. Kennst du nicht dieses Hey, Cosmo, Cosmo und Wander, kennst du das nicht? Ich kenne nur Cosimo, den kenne ich, den Clown. Auf jeden Fall, guck dir das bitte an und guck dir den Lehrer an, der jedes Mal so rumschreit, ne, so rumschreit, so, Elfen, Elfen. Und du erinnerst mich an den. Du erinnerst mich langsam an den. Aber dass Allah auch so rumschreit, das erinnert dich nicht an diesen Elfen-Küste da, ne? Elfen-Küste da, ne? Kenn ich mich nicht mit aus. Kenn ich mich nicht mit aus. Will ich mich auch gar nicht mit auskennen. Okay, danke. Gott segne dich und deine Familie. Ja. Sehr, sehr schön. Immer weitermachen mit Kartonserien. Mit Timmy Turner, was ist das denn? Mit Tina Turner oder was? Danke für Kamelogen, ja genau. Das ist der legendärste. Elfen, der Elfen. Ja, ich weiß nicht, der war bestimmt irgendwie in Delirium oder sowas und hat so viel Kamelogen konsumiert. Deswegen sieht der überall so Elfen. Elfen, die ihm helfen. Und schläft wieder immer. Ja, schlafen. So ist gut. So, was ist denn hier los? Was haben wir denn hier? Mein Akku ist auch fast leer. Wie schnell das rast mit dem Akku, ne? Sobald du live bist, das frisst alles auf, ne? Thema Schule. Was willst du denn da reden? Willst du nochmal zur Schule gehen? Oder willst du über die Scharia-Polizei innerhalb der Schule reden? Genau. Und das sind nur die Anfänge, das sind nur die Wehen. Ihr habt nur eine Kostprobe bekommen. Da ist es das. Ihr habt nur eine Kostprobe bekommen, wenn Muslime zum Beispiel andere Muslime bedrängen aufgrund des Islams, ne? Und sagen, ihr seid unislamisch, ihr müsst euch dem Islam anpassen. Nicht wir haben uns dem Islam anzupassen, sondern ihr uns. So ist das. So ist das. Danke, Samma. Das ist das Problem. Danke, René. Ja, was willst du noch darüber reden? Danke, ihr Lieben. Vielen Dank. Das ist so, wenn die Muslime immer mehr werden, fordern sie. Das ist der Plan, um die Scharia einzuführen. Sobald die Muslime eine Anzahl an, sag mal schnell, Gläubigen erreicht haben, werden sie immer weiter fordern, fordern, fordern. Und ab einer gewissen Anzahl, wo sie noch weiter überschreiten, werden sie nicht vor die Wahl stellen. Das war's. Mehr ist das nicht. Hey. Hör auf, hier den Jibril den Bürger zu machen. Was hältst du von Pia Vogel? Ja, ist mein bester Freund. Ich mag Abou Hamza sehr. Er ist ein sehr, sehr toller Mensch. Ich mag ihn sehr. Sehr, sehr. Er ist ein sehr, sehr schöner Mensch. Hallo. Hallo, mein lieber Gott. Und deine Familie. Gott sei Dankeschön. Ich habe eine Frage. Was hältst du von hier den Abdul Membrat TV? Gar nicht. Was soll ich von ihm halten? Ich kenne ihn auch nicht. Ich kann nicht über ihn urteilen. Ja, weil dein Bruder meinte irgendwie der Schrott. Letztens. Ich weiß nicht. Mein Bruder hat ein paar Sachen mit ihm, weil er natürlich gegen meinen Bruder so ein bisschen geschossen hat oder was. Wegen der Aufklärung oder was. Aber dabei versteht, glaube ich, der Abdul nicht, dass der Satan hier auf dieser Erde wütet und mein Bruder aufgrund seiner zum Finden zum Herrn dadurch halt gefunden hat. Weil er gesehen hat, dass das, was die Bibel da sagt über Satan, absolut der Wahrheit entspricht. Und sehr viele Menschen dadurch auch wach geworden sind. Also wenn du versuchst, das runter zu buttern als Christ, die Arbeit, wenn jemand das für den Herrn macht, das ist natürlich sehr, sehr schlimm und schrecklich. Wenn du das für den Herrn machst, der Vortrag von meinem Bruder hat ja sehr vielen Menschen die Augen geöffnet. Das kann keiner bestreiten. Illuminati, das größte Geheimnis der Welt, entschlüsselt. Und ich glaube, dass es aufgrund dieser Tatsache, dass der Abdul dann halt sich so ein bisschen lächerlich darüber gemacht hat. Aber wenn es ihn und seine Kinder betreffen würde, da würde der auf einmal nicht mehr lachen. Das ist das. Dann würde der versuchen, meinen Bruder zu unterstützen bei dem, was er dann macht. Aber weil es ihn nicht betrifft, redet er dann halt so. Und auch die anderen, die sind sich gar nicht bewusst, was sie da machen. Was ist das? Ja, der Roger Levy, dem kann man, fast mit dem kann man den Vertrauen ruhig. Weil ich finde, der ist... Der Herr sagt ja, törig ist derjenige, der sich auf Menschen verlässt. Verstehst du? Roger Levy ist ein sehr, sehr guter Bibellehrer. Das kann man nicht bestreiten. Der ist ein Top-Bibellehrer und von dem kann man sehr viel Wissen aneignen. So ist das. Sehr, sehr gutes Wissen kannst du dir von ihm aneignen. Und seine Auslegung der Bibel ist einfach nur top. Kann man nichts dagegen sagen. Sehr, sehr gut. Ich danke dir dann, ja. Du brauchst aber viel Atem. Der ist sehr trocken, der Roger Levy. Und wenn du manchmal ihm zuhörst, dann wird dir müde. Also du wirst müde. Ja, hab ich schon gemerkt. Sehr, sehr, sehr. Ich höre mir das oft an auf der Arbeit. Und du schaffst wirklich, dir das Ganze zu geben, von Roger Levy zu lernen. Da lernst du sehr viel. Du musst das halt nur aushalten können, weil er sehr, sehr trocken ist. Sehr trocken, der Roger Levy. Alles klar. Ich danke dir, ja. Ich danke dir auch. Gott segne dich und deine Familie. Ciao, ciao. Ach so, der schon wieder wartet. Den muss ich direkt blockieren auf Ewigkeit. Gib mir das Licht von Jesus. Ja, genau so hat Mohammed geschrien in der Hülle. Danke, Team Jesus. Genau das war das, als er gewürgt wurde. Danke, René. Das war so ähnlich. Also so ähnliche Töne kamen da raus. Wie Amir gebucht hat. Ja, genau. Ich muss immer viel buchen. Ich muss die in Burak Airlines reintun. Hier mit Kranz. Mit heiligem Kranz. Ja, also nochmal. Die Arbeit von meinem Bruder. Da kann niemand etwas dagegen sagen. Sehr viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und ich finde das einfach nur, ich weiß nicht, lächerlich. Lächerlich das Ganze so runter zu buttern. Als Christ. Du solltest dich doch freuen, wenn jemand in Christus arbeitet und auf jede mögliche Art und Weise versucht Menschen zum Glauben zu bringen an den Herrn Jesus Christus. Ist das nicht so? Ist doch klar. Ist es da rausgegangen? Also muss man sich da überlegen. Ich gehe auch nicht hin und sage zu dem einen oder anderen Christ, ja, was ist das denn für eine Arbeit, die du machst da? Ne. Ich sage, möge der Herr deinen Weg segnen, den du für den Herrn machst. Möge der Herr dein Unterfangen, das du für ihn machst, segnen und sehr viele Menschenseelen rettest. Dass der Herr aus dir einen Menschenfischer macht. Seht ihr, wie wir denken und wie die anderen denken? Nein, die buttern dich sogar noch runter. Weißt du. Deswegen, ich halte mich von sowas fern. Möge jeder, der sein Leib und seine Seele für den Herrn Jesus Christus einsetzt. Sei es zu Gutem, sei es zu Schlechtem. Alles wird benutzt vom Herrn Jesus Christus. So sieht es aus. Danke mir. Hallo, guten Tag. Ja, Mitch. Ja, Mitch. Ja, Mitch. Mitch kannst du mit jemand anderem machen? Kamelurin, oh Kamelurin. Mitch. Das ist das einzige, was die kennen. Mitch. Habt ihr nicht gesehen? Komm Mitch, wir machen Mitch. Ein bisschen Geld machen. Mitch. 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 Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sollen wir Mitch machen? Dann mach mal eine, Bruder. Dann machen wir eine, Bruder. Danke, Bruder. Danke, ich will nichts Geld machen mit diesem Mitch. Danke, danke. Vielen Dank, Bruder. Weiß nicht. Die Menschen sind am Ende. Die sind so fix und fertig. Ja, sicher. Kurman und ein G. Kurdi Kurman. Chawany. 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 Bashi. 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 Hallo. Hallo. Jitke. Jetzt ist er rausgegangen. Wie alt bist du? 15. Schön, dass du da warst. Danke. Danke. Danke, Adel. Haaaa. Das ist immer noch das beste Geschenk. Dieses Son Goku Ding. Super Saiyajin. Der dreifache Supershape. Danke Kandi. Ich danke dir von ganzem Herzen für Kamilurin. Danke. Ist zwischen dir und AVK wieder alles gut? Seit wann war denn irgendwas schlecht? Ich kenne den Jungen ja nicht mal so. Ich kenne ihn nicht. Aber was meint ihr, wie ich mit, wenn ich AVK, wenn zum Beispiel AVK mit mir irgendwie so Videos drehen würde, wo ich mit denen zusammen irgendwas mache? Was meinst du, wie diese Videos an die Decke gehen würden? Das ist das. Das wäre ganz YouTube wieder ausflippend. Ja, das ist das. Und durch ihn würde ich dann noch mehr Menschen machen. Guten Morgen Ex-Muslim. Hallo. Gott segne dich an deine Familie. Gott segne dich auch. Wie geht das dir? Ja, an den Jesus mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, an den Jesus. Ich wollte dich eine Sache fragen. Ja, ziemlich. Genau zu richtigen Zeiten. Nämlich morgen an meiner Schule. Da ist so quasi so ein Event mit der katholischen und der katholischen und der islamischen Religionslehrerin. Mani haben mir gesagt, es wird eine Debatte sein, manche eine Fragestunde. Auf jeden Fall, ich wollte dich nach gewissen Hadithen und Versen fragen, die den Islam ein bisschen zeigen, wie der Islam wirklich ist. Damit alle Schüler und alle Lehrer sind quasi. Ja, du kannst ihn ja fragen, warum der Allah seine Worte mit Menschen kopiert. Und zwar in Zuge 66 Vers 5. Ich hole kurz ein Blatt, damit ich es aufschreibe. Ja, hol mal ein Blatt. Ja, muss. Bist du bei meinem WhatsApp-Kanal? Nein, leider nicht. Ja, da musst du auf diese WhatsApp-Kanal gehen und dann kannst du einfach nur Handy machen, WhatsApp gucken und dann sagst du, Oh, gut, das muss ich auch mal fragen. Wie komme ich rein? Du musst die Moderatoren hier anschreiben. Und wer ist das? Also die Moderatoren ganz genau. Die müssen sich mal hier bemerkbar machen. Ich weiß nicht, wo die gerade sind. Die sind am Pennen. Die sind am Schlafen. Weil das wäre ehrlich eine gute Möglichkeit, gewisse Sachen zu zeigen. Oder hier Larissa kannst du auch schreiben. Hier die Larissa. Larissa wo? Ja. Ich finde die nicht. Ah, hier hat Irini es dir geschickt. Ich habe es dir geschickt. Irini? Ja, sie sagt... Pass, habe ihr gefolgt. Ja, genau. Auf dem Kanal kannst du dir ganz in Ruhe mal gucken. Und dann suchst du dir mal das Beste aus. Weil die Sache ist die, wenn man jetzt so privat macht, dann kann es potenziell sein nur so, dass irgendwelche gewisse Leute von meiner Haustür stehen. Und das ist natürlich nicht so vorteilhaft. Du sollst aber keine Angst haben. Na, ich habe keine Angst. Also, wenn du dich nicht fürchtest, ansonsten lass das. Wenn du sogar Angst hast, eine Frage zu stellen, das ist ja Quatsch. Ja, natürlich nicht. Natürlich habe ich keine Angst. Aber meine Mutter hat ein bisschen Angst. Weil ich habe damals so ein paar Dickens gemacht, so ein paar Kontroverse und die ist drauf gekommen. Und die hat einen Droh anrufen bekommen, dass wenn ich nicht auffällig zusammengeschlagen werde. Meine Mutter. Heftig, ne? Ehrlich. Meine Mutter irgendwann so. Es war Abend. Ich habe so ganz normal. Ja. Es war Abend. Ich habe ganz normal mein Brot gegessen. Ich hatte Hunger. Meine Mutter sagt zu mir. David, wir brauchen ein ernstes Gespräch. Ich so. Ja Mama, was los? Hab ich irgendwas gemacht? Sie dann so. Schau. Bitte nimm deine TikToks runter. Ich so. Mama, warum? Ich habe mich beleidigt. Ich habe nicht dies. Ich habe nicht das. Du hast selber gesehen. Sie so. David, bitte. Ich so. Was ist los? Die war ein bisschen aufgebracht. Sie dann so. Schau. Heute auf Arbeit rufen mich jemand an. Ich will nicht sagen, wer ist. Aber wenn du weiter machst, kann sein, dass du geschlagen werden. So hat sie gesagt. Weil sie hat nicht so ein gutes Deutsch, aber sie hat trotzdem auf Deutsch gesprochen. Auch wenn wir alleine waren. Das F im Islam steht für Frieden. Und die Anhänger des Islams sind wirklich friedliche Menschen. Sie wollen nur Frieden. Ja, aber man sollte natürlich nicht so urteilen. Nicht alle sind so. Auch wenn die Früchte einer Religion sich an den Menschen erkennbar machen. Das stimmt. Da muss man zaubern, warum sie so sind, wie sie sind. Ein Blick in den Koran, ein Blick in die Hadithin reicht aus, um zu beweisen, dass der Islam sehr, sehr gewalttätig ist. Sehr gewalttätig. Das stimmt leider, ja. Ja. Okay mein Lieber, du hast also den Kanal abonniert, ja? Ja. Also ich werde es machen, nachdem ich fertig bin. Möge der Herr dir helfen bei deinem Anliegen, ja? Möge der Herr dich auch segnen. Dankeschön. Gottes Segen, mach es gut. Gottes Segen. Ja. Möge der Herr ihn segnen. Ja, hallo an euch alle. Hallo an euch alle. Hallo an euch alle. Gleich bei euch alle, die hier zugucken. Dann eine kleine Frage, wie kann man den Antichristen erkennen oder wann kommt er oder was hat er für Fähigkeiten? Ja, der Antichrist wird ja geboren, er wird ja aus dem jüdischen Stamm kommen und er wird durch ganze verführerische Kräfte die Menschen auf sich ziehen, er wird sehr friedlich kommen, Frieden bringen und die Leute versuchen auf seine Seite zu ziehen und er wird es auch schaffen. Die Leute werden ihm aus der Hand fressen und die Menschen werden dann diesen Messias, den falschen Messias, werden sie bekommen. Und zwar, ja, ganz, ganz, ein ganz, ganz Bösartigen, ne? Der nur Schlimmes im Sinne hat. Und die Nationen dann führt ins Verderben. Deswegen heißt er auch der Sohn des Verderbens, der geoffenbart wird. Der wird kommen vom Volke Israels? Der wird geboren werden, der Antichrist, genau. Und das steht geschrieben? Ja. Ich weiß nicht, kennst du dieses Thema Anunnaki? Anunnaki? Ja. Ja, hab ich mal was von gehört. Anunnaki? Also das sind so Riesenwesen, ne? Genau. Die Bibel beschreibt ja auch David und Goliath. Goliath war zum Beispiel ein Riese. Und Darwin hat ihn bezwungen. Verstehst du? Genau, ich kenne die Geschichte. Mit einer Steinschleuder hat er einen Riesen bezwungen, hat ihn umgebracht, ne? Durch einen Stein. Und kennst du auch zufällig die Lichtsprache? Ne, ich kenne nur die Löffelsprache. Ne, weil ich war gestern in einem Live drin, der nennt sich Anunnaki Gott. Und der hat eine komische Sprache gesprochen, die ich noch nie gehört hab. Und das hat für mich satanisch angehört. Voll komisch. Ich hab dich da auch markiert. Falls du siehst, kannst du da auch mal sehen. Das war voll verrückt. Um vier Uhr morgens, fünf Uhr morgens. Ja, also beschäftige dich nicht mit irgendwelchen Leuten, die anfangen irgendwas dahin zu brabbeln, ne? Beschäftige dich lieber mit dem Herrn Jesus Christus, der dich liebt und sein Leben für dich gegeben hat. Wo finde ich eine gute Gemeinde, die auch das gleiche Wissen vertretet, was in der Bibel steht? Ich weiß nicht, wo eine gute Gemeinde ist. Du musst suchen. Du musst dich führen lassen vom Herrn Jesus Christus. Und dann musst du schauen, wo der Herr dich hinführt, ne? Und was muss ich suchen? Eine Kirche, eine Gemeinde, eine Gruppe, oder? Kirche? Also ich weiß nicht, ob du darauf stehst, da Götzenbilder an den ganzen Dings zu haben. Also ich für meinen Teil würde nicht da reingehen mit so Statuen, Götzenbildern und so. Ich würde dir empfehlen, neutral in eine Gemeinde zu gehen und die Leute zu prüfen, an was sie da glauben, ne? Glauben sie an Vater, Sohn, Heiliger Geist? Glauben sie, dass der Jesus Christus der allmächtige Gott ist, der ins Fleisch gekommen ist? Glauben sie an Gnade? Glauben sie, dass der Mensch durch Gnade gerettet wird? Glauben sie an Gott, verkündigen sie das Wort. Ja, man muss sie prüfen. Es gibt noch, es gibt viele Gemeinden, die noch sehr bibeltreu sind und das Wort auch so wieder geben wie es ist. Aber sie erst einmal zu finden. Hier in ganz Deutschland gibt's vielleicht verteilt keine Ahnung, wie viele. Jeder glaubt an was anderes, das ist voll verwöhnt. Deswegen sagt der Herr Jesus Christus, ja prüfe die Geister, ob sie aus Gott sind. Gut, werde ich machen. Ich wollte nur fragen, diese ganzen Sachen. Gut, dann bedanke ich mich für deine Zeit und wünsche euch noch was Schönes. Gott segne dich und deine Familie. Amen. Hallo, guten Tag. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Ich habe eine Frage. Und zwar, wann kommt wieder ein neues Video gegen ABK? Erst wenn ABK eine Beefy ist, dann reagiere ich auf den. Erst wenn eine fette Beefy kommt. Dann musst du dir ABK-Video suchen. Das war das Beste, was es gab. Ja, siehst du, Dr. Scheich und ABK sind Heftigste von YouTube. Danke, dass du da warst. Vielen Dank für Kamil, Ruin. Danke. ABK ist doch irrelevant. Ja, genau. Natürlich ist der irrelevant, aber seine Reichweite, das muss man nutzen. Hallo. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Ich bin auch der Typ, der mit dir geredet hat. Ich habe eine Frage und zwar, ich bin ja Christ und ich habe, sage ich mal, eine kleine Debatte mit meiner muslimischen Freundin gehabt. Und da hat sie beim Film, hat sie mich gefragt, Jesus ist ja Gott bei uns, aber wieso hat Gott das im Alten Testament alles so zugelassen? So mit Rebekka und Zahn um Zahn, Auge um Auge. Wieso hat er diese Moral? Die Menschen haben sich für ein gewalttätigeres Leben entschieden. Da hat der Herr ihnen das Gesetz gegeben. Der Herr Jesus Christus hat seinem Volk Israel die mosaischen Gesetze gegeben und versucht Israel, also was heißt versucht, so den Juden das Gesetz gegeben, damit sie sich reinhalten und sich absondern von den Völkern, die um sie herum sind. Von den kanaitischen Völkern, die ja nur gesündigt haben von morgens bis abends. Bis der Messias kommt, deswegen hat er ihnen gesagt, mit den Schlachtopfern und so. Ah, okay, okay, das war schon meine Frage. Dankeschön. Gott segne dich und deine Familie. Danke. Ja, der Herr Jesus Christus hat dem Mose das mosaische Gesetz gegeben, um das Volk Israel durch Gezeiten zu bringen. Und der Herr hält gewisse Zeitalter ein, das nennt sich die Lehre der Dispensation. Und er geht verschiedene Bünde ein mit verschiedenen Völkern. Entschuldigung. Und nach Jeremia 31, 31 sind wir im neuen Bund mit dem Herrn Jesus Christus und das Blut, das wir zur Vergebung unserer Schuld brauchen und annehmen sollen. Kannst du bitte beten für meine Familie? Hast du Kamelurin mit Kohlensäure da? Ne, leider nicht, damit kann ich nicht dienen. Danke, Mert. Mert. Danke, Mert. Deine Meinung zum Nahostkonflikt. Was soll ich denn dazu sagen? Eine einzige Katastrophe. Wie bösartig der Mensch ist, haben wir gesehen. Wie bösartig der Mensch ist. Das kann sich keiner vorstellen. Unglaublich. Danke. Was mit Schwester? Ich weiß es nicht, genau. Wir hören uns mal in wundervollem Psalm an. Danke, Mert. Hat jemand einen Wund? Welchen Psalm? Mensch ist das größte Raubtier. Genauso sieht es aus. Der Mensch braucht Gott. Deswegen sollte er umkehren und sich Gott widmen. Lust auf Debatte jetzt? Ja, komm. Debatte. Oder willst du einfach nur hören? Ich habe Lust auf Debatte. Auf Debatte. Auf Debakel. Ich habe Lust auf Debakel. Ich glaube, ich gehe jetzt gleich eine Runde trainieren. Ein bisschen mein Gehirn verkleinern und meine Muskeln vergrößern. Einfach mal Gehirn verkleinern und Muskeln vergrößern. Hier, hören wir ein bisschen das Wort Gottes. So, jetzt reizt mir. Ich nehme Hansi mit. Bitte, ich kriege das. Der ist Kopfschmerz pur, der Typ. Boah, Hansi. Hören wir mal lieber ein bisschen Psalm 77. Ja, vier vier. Ich rufe zu Gott und schreie um Hilfe. Zu Gott rufe ich und er erhört mich. In der Zeit meiner Not suche ich den Herrn. Meine Hand ist es nachts ausgestreckt und lässt nicht ab. Denn meine Seele will sich nicht trösten lassen. Nicht. Ich denke an Gott und bin betrübt. Ich sinne nach und mein Herz ist in Ängsten. Meine Augen hältst du, dass sie wachen müssen. Ich bin so voll Unruhe, dass ich nicht reden kann. Ich erdenke der alten Zeit, der vergangenen Jahre. Ich denke und sinne des Nachts und rede mit meinem Herzen. Mein Geist muss forschen. Wird denn der Herr auf ewig verstoßen und keine Gnade mehr erweisen? Ist's denn ganz und gar aus mit seiner Güte und hat die Verheißung für immer ein Ende? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein oder seiner Barmen im Zorn verschlossen? Ich sprach. Darunter leide ich, dass die rechte Hand des Höchsten sich so ändern kann. Wie oft willst du denn noch Johannes 5, Vers 30 zitieren? Warst du wieder bei Pierre Vogel unterwegs oder was? Hast du wieder bei Kamelurin Hamza da reingeguckt? Abu Hamza aka Kamelurin oder was? Danke Patricia. Lese mal bitte laut. Wie oft soll ich noch lesen, mein Lieber? Wie oft? Johannes 5, Vers 30 beweist, dass Jesus dein Gott ist. Sollen wir wetten? Weil das fängt schon ab. Johannes 5, Vers 18 an. Johannes 5, Vers 18 im Kontext. Nicht nur ein Vers rausziehen. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nur noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selber Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn Gottes kann nichts von sich selbst austun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Gibt es einen Propheten, der sagt, das was Gott tut, das tue auch ich gleicherweise. Also das, was Gott macht, machen auch die Propheten dann. Weiter geht's, hör mal. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundert werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welcher will. Welcher Prophet kann Tote lebendig machen, welcher er will? Allah sagt doch in Suche 22, Vers 6 bis 7, Ich bin derjenige, der Leben gibt und Leben nimmt. Der Sohn ist Gott und der Vater ist Gott. So einfach ist das. Denn der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Wer ist denn laut Islam der Richter? Schauen wir mal nach. Wer kann denn am besten richten? Ah, mein Lieber. Wer ist am besten? Wer ist der beste Richter im Islam? Was meinst du? Wer ist der beste im Islam, der richtet? Hä? Wer ist denn der beste, der richtet? Wer ist denn der beste Richter im Islam, der richtet? Wer ist denn der beste Richter im Islam? Schauen wir mal nach, was dein Koran sagt. Was dein Kamelurin sagt. Oh, danke schön, Patricia. Danke, Tristan. Einen Moment. Schauen wir mal, wer der beste Richter ist. Wer ist denn der wahre Richter im Islam? Kommen wir gleich zu. Ist kein Problem. Ich will dir nur zeigen, wer der Herr Jesus Christus ist. Und dann siehst du, wie deine ganze Karte noch zusammenbricht. Pass mal auf. Danke, Matthias. Und Allah sagt in Suche 7, Vers 87, dass er der beste Richter ist. Er kann nämlich am besten richten, weil er die Fähigkeit hat, weitsichtig zu sehen und zu sehen, was die Menschen in ihrem Leben getan haben. Suche 10, Vers 109 sagt er, dass er der beste Richter ist. Und in Suche 95, Vers 8 sagt Allah immer noch, dass er der beste Richter ist. Und dann sehen wir auf einmal, dass Jesus Christus in Sunan ibn Majah, die ist 40, 78, kommt und sagt, also beziehungsweise dein Prophet, die Stunde wird erst beginnen, wenn Isa bin Mariam, Jesus Christus, als gerechter Richter und gerechter Herrscher herabkommt. So sieht das aus. Er ist der gerechte Richter. Sowohl im Islam als auch bei uns. Und du weißt, dass nur das gerechte Richten von Gott ist. Denn der Sohn Gottes ist Gott selbst. Denn der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Kennst du einen Propheten, der gesagt hat, alle sollen mich ehren, so wie sie Gott ehren. Also anbeten, niederfallen vor ihm, Lobgesänge, so weiter. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer meinen hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören werden leben. Was sagt Allah? Wessen Stimme werden wir hören? Was sagt Allah? In Suche 22, Vers 6 bis 7, dass sie die Stimme des, von Allah hören werden, in den Gräbern. Von wem werden wir die Stimme hören? Von Allah oder von Jesus? Hä? Mein Lieber, du weißt ja gar nicht, wer der Herr Jesus Christus ist. Er ist dein Gott. Er ist auch der Gott von Allah. Er ist der Gott von Allah und von Mohammed. So ist das. Suche 22, Vers 2 bis 6. Dies, weil Allah die Wahrheit ist und weil er die Toten wieder lebendig macht und weil er zu allem die Macht hat und weil die Stunde kommt, an der es keinen Zweifel gibt und weil Allah diejenigen auferwecken wird, die in den Gräbern sind. Aha. Er wird die Menschen also auferwecken und die werden die Stimme von Allah hören. Mhm. Mein Herr Jesus Christus ist dein Gott. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten. Wenn Jesus Christus nicht Gott ist, wie kann er denn Gericht halten? Er muss halt so Kenntnisse haben von allen Menschen der Erde. Und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Daniel 7,14. Ja, wir selber. Verwundert euch nicht darüber, denn es kommt die Stunde, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören werden. Und sie werden hervorgehen, die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, wir alle, die aber das Böse getan haben, du, Mohammed, und die gesamten Menschen, zur Auferstehung des Gerichts. Ich kann nichts von mir selbst austun, wie ich höre, so richte ich. Aha. Jesus Christus hat sein eigenes Gericht. Und mein Gericht ist gerecht. Wer außer Gott kann denn Gericht richten? Das ist der Kontext von Johannes 5,30. Das beweist, dass Jesus Christus dein Gott ist. Das ist das Problem. Denn mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Amen. So ist das. Weißt du, du hast so viele Pierre-Vogel-Videos geguckt. Der Typ nimmt einfach ein Vers aus der Bibel und sagt, seht ihr, das ist Islam. Aber lässt alles aus dem Acht, den gesamten Kontext. Das ist Pierre-Vogel und seine Auslegung der Bibel. Das ist Kamelorin. Das ist richtige Kamelorin. Hör mal lieber ein bisschen das Wort Gottes. Hör mal lieber ein bisschen Psalm, damit das Kamelorin aus deinem Kopf rausgeht. Hör mal. Früheren Wunder und sinne über alle deine Werke und denke deinen Taten nach. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du Gott bist? Wo ist ein mächtiger Gott, der so ist, wie du Gott bist? Du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Macht bewiesen unter den Völkern. Du hast dein Volk erlöst mit Macht. Die Kinder Jakobs und Josefs. Die Wasser sahen dich, Gott. Die Wasser sahen dich und ängstigten sich. Ja, die Tiefen tobten. Wasser ergossen sich aus dem Gewölk. Die Wolken donnerten und deine Pfeile fuhren einher. Dein Donner rollte. Äh, warte mal hier. Lacht jemand? Gott, der Geist? Dein Allah hat doch auch ein Geistsuche 4171. Jetzt lach mal über dein Allah. Jetzt mach noch mal einen Kommentar mit Allah. Hahaha, Geist. Du bist ja so selten dämlich, seid ihr Leute. Das ist so krass. Blitze erhellten den Erdkreis. Die Erde erbitte und wankte. Selten dämlich. Dein Weg ging durch das Meer und ein Pfad durch große Wasser. Bist du dir sicher, dass deiner nicht kackt? Der Allah hat einen Hintern. Soll ich dir das zeigen? Was will der denn mit diesem Hintern? Der sitzt auf dem Stuhl, der Allah. Und der Stuhl sagt, oh Allah, du bist zu schwer. Also was will der denn mit diesem Hintern, der auf dem Stuhl sitzt? Danke, Patricia. Alles, was du sagst, kann gegen dich verwendet werden, mein Lieber. Nicht nur das. Allah sendet sogar Spermien unter seinem Thron. Der schießt so Spermien. Pschu, pschu, pschu. Das nenne ich Cartoon. Danke, danke, ihr Lieben. Danke, Kilian. Danke, Jesus. Das ist krank. Jetzt geh nochmal lachen. Geh nochmal lachen, schön. Rebecca war drei. Ja, mach mal. Was? Schia-Quelle, ne? Schau mal, ob das Schia-Quellen sind. Schau mal. Schau mal, ob Allah Spermien unter seinem Thron sendet. Pass mal auf. Der schießt einfach Spermien. Pschu, pschu, pschu. Achtung. Hier, Allah sendet Spermien auf der Erde. Das ist sogar ein Koranfest. Islamweb.net. Die größte sunnitische Internetseite von den sunnitischen Muslimen. Die haben darüber geredet. Wo finden wir das? Ähm. Und? Wir müssen natürlich dementsprechend dir das auch vorlesen. Hallo? Hey, hey, hey. Ja, okay, ja. Wir müssen dir Schia-Quellen vorlesen. In Al-Mustadrak über die Leiden, Sahibücher von Imam Al-Hakim. Ein sunnitischer Gelehrter. Der Herrscher Abu Abdullah, Mohammed bin Abdullah Al-Hakim. Ein Naisaburi. Gottes Vision der Muslime. Band 5, Seite 697. Erwähnung der Fürsprache des Propheten. Gottes Gebete und Friede seien mit ihm und seiner Familie und der lobenswerten Station. Abu Abdullah Mohammed bin Abdullah Al-Zahid Al-Asbahani erzählt uns die Überlieferungskette. Blablabla. Möge Gott mit ihm zufrieden sein. Ihr Leute werdet euch trennen, o Volk, aufgrund seines Auftauchens in drei Gruppen. Eine Gruppe, die ihm folgt. Eine Gruppe, die sich dem Land seiner Anhänger anschließt. Väter mit Wermutquellen. Und eine Gruppe, die den Euphrat wird gegen sie kämpfen. Und sie werden dagegen ankämpfen, bis sich die Gläubigen in den Dörfern der Levante versammeln. Und sie werden ihnen eine Vorhut schicken, darunter einen Ritter, der auf einem blonden und kahlen Pferd reitet. Er sagte, dann werden sie kämpfen und kein Mensch wird von ihnen zurückkehren. Salama sagte, Abu Sadik erzählte mir aufgrund der Autorität von Rabia bin Najis, dass Abdullah bin Massoud sagte, ein blondes Pferd. Abdullah sagte, die Leute des Buches behaupten, dass der Messias zu ihm herabsteigen wird. Er sagte, ich hörte ihn in einem anderen Hadith, als diesen von den Leuten des Buches erwähnen. Dann werden Gok und Magok auftauchen und tummeln sich im Land und verbreiten das Verderben darin. Dann rezitierte Abdul und sie steigen aus allen Richtungen herab. Er sagte, dann sendet Gott ein Tier wie diesen Wermut auf sie und es dringt in ihre Ohren und Nasenlöcher ein. Und sie sterben daran und die Erde stinkt von ihnen. Dann läuft es zu Gott und sendet Wasser, Spermien, Spermien, um die Erde von ihnen zu reinigen. Und er sagte, dann sendet Gott einen Wind, in dem ein kalter Geruch ist. Und das tat er nicht, wenn du einen Gläubigen verlässt auf der Erde, wird in dieser Wind wegblasen. Er sagte, dann wird die Stunde über die schlimmsten Menschen kommen. Dann wird der Engel zwischen Himmel und Erde stehen und hineinblasen. Und die Posaune wird es tun. Sei ein Horn, so wird keine Schöpfung in den Himmeln und auf den Erden bleiben, außer dass sie stirbt. Außer wem auch immer sein Herr will und dann wird es sein. Zwischen den beiden Schlägen liegt, was Gott will. Denn es gibt keine Schöpfung unter ihnen, die Söhne Adams, außer etwas von ihm. Er sagte dann, sendet Gott Wasser unter dem Thron hervor, wie den Samen der Menschen. Boom. Gott sendet Wasser hervor, wie die Spermien des Menschen. Dein Gott ist am Jicksen. Allah sendet einfach Spermien. Einmal für alle, bitte. Das kannst du keinem erzählen. Das Buch Al-Mustadrak Al-Sahihain von Imam Al-Hakim, Band 5, Seite 697. Das ist natürlich schiitische Quelle, ja, natürlich, klar. Natürlich. Das ist alles Schia-Quelle. Alles viel, viel Schia-Quelle. Viel, viel Schiitisch, ja, ja, klar. Spermien mit Urin, genau, gemischt. Wo ist der Hände-Typ? Hatte nicht mehr so große Töne, ist er nicht mehr große Töne am Spucken? Gott soll dich recht leiten. Ja, möge Allah dich auch links leiten. Möge Gott dich links leiten. Wer schläft da? Das ist mein Kampfhund, der dazu ausgerichtet wurde. Einfach richtig in die Hintern von Menschen reinzubeißen. Das nervt den Doktor Scheer. Hör auf dann. Wie viel Prophezeiung hat der Islam? Okay, sehr gut. Kein. Ein Feini, natürlich ist das ein Feini. Ja, Moment hat... Hey, Bruder. Hallo, Mann. Was ist denn? Ja, alles gut. Zum Glück. Erzähl mal was. Ach genau, was wollte ich gesagt haben. Bin ich fast gestorben letztens. Also, das war vor ein paar Tagen. Wollte ich dir unbedingt erzählt haben. Bin ich im Livestream, ne? Weil so, äh, deine Gegner, sagen wir es mal so. Äh, Islam ist der richtige Weg. Kennst du die vielleicht? Äh, du meinst die Kamelurin-Fetischisten auf TikTok hier? Genau, genau, die drei Spinner da. Geh ich da rein, sagt er zu mir, ja, ja, dein Gott, äh, tut hier auch Kinder und so, äh, umbringen und so. Sag ich zu dir, ich wusste direkt, was der meinte. Ich wusste direkt, welche, äh, Stellen der Bibel der meinte. Sag ich zu denen, du meinst bestimmt da, wo Gott, äh, die Menschen bestraft, weil sie Unzucht begingen, ne? Sag ich zu denen, ne? Sag, das meinst du doch bestimmt, oder? Sag der ja. Sag ich, siehst du? Sag ich, da kommen ja Babys raus, die Inzucht sind. Das ist eine, sogar im Islam ist das eine, äh, Bürde, wenn du damit rumläufst. Also, wenn du behindert bist. Versteht was ich meine? Das ist ja auch im Islam eine Bürde. Ja, der Allah ist selber derjenige, der die Sintflut gebracht hat und Babys und alte Menschen um, umlegen hat lassen, ne? Aber verstehst du, was ich meine? Das ergibt keinen Sinn, was der da erzählt. Weißt du, was ich meine? Ja, das Problem ist, weil der, weil der Prophet, weil die Propheten halt mit dem Schwert, äh, alles niedergemetzelt haben, sozusagen. Da sagen sie, guck mal, wie grausam Gott ist. Aber dass der Allah selber die Sintflut bringt und darunter auch Greise, alte Menschen, unschuldige Menschen, Babys, alles da drunter war. Das erwähnen sie aber nicht. Die sagen nur, die Art und Weise, wie das passiert ist, das geht denen so unterm Strich. Aber mit dem Tod von Babys haben sie eigentlich kein Problem. Heftig, ne? Wie heuchlerisch. Da sieht man nur, die tun diese, äh, also, wie soll ich sagen, den Kontext einfach komplett außen vor lassen. Weißt du, was ich meine? Also komplett. Einfach eine Stelle rausholen, wo die sich ganz extrem anhört und dann, äh, so hinstellen. Ja, siehst du, eure Bibel ist ja genauso schlimm, hä? Was labert der? Ja, wie geht man so um, äh, also argumentiert man so, deine Bibel ist so, also du, äh, also, wenn jemand ein Kind jetzt, äh, du weißt schon, was mit ihm gemacht hat, dann kannst du nicht sagen, ja, weil der das genauso getan hat, äh, ist das vollkommen in Ordnung, legitim. Was ist das denn für eine Argumentation? Ich bin da, ey, schluss jetzt. Naja, ist halt rein. Gott segne dich und deine Familie. Ich auch, mein Freund, ne? Hau rein. Hallo. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön. Ich habe eine Frage. Über alle. Iran, hast du? Alle. Werde schießt du heute? Ja, bitte. Soll ich doch jetzt auf Deutsch oder auf Persisch vorfahren? Nein, ich sprich auf Deutsch. Die, die Leute sprechen kein Persisch. Weißt du, was ich schade finde? Egal, jetzt abgesehen, ob jetzt, äh, Moslem oder Christ, ne? Ja. Dass so viele sich hier äußern und keine Ahnung haben. Weißt du, ich, meine Meinung ist, jeder soll seine Religion frei ausüben, so wie er möchte. Wenn er Schwein essen möchte, soll er Schwein essen. Wenn er das machen will, soll er das machen. Dieses ganze Hetzerein, das kann ich auf dem Seite. Der Islam gewährt das ja nicht. Du siehst ja, dass der Islam den Menschen ihr Glauben aufzwingt. Und zwar mit Gewalt. Das ist das Problem. Ich hab darüber gar keine Ahnung, ne? Du weißt, wie die Iraner sind. Ja, du kannst ja wenigstens sagen, was der Islam unserem Land angetan hat. Das kannst du ja wenigstens äußern. Guck mal, jetzt sagt dir das, was ich von meinem Vater weiß, dass die Araber damals, die Muslime, in unser Land gekommen sind, mit Schwertern und auf Pferden und haben unsere Büchereien kaputt gemacht, verbrannt, unsere Frauen vergewaltigt. Aber man darf nicht vergessen, dass das vor über tausende Jahre waren. Ich will dir jetzt nicht gut reden oder so, ne? War scheiß Aktion. Keine Frage. Ja, war scheiß Aktion, ja genau. Das war eine scheiß Aktion. Das war keine gute Aktion, ja. Definitiv, definitiv. Das will ich auch nicht jetzt verleugnen oder so, ne? Aber soweit ich weiß, steht auch zum Beispiel auch in der Bibel Sachen über Töten und hier. Da gibt es doch manchmal so Videos auf TikTok. Nein, kein Problem. Gottes Intention war es niemals, den Glauben anderen Menschen aufzuzwingen und zwar, dass sie so an ihn glauben, an den Gott der Bibel. Verstehst du? Wenn Gott sein Urteil auf verschiedene Völker gerichtet hat, dann hat es seinen Grund gehabt. Aber dieser Allah des Korans will einfach die gesamte Menschheit unter dem Gesetz Allahs zwingen. Das ist das. Und das unter Gewalt. Und das ist das Kranke. Was soll ich sagen? Ja, gar nichts. Du sollst die Wahrheit sagen. Das, was die islamischen Länder, die heutigen islamischen Länder durchgemacht haben, ist eine einzige Katastrophe. Es waren also die Sahaba, Mohammed, die Sahaba, die die ganzen Länder angegriffen haben und aus denen Muslime gemacht haben. Mit Zwang. Ja, richtig, mit Zwang. Heute muss ich das ja selber wissen. Ja, aber die werden es ja immer wieder tun. Das ist ja die Geschichte des Islams. Und der Allah ruft ja die Menschen dazu auf. Sura 8, Vers 39. Kämpft gegen sie, bis es keine Verwirrung mehr gibt. Ich weiß zum Beispiel, dass Christen, also was heißt Christen, ich will jetzt nicht sagen Christen, das ist jetzt falsch, aber dass nicht Muslime Leute von Frankreich in den Iran geschickt haben und dass die dann da dafür für eine islamische Republik sorgen sollten. Weißt du auch selber, oder? Ja, eine islamische Republik auf der Grundlage von Scharia und den Büchern der Gelehrten. Genau, und wer hat diese Leute da hingeschickt? Amerikaner. Amerikaner, ja, natürlich. Auf wann so wie? Also es befanden sich keine Muslime in unserem Land, ne? Doch. Also was erzählst du da für einen Blödsinn, Mann? Es gibt Muslime, Habib, es gibt Muslime, die vertraut sind mit den islamischen Schriften und sie genau wissen, was zu tun ist, sobald man die Mehrheit in einem nicht-muslimischen Land erreicht hat. Es gibt einige Vorkehrungen, die man treffen muss als Muslim. Die Muslime haben Ahnung von, also ich meine, die Ahnung von ihrer Religion haben, die genau wissen, was die Gelehrten zu dem Thema sagen, wenn sie zum Beispiel in einem Land der Ungläubigen sind. Wie sie sich zu verhalten haben, wie sie das Gesetz nach und nach ändern sollen, wie sie auf einmal Forderungen stellen sollen und, 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 damit sie das Gesetz nach und nach verändern. Die Muslime haben keine Macht, quasi mit Waffengewalt irgendwie ein westliches Land zu erobern. Die würden ja kläglich scheitern, das ist ja klar. Was die Muslime aber machen, ist Geburten-Djihad. Und das sehen wir, eine muslimische Familie hat ja bis zu im Durchschnitt acht Kinder. Und eine europäische Familie hat im Durchschnitt vielleicht ein oder zwei. Du siehst also, die Demografie wird sich irgendwann mal verändern und die Muslime werden die Mehrheit bilden. So ist das, da kann man nichts machen. Dann bist du dran und dann bist du dran, das ganze gesamte deutsche Volk, die Europäer, alle sind dann dran, weil sie vor die Wahl gestellt werden, weil Mohammed das gesagt hat in einem authentischen Hadith. Er hat gesagt, wenn du auf deine Feinde triffst, beziehungsweise auf die Nicht-Muslime, dann musst du sie vor drei Alternativen setzen. Er selber hat das gesagt und die Muslime werden das durchziehen. Also in welchem Vers, damit ich es selber nachschauen kann, weil ich habe nicht so viel Ahnung. Ja, das findest du in, sofort, in Sahih Muslim 1731a. Okay, und welche drei Wahlen haben die? Islam annehmen, Jeziah bezahlen oder Nackentherapie, das war's. Das sind die drei Optionen, die jeder Muslim, nein, nicht 7031a, nicht so was ich schreibe. Will ich falsch schreiben. 1731a. Ja. Genau. Okay, Meister, ich bin weiter. Roll wunderbar, damit gern. Roll wunderbar, mach dir Gedanken um deine Ewigkeit, komm zum Herrn Jesus Christus, mein Lieber. Ja, Ali, ich roll auf. Roll auf. Ja, Ali, so sind meine Landslots, ja, Ali, die... Shalom und Gottes Segen. Hallo, mein Lieber, Gottes Segen. Ich höre dich leider nicht, mein Bruder. Ich muss ganz kurz nochmal rauskommen, also rausgehen aus dem Live, ich komme gleich nochmal rein. Ein Moment. Ja, mach das mal. Ja, das ist das Heftige, ne? Der Mohammed hat ja gesagt, unser... Ich lese euch das mal vor, warte. Our Prophet, the Messenger of our Lord. Oder warte mal, Luxurious Life. Luxurious. Luxurious. Danke, Kani. Sorry. Das war auch ein sehr, sehr wichtiger Hadith, um zu verstehen, warum die Muslime in ein Land einmarschieren und die Muslime, also die Nicht-Muslime, vor die Wahl stellen, weil Mohammed das gesagt hat. Aber selbst wenn ihr die Suche 9 durchliest, da wird ja alles klar, warum Muslime so heftig sind, wie sie sind. Oh, dieser Kampf in den ganzen Hadithen rumzusuchen, ey mein Gott. Immer wenn man ein Hadith sucht, dauert das 10 Jahre, bis der eingeblendet wird. Come, your master. Danke, man. Danke. Danke. Ich muss das mal hier suchen. Ich hasse das, wenn ich etwas suche und nicht finde. Ich muss das mal hier suchen. Wo ist dieser Mieser Hadith? Wo ist dieser Mieser Hadith? Ach so, ja hier. Sayy al-Bukhari 3159 Sayy al-Bukhari 3159 Der Hadith ist lange, da geht es darum, dass der Mohammed eine Expedition wieder zu jemandem schickt und sie wieder vor drei Alternativen setzt. Und hier heißt es, in der Mitte des Hadiths, pass mal auf. Hier. Hier. Ascend us from among ourselves, a prophet whose father and mother are known to us. Our prophet, the messenger of our Lord, has ordered us to fight you till you worship Allah alone or give us the jizya. And our prophet has informed us that our Lord says, whoever amongst us is killed als ein Märtyrer soll ins Paradies eingehen, shall go to paradise, to lead such a luxurious life as he has never seen. And whoever, and whoever amongst us is killed as a martyr, shall go to paradise, to lead such a luxurious life as he has never seen before. Sahy al-Bukhari 3159 Sahy al-Bukhari 3159 Sahy al-Bukhari 3159 So sieht es aus. Sahy al-Bukhari 3159 Dankeschön, Mini. Shalom und Gottes Segen. Wie geht es dir, mein Bruder? Danke, mir geht es gut. Gott segne dich schon in der Familie. Danke. Das freut mich zu hören. So, ich habe hier ein paar Sachen. Ich hätte gerne deine Antwort dazu. Zum Ersten über diese Hadith. Ja. Also, ich muss mich mal kurz groß machen. Ja, meine Frage ist jetzt, ob jetzt der Teufel da angebetet wird. Also, da wird ja gesagt, O Mohamed, I think that your Satan has forsaken you. Ja. Was machen wir denn jetzt, liebe Muslime? Ja. Wie geht es dir denn jetzt an? Das ist nicht das Einzige. Ich kann ja mal weitergehen. Äh, ist Mohamed zufälligerweise eventuell gay? Moment. Was sind da wirklich Fragen, die ich mir stelle, weil ich habe diese Hadith jetzt mal so, die er zum ersten Mal gelesen und... Wo er sich den Bauch von einem Mann küssen lässt? Ja. Und davor irgendwie sticht da, glaube ich, noch jemanden in die Rippe oder so. Und das ist ganz komisch. Dann erklärt's dir doch, dass irgendwie ich ja da. Frag euch ja, was es jetzt so bedeuten hat. Abdo? Wer ist Abdo? Abdo. Abdo. Kann auch gerne hier weitergehen. Er sagt immer, oh, die Bibel, das alte Testament, guck mal, was Gott befohlen hat. Und was sagt denn euer Allah? Was ist das? Ja, die haben schon alle Hadithe da. Das Problem ist, der ein oder andere wacht auf und der andere bleibt immer noch ignorant. Das ist das. Der ein oder andere ist schlau und erkennt den Wahnsinn, denn der andere bleibt ignorant. Wieso hast du eigentlich den Paulus so sehr? Weil er das prophezeit hat. Er hat es eigentlich prophezeit. Er hat gesagt, okay, selbst wenn er ein Engel oder ich selbst es bin, aber er gibt ein anderes Evangelium für sich. Er ist sehr verflucht. Amen. So, das ist alles. Okay, danke dir, Livia. Gott segne dich und deine Frau. Ja, bitteschön. Gottes Segen dir auch. Ciao. Ciao. Paulus, der Säufer, wie meinst du das denn? Mohammed war die ganze Zeit betrunken, das sagt ein Scheich. Der hat Hamr gemacht. Der hat Nabith hergestellt, Nabith. Weißt du, was Nabith ist, ne? Die kamen besoffen zur Moschee, Sure 4, 43. Die kamen zum Gebet in die Moschee rein, besoffen. Ja, was ist das? Du nennst Paulus einen Säufer, obwohl dein Koran das bezeugt. Nur wenn du anfängst zu schreiben, werden wir den Islam nur auf dem Boden der Tatsachen holen. Ja, die Muslime kamen besoffen zum Gebet, ne? Sure 4, Vers 43. Oh, danke, Bro. Danke, Bro. Du hast die Muslime studiert, ja. Studium abgeschlossen bei Kamelurin University. Salomon, Gottes Segen, Ramir. Ja, ja, mein Gott segne dich und deine Familie. Danke. Ich habe einen Doktortitel in Hexologie. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Muslime weder sehr naiv sind oder alles, was mit Logik zu tun hat, unterdrücken. Ja, heftig, ne? Ich war gestern hier bei Tesla, der macht ja jetzt auf Sheik und da war jemand drin, der hat versucht, ernsthaft auf einer logischen, auf einer ernsthaften Grundlage zwei und über 50 Minuten mit ihm zu diskutieren und er hat ihn so lächerlich gemacht, so runtergemacht, so durch den Kakao gezogen und der wollte ernsthaft diskutieren. Der hat es nicht gemerkt, dass er eigentlich die Logo ist und ist dann später noch bei diesen drei jugendlichen Dschihadisten oder Hochgewesen, die ja auch schon hier Thema waren und die haben ihn fertig gemacht, warum er dann nicht mit ihm noch diskutiert und er macht und ob er sich nicht gemerkt hat, wie lächerlich er sich macht. Und er meinte dann nur, ja, aber er hat, aber Tesla, man hat doch schon so viele zum Islam gebracht. Die sagen doch die Zahada, die sagen doch die Zahada. Und er hat nicht begriffen, dass er ja eigene Worte in die Zahada einbaut und dass die das ja nicht ernsthaft nehmen und, ja, aber wenn sie sagen, ob ernsthaft oder nicht, dann sind sie doch Moslems, dann sind sie doch Moslems. Und da frage ich mich manchmal, denken diese Menschen gar nicht nach, wollen die nicht nachdenken oder ignorieren die einfach alles, was sonst logisch sein kann? Weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass Menschen so naiv sein können. Ja, okay, vielen Dank. Gott segne dich und deine Familie. Mach's gut, ciao. Ciao. Niemals täglich, du bleibst. Hallo? Hallo? Wie geht's dir? Heiliger Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Auch gut, ich hätte eine Frage, du warst ja früher Moslem, richtig? Ja. Wie bist du auf dem Christentum gekommen? Also ich hab mal schon gehört, du hast irgendwie so ein Video geguckt oder so ein Film, aber mehr weiß ich nicht. Nein, ich hab mir die Debatte damals angeguckt, also ich hab mich sehr damit auseinandergesetzt und hab Dinge herausgefunden, die ultra brutal sind und hab gemerkt, dass der Islam ein absoluter Quatschhaufen ist und der Koran einfach ein einschließendes Werk ist. Bitte? Sorry, sorry, ich bin unterbrechend. Meine Frage war, wie hast du das herausgefunden, diese schlechte Bemerkung? Eigentlich eine Recherche, ne? Ich hab herausgefunden, dass es sowas wie Tafside gibt, ich hab herausgefunden, dass es Hadithe gibt und dann bin ich tief eingetaucht, ne? Und dann hab ich mir die Aussagen der Gelehrten, bin ich mir durchgegangen und hab den Koran aufgeschlagen, wollte wissen, wie ein Vers zu verstehen ist und dann siehst du auf einmal den Wahnsinn, ne? Und auf einmal den... Bitte? Was sagen die Eltern dazu? Über meine Eltern rede ich nicht. Alles, ach, sorry. Und schlussendlich war es dann die Debatte, die mir dann, ja, den Rest gegeben hat, ne? Zwischen George McDowell und Ahmad Edad. Was ist denn die Debatte, wenn ich fragen darf? Was Jesus Christ crucified, auf Englisch? Ah, okay, alles klar. Ja, perfekt, das wollte ich nur wissen. Weil es hat mich so interessiert, weil ich sehe zum ersten Mal so ein Moslem zum Christentum. Hat mich so interessiert, so wie. Es gibt viele, nur die meisten trauen sich das nicht öffentlich zu proklamieren, das ist das. Das ist ja das Ding. Ich kenne nur jesidische Freunde von mir, die wollen zum Christentum. Und danach kommt ein anderer Kollege und sagt, du bist auch jeside? Er sagt dann so, vor mir, ja, ja, bin ich. Er traut sich das nicht zu sagen. Ja. Siehst du, weil die Angst haben, ne? Das ist heftig. Das ist krass. Okay, mein lieber Gott, segne dich. Danke, danke dir. Mach's gut, ciao. Ciao, ciao. Hallo, Emi. Hallo. Gottes Segen. Wie geht's dir? Ami, wie geht's dir? Ami, mir geht's auch gut. Ami, ich hänge gerade an so einer Aufgabe in meinem Leben. Und irgendwie komme ich da nicht so weit, weil ich halt, ich verlasse mich zwar auf Gott immer wieder, nur allerdings ist es halt auch in Menschens Hand. Und irgendwie wollen diese Menschen nicht arbeiten und es geht irgendwie nicht voran. Was macht man da, wenn man so in so eine Geduldsprobe gestellt wird? Weiterhin die Geduld nicht ausharren, ne? Du musst weiterhin Geduld üben und den Herrn bitten, dich zu stärken in verschiedenen Phasen deines Lebens. Und ausharren im Gebet, ne? Viel ins Gebet gehen, fasten für etwas. Wenn du etwas möchtest, solltest du auch Fasten den Herrn bitten in deiner Fastenzeit. Danke, Toni. Und dann habe ich noch so eine Angewohnheit. Ich habe halt, ich komme halt aus, also ursprünglich komme ich aus einem guten Elternhaus. Dann ist bei mir was schiefgelaufen, ein paar Jahre. Und dadurch hat sich halt meine Aussprache geändert. Und dann habe ich ein paar Lieblingsausdrücke, die, also nicht Liebling, die sind keine Lieblingsausdrücke, die kommen halt einfach raus. Und ich versuche, also im Herzen bin ich, im Herzen habe ich nichts Böses. Aber es kommt halt einfach, diese paar Wörter kommen. Und ich weiß nicht, was ich machen soll manchmal, ob das jetzt halt mit Verwandten oder mit Bekannten ist. Ich weiß echt manchmal nicht, wie ich mich zügeln kann. Weißt du, was mein ich? Du sagst das schon für Wörter oder was? Ja, ich habe halt dieses Lieblingswort HS und das habe ich halt immer in meinem Reden gehabt. Und das ist halt, egal wie sehr, manchmal kommt halt dieses Blackout und dann sage ich es wieder. Und dann, es tut mir aber voll leid. Ich bitte auch jeden Tag und so. Ich weiß gar nicht, warum das nicht aufhört. Ja, ich weiß nicht, mit wem du da abhängst und was du da guckst und hast du irgendwie schlecht... Abhängen tue ich schon lange nicht mehr mit jemandem, der auf falschem Weg ist. Aber ich bin halt auch auf einem guten Weg und ich verstehe nicht, warum manchmal manche Verhaltensweisen nicht weggehen. Ja, einige Verhaltensweisen dauern, bis der Herr, bis du selber auch im Gebet das Ganze vom Herrn erbittest, dass er dir das wegnimmt. Du musst halt geduldig sein. Aber so ein Wort zu sagen, ist schon sehr, sehr grenzwertig. Ja, ist schon, ist schon. Das ist jetzt nicht, also das ist kein Gang und Gebe. Aber sagen wir mal, es vergeht ein halbes Jahr und dann passiert irgendwas. Und dann dachte ich, ich habe es hinter mir. Und dann provoziert mich jemand so stark. Und dann denke ich, ich habe es doch geschafft und dann kommt es doch wieder. Es ist so anstrengend. Da musst du über deinen Schatten springen. Da musst du den Herrn Jesus Christus repräsentieren und an den Herrn denken. Und dann wirst du das auch schaffen. Gut, also Übung, Übung, Übung macht den Meister auf dem richtigen Weg. Du musst immer viel, du musst viel ins Gebet gehen, du musst lesen. Das meine ich auch. Du musst die Worte des Gebet verhindern, das ist veränderlich. Ja. Aber ich kenne das. Manchmal rutscht mir auch ein Wort mal raus. Aber das ist jetzt nicht tragisch, verstehst du? Du sollst nicht in dieser Sünde verharren. Du sollst dafür Wurde tun und es ist schon in Ordnung. Ja, Leute, danke euch. Ich weiß, Johannes habe ich auch immer wieder aufgeschlagen. Und Lukas auch. Ich weiß, ich lese da gerne rein, wenn mir es schlecht geht. Oder beziehungsweise wenn ich mit etwas zu kämpfen habe. Aber danke euch. Und ja, hoffentlich hoffe ich auf eure Gebete. Und Amori Mio, danke schön für deine Arbeit nochmals immer wieder. Und übrigens habe ich dir schon mal gesagt, du heißt wie mein Vater und deswegen mag ich dich auch so sehr, dass ich es keine Anmache mache. Jetzt rede ich wieder, wie sie so... Amori heißt dein Vater Amir? Nein, Amir. Amir, okay, alles klar. Amir, ja, genau. Wir kommen ja ursprünglich aus dem Irak. Wir sind Aramäer, aber wir haben auch manche Namen, die so arabisch sind. Du weißt doch, oder so, beziehungsweise südländisch. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also so ähnlich türkisch, arabisch. Und dann heißt du auch so. Und das ist, ja, ein... Ja, aber du bist der Prinz auf arabisch. Ja, genau, genau. Ah! Ich muss den immer machen. Das bringt mich immer zum Lachen. Den muss ich immer machen. Wenn es so ein Guku kommt, muss ich den immer machen. Okay, meine Liebe, danke, dass du dabei warst. Danke, Schlomo. Und Gottes Segen. Sehr gerne. Ciao, ciao. Ja, ihr Lieben. Langsam wird Dr. Scherabamed immer müder und müder. Was soll ich machen? Wache auf, denn du schläfst, ne? Lass uns lieber am Psalm hören, ihr Lieben. Komm, viel, viel schöner. Wir brauchen ein wenig... Wir brauchen ein wenig den Herrn und seine Worte. Ich habe eine Frage noch, bitte. Ja, warte, jetzt erstmal... Das Wort Gottes geht erstmal jetzt vor einem Moment. Okay, klar. Ich bin auch Christ, auch Aramäer. Er sagt zu mir, du darfst nicht Salam alaikum sagen, weil du Christ bist. Stimmt das? Du darfst ihm Salam alaikum sagen. Er darf zu dir das nicht zuerst sagen. Mohammed hat gesagt, in Surah 9, Vers 29, wenn ihr auf die Nicht-Muslime trifft, dann grüßt sie nicht, sondern drängt sie an die engste Stelle des Weges. Aber wenn einer von ihnen euch grüßt, dann grüßt sie auch. Ja, der hat so lange diskutiert, da meint sie, ja, du bist nicht Islam, die, das, aber ja, was soll ich denn sagen? Ich komme ursprünglich aus Irak und Irak wird ja oft Arabisch gesprochen und wenn ich jemandem sage, hallo, soll ich sagen, grüß dich oder... Ne, ganz normal, Friede sei mit dir. Oder Gott segne dich und... Ja, 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 geht, ja, genau, das geht, aber so, das konntest du ja nicht, ja, früher, aber jetzt so, wenn ich jemanden so sehe, ich darf nicht Salam alaikum sagen auf einmal, schiebst du? Warte mal ganz kurz, die beleidigen schon wieder hier, richtig ekelhaft. Ja, das sind ja deren, keine Ahnung, die halten das richtig, wenn die hier beleidigen, weißt du? Ja, keine Ahnung. Was sie davon haben, die sind Kamelorin-Fetischisten, ne? Naja, wenn du auf jeden Fall... Auf jeden Fall, du hast meine Frage beantwortet, dann geht, danke schön. Bitte? Wenn du jemanden grüßt, dann ist das okay, laut Islam. Aber die dürfen dich nicht zuerst grüßen, verstehst du? Ah, okay. Und wenn die dich sehen in einer muslimischen Mehrheitsgesellschaft, dann haben sie von Mohammed die Berechtigung, dich an die engste Stelle des Weges zu drängen. Das ist das. Damit du dich gedemütigt fühlst nach Surah 9, Vers 29. Also beim Islam dürfen die nicht grüßen zuerst, oder wie? Ja, die dürfen dich nicht begrüßen, aber wenn du sie begrüßt, dann dürfen sie das erwidern. Aber du musst damit zuerst anfangen, weil du hast keinen Salam verdient, du hast keinen Frieden verdient. Das ist das. Hä? Ja, wie hä? Achso, die glauben das. Das wird ihnen so beigebracht. Okay. Ja. Krass. Okay, ich... Was ich noch sagen wollte, mach weiter so mit diesen YouTube-Videos, ist sehr unterhaltsam. Ist mir egal, zwei, drei Stunden lang. Ich gucke mir einfach zu, ich habe nichts zu tun. Und ja, sehr interessant auf jeden Fall, ja. Ich hoffe natürlich, dass du sehr vielen Dank hattest. Perfekt. Alles klar, mach's gut. Danke Ihnen. Danke. Ich habe jetzt noch was gesehen, Bruder. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Und dir? Auch gut, danke schön. Dem Herrn Jesus Christus sei Lob und Dank. Amen. Bruder, ich habe mal eine kurze Frage. Ja. Und da habe ich gehört, dass jemand mal meinte, dass man Jesus selbst nicht anbeten soll, sondern den Vater in Jesus' Namen. Aber Jesus selbst nicht. Doch, der Herr Jesus Christus sagt, was ihr in meinem Namen erbittet, das werde ich euch geben. Wenn Jesus nicht Gott ist, warum sollen wir denn seinen Namen rufen und ihn bitten? Ja, das stimmt. Das habe ich mir auch gedacht. Das war auch so ein christlicher Leitstum halt. Und ich dachte mir jetzt so, machen wir jetzt was falsch? Oder habe ich was falsch gehört? Bibel kennt zwei Adressen der Anbetung. Einmal ist es der Vater und einmal der Sohn. Doch, doch. Was ihr den Sohn bittet, das werde ich euch geben. Oder das werde ich euch machen. Und ich werde euch erhören. Und der Apostel Paulus ruft den Namen des Herrn Jesus Christus an, jedem Ort der Erde. Erste Korinther Kapitel 1, Vers 1 bis 2. Dass man Maria nicht anbeten soll, das weiß ich auf jeden Fall. Das machen mir auch einige tatsächlich. Aber dass man jetzt Jesus nicht anbeten darf, das war für mich neu. Das sind Leute, die krank sind in der Birne und nicht verstehen, dass Jesus Christus der allmächtige Gott ist, der ins Fleisch gekommen ist. Der von Ehe und... Wenn der Vater den Sohn zum Sohn betet, sind denn wir, dass wir nicht zum Sohn beten? Ja. Hebräer Kapitel 1, Vers 1 bis 8, beziehungsweise 1 bis 12. Okay, Bruder, da ist meine Frage eigentlich schon beantwortlich. Danke dir. Ja, genau. Einfach nur den Hebräerbrief lesen. Einfach nur den Hebräerbrief lesen, dann wirst du sehen. Der Vater nimmt den Sohn Gott. Okay, Bruder, Gottes Segen euch allen. Gottes Segen, mein Lieber. Halt den Namen in Jesus Christus fest. Danke, Mila. Danke, Mannes. Ja, bist du wieder raus? Danke, King of Kings. Hey. Gottes Segen. Gottes Segen, mein Lieber. Der Herr segne dich und behüte und beschütze dich. Sauda, ich erkenne dich beim Kacken. Sauda, wir erkennen dich. Und geht raus. Das ist der heftigste Satz, ne? Sauda, wir erkennen dich. Und dann hat er sich gewünscht, dass der Hijabfest so sehr herabgesandt werde. Und Allah hat auf einmal den Hijabfest herabgesandt. Maschallah, Maschallah. Wegen der Notdurftverrichten der Frauen tragen die Musliminnen heute in die Kabe. Es ist so wundervoll, Kamelorien den ganzen Tag zu trinken und in ganz vielen Problemen zu versinken. Warum wir Hijab anziehen, ist aufgrund von Oma. Er hat es sich gewünscht. Insgeheim. Das ist genau wie mein Gesang. Einfach nur lächerlich. Hören wir lieber Psalm 103. Guck mal, wie wunderschön das Wort Gottes ist. Schenken Sie Ihrem Sohn etwas Schönes, ja. An meinen Sohn. An meinen Sohn, genau. Hören wir lieber das wahre Wort Gottes. Gänsehaut, ja. Lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünde vergibt. Und heilet alle deine Gebrechen. Alle seine Gebrechen. vom Verderben erlöst. Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht. Und du wieder jung wirst, wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen. Die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern. Noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Und vergeht uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Amen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. Siehst du? So widerspiegelt der David den Herrn. Wie ein Vater sich seinen Kindern erbarmt. Kennt ihr ja. So erbarmt sich Gott über diejenigen, die ihn fürchten. Und sich der Herr über die, die ihn fürchten. Amen. Er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da. Und ihre Städte kenne sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten. Und gedenken an seine Gebote, das sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet. Und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele. Wundervoll. Lobet den Herrn, meine Seele. Psalm 118, 48. Psalm 148. Wahnsinn. Halleluja. Lobet im Himmel den Herrn. Lobet ihn in der Höhe. Lobet ihn alle seine Engel. Lobet ihn all sein Heer. Lobet ihn Sonne und Mond. Lobet ihn alle leuchtenden Sterne. Lobet ihn ihr Himmel aller Himmel und ihr Wasser über dem Himmel. Die sollen loben den Namen des Herrn, denn er gebot, da wurden sie geschaffen. Er lässt sie bestehen für immer und ewig. Er gab eine Ordnung, die dürfen sie nicht überschreiten. Lobet den Herrn auf Ehren. Ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres. Feuer, Hagel, Schnee und Nebel, Sturmbinde, die sein Wort ausrichten. Ihr Berge und alle Hügel, fruchttragende Bäume und alle Zedern, ihr Tiere und alles Vieh, Gewürben und Vögel. Ihr Könige auf Erden und alle Völker, Fürsten und alle Richter auf Erden, Jünglinge und Jungfrauen, Alte mit den Jungen. Die sollen loben den Namen des Herrn. Denn sein Name allein ist hoch. Seine Herrlichkeit reicht, so weit Himmel und Erde ist. Er erhöht die Macht seines Volkes. Alle seine Heiligen sollen loben. Die Kinder Israel, das Volk, das ihm dient. Halleluja. Ja, ihr Lieben, so ist das. Das Wort Gottes ist lebendig und das soll auch unsere, unseren Leib durchströmen. Wir wissen nicht, wie lange wir zu leben haben. Das ist das. Wir wissen nicht, wann wir in den Tod gehen. Das kann jeden Tag passieren. Wir wissen nicht, wie wir sterben und wann wir sterben. Deswegen sollte sich jeder Gedanken machen, um seine Ewigkeit. Für was er sich hier auf der Erde entscheidet. Für den lebendigen Gott oder für Satan und Religi. Ich trage jetzt seit drei Jahren ein Toupet und das in meiner Erfahrung. Seit drei Jahren trägt er ein Toupet. Sein 34. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn von sich trieb und er wegging. Oh, danke Gott. Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Oh, danke Gott. Meine Seele soll sich rühmen, des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Sein Lob. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Amen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer ihn Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Schmeckt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Oh, dem, der auf ihn traut, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen. Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darmen und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel. Hörme ein bisschen Salme. Wer möchte gern Wut leben und schöne Tage sehen? Behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, was sie nicht tun können. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Ist das nicht Balsam für die Seele? Wenn du zerbrochenes Herz hast, ist der Herr dir ganz, ganz nahe. Wundervoll. Hast du einen wundervoller Ausgesehen als den Herrn Jesus Christus? Nein. Er ist der Schönste, der Gerechteste, der Heiligste, der Wundervollste. Oh, danke. Ja, ich bin Christ. Was bist du denn für ein Christ? Ein Nachfolger des Herrn. Was bist du für ein Christ? Was ist das denn für eine Frage? Was bist du für ein Christ? Ja, ich meine so... Was für eine Art von Christ bist du denn? Einfach ein Christ. Einfach ein Nachfolger des Herrn. Was für eine Art Christ bist du. Ja, genau. Super. Hast du schon mal was von Wiedergeburt gehört, meine Liebe? Nein. Dann empfehle ich dir einmal, heute Johannes 3, Vers 3 zu lesen. Das wichtigste Kapitel in der Bibel. Wie lange hast du die Bibel nicht mehr in die Hand genommen? Anastasia. Genau, das ist der Zustand, ja. Schade, traurig. Amen. Nein, Spaß. Lach mal, lieber. Ja, genau, lach mal. Weißt du eigentlich, dass du auf dem Weg in die ewige Verdammtes bist, meine Liebe, wie wenn du ohne Jesus Christus in den Tod gehst? Und deine ganze Community genauso. Das ist das. Ich bin Christen. Das spielt keine Rolle. Wenn du nicht von neuem geboren bist, wirst du auf dem Weg zur ewigen Verdammtes. Bitte? Das bedeutet das. Das heißt, du musst aus dem Geist Gottes neu geboren werden. Du kennst ja, bei deiner Geburt bist du ja physisch aus dem Schoße deiner Mutter gekommen. Und es muss einen Tag und einen Zeitpunkt geben, als du dein Leben dem Herrn Jesus Christus gegeben hast und von neuem geboren wurdest. Das heißt, dein altes, sündiges Leben wird dann aufhören. Du wirst von dieser Welt Abschied nehmen sozusagen, mit hier weltlichen Dingen und alles. Und dann wirst du den schmalen Weg gehen, der zum Weg des ewigen Lebens führt. Deswegen sagte der Herr ja in Matthäus 7, breit ist der Weg in die ewige Verdammtes und viele befinden sich drauf. Und nur ein paar wenige, die auf dem schmalen Weg wandeln. Sei du wenigstens, die aus dem breiten Weg rauskommt und auf dem schmalen Weg wandelt. Ja, bin ich. Ich merke schon, wie du das bist. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. Man merkt das richtig. Ja, ist ja nicht schlimm, ob die mir nicht zuhört. Aber diese Community von der hört mir ja zu. Ob sie jetzt nicht zuhört, das ist mir egal. Hauptsache, die hören das. Ihr Lieben, eines Tages werdet ihr alle in den Tod gehen. Und der Herr will euch alle retten. Denn so heißt es in Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an den Glauben nicht verloren geht, sondern das ewige Leben erhält. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Auch diese acht Zuschauer bei ihr, einer von ihnen oder wenigstens einer, der gerecht ist, der sich Gedanken macht und sagt, ja, der hat recht. Eines Tages werde ich in den Tod gehen. Ich muss also herausfinden, was mit mir passiert hier auf der Erde. Ich muss Gott suchen. Das ist der Sinn meines Lebens. Deswegen bin ich hier auf dieser Erde. Nicht, dass ich dieser Frau dazu höre, sondern dass ich auf die Suche gehe nach Gott, der mich je und je geliebt hat. Amen. Und jetzt kannst du weiter lachen. So sieht's aus. Wenigstens haben wir noch diesen acht armen Seelen, habe ich das noch gesagt. Es spielt keine Rolle, ist ja nicht schlimm. Aber diese acht Leute haben es wenigstens noch gehört. Wenigstens die acht haben es gehört. Die Zahl ist aber auch sehr, sehr bezeichnend. Acht Leute hat der Herr gerettet. Die Zahl acht. Seiftig. Wahnsinn, ne? Und acht waren gerettet, ne? Ja. Das ist derjenige. Wer war das nochmal, der die Zahl erwähnt hat, wie viele Leute da bei ihr waren? Acht steht für Neuanfang auch noch, ja. Jemand von euch hatte erwähnt, dass sie acht oder vierzehn? Ja, vierzehn, okay. Einer hat erwähnt, acht. Ich glaube, sie hatte acht und durch mich kamen dann ein paar andere Leute noch da rein. Aber sie hatte acht als derjenige, der da drin war. Acht Leute. Kennst du Walter Veit? Ja, lass Finger weg. Irrlehrer. Brauchst du nicht. You don't need Walter Veit. Danke, Werner. Ich kann nicht. It's not available. Stellt eine Anfrage. Ich, Moslem aus Afghanistan, aber nun möchte ich gerne konvertieren zum Christentum. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Das hast du sehr gut erkannt, dass du nicht konvertieren sollst, sondern zum wahrhaftigen Gott und ewigen Leben Jesus Christus finden. Ich hatte einfach keinen Bock, heute meine Haare zu machen. Aber die liegen immer noch drei Wetter tappt. Dr. Schirra, wo haben wir heute keine Lust auf Haare machen? Aber die liegen immer noch gut. Guck mal hier. Ist nicht schlimm. Kein Problem. Sieht aus wie immer. Kein Unterschied. Liegen gut. Ja, danke schön. Das ist gut, dass du mich daran erinnert hast. Deswegen heißt es ja auch im Korintherbrief, wenn wir weiß sagen, sollen wir nichts auf unserem Haupt haben, denn wir schänden unser Haupt. Ich vergiss das immer. Aber manchmal geht das nicht anders. Oh, ja, Dr. Schirra, wo haben wir jetzt müde, hungrig, er muss sehr viel, sehr viel durchmachen. Oh, Mann. So, was haben wir denn hier? Wir waren noch nicht fertig. Ja, der Gerechte muss viel leiden, aus allem hilft ihm der Herr. Und ihm alle seine Geweine, dass nicht eines zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Unglück töten und die den gerechten Hassen fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte. Und alle, die auf ihn trauen, gehen frei von Schuld. Amen. Wunderbar. Ja, vielleicht kennst du das. Du hast immer wieder... Ja, ich kenne das nicht, diese Werbung. Ja, ihr Lieben. Aber wir machen bitte Psalm 140, okay. Psalm 140. Psalm 140. Na, warte mal. Psalm 140. Der 140. Der 140. Ein Psalm Davids vorzusingen. Errette mich, Herr, von den bösen Menschen. Behüte mich vor den Gewalttätigen, die Böses planen in ihrem Herzen und täglich Streit erregen. Sie haben scharfe Zungen wie Schlangen. Otterngift ist unter ihren Lippen. Sela. Bewahre mich, Herr, vor der Hand der Gottlosen. Behüte mich vor den Gewalttätigen, die mich zu Fall bringen wollen. Die Hofffertigen legen mir Schlingen und breiten Stricke aus zum Netz und stellen mir Fallen auf den Weg. Sela. Ich sage zum Herrn, Ich komme sofort wieder hin. Du bist mein Gott. Er möge sie stürzen in Gruben, dass sie nicht mehr aufstehen. Ein böses Maul wird kein Glück haben auf Erden. Ein frecher, böser Mensch wird verjagt und gestürzt werden. Denn ich weiß, dass der Herr des Elenden Sache führen und den Armen Recht schaffen wird. Ja, die Gerechten werden deinen Namen preisen und die Frommen werden vor deinem Angesicht bleiben. Amen. Oh, Gott, ich bin ein bisschen. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Warum schickst du mir Match-Anfrage? Warum schickst du mir Match-Anfrage? Wir sitzen im Zug und wollen matchen. Ein bisschen das Geld daraus kloppen, aus den Taschen. Die wollen schöne Kohle rauszocken da. Ich weiß nicht, das ist... Ich weiß nicht, was ich dazu manchmal sagen soll. Das ist sehr, sehr traurig. Der Dings ist live, Christian Prince. CP ist live. CP ist live. CP. Ich schicke ihm Anfrage, ja. Da. Aber der ist nicht auf TikTok live. 972 Leute sind bei uns. Das ist confirmant. Weil dieser Hadith hier spricht. Die Sonne geht unter den Thronen von Allah. Aber der Thronen von Allah ist auf dem Wasser. Auf dem Wasser, ja. Das ist eine andere Geschichte. Warum ist Allah auf dem Wasser auf dem Wasser? Da ist Wasser in den sky. Ja. Ja. Dann doch lieber Psalmen hören, ne? Oder versuchen hier ein wenig zu schauen, was hier noch so geht. Wir haben schon fast 500.000 Likes erreicht, ne? Das ist heftig. Der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesagt hat, Amen. Psalm 119 ist sehr lang, ne? Das ist auch einer der heftigsten Psalmen, ne? Psalm 119. Der ist 18 Minuten lang, der Psalm. Der ist 18 Minuten lang, der Psalm. Psalm 90. Psalm 90. Herr, du bist unsere Zuflucht, für und für. Ehe denn die Berge wurden, die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie geht's dir, mein Bruder? Möge Gott dich segnen. Amen, dich auch, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Geht's dir gut? Ja, hamdülh, Jesus, mir geht's gut, ja. Und dir? Meinst du, Gott erlaubt sowas? Was ist das, Bier? Warum hast du mich abgroß gemacht? Meinst du, ein Moslem darf sowas trinken? Ja, laut Zure 16 Vers 67, ja. Du bist ein guter Moslem. Kenntest du mich noch, ja? Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir haben viel gesprochen, ich und du. Herrlich? Ich war fast gesegnet von dir. Wie meinst du das? Ich war auf, äh, auf, auf, auf zwei verschiedene Autobahnen, auf zwei verschiedene Wege. Ich hab mein Segen immer noch nicht gefunden. Schade, dass du mich vergessen hast. Ja, das, 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 der Segen kommt auch nicht zu dir, wenn du eine rauchst und, äh, ein Bierchen trinkst. Da kommt bestimmt kein Segen. Meinst du, da kommt, meinst du, da kommen Segnungen, wenn du Kippe rauchst und, äh, dabei ein Desperados wegknallst? Ich weiß nicht, wir haben bald Ramadan, wa? Ja, dann empfehle ich dir, äh, ein Loch in eine Wassermelone zu bohren und dementsprechend dich daran zu bereichern. Nein, ich glaube, da ist der Whisky eher besser. Nee, der Ibn al-Raim sagt, du kannst Wassermelone auseinandernehmen. Aber während du passt ist? Ja, klar, das ist super. Also kann man tricksen, sagst du, ja? Ja, klar, wenn du unter Druck leidest, dann kannst du natürlich dementsprechend die islamischen Hilfsmaßnahmen annehmen. Wallah, ich schwöre bei Gott, ich mag dich. Egal, was die mir hier danach schreiben, wie der Nachrichten oder irgendwas, der mich sieht. Ja, ich bin jetzt kein Unbekannter, aber trotzdem, ich mag dich. Ich, ich gebe dir da viel Stärke, möge Gott dich segnen mit all das, was du machst, möge Gott dir das geben, das, was du dir wünschst. Und möge Gott dich von Unheil und Unrecht und von unbefriedigten Menschen in dieser Welt beschützen und entfernen. Amen, Amen, danke. Ich wollte dir nur schöne Worte sagen, weil ich dich mag, ich gucke dir gerne zu. Danke, Herr Bruder. Ich war sehr, sehr lange, ich war oft eigentlich bei dir live, sehr, sehr oft. Wir haben auch oft gesprochen. Schade, dass du mich nicht mehr erkannt hast, aber es ist auch egal. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du eines Tages zum Herrn Jesus Christus findest und gerettet wirst. Bruder, erkennt man im Herzen, mein Bruder. Gott segne dich von deiner Familie. Deine lieben Sprüche und deine aufmunternden Worte, die du immer hier sprichst, ist immer deine Sache, Bruder. Ich glaube jetzt an den Gott und an den Koran und so, aber du weißt, wie gesagt, ich laufe nicht danach und ich bete nicht daran. Ich bete nicht und faste nicht und mache mein eigenes Ding, ja. Im Endeffekt muss jeder an das glauben, an was er glaubt. Ich glaube eigentlich, will ich jetzt sagen, ungefähr an gar nichts. Ist aber auch schade, ja. Ja, schade, ne. Deswegen, du solltest dir schon Gedanken machen um deine Ewigkeit, Abu Bakr. Du gehst ja auch eines Tages in die Luft. Und meine Leute haben sich, wollte ich dir nur sagen, du hast sehr liebende Menschen bei dir, die dich supporten, die mich auch angeschrieben haben. Sehr, wirklich, sehr viele. Ja, wundervoll. Ja, weil die sich Sorgen machen um dich. Die machen sich Sorgen um dich, weil die dich ja lieben. Wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Ja. Ich küsse deine Augen. Die Moslems ärgern sich jetzt gerade. Ey, wenn die... Alles gut. Ich liebe dich, mein geliebter Bruder. Oh Allah. Du bist ein Bombe-Mensch. Ein sehr schöner... Ich schwöre dir, man sagt es eigentlich, man sagt es eigentlich, die hassen mich jetzt, die Moslems. Aber du hast eine sehr schöne Aura. Dankeschön. Weißt du, was Nur heißt? Weißt du, Nur? Weißt du, was ich meine, Nur? Ja. So eine Ausstrahlung, dass alle mich verstehen. Du hast eine sehr schöne, sympathische, brutale Ausstrahlung, die jeder Mensch sich wünscht in diesem Leben. Wirklich. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ich danke dir vom ganzen Herzen und danke nochmal, dass du mich hochgeholt hast. Ja. Und auch wenn du dich an mich erinnerst, im Herzen sind wir Brüder. Amen, amen. Ja, wir sind Brüder in Adam. Ja, wir sind Brüder in Adam. Genau, da hast du recht, mein Bruder. Hauptsache, wir sind gute Menschen, oder mein Bruder? Es gibt keine guten Menschen. Die Bibel spricht davon, dass es überhaupt gar keine guten Menschen hier auf dieser Erde gibt. Wir sind alle Sünder und alle verloren. Wir müssen also eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Das ist es. Da hast du auch recht. Ja, ich hoffe, dass du das auch verinnerlichst. Nicht du sagst, da hast du recht und dann wieder auf einmal irgendwas anderes machst. Du musst zum Herrn kommen. All den Heiligen, an denen ich glaube, dass ich mir sehr, sehr vieles von dir gemerkt habe und mir eingeprägt habe. Es ist kein Flachs, was ich sage. Kannst du hier deine Leute, die mich wieder erkennen, ich habe mit dir viel geschrieben. Wirklich, du hast eine super Community. Ja, eine sehr starke und herzliche Community. Und sehr liebevolle. Wirklich, mein Bruder. Die haben mich angeschrieben, mit mir viel gesprochen. Sehr schöne Menschen. Sehr schöne Menschen. Amen. Ich liebe die Christen. Die sind sehr liebevoll, mein Bruder. Ich habe noch keinen Christ oder der an Jesus glaubt oder der sagt, ich glaube, Jesus ist mein Gott oder so. Was Böses gesehen. Amen. Wirst du auch nicht. Die Leute, die alle hier zuschauen, sollen das wissen. Auch die Moslems sollen das wissen. Ja, ich bin zwar ein Moslem, aber ich bete nicht, faste auch nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben gefastet. Ich habe noch nie in meinem Leben gebetet. Ich mache gar nichts, was der Islam sagt. Das ist im Endeffekt meine Sache. Ja, und wenn ihr sagt jetzt, ich werde bestraft oder in die Hölle kommen, das ist eure Sache. Ja, ich sage, es ist meine Sache. Ja. Ja, wirklich, mein Bruder, ja, viele Leute haben mich bei dir oft gesehen. Die haben mich angeschrieben, auch von Familie, auch von den Habaschis. Ich war damals von den Habaschis, weißt du? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß nicht, aber schade, dass du dich nicht erinnerst. Ich weiß noch, als du das selber vorgelesen hast und nicht mehr raffen konntest, was die Habaschi da machen. Ja, mein Bruder, die sind wirklich, das ist eine Sekte, damit die Leute wissen hier, das ist eine Sekte, die irre geleitet ist. Ja, an die solltet ihr euch nicht festhalten. Ja, man sagt, es gibt 72 Umam. Ich glaube an gar keine, die sind alle nicht recht geleitet. Ich kann an gar keinen, weiß ich nicht, an irgendeine Akita glauben, weißt du, was ich meine? Egal, wer mir was beibringen will von den Moslems. Weiß ich nicht, die sind, weiß ich nicht. Der eine kommt auf TikTok, der beleidigt, der eine kommt auf TikTok, der ruft zum Dschihad, der eine kommt und was weiß ich. Das ist wirklich sehr, sehr, keine liebevolle Worte. Die finde ich immer nur bei dir, mein Bruder. Amen. Ja, siehst du, den Geist des Irrtums und den Geist der Wahrheit, der Geist der Liebe. Damit die Leute wissen auch, das ist nichts abgesprochen. Ich kenne diesen Bruder nicht, mit dem ich spreche. Kenne ihn auch nicht persönlich. Kein Kontakt, ich kenne ihn nur aus TikTok. Ja, ein sehr liebervoller Mensch. Haltet euch an ihm fest. Ja, er sagt immer wahre und schöne Worte, die lieb sind. Keine Aggressivität herrscht in ihm. Kein hasserfüllte Worte in ihm. Ja, nur liebe Sachen, wirklich. Das muss man ausgesprochen haben. Amen. Danke dir, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie, Aboubacher. Ich danke dir vom ganzen Herzen, mein Bruder. Du bist ein wundervoller Mensch. Pass auf dich auf. Du auch, mein Lieber. Ich hoffe, du kommst zum Glauben an den Jesus. Ich werde dir manchmal vorbeischauen, mein Bruder. Ich höre dir sehr gerne zu. Gerne, gerne, gerne. Ein Rittergeworte bist du. Bleib stark, mein Ritter. Ein Ritter ist immer alleine. Ja. Du bist ein Ritter. Alles klar, Aboubacher. Gott segne dich. Möge den Herrn dir deine Augen öffnen. Amen. Ich wünsche mir auch. Ich halte dich, mein Bruder. Ciao, ciao. Viel Spaß. Ciao, ciao, ciao. Ja, cooler Junge. Hallo? Hallo? Der Herr segne dich, mein Bruder. Dich auch, mein Lieber. Ich habe eine Frage an dich. Was sagst du? Du hast Bluetooth an. Man hört dich nicht so gut. Okay, einen Moment. Hörst du mich besser? Ja, viel, viel besser. Okay. Ich habe eine Frage an dich und zwar, was sagst du zu der Zungenrede in der Bibel? Der Herr Jesus Christus hat die Zungenrede gegeben als verständliche Sprache. Die Apostel und die Jünger des Herrn Jesus Christus sind ja in die Provinzen reingegangen, um die Menschen zu evangelisieren. Und die Menschen haben sich gewundert und haben gesagt, die sprechen in unserer Sprache. Du siehst also, dass das kein Gelalle ist, was wir heutzutage sehen in den Pfingstcharismatischen Gemeinden, sondern wirklich Sprachen, die sie beherrscht haben, um Menschen zu erreichen, um ihnen das Evangelium zu predigen. Verstehst du? Okay. Aber da gibt es ja noch einen Bibelfers und zwar, der sagt dann, wenn du in anderen Zungen redest, dann redest du mit Gott in Geheimnissen. Ja, das gibt es auch. Aber du siehst, dass in der damaligen Zeit zum Beispiel auch der Herr, dem Apostel, nicht Petrus, sondern Paulus, dem Apostel Paulus, als der zum Beispiel dem Timotheus, der hätte ihn ja heilen können bis zum Ende der Phase. Aber langsam, langsam ging das auch zurück. Und die Menschen haben dann durch die Worte des Herrn Jesus Christus, also als der Apostel Paulus das verinnerlicht hat. Der konnte ja den Timotheus eigentlich heilen. Nur hatte ihm empfohlen, als der Timotheus Bauchschmerzen hatte, hatte ihm Wein, ein wenig Wein. Du sollst ein wenig Wein trinken, damit diese Bauchschmerzen weggehen. Du siehst also, dass nach und nach immer Heilzeitalter eingehalten werden. Und mit dem letzten Apostel auch diese ganzen Wunder und Zeichen aufgehört haben. Natürlich kann Gott in unserer heutigen Zeit wirken, das bestreite ich nicht. Aber das, was diese Pfingstcharismatische Bewegung da macht, das ist natürlich ein bisschen heftig. Wenn die sich da so umfallen, zappeln und auf einmal so gebrabbeln. Kennst du sowas, wie die machen? Und das wirkt sehr, sehr komisch. Und das kann keiner von euch bestreiten, der das so sich anguckt. Und dann diese Sachen kommen ja aus Amerika. Dieses ganze Zeug ist ja aus Amerika hier rüber geschwappt nach Deutschland. Es war schon in vielen Gemeinden gewesen und da wurde auch in Zungen gesprochen. Da sind die Menschen beim Beten auch umgefallen. Aber da gibt es ja trotzdem Unterschiede. Es gibt ja zum Beispiel einmal diesen Toronto-Sägen, da zappeln die und bellen wie ein Hund und so. Hier in Deutschland ist es fast genauso. Hier in Deutschland ist es auch so. Dann bekommen die den Lachgeist und so was. Und fangen dann an total zu lachen. Und ganz komisch, ne? Genau, das ist sehr komisch. Ich meine, ich habe nichts dagegen. Ich lache auch sehr gerne. Aber wenn auf einmal jemand sagt, der hat den Heiligen Geist empfangen und fängt ultra heftig an zu lachen und so. Der kann nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Ja, ich war in einer Gemeinde und da sind die wirklich rumgelaufen und haben gezappelt und gelacht. Ich bin da rausgegangen bald. Ja, siehst du, das ist nichts. Das war kein Nichts von Gott. Ja, siehst du, das muss jeder für sich selber entscheiden, der in so einer Gemeinde geht und das Ganze mit ansieht. Also wenn die Leute dann da umfallen, zappeln, Hände aufgelegt werden und auf einmal die da, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwas empfangen. Also bist du dagegen umfallen und sowas auch, ja? Bist du dagegen, dass man also beim Beten umfällt? Ja, natürlich, voll und ganz. Der Heilige Geist ist nüchtern, der Heilige Geist ist besonnen. Er wird dich nicht einfach so umkippen lassen und dass du auf einmal anfängst zu zappeln. Nein. Wenn der Heilige Geist dich überkommt. Bitte? Ich rede jetzt nur von Umfallen, also nicht von Zappeln oder so. Ja, wir haben ja auch, ich weiß nicht, gibt es eine Stelle in der Bibel, wo jemand den Heiligen Geist empfängt und einfach umfällt und zappelt? Gibt es das? Nein. Vielleicht kann mich ja einer des Besseren belehren. Weiß es nicht, gibt es das? Ich habe es noch nicht gesehen. Oder ich habe es überlesen. Nein. Mein einziges, was man halt lesen tut in der Apostelgeschichte, dass die, wo der Geist Gottes kam und sie erfüllt worden sind, dass sie halt wie besoffen waren, ne? Wie besoffen? Wo steht das? Wie benommen? Vielleicht kannst du es mal vorlesen. Hast du es da? Nee, ich habe es nicht da. Ja, so eine Stelle muss man sofort wissen. Ja, auf jeden Fall, das, was wir heute sehen, das, was die charismatische Bewegung da macht, wirkt sehr, sehr, sehr komisch auf jemanden, der darauf schaut, ne? Ja, sehr, 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 sehr komisch. Und der Apostel Paulus, wie gesagt, was ich dir gerade erklärt habe, auch mit Timotheus, dass der Apostel halt in verschiedenen Sprachen sprechen konnte und das irgendwann mal auch aufgehört hat. Apostelgeschichte 2, 13. Solche Fragen ist mein Bruder eher so voll der Experte darin, ne? Mein Bruder ist da eher der Bessere für solche Themen, ne? Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Da trat Petrus mit dem Elf auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen. Und nun hört auf, meine Worte, denn diese sind nicht berauscht, berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weiß sagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weiß sagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und zeichnen unten auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und auf den Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarene, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eure Mitte wirkte, wie ihr euch, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetzten Ratschluss und Vorhersehung dahin gegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflässt. Immer wenn ich die Bibel lese, ich kann gar nicht aufhören zu lesen. Ich muss immer weiterlesen. Kennt ihr das? Wenn ihr einmal anfängt, die Bibel zu lesen, auf einmal, du liest die ganze Zeit weiter. Weil das, wie ein, wie ein, wie nennt man das, sich total runterlesen, also total lebendig ist, das catcht dich sofort. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. David nämlich sagt von ihm, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge frohlockte. Zudem wird auch mein Fleisch auf Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger der Verwesung sieht. Du hast mir die Wege des Lebens gezeigt. Du wirst mich mit Freude erfüllen vor deinem Angesicht. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag, da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht des Länden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze. Er hat vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen, nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat. Von dem Vater hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Wie heftig sich das alles anhört. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Wahnsinn. Ich möchte das Ganze mal im Kontext lesen. Also ein paar Verse vorher. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Sie fingen an, in Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölker unter dem Himmel. Als nun diese Getöse entstand, kamen die Mängel zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte in seiner eigenen Sprache reden. Siehst du, was für ein Kontext das ergibt? In seiner eigenen Sprache. Habe ich dir nicht gesagt? Immer von Anfang an eines Kapitels lesen, damit du das ganze Verständnis hast. Sie reden in verständlichen Sprachen. Aber wenn ich damit gemeint war, in Jerusalem haben ja Juden gelebt. Ja, aber unter ihnen auch andere. Guck mal hier. Sie entsetzen sich aber alle, verwundern sich und sprachen zueinander. Siehe, sie sind diese, die da reden, nicht die Galiläer. Wieso hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache? In jeder, wir geboren wurden. Partner und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien. Judäa und Kappadozien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphilien, Ägypten und von den Gegenden Libyens, Baikyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Siehst du? Also dann muss das, dieser Vers mit dem anderen Vers, wo da über Zungenrede gesprochen wird, muss das einen Unterschied haben. Aber ich werde deinen Bruder mal fragen, wenn du sagst, der kennt sich damit besser aus. Ja, mein Bruder kennt sich auf jeden Fall. Also das, was wir hier jetzt lesen, siehst du, dass diese Menschen, also dass die Apostel in verständlichen Sprachen sprechen konnten und die Menschen sich verwundert hatten und haben gesagt, die sprechen ja in unseren Sprachen, obwohl sie es nie gelernt haben. Und das ist Gottes Gnade. Und zwar unterhalte ich mich auch öfters mit Muslimen hier in TikTok und so. Aber das Problem ist, ich kann denen halt erklären, was in der Bibel steht, aber nicht, was im Koran steht oder irgendwie das Widerlegen oder sonst irgendetwas. Und ich glaube, du hast eine WhatsApp-Gruppe, ne? Äh, WhatsApp-Kanal. Ja, wie komme ich da rein? Warte mal, der Omar al-Uthman, der schreibt, was für Märchen. Aber dass sein Gott auf dem Thron sitzt und von acht Engeln getragen wird, das ist dem völlig egal in Zuche 69, Vers 17, ne? Und der Stuhl von Allah so im Schreien ist und sagt, Ah, Allah, du bist so schwer, äh! Ja, das sind Märchen, da hast du recht. Sehr gut erkannt, Omar. Jetzt bitte weiter, Entschuldigung, äh, Joschka. Joschka Fischer. Äh, ich meine Joschka. Ja, dein WhatsApp-Kanal da, wie komme ich da rein? Äh, über die, äh, über die Moderatoren, die hier drin sind. Du kannst auch Larissa anschreiben, die ist auch hier, glaube ich, drin, ne? Oder vielleicht kann mir das jemand hier schicken, oder? Oder jemand, äh, schreibt ihm das mal kurz, also schick ihm das mal. Ja, da, weil ich glaube, du hast da alles so, du zeigst da so alles, ne? Ja, genau, da zeige ich die ganzen Beweise. Da könnt ihr aus den Arabischen, da könnt ihr direkt, da verlinke ich das immer, da könnt ihr draufklicken und euch da selber durchlesen, ne? Dann seht ihr den Wahnsinn, ne? Okay, perfekt. Okay, mein Bruder, dann wünsche ich dir alles Gute. Ich wünsche dir auch, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Bis dann, ciao. Mach's gut, ciao. Au, au, du bist so schwer. Shalom, Amir, Bruder. Shalom. Ja, ich wollte dem sagen, der Pavlo hatte ja auch ein Video gemacht auf YouTube. Da ist auch die Aufklärung über Charismatik und Zungenrede. Da hatte er ja einen YouTube-Kanal, der Bruder Pavlos. Und es ist wichtig, wie du das ja vorgelesen hast. Es erschien den anderen, ne? Die anderen Leute haben gedacht, sie wären voll süßen Weines. Nicht, dass sie voll süßen Weines wären. Ja. Es erschien den anderen so, weil die halt so ein bisschen verpflichtet waren. Du musst immer von, die Bibel ist ja kein Buch, dass du einfach nur ein Vers liest und auf einmal das interpretiert hast. Nein. Du musst den gesamten Kontext mit beachten. Und dann siehst du, wie das Ganze auf einmal Stück für Stück logisch selbst erklärend ist. Genau, richtig. Und das ist ja, wie du das ja von Anfang an gelesen hast. Da erkennt man das ja. Sie sagen ja in unseren Sprachen, in denen wir geboren wurden. Mhm. Und nicht Ratatata und Schalala und was die da machen. Das ist sehr, sehr gefährlich. Das ist kein Spaß. Das ist ein anderer Geist. Okay. Da muss man sich aufpassen. Das wollte ich nur sagen bei Pavlos, dem YouTube-Kanal. Könnt ihr euch das sagen. Danke dir. Mach's gut. Ciao. Ciao, ciao. Ja, Kuni kannst du den nennen, der Hummus bei sich zu Hause hatte. Und Omar warf Hummus aus seinem Haus und Mohammed warf Hummus aus seinem Haus. Ja. ABK Army. Als wäre das was Tolles, sowas zu sagen. ABK Army. ABK Army. Schäm dich, Dennis. Kleiner Junge. Was für ABK Army. Man muss eigentlich Gott preisen und nicht irgendein ABK. Kinder. Ich muss mal User ein wenig hier stumm schalten. Kampf der Schienenbeine. Jetzt kannst du von draußen ewige Arme machen. Viel Spaß. Korinther. Danke, Korinther. Danke, Korinther. Psalm 90. Du lässt es sterben und sprichst, kommt wieder Menschenkinder. Tausend Jahre sind vor dir, wie der Tag, der gestern vergangen ist. Und wie eine Nachtwache. Du lässt sie da hinfahren wie einen Sturm. Sie sind wie ein Schlaf, wie ein Gras, das am Morgen noch sprosst, das am Morgen blüht und sprosst und es abends welkt und verdorrt. Das macht ein Zorn, dass wir so vergehen und ein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Denn unsere Messetaten stellst du vor dich, unsere unerkannte Sünde ins Licht vor deinem Angesicht. Darum fahren alle unsere Tage dahin durch deinen Zorn. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Unser Leben wäre 70 Jahre und wenn's hochkommt, so sind's 80 Jahre. Und was daran köstlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe. Denn es fähret schnell dahin, als flögen wir davon. Wer glaubt's aber, dass du so sehr zürnest? Und wer fürchtet sich vor dir in deinen Grimm? Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Wir müssen klug werden. Herr, kehre dich doch endlich wieder zu uns und sei deinen Knechten gnädig. Fülle uns frühe mit deiner Gnade, so wollen wir rühmen und fröhlich sein unser Leben lang. Amen. Erfreue uns nun wieder, nachdem du uns so lange plagest, nachdem wir so lange Unglück leiden. Zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und fördere das Werk unserer Hände bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Und der Herr, unser Gott, sei uns freundlich und freundlich und freundlich und freundlich. Psalm 19 Dann pass mal auf. Psalm 19 Psalm 19 Dem Vorsänger ein Psalm Davids Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes Und die Ausdehnung verkündigt das Werk seiner Hände Es fließt die Rede Tag für Tag Nacht für Nacht Jetzt bin ich nur noch 11.000 Punkte entfernt vom Platz 99. Heftig, ne? Ne, jetzt wieder 12.000. Es ist keine Rede und es sind keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Exklusiv, ist alles fit? Ja, Handel Jesus, ja. Bei dir? Wie lösst du deinen Tag? Mein Tag war sehr, sehr gut. Und deiner? Meiner war auch sehr gut. Das freut mich sehr. Ey, ein Kollege von mir, Niemann, ne? Er hat Behauptungen aufgestellt. Viele Behauptungen werden immer aufgestellt, ja. Er hat gesagt, du bist eigentlich ein Muslim und sammelst Geld für eine Shisha-Bar. Danke für Kamelorin. Vielen Dank für Kamelorin. Dankeschön. Kamelorin Für meine Shisha-Bar Ja, ja, ich singe ja auch davor. War Karaoke. Smoke it, pray in Karaoke. Kamelorin Für diese ganzen kleinen Kinder, ja. Kamelorin Damit die IMW bekommen. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Gänsehaut. Gänse fort. Lass uns wieder das Wort Gottes hören, anstatt so einem Blödsinn, ey. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Wie der guckt. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans andere Ende und nichts bleibt vor ihrer Glut verbaut. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein. Sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel fein Gold, süßer als Honig und Honigseil. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt. Und wer sie befolgt, empfängt, reichen nun. Verfehlungen. Wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großer Übertretung. Lass die Worte meines Mundes und das Singen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Mein Fels und mein Erlöser. Mein Fels und Erlöser. Wundervoll. Ja, ich nehm. Was? Mach nur hier Wunschliste. Was für Wunschliste? Wer ist denn hier wieder am rumtrollen? Was für eine Wunschliste denn, Kitty-Kid? Kamilurin Energy, Herr. Armin, mein Herr ist mein Herr, der hat Psalm 23. Das ist sehr gut. Der Herr ist mein Herr, der hat mir mangelt an nichts. Fuck. Der Herr ist mein Herrter, mir wird nichts machen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Wenn Sie derzeit für ein Abonnement für eine Türklingel-Kamera bezahlen, hören Sie... Oh, diese Werbung, mir ist auf den... Der Herr ist mein Hirte. Die Stimme ist viel, viel besser. Mir wird nichts mangel. Er weidet mich auf einer grünen Aue... Ich bin der gute Hirte, sagt der Herr. Und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße. Um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken stark trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenk es mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Immer da. Amen. Amen. Danke, Kevin. So, ich nehme mich, denke ich, mal jetzt langsam nach Schluss. Vielleicht komme ich gleich nochmal rein. Oder gehe bei jemand anderem dann rein. Mal gucken, je nachdem. Danke, Larissa. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen. Nein. Doch, ich muss langsam mal Schluss machen. Langsam wird es auch mal für mich Zeit, mal... hier... rumzulaufen und... ein paar Sachen zu erledigen. Ihr Lieben, Gott segne euch und eure Familien. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Egal, ob wir da sind, nicht da sind. Egal, ob wir diesen Dienst machen oder nicht diesen Dienst machen. Der Jesus Christus hat es verdient, dass man ihm nachfolgt. Allein schon sein Leben. So heilig, so gerecht, so wundervoll. Es gibt niemanden, der gerechter ist als der Herr. Es gibt niemanden, der schöner ist als der Herr. Und seine Worte sind balsam für unsere Seelen. Nur neun Stunden heute. Naja. Neun Stunden war ich jetzt live oder was? Das kann doch nicht wahr sein. Bis dann, Bruder. Ja, möge der Herr euch segnen, ihr Lieben. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Lasst euch niemals betrügen von irgendwem. Der Jesus Christus soll die Nummer eins in eurem Leben sein. Macht's gut, ihr Wundervoll. Komm, lass uns nochmal beten. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Livestream. Ich lobe, Ehre und preise deinen heiligen Namen, Herr Jesus Christus, in aller Ewigkeit. Und bitte dich von ganzem Herzen, dass du dich den Problemen der Menschen, die hier gerade drin sind und das gerade hören, annimmst, Herr, und ihre Probleme und Ängste löst, Herr Jesus Christus. Denn es sind viele, viele Probleme, die noch auf uns zu rasen. Herr, und wir sind sehr, sehr, ja, sehr damit beschäftigt, uns mit unseren, mit Problemen der Welt uns auseinanderzusetzen, Herr Jesus Christus. Aber das sind alles Nichtigkeiten im Gegensatz zu dem, was du für uns vollbracht hast, Herr. Vielen Dank von ganzem Herzen, Herr Jesus Christus, dass du stellvertretend für uns gezahlt hast, ja. Den Schmerz und das Leid, das wir eigentlich auf uns nehmen mussten oder hätten müssen, hast du auf sich genommen, Herr. Hast du auf dich genommen, mein Herr, mein Gott. Ich danke dir von ganzem Herzen für diese Güte, Gnade und Wärme, die du uns jeden Tag gibst, Herr. Und dass du uns mit deiner Liebe umgibst, mit deiner Liebe, die weitaus höher ist als das, was unser Verstand begreift. Ich danke dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der hier drin ist, auch die Muslime, auch die, die gespottet haben, auch die, die bedroht haben, Herr. Segne sie und ihre Familien, Herr Jesus Christus. Lasse dein Angesicht über sie leuchten. Öffne du ihre Augen, Herr Jesus Christus, denn nur du allein bist dazu fähig, Herr. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Und ich bitte auch in jedem meiner Gebete, Herr, dass du unsere Geschwister, die gerade um deines Namens willen verfolgt werden, dass du ihnen Trost schenkst in dieser schwierigen Zeit und dass du sie sofort aufnimmst in dein Himmelreich, Herr. Und du bist sofort aufnimmst in dein Himmelreich, Herr. Du bist ein wundervoller Gott. Dankeschön, Herr Jesus Christus. Und dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. Amen. Okay, ihr Lieben. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön für euren ganzen Support. Vielen, vielen Dank. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, büten und beschützen. Und ja, der Herr Jesus Christus ist die Nummer eins. Amen. Gottes Segen, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao. Ciao.